sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei die weltwanderer von kjellerup erstes buch ein freund lord byrons und er lüftete den schleier wie der erste atemzug eines aus tiefer ohnmacht erwachenden strich der lufthauch durch die veranda in das gartenzimmer des bungalows wo er die feinen stirnhaare eines jungen mädchens wie spinngewebe flattern ließ das einzige was er weit und breit bewegte erst der zweite hauch versetzte die silbernen blätter des pipalbaumes rechts von der treppe in ein leises zittern das dem auge als ein blendendes flimmern dem ohr als das plötzliche niederrieseln eines regenschauers bemerkbar war erst er wurde auch als kühlung verspürt von dem lesenden mädchen dem er einen kleinen seufzer der erfrischung entlockte und bis zu einer unwillkürlichen bewegung belebte die den bambusstuhl in dem sie zurücklehnte leise erknarren ließ ihr gegenüber aber ein vierschrötiger mann dessen stirn nur wenig haare dem windhauch zum spiele bot während der reichlich vorhandene grau gesprenkelte bart zu borstig war um sich dazu herzugeben schien jetzt auch so weit belebt zu sein dass er zu einem vorübergehenden körperlichen bewußtsein gelangte denn ohne noch den blick von den palmblattstreifen wegzuwenden die einen kleinen länglichen stoß vor ihm auf dem tische bildeten ergriff er mit der rechten hand ein daneben liegendes seidentuch und rieb sich damit die bucklige und etwas hervorstehende stirn und den kurzen hals das offenstehende ungestärkte hemd ließ diesen hals unbedeckt dessen hellere farbe die gerade unter dem nacken haar einer kräftigen ziegelröte wich deutlich genug verriet daß der eifrige leser nicht sehr lange unter diesem himmelsstrich geweilt hatte die indische sonne hatte noch nicht vermocht den unterschied zwischen dem teil der haut der immer frei der luft ausgesetzt gewesen und dem andern der durch die in europa übliche halsbinde geschützt gewesen hinlänglich auszugleichen wenn nun auch dieser gelehrte keinen bruchteil einer sekunde seinen blick von dem eigentümlichen manuskript erhob so ließ hingegen das mädchen das kleine in grünen marokkan gebundene buch in dem sie bis jetzt gelesen hatte in den schoß sinken und ihr blick schweifte frei über garten und gegend hinaus das feine akazienlaub die wedel der farnbäume und die weichen fahnen der mächtigen bambussträucher bewegten sich jetzt fortwährend leise und wohlig der see aber nachdem der garten allmählich sich hinunterneigte lag so tief daß nicht ein hauch seine spiegelfläche trübte über dieser erhob sich nach dem hintergrund zu das land in fleischfarbenen tönen bis es ohne merklichen übergang zum gebirge wurde das wie ein haufen von aufgepufften silbergrauen rosigen und lilafarbenen seidenstoffen in die blasse luft emporwuchs das rechte seeufer war von oben bis unten ein ungeheurer burgpalast der hinter dem schleier der vibrierenden hitze in die alles auflösende und vergeistigende glut getaucht mit seinem spiegelbilde zusammenschmolz und so gleichsam freischwebend eher das phantastische traumbild eines trunkenen architekten denn ein wirklicher von menschen bewohnter bau zu sein schien den roten sandsteinfelsen unmerkbar entwachsen entfaltete sich ein verwirrendes und doch entzückendes durcheinander von zinnen gekrönten basteien freitreppen terrassen mauern erkern und säulenhallen bis schließlich das ganze sich zerteilte in einen wald von pavillons türmen kuppeln und wunderbaren zwitterformen beider gedrückte zwiebelförmige und hochgestreckte ananasartige kuppeln und vielstufige pagodenartige pyramiden dies war das hell in hell gemalte bild das von der nach der veranda zu offenen wand des zimmers eingerahmt wurde an den beiden seitenwänden hing je ein dunkles links ein porträt von lord byron mit der bekannten drehung des kleinen graushaarigen kopfes in dem zurückgeschlagenen kragen und mit den ebenso bekannten quer über das wams gezogenen mantelfalten ihm gegenüber sah man einen jungen mann in goldbetrester blauer jacke welcher brust und ärmel des scharlachgestickten hemdes unbedeckt ließ und nur gerade bis zu der kirschroten seidenen scherpe reichte in der zwei mit silber verzierte terzerolen steckten die weißen fustanellen wurden von dem rahmen abgeschnitten das gesicht war von den großen orientalischen tiefdunklen augen beherrscht ein spärlicher schnurrbart kräuselte sich auf der oberlippe und unter dem fes fiel das haar in schweren wie ebenholz geschnittenen massen auf die schulter hinab hinter ihm ragten lila graue felsgipfel in eine braune von einem zickzack blitz durch strichene wolke hinauf in dieser gegenüberstellung mutete er als ein geschöpf des edlen lords an etwa als der korsar um so mehr als zu beiden seiten je eine byronsche heroine rechts heide links gulnare in illuminierten kupferstichen angebracht war endlich erwachte nun auch der mann der bis jetzt die nase in die palmblätter gesteckt hatte zu einem deutlichen und dauernden bewusstsein davon daß er nicht etwa nur in der eigenschaft eines entzifferers altindischer texte existierte er wiederholte nur noch gründlicher jene prozedur mit dem seidenen tuch das dann benutzt wurde um die eulenäugigen gläser der großen hornbrille zu putzen dann wurde diese nicht mehr auf die nase gesetzt sondern durfte auf dem blätterstoß ruhen und die zu ihr gehörenden augen sahen sich unbewaffnet um wie um sich zu orientieren wo sie sich eigentlich jetzt befänden da alles draußen für sie nur wie ein leuchtender nebel war wandten sie sich natürlicherweise an die nahen gegenstände zunächst an die beiden bilder die jene frage vollkommen beantworteten und blieben dann mit einem liebevollen lächeln am gesicht des jungen mädchens haften dessen blick noch immer durch die veranda hinausschweifte es steht hier geschrieben daß die kuh mittels der augen sieht der mensch mittels der vernunft der brahmane mittels des vedas und leider muß ich hinzufügen der deutsche professor mittels der brille aber auch ohne eine solche glaube ich sehen zu können daß der rajapalast deine gedanken besser zu fesseln weiß als die poesie unseres freundes und wirtes das lächeln der jungen dame das bereitwillig den brillen scherz honoriert hatte wurde bei den letzten worten sarkastisch sie nahm den kleinen marokkanband der ihr in den schoß gesunken war wieder zur hand und blätterte darin die poesie unseres wirtes ja zum beispiel lines written to a lady who after presenting the author with a ribbon from her bosom asked him what he would do with it das drollige schmollmündchen das sie zog und der sehr gelungene travestierende ton indem sie den titel vortrug brachte ein lächeln ins gesicht des gelehrten das offenbar nur selten die ernsten falten verließ was er damit machen wollte ich weiß nicht ob es dich interessiert vater mich interessiert es nicht und besonders nicht hier mir scheint es gehöre eine andere art poesie dazu um es mit jenem gedicht im stein drüben aufzunehmen wenn es so aus dem dunst heraustritt wenn es gleichsam anfängt aufzuleben ein erker hier ein pavillon dort hervor lugt so wie jetzt dann ist mir immer als ob der palast mir etwas zu sagen hätte ja freilich amanda nickte der vater mit dem nachsichtigen lächeln das einem ernsten forscher ziemt wenn er wohlwollend auf die fantasien eines kindes eingeht so ein alter rajputen palast könnte wohl etwas zu erzählen haben das wollte ich meinen und zwar von einer zeit wo alles größer war als jetzt schrecklicher aber auch herrlicher der hass blutiger die liebe unerschöpflicher sie erhob sich mit einer energischen bewegung ja du lächelst vater aber was würde ich singen wenn ich ein dichter wäre und jener märchenbau mir rede stände wie er dem dichterauge wohl tun mag dabei schlug sie mit einer kleinen weichen hand die gar nichts heldenhaftes an sich hatte auf das grüne bändchen als ob sie sagen wollte aber von solchen offenbarungen keine spur auf diesen blättern wie sollten sie mich denn jetzt fesseln können der vater lächelte bei diesen worten sinnend in sich hinein und strich sich behutsam den bart ja amanda sagte er dann einen solchen blick rückwärts in die vergangenheit der dinge soll es wohl geben wenn man diesen palmblättern glauben will die ich jetzt gerade studiere aber nicht dem dichter sei er gegeben wem denn fragte das mädchen mit einem schnellen blick dem heiligen amanda hatte ein paar eigentümliche augenbrauen sie setzten sicher genug an hörten aber plötzlich dort auf wo die wölbung des liedes die stirn erreicht als ob sie fänden dass es nun genug sei und jedes längliche hinschmachten verschmähten braune gedankenstriche über den tiefen der augenwinkel diese gedankenstriche rückten jetzt einander näher die stirn runzelte sich über der breiten nasenwurzel und ein spöttisches lächeln kräuselte die lippen was diese sehr drollig kleidete denn es passte wenig zu ihren sanften geschwungenen linien und weichen formen dem heiligen nun dann wird freilich sir trevelyan es wohl bleiben lassen jener sphinx drüben ihre geheimnisse abzufragen und er möge immerhin fortfahren den weltschmerz seines berühmten freundes lord byron zu verwässern oder vielleicht noch besser auf big game zu pirschen wie heute der indologe hörte aus dem klang ihrer stimme eine ihm unverständliche erregung heraus er zog aus einem schildkröten futteral eine weniger eulenartige brille heraus als die zum lesen benutzte setzte sie mit der ihm eigenen bedächtigen würde aller bewegungen auf die breite hervorspringende nase und schien die landschaft zu genießen während der blick in wirklichkeit nicht weiter kam als bis zu dem anmutigen profil der tochter die jetzt an dem türpfosten der veranda lehnte aber der herbe zug um die zusammengepressten lippen und das gerade bemerkbare schmerzliche runzeln der freien breiten stirn die ein klein wenig an eine kinderstirn bei aufziehendem tränenwetter erinnerte wollte nichts von ihren geheimnissen diesem gelehrten blick verraten dem striche und punkte einer alten palm handschrift jedenfalls leichter zu entziffern waren als alle grübchen fällchen und runzelchen eines frauengesichts so nahm er denn etwas enttäuscht mit der landschaft vorlieb und um einer gewissen verlegenheit ein ende zu machen bemerkte er man sehe jetzt den nulla nulla fußnote eingeschnittenes bett eines wasserlaufes ende fußnote drüben ganz deutlich schon amanda wandte mit diesem ausruf den blick nach dem hintergrund wo nun ein schmaler blasser schatten sichtbar war der von dem ende des sees sich in geknickten linien landeinwärts zog bis er immer schwächer werdend in der blässe des gebirges verschwand ja es muß also recht spät sein bemerkte der vater dem dieser zug der landschaft offenbar statt des zeigers seiner uhr diente die er in diesem westenlosen zustand nicht bei sich trug sir edmund meint er würde viel früher von diesem jagdausflug zurück sein wenn er sich nur nicht geirrt hat es ist eine wilde gegend und noch wilder sind seine begleiter der rajput mit dem hinter das ohr gestrichenen bart chandra singh meinst du ja bisweilen sieht er sir trevelyan mit einem so tückisch schälen blick an wirklich tut er das hm kala rama sagte mir er hielt inne mit einer verlegenen mine und einem sehr misslungenen versuch zu tun als ob er über die landschaft ganz vergäße was er sagen wollte hm ja wundervoll wie man heute den nulla sieht dort stellen sie also jetzt dem panther nach nicht wahr es war im oberen teil des nulla jawohl aber was hat denn der minister gesagt wenn es in ganz indien einen eingeborenen gibt der keine lose rede führt dann ist es kala rama ach so ja kala rama seine exzellenz äh ja der ertappte vater hatte sich zu spät entsonnen daß es sich um etwas handelte was er am liebsten mit seiner jungen tochter nicht besprochen hätte es gab aber offenbar kein entwischen mehr wenn amanda auf diese weise fragte dann wollte sie antwort haben ja er sagte mir wir sprachen von den rajputen und ihrem leidenschaftlichen wesen ich weiß eigentlich nicht warum jetzt wo ich daran denke kommt es mir vor als ob er vielleicht eine bestimmte absicht mit dieser vertraulichkeit hätte sicher hatte er eine absicht aber womit was hat er dir denn anvertraut daß ich so aus dir herauspressen muß daß eben dieser chandra singh eine leidenschaftliche liebe zu der rani hat die sogar vielleicht nicht ohne aufmunterung und entgegenkommen geblieben ist der indologe machte diese vertrauliche mitteilung mit einer etwas verschämten mine wie sie einem deutschen gelehrten und vater geziemt wenn er durch die tücke der verhältnisse gezwungen wird mit seiner jungen tochter über so heikle sachen wie die liebe eines mannes zu einer verheirateten frau und gar zu einer fürstin zu sprechen aber dieses romantische palastgeheimnis schienen das mädchen herzlich kalt zu lassen und kaum einmal ihre neugier zu erregen so gleichmütig kam ihr fragendes nun ja die rani soll ja eine sehr schöne erscheinung sein eine art urwasi wie die blühenden verse kalidassas sie uns beschreiben wenn auch kaum so lieblich ich bin recht neugierig ob man sie morgen abend beim gartenfest des rajah bewundern darf wahrscheinlich nur die augen die allerdings ganz besonders gerühmt werden du wirst sie ja freilich schon früher und zwanglos zu sehen bekommen wann solltest du hinüber um ihr deine aufwartung zu machen mein besuch ist auf die letzte stunde vor sonnenuntergang festgesetzt wenn es etwas kühler wird so diese hindu venus hat es dem bärtigen rajputen angetan und was hat das mit sir trevilian zu tun ja wie du soeben von chandra singhs schielenden blick sprachst einen tückisch schälen blick war glaube ich der ausdruck den du gebrauchtest fügte er mit der peinlichen akribie des textkritikers fragend hinzu jedenfalls war es genau meine meinung ja da kam mir der gedanke wie einem manchmal so etwas durch den kopf blitzt wenn nun der rajput in sir edmund einen rivalen erblickt einen rivalen nun ja nicht daß ich meine daß unser freund selber gott bewahre aber er ist ein hübscher sogar ein schöner mann eine interessante erscheinung er gefällt den frauen sehr glaube ich so daß es wohl möglich wäre daß chandra singh ganz ohne wirklich gegebene veranlassung seitens unseres lieben wirtes die verlegenheit des braven gelehrten stieg von wort zu wort je tiefer er in die materie hinein kam um so mehr fühlte er wie wenig es seiner des professors dr phil karl eichstätt rühmlichst bekannten indologen herausgeber des manava dharma satra korrespondierenden mitglieds verschiedener englischer französischer und italienischer wissenschaftlicher gesellschaften würdig war hier zu sitzen und möglichkeiten eines liebes abenteuers zu erörtern wenn auch eines indischen liebes abenteuers ja wenn chandra singh und die fürstin vor drei bis viertausend jahren gelebt hätten und ihre erotik eine episode im maha paratha gebildet hätte dann wäre die sache eine andere aber so diese verlegenheit hatte die für seine eigene seelenruhe wohltätige wirkung zu verhindern daß er die tödliche blässe gewahrte die plötzlich wie durch einen eisigen hauch über das gesicht des mädchens hinweg geweht wurde er bemerkte erst die letzten spuren davon als sie ihn jetzt atemlos unterbrach mein gott dann ging es ihm ans leben der herausgeber des manava dharma satra schrack unwillkürlich zusammen als ob ein schuss ihn aus einer textkritischen untersuchung aufgescheucht hätte wiewohl die prämissen für diese alarmierende schlussfolgerung in seinen eigenen auseinandersetzungen alle gegeben waren kam ihm diese doch völlig überraschend kein wunder daß ein zartes wesen wie seine amanda nicht gerade rosig aussah bei dem gedanken an mord und totschlag der einem manne drohte dessen gastliches dach ihnen schon seit monaten europäische bequemlichkeit im fernen osten bot so beeilte er sich denn diese wie er meinte recht unbegründete furcht einer romantischen mädchenfantasie durch triftige gründe zu verbannen nun so schlimm wird es wohl nicht sein liebes kind freund trevilian ist ja nicht derjenige der blind in eine falle geht ich denke er ist a match for the ratchput wie er sagen würde und mit recht denke doch daran daß er kaum zwanzig jahre alt mit einem dreisten kaper in den ostindischen wassern kreuzte und nun gar später wo er mit lord byron in griechenland war und sich monatelang gegen die türken in einer höhle von parnaz verteidigte an der spitze einer hand voll griechischer rebellen rebellenvater nennst du jene freiheitshelden rebellen der plötzliche blick in den goldigbraunen augen des mädchens zeugte von einer feurigen seele die lebhaft und entschieden partei ergriff ein scharfer beobachter würde freilich geergwohnt haben daß ihre entrüstung über den despektierlichen ausdruck ihr ein willkommener bundesgenosse war um das gespräch von einem ihr peinlichen gebiet auf ein ungefährlicheres hinüber zu leiten aber der gute vater dessen gerade gelehrten verstand gewohnt war sich an den text zu halten und nichts dahinter zu suchen nahm ihren ausbruch ernst und verteidigte sich in gutem glauben nun du weißt doch amanda ich war immer ein begeisterter phil helene somit kann der beanstandete ausdruck in meinem mund nicht böse gemeint sein um aber eine solche anwendung philologisch mit einer klassischen autorität zu belegen verweise ich auf ein gedicht von lord byron selbst das du mir kürzlich vorgelesen hast und wo dieser ausdruck gerade auf dieselben leute verwendet wurde oh ich weiß schon was du meinst amanda legte die gefalteten hände hinter den haarknoten des nackens den sie an den türpfosten zurücklehnte und indem sie unwillkürlich die augen verschloss eher als ob sie sich in eigene ferne erinnerungsbilder vertiefte denn als ob sie poesie memorierte trug sie die beiwünschen verse vor but some are dead and some are gone and some are scattered and alone and some are rebels on the hills that look along epeirous valleys where freedom still at moments rallies and pays in blood oppression's ills and some all restlessly at home but never more oh never we shall meet to reveal and to roam fußnote die bayernschen verse lauten in brosa übersetzung da eine poetische unmöglich ist doch einige sind gestorben und einige sind davon gegangen und einige sind versprengt und einsam und einige sind rebellen im gebirge das auf die täler von epirus hinunterblickt wo die freiheit noch bisweilen sich scharrt und die gräuel der tyrannei blutig vergilt und einige sind in einem fernen land und einige sind rastlos zu hause doch nimmermehr ach nimmermehr werden wir uns wieder treffen zum fröhlichen umherschweifen ende fußnote wenn der schon vor zehn jahren verewigte dichter dessen züge so lebenswar von der wand auf sie herunter blickten dort in dem bambusstuhl gesessen in dem sein freund und kamerad sir trevilian sich jetzt so oft streckte und seinen eigenen versen gelauscht hätte wie sie den lippen des jungen mädchens entströmten er hätte sich sicherlich nicht darein gefunden daß ein paar literarische berater sie ihm aus dem gedicht strichen dessen stimmungsschweren zusatz zur einleitung sie hätten bilden sollen und er hätte gewiß diesen freund und kameraden gefragt ob er denn auch wisse daß sein bungalow dach ein frauenwesen beschatte dessen zart beseitete seele in harmonie mit den verborgensten reizen des rhythmus zittere und die intimsten nuancen des dichterischen ausdruckes widertöne eines jener seltenen wesen denen die natur das ausgesuchte aber gefährliche wiegen geschenk gab mit dem intensivsten genuß das köstlichste und flüchtigste aroma der schönheit zu kosten und dem desselben auch das schicksal beides bereithält den becher der verzücktheit und den kelch der qual beide überschäumend voll beide bis auf die neige auszuschlürfen so hätte der dichter seltsam bewegt durch den melodiefluß seiner verse von diesen jungfräulichen lippen erstaunt gefragt der professor dessen ästhetischer sinn nur mäßig entwickelt war blieb auch nicht ganz unbewegt ja das war's was ich meinte hübsch wirklich hübsch ach das ist ein wahres labsal ihn selbst zu hören nach all den lahmen nachahmungen in sir trevelyans gedichtssammlung sind sir edmunds gedichte wirklich so schlecht du weißt ich habe wenig sinn für die modernen dichter goethe und schiller natürlich ausgenommen ich traue mir kein urteil zu aber ich las gestern etwas das mir doch nicht so übel schien verlass dich darauf vater es ist trauriges zeug alles miteinander antwortete die strenge richterin und indem sie zu ihm trat und ihren arm ihm um die schulter legte beugte sie sich vor und betrachtete aufmerksam eines der beschriebenen palmblätter was hast du aber dort gelesen etwas altes natürlich und sicher etwas schönes und sehr merkwürdiges nach dem was du vorher sagtest aber ich verstehe kein wort das ist nicht sanskrit amanda das hier ist pali die heilige sprache der buddhisten es ist ein manuskript der alten ehrwürdigen yatakas yataka was ist denn das das wort bedeutet wiedergeburtsgeschichten in wirklichkeit sind es volksmärchen fabeln legenden manchmal fast novellen sie haben aber alle das gemeinsame merkmal dem sie auch ihren titel verdanken dass sie sämtlich von den früheren legendarischen lebensläufen des buddha handeln oder wenigstens davon zu handeln vorgeben denn oft ist diese beziehung freilich offenbar nur ein vorwand um eine beliebte geschichte anzubringen zum beispiel wenn er in einer kaufmannsfamilie geboren wird führt er eine karawane heil durch die von dämonen erfüllte wüste wo andere zugrunde gehen als hirsch opfert er sein eigenes leben um das rudel zu retten die geschichten werden immer an irgendein erlebnis geknüpft das dem buddha veranlassung gibt jene begebenheit aus der vergangenheit zu berichten worauf er dann zuletzt den yakata sammelt wie es heißt indem er die personen der beiden begebenheiten identifiziert und etwa sagt saripatu war damals der weise brahmane ananda war der minister aber der könig von benares war ich selber oder ähnlich wie eigenartig ist das sagte ich nicht daß es etwas schönes sein müsse und wie wundervoll passt es hier zu jenen bergen draußen aus amethisten und topasen und perlmutter in deren telen so ausgezeichnet ein selbstaufopfernder hirsch umhergehen könnte und zur wüste deren orangefarbige dünen mit der palmenfranze dort jenseits des sees anfangen eines kristallsees der gewiß voll von redenden fischen ist und vom palast worin der könig von benares so prächtig wohnen könnte hör mal nun mußt du ein guter vater sein und mir einen dieser yakatas vorlesen nichts könnte besser sein um die luft zu reinigen echten blumenduft nach diesem falschen parfum lächelnd und kopfschüttelnd blätterte der vater in dem manuskript erfreut über die teilnahme die seine tochter den alten indischen legenden entgegenbrachte und verwundert über die fast drollige unversöhnlichkeit womit sie die gedichte ihres wirtes verfolgte ich bin ganz ohr meldete amanda die sich wieder in ihren bambusstuhl zurecht gesetzt hatte den blick auf jene nulla geheftet dessen dunkelblauer schatten seinen zickzackweg durch das rote hügelland grub ja hier ist einer die sehr charakteristisch und hübsch ist zuerst wird erzählt wie die ordensbrüder als sie abends in der vihara der klosterhalle versammelt sind von einem mönche sprechen der sich von leidenschaft zu einem falschen weiber hatte besiegen lassen dann tritt der buddha selbst herein und fragt sie wovon sie soeben sich unterhielten und sie erzählten es ihm nicht heute ihr mönche sagte er dann hat bruder rivata sich zum ersten mal im netz der sinnenlust fangen lassen sondern schon einmal hat er es getan und er lüftete den schleier der einen früheren lebenslauf verdeckt amanda richtete sich plötzlich in dem stuhle auf und mit halb geöffneten lippen tief atmend blickte sie ihn traumhaft mit einem fast visionären blick an ei ei amanda was siehst du mich mit solchen groß aufblühenden augen an wie dandine der alte feine novellist sagen würde und er lüftete den schleier es klingt so seltsam so feierlich nein ich kann es gar nicht sagen wie ich es meine diese worte sind so wunderlich sie sank in den stuhl zurück ihr blick suchte nicht mehr das weite er schien sich nach innen zu wenden du fühlst dich doch nicht unwohl kind fragte der vater besorgt vielleicht war dir die hitze zu stark willst du dich nicht lieber hinlegen nein nein vater ließ nur lass den meister den schleier lüften zu der zeit als brahmadatta in benares herrschte fing der professor wieder zu lesen an wurde der bodhisattva das ist der spätere buddha als sohn eines reichen kaufmanns wieder geboren er schwieg plötzlich und lauschte aus der vorlesung sollte offenbar diesmal nichts werden ende von abschnitt 1 gelesen von hokus pokus abschnitt 2 von die weltwanderer dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org die weltwanderer von karl kjellerup erstes buch kapitel 2 der kobra stein das geräusch das so unvermutet die vorlesung unterbrach war sonderbar zusammengemischt aus trippeln von winzigen pfötchen rascheln wie von dürren blättern und stapfen von eilig laufenden und wohlbesolten keineswegs eingeborenen menschenfüßen alles schnell sich nähernd erst auf dem kies und dann treppauf wobei der raschelnde laut einen hemmenden widerstand leistenden charakter annahm während eine jugendliche mannsstimme zwischen lachen und drohen fortwährend garuda garuda rief wer nun bei diesem namen an den mythischen greifen vischnus vogel dachte wie er am aufstieg zu der rajaburg in einer nische ausgehauen war auf einem schlangendämon thronend der sich im todeskampf unter seinen krallen wand der würde im zweifel sein ob dieser ruf dem wesen gelten könnte das jetzt auf der veranda erschien und sofort in das zimmer hereinhüpfte es war dies ein kleines tier mit ähnlichkeiten nach verschiedenen richtungen ein etwas zwischen eichhörnchen katze und ratte in seinem spitzschnauzigen kopfe glühten ein paar kleiner roter augen und glänzten die winzigen scharfen zähne sein sehr beweglicher schwanz der sich jetzt steif in die höhe streckte wurde nach der wurzel zu breiter so dass er fast unmerkbar in den stark entwickelten dickpelzigen hinterteil überging der pelz war goldig braun um die mitte des leibes spannte sich ein hellerer gürtel wesentlicher als irgendein äußeres merkmal aber war der unglaubliche eifer der alle bewegungen des tierchens von der schwanzspitze bis zur schnauze prägte es schien der personifizierte tatendrang zu sein der wille zu allem möglichen ausgenommen zum davonlaufen wenn aber auch dieser kleine kerl nicht in anderer beziehung an seinen geflügelten göttlichen namensvetter erinnerte so war doch ein nicht unwesentlicher ähnlichkeitspunkt vorhanden zwar thronte er nicht auf einem schlangendämon das thronen schien ihm nicht sehr zu liegen wohl aber hatte er eine wirkliche schlange unter sich in deren nacken seine winzigen zähne festsaßen und deren über vier fuß langen körper er offenbar mit mühe die stufen hinauf geschleppt hatte in dem augenblick als das tierchen mit seiner beute die schwelle erreicht hatte erschien wie aus der kanone geschossen ein blonder jüngling dem der große panamahut gerade vom kopfe flog indem er sein letztes garuda ausrief und die hand ausstreckte um den mungo zu hindern in das zimmer zu schlüpfen aber garuda ließ seine beute im stich und schlüpfte durch seine hände amanda war mit einem lauten schrei aufgesprungen blass und zitternd hatte sie sich in eine ecke des zimmers gedrückt und starrte mit wilden augen bald auf die reglos liegen gebliebene schlange bald auf den mungo der vor ihr umher tanzte mit allen vier beinen auf einmal in die höhe hüpfte als ob die kleinen pfötchen mit selbstwirkenden sprungfedern versehen waren dabei stieß er erst kleine schreie aus von einem schnurrigen wilden und kriegerischen klang ging aber bald in ein klagliches wimmern über als ob er sich bitterlich beklagte daß seine tat nicht mehr geschätzt würde und daß er von seiner herrin einen ganz anderen empfang bekäme als er sich erwartet hatte dann nahm garuda den saum ihres kleides zwischen die spitzen zähnchen als aber sofort ein zittern den ganzen körper des mädchens schüttelte und sie offenbar anstatt ihm zu folgen noch weiter zurückgewichen wäre wenn der raum es erlaubt hätte ließ garuda wieder locker und tanzte nach der schwelle zurück machte jedoch auf dem halben wege wiederkehrt schrie wilder und winselte kläglicher denn zuvor während alle haare seines pelzes sich sträubten als ob sie nach allen seiten abfliegen wollten und gebärdete sich überhaupt als der lächerlichste schlangentöter der je diese erde zum schauplatz seiner taten gemacht hat und dennoch lachte niemand professor eichstätt hatte sich etwas bestürzt erhoben und die hand auf den tisch gestützt betrachtete er die schlange die in ihrer ganzen länge auf der schwelle lag und deren schlaffe hautfalten am nacken wo das brillenzeichen gerade noch zu erkennen war dessen hellbraune schuppen dort mit bronzenem glänzen schillerten der jüngling wischte sich die schweißtropfen von der stirn und betrachtete mit einem schuldbeladenen blick das vor angst erstarrte mädchen er kannte ja ihre übertriebene angst vor schlangen eine angst die etwas rätselhaftes ja sogar unheimliches an sich hatte als ob sie auf einer ahnung beruhte gerade diese angst hatte ihn ja auf die idee gebracht dieses tierchen ein ich neumon aller ich neumone zu erstehen um wie teures geld wußte niemand und es amanda zu ihrem geburtstag zu schenken damit das mädchen immer eine schutzwache bei sich hätte und dieser einfall war auch von glück gekrönt worden amanda und garuda liebten sich als ob die gemeinschaftliche antipathie gegen das schlangen gezücht die triebartig in ihnen wirkte sie beide durch eine ebenso unwiderstehliche sympathie verbände besonders schien garuda seine lebensaufgabe in ihrem dienste keinen augenblick zu vergessen und war an sie gebunden wie ein attributtier an seine göttin heute hatte er freilich sein meisterstück gemacht aber mit schrecken hatte arthur von weitem gesehen wie garuda im rausche seines triumphes sich nicht genug tun konnte bevor er nicht das getötete ungeheuer zu füßen seiner herrin niedergelegt hatte arthur hatte sein möglichstes getan um ihr dies entsetzen zu ersparen und nun war es doch geschehen und das liebe mädchen stand blass und zitternd da als ob sie umsinken müßte so fuhr er sich denn mit den händen in sein kurzes sandfarbiges haar bis es sich mit dem pelz garuders um die wette sträubte und sah sich um mit einem so drolligen ausdruck von schuldbewusstsein daß er gewiss amanda zum lachen gebracht hätte wenn er nicht gerade in diesem augenblick eine bewegung gemacht hätte um über die schwelle zu treten oh don't don't mr steel rief das mädchen die hand beschwörend gegen ihn ausgestreckt arthur stand fest gebannt er blickte amanda und ihren vater fragend an da er nicht begriff welches neue versehen er zu begehen im begriffe sei und warum er nicht in das zimmer gehen dürfe wo die beiden sich aufhielten junger freund sagte der professor jene stumme frage beantwortend machen sie es nicht umgekehrt wie die nichtwissenden die laut dem weder einen hingeworfenen strick für eine schlange und die welt des scheines für wirklichkeit halten o die cobra meinen sie lachte arthur die ist tot wie ein herring und mit der spitze seines schuhes rollte er kaltblütig den schlangenleib um so daß die silbernen bauchschienen zum vorschein kamen wenn die schlange auch so tot wie ein gesalzerner herring war so schützte dieser zustand sie doch nicht gegen ihren erbfeind mit einem wutschrei als ob zehn is in ein einziges zusammengepresst wären stürzte garuda sich über sie schlug seine bissigen fangen in jene wunden schlaffen nackenfalten die sich noch vor kurzem schirmartig ausgespannt hatten und schüttelte ingrimmig den hässlichen kopf hin und her als ob die unfreiwillige bewegung des schlangenkörpers ihm den verdacht eingegeben hätte es sei doch noch irgendein körnchen giftiges leben in der cobra zurückgeblieben das nun aber auch heraus müsse was aber herausgeschüttelt wurde klang materiell und hart genug als es über die dielen rollte arthur schlug die hände zusammen ein kobra stein nicht möglich sie scherzen rief der professor aber dabei sprang er auf als ob ihm die sache sehr ernst wäre amanda kam jetzt aus dem bann ihrer furcht heraus und trat neugierig näher garuda aber begrüßte diese annäherung mit einem kleinen freudevollen schrei sprang auf sie zu und kletterte an ihrem rock in die höhe und das mädchen dem es schon leid tat daß ihr liebling durch ihre törichte angst um sein wohlverdientes lob gekommen war nahm ihn in die arme sprach ihm zärtlich zu und streichelte sein weiches fell das heftige physische unbehagen bezwingend das die berührung dieser haare hervor rief welche kurz vorher die schuppen des schlangenleibes gestreift hatten mit dem tierchen auf der schulter neigte sie sich über den tisch es war ein gar unansehnliches ding das jetzt der gegenstand der gespanntesten aufmerksamkeit von vier augenpaaren war die steingrauen augen des jünglings die bebrillten des professors die klaren olivbraunen des mädchens und die rotglühenden stecknadelkopfgroßen garodas alle starrten sie unverwandt das ding an das dem letzteren wohl als das steinerne herz des ungetüms vorkommen mochte das er herausgeschüttelt hatte während es nicht leicht einzusehen war was die anderen daran fanden es war ein winziger stein wie eine kleine bohne glatt und oval halb durchsichtig von blasser hellgrüner farbe anscheinend ein gewöhnlicher kieselstein so ist es denn wirklich wahr rief der professor es ist kein bloßes volksgerede es gibt schlangensteine wenn ich es aber nicht mit eigenen augen gesehen hätte oh ich wußte schon daß es solche gibt professor eichstätt sagte arthur ich hatte selbst schon einen gesehen und richtig gesehen so zählt das nicht sie müssen den stein in der nacht sehen wenn er leuchtet das tut er also auch und davon haben sie uns noch gar nichts erzählt sagte amanda mit vorwurfsvollem blick erzählt o ich hoffte doch so sicher ihnen morgen einen selbst erworbenen schlangenstein überreichen zu können und nun ist mir der knirps doch zuvor gekommen er lachte halb ärgerlich und tippte neckisch garuda auf die spitze schnauze das tierchen beantwortete diese aufmerksamkeit mit einer mischung von quieken und knurren als ob es nicht recht wüsste ob es beleidigt oder belustig sein sollte morgen mr steel fragte amanda wie hatten sie denn aussicht dazu weil heute nacht meine expedition wohl nicht so erfolglos geblieben wäre wie die gestrige es leider war junger mann sagte der professor sie sind doch nicht gar so unvorsichtig gewesen nachts umherzulaufen zumal an orten wo sich die kobras aufhalten er schüttelte den kopf verweisend und ließ sich wieder in den bequemen sesselförmigen bambusstuhl sinken auch die anderen setzten sich garuda auf den tisch am ellenbogen seiner herrin ich muss gestehen daß ich so unvorsichtig war sagte arthur lächelnd mein sehnliches verlangen nach einem solchen stein hatte ich dem mann reu mitgeteilt und ihm einige rupien eingehändigt mit dem versprechen mehrere folgen zu lassen wenn das abenteuer gelänge gestern vormittag teilte er mir mit daß es ihm gelungen sei eine steintragende kobra zu erspähen in der dämmerstunde begaben wir uns nun beide nach den kleinen jungeln die ein paar meilen jenseits der stadt liegen es war völlig dunkel als wir am orte waren nur wenige schritte von einem großen baumstamme kauerten wir im schutze einiger büsche nieder und warteten dort fast bewegungslos wohl eine reichliche stunde der mond war jetzt aufgegangen und warf sein scharfes licht in das blätterdunkel hinein plötzlich hörten wir es rascheln und richtig dort zwischen den wurzeln des stammes war die kobra im grase vor ihr aber leuchtete etwas wie ein glühwürmchen ich hatte sie nicht kommen sehen jetzt aber sah ich ganz deutlich wie sie sich aufrichtete die haube blähte und sich langsam seitwärts bewegte genauso wie wenn ein schlangen zähmer durch das flötenspiel sein tier tanzen läßt es sah aus als bete sie den leuchtenden stein an und bei gott in dem augenblick hätte ich allen märchen geglaubt die man von diesen wunderlichen tieren erzählt aber der stein den bekamen sie nicht fragte amanda fast atemlos das war ja mein unglück oder meine ungeschicklichkeit ich hatte meine büchse neben mich gelegt aber nicht fürsorglich genug so daß ein leichtes geräusch entstand als ich sie ergriff ein schnelles aufgescheuchtes rascheln und ach die kobra war verschwunden und hatte was das schlimmste war ihr schätzlein mit sich genommen meine enttäuschung war unbeschreiblich aber man reu tröstete mich er habe gestern auch noch eine andere stein tragende kobra entdeckt an einem ebensolchen baum in demselben jungle dieser wollten wir eben heute abend nachstellen und der schlaue hindu hat sich etwas ausgedacht das kaum fehlschlagen kann und warum sind sie denn so eifrig danach eines solchen steines habhaft zu werden fragte amanda teils weil sie vor einigen wochen den wunsch aussprachen einen schlangenstein zu besitzen von dem sie mit sicherheit wüßten daß eine kobra ihn wirklich mit sich herumgeführt habe amanda errötete über diese naive huldigung des jungen mannes der übrigens auch rot wurde und dadurch nicht gerade die situation freier machte nur teils hoffentlich haben sie einen vernünftigeren grund gehabt um sich einer solchen gefahr auszusetzen entgegnete amanda und erschauerte sichtlich bei dem gedanken an eine nacht in den von kobras wimmelnden jungeln nun das phänomen ist in der tat interessant bemerkte der professor und verdient wohl gut konstatiert und genau untersucht zu werden vielleicht ist naturwissenschaftliches interesse auch ein kleines teils für mich gewesen sagte arthur aber mein eigentlicher beweggrund war doch ein anderer und auch ein tieferer als der ritterliche einen wunsch meiner dame zu erfüllen er ist in der tat nichts anderes als die mystische angst die sie verschlangen haben eine mystische oder gar mythische scherzte amanda denn sie stammt wohl von dem paradiese her sie scheint doch allen menschen gemeinsam zu sein o keineswegs bei mir ist sie fast gar nicht vorhanden so wenig daß ich ihre angst nicht einmal verstehen kann hingegen mein vetter ja vor einigen tagen begegneten wir einem schlangenzähmer der uns seine künste vormachen wollte aber kaum hatte er seinen kleinen korb auf die erde gestellt und seine dudelei angestimmt da fing edmund an zu zittern und wurde blass so dass ich schnell dem kerl eine rupie zuwarf und ihn gehen ließ ich wollte mich zwingen es zu sehen sagte edmund aber ich konnte nicht es war stärker als ich ist es möglich rief amanda erregt auch sir trevelyan geht es so das scheint sie ja recht zu freuen bemerkte arthur in einem ton der scherzend sein sollte während er doch eher heraushören ließ dass es ihm leid täte durch seine unempfindlichkeit ihr gleichsam ferner zu stehen als sein vetter es tat nun dann brauche ich mich doch nicht so sehr dieser schwäche zu schämen o was das angeht das ist ja gerade das merkwürdige das rätselhafte wenn es sich um eine gewöhnliche ängstliche junge dame handelte aber gerade sie die sie so mutig sind wie nicht viele frauen ich mutig amanda lachte laut auf so putzig kam ihr der gedanke vor ja das wollte ich meinen saß ich vielleicht nicht neben ihnen im ho da als sie in den offenen rachen eines tigers hineinschauen der fünf fuß oder so von ihnen entfernt war und haben sie vielleicht geschrien oder krämpfe bekommen sie waren ganz ruhig nachher oh das dürfen sie gar nicht rechnen herr stiel das kam ebenso plötzlich niemand dachte daran daß schon ein tiger in der nähe sei ich wenigstens nicht sie waren es die mich auf eine wellenbewegung im gras aufmerksam machte jawohl aber ich dachte am wenigsten daran daß es ein tiger sein könnte und da saß er schon oben auf dem kopf des elefanten wo seine krallen sich in die weichen fleischkissen zwischen den ohren des armen tieres hineinbohrten ich musste mich mit allen kräften an den ho da festklammern um nicht herausgeschleudert zu werden da lag auch schon das ungetüm unten im gras und alle büchsen knallten es war ja gar keine zeit da zum angst werden arthur lachte oh ich kenne leute genug die dazu zeit gefunden hätten und sie haben sich auch nicht lange bedacht als garuda jetzt mit der schlange kam und wie war es damals mit dem piratenschiff da war doch zeit genug der professor machte eine bedenkliche miene ja das piratenschiff das war eine böse geschichte mein gott wenn ich daran denke und da wäre ich nicht ängstlich gewesen sie waren wenigstens die einzige dame die nicht unten in der kajüte lag das gesicht in den kissen und die finger in den ohren die selbstbeherrschung und der mut die sie damals an den tag legten hat meinem vetter ganz imponiert oh wie beneide ich ihn daß er an ihrer seite war daß es ihm vergönnt war ja aber herr stil wich amanda behende aus sie haben uns ja gar nicht erklärt wie meine angst vor schlangen sie veranlasste nach einem kobra stein zu fahnden sehr richtig rief der professor aus zu dessen deutschen gelehrten eigentümlichkeiten es gehörte daß es ihm ein ärgernis und ein abscheu war wenn ein gespräch unberechenbare sprünge machte anstatt sich bedachtsam von punkt zu punkt zu bewegen und in gerader logischer linie auf das ziellos zu steuern sehen sie nur auf welche abwege wie hier geraten sind setzte er dozierend fort zu elefanten tigern und piraten lieber junger freund es tut mir leid es sagen zu müssen aber einmal muß ich diese nicht unwesentliche bemerkung machen ich bewundere zwar bei ihnen einen gewissen flug der fantasie der einem jüngling gut steht aber eines vermisse ich nur zu oft die logik bei ihnen einem landsmann von thomas reed wie nun gerade hier in welcher art nun auch diese angst vor schlangen sein mag die meine tochter allerdings in einem auffallenden grade hat so kann dieses doch unmöglich für sie ein motiv werden um in nacht und nebel nach einem kobra stein herumzulaufen unmöglich aber herr professor sie erkennen doch den satz an ab esse ad posse valet consequentia selbstverständlich aber und jene angst war mein beweggrund denn ich sah in ihr die ahnung von einer gefahr die einmal ihre tochter durch den biss einer kobra drohen mag da haben wir den schotten ahnung second sight professor eichstätt ärgerte sich so sehr darüber daß dies irrationale element ihm jetzt plötzlich in die quere kam daß er gar nicht bemerkte wie wenig der zusammenhang noch geklärt sei bevor er dies nachholen konnte hatte amanda die etwas blässer geworden war das fehlende glied ergänzt kann denn solch ein stein dem gift entgegenwirken ja das ist es ja gerade was man behauptet man sagt daß er wenn er auf die frische wunde gelegt wird das gift in sich aufsaugt oder sonst auf irgendeine weise die wirkung abschwächt man roi schwört darauf er sagt daß alle schlangenzähmer so einen stein bei sich führen und so dachte ich denn ja da müssen sie aber auch ihrem vetter einen solchen stein verschaffen meinte der professor denn sie müssen konsequent sein wenn es bei meiner tochter auf ahnung beruht so muss es auch bei sir trevilian eine ahnung sein oh der mag sich selber einen suchen antwortete arthur mit väterlicher gleichgültigkeit pst hören sie nicht stimmen ja ich glaube wirklich nun jedenfalls soll er keine kobra auf seiner schwelle finden das wäre denn doch ein zu schlechtes willkommen garuda arthur hatte einen stock der in einer ecke lehnte ergriffen und hob damit die tote schlange vom boden empor bevor garuda der sofort vom tisch gesprungen war seine beute erwischen konnte auf die veranda hinaustretend ließ er das erregte tierchen einen augenblick zappeln indem er den auf dem stocke balancierenden schlangenleib hob bis er ihn dann in einem großen bogen auf den gartenrasen hinüberschleuderte dann wandte er sich zu den kommenden deren stimmen plötzlich ganz nahe erschollen und ebenso laut klangen wie ihre schritte lautlos waren ende von abschnitt zwei gelesen von hokus pokus abschnitt drei von die weltwanderer dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org die weltwanderer von karl kjellerup erstes buch kapitel drei der schwarze panther amanda hatte sich mit pochendem herzen erhoben sie lauschte nach einer stimme die ihr fehlte schon war arthur auf der veranda von indern umringt die mit gebärden des fragens der verwunderung der enttäuschung der hoffnung und was nicht durcheinander sprachen und riefen der sahib nicht hier noch nicht gekommen es war eine bunte und malerische schar diese braunen gestalten in weißen kaftans die um den leib mit lebhaft gefärbten schärben zusammengehalten wurden die meisten barfüßig einige in beinkleidern die sich eng um die waden falteten und an den knöcheln in pantoffelartige schuhe überzugehen schienen fast jeder trug auf dem rücken einen kleinen runden kupferschild der mittels kreuzweise geschlagener riemen über die brust befestigt war ein krummschwert in der scherpe eine lanze in der hand einzelne hatten aber anstatt der letzten waffe welche die ratschputen so behennt bei der sauhetze gebrauchten eine arabische flinte mit eingelegter silberarbeit reich verziert und so lang daß der büchsenlauf ihnen über die schulter reichte wenn sie den spitz auslaufenden kolben auf den fußboden stützten einer von ihnen trug über der schulter eine moderne englische jagdflinte dieser mann überragte seine begleiter fast um einen kopf und gab dem jungen schotten mit dem er beim eintreten in eifrigem gespräch war keinen halben zoll in der höhe nach während er bedeutend schulterbreiter war die stechenden augen waren von dichten zusammengewachsenen brauen beschattet der schnurrbart starrte wie die knurrhaare eines tigers zu beiden seiten des glattgeschorenen kinns wuchs der backenbart so reichlich daß er nach alter ratschputen sitte mit der spitze über das ohr zurückgezogen war die wohlgepflegte hand mit hennafarbigen nägeln die er bei seinem salam mit vielem anstand an die stirn führte war auffallend klein und aristokratisch von heller hautfarbe gerade in ein schwertheft alter ratschputaner schmiedearbeit hinein passend häufig unterbrach sie das gebärdenspiel womit sie seinen wortstrom begleitete um über jene bartfülle hinzustreichen und diese gewohnheitsmäßige bewegung gab ihm trotz seines martialischen äußeren jenes geprägetes minderwertigen das ein mann mit in den kauf nehmen muß wenn er verrät daß der bart ein wesentlicher teil seiner persönlichkeit ist und wenn es manchmal gilt daß je größer der bart um so femininer der eindruck so wurde diese wenig beabsichtigte wirkung hier durch den moschus duft verstärkt der ihn umschwebte wie ein flüchtiger vogel welcher sein nest in jenen junglen zu haben schien der kleine grüne turban den er wie alle anwesenden trug war mit einer prächtigen edelstein agraffe versehen die wie eine kleine sonne glitzerte und in der eine reierfeder ihm über die schulter fiel unmittelbar hinter ihm ging sein diener mit einem schwerfällig zusammengeklappten sonnenschirm den er an der spitze den stiel nach unten hielt diese auffallende persönlichkeit war chandra singh ein neffe des regierenden rajah er sprach schnell und seine worte wurden alle augenblicke von den jetzt hereintretenden indern durch laute reden und lebhafte gebärden bestätigt oder ergänzt was er sagte konnten aber amanda und ihr vater nicht verstehen die landläufige versicherung ausgenommen der sahib sei ihm wie sein vater und seine mutter denn er redete hindustani eine sprache die der indologe auf das tiefste verachtete als ein mischmasch von verdorbenem sanskrit allerlei ureinwohner idiomen arabisch und endlich als letztem schmachvollstem einschlag sogar ein wenig englisch die scheußlichste karikatur einer sprache die in der ganzen welt zu finden wäre pflegte er entrüstet auszurufen amanda hatte sich freilich so viel davon angeeignet als nötig war um mit den dienstboten sich notdürftig zu verständigen was aber bei weitem nicht ausreichte um den inhalt dieses berichtes zu verstehen als aber gleichzeitig mit einem plötzlichen aufschrei alle hände nach der veranda zeigten zu welcher jetzt nachdem die angekommenen alle in das zimmer hereingeströmt waren der blick frei blieb richteten die beiden nicht verstehenden zuhörer schnell ihr auge dorthin draußen auf einer bahre von ästen lag ein schwarzer panther das moirierende muster des glänzenden sammetfelles schimmerte in der starken beleuchtung deutlich hervor seine hoheit chandra sing wandte arthur sich jetzt verdolmetschend an amanda und den professor erzählt uns daß mein vetter nachdem er jenes prachttier erlegt hat sich von seinen jagdgenossen entfernte um eine abgelegene tempelruine zu besichtigen wofür er wie es ja für einen poeten natürlich ist am liebsten allein sein wollte auf dem rückweg muß er sich dann verirrt haben es sei zwar daran nichts beunruhigendes keine gefahr chandra singh der diese worte verstand machte durch gebärden die lebhaftesten beteuerungen und fügte in möglichst englischem hindustani hinzu o gefahr wie könnte da nur gefahr sein der sahib sei hier überall so sicher wie in england sicherer weit sicherer beteuerte sofort der ganze mit augen händen und zungen redende chor des gefolges der große sahib der gastfreund des himmelsgeborenen der stolz des landes der wohltäter ganz indiens dessen ruhm den ganzen erdkreis erleuchtete dessen schatten immer größer werden möge leuchtende augen grinsende zähne abwehrende hände wackelnde grüne tourbahnen verspotteten jeden gedanken angefahren als eine lächerlichkeit für die bühne sehr gut aber für die zimmerwirkung übertrieben dachte amanda und beschloss ein wachsames auge auf den bärtigen ratsputen zu behalten mittlerweile war ein kleiner fast bis zur verwachsenheit hochschuldriger mann dessen stechende äuglein amanda mit einer peinlichen empfindung auf sich gerichtet gefühlt hatte ein paar schritte vorgetreten gänzlich zusammengekrümmt vor demut und vor gliederverrenkender entschuldigung weil ein so elendes wesen wie er sich überhaupt erdreiste eine meinung über etwas so erhabenes wie den großen sahib zu äußern wozu er sich nur deshalb erkühne weil er die ängstlichkeit der schönbrauigen wohl bemerkt habe und weil ihm dabei ein trostreicher gedanke aufgeleuchtet sei welchen er nicht unterdrücken wolle in anbetracht dessen daß ein wort da anzubringen ist wo es ausgesprochen früchte trägt und auf die dauer haftet wie farbe am weißen zeuge was wie er vertrauensvoll hoffe hier der fall sein würde so daß dies wort auf immer die rote farbe auf die weißen wangen der mondgesichtigen zurückbringen dürfe das wort nämlich daß in diesem lande selbst die wilden tiere des waldes dem großen sahib keinen schaden zufügen würden der ja in der tat kein geringerer sei als rahm selber wiedergeboren zum heil dieses landes was ja auch die priester bezeugten und der chorus nicht weniger der rahm 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 neu indisch für rama den helden des ramayana eine inkarnation vishnus rief als ob er besessen wäre ja weit entfernt ihm schaden zuzufügen würden sie ihm unzweifelhaft den richtigen weg zeigen so daß man gar bald durch den anblick des schmerzlich vermissten seine leber würde anschwellen fühlen der inhalt dieser rede wurde von arthur getreulich amanda und ihrem vater übermittelt das junge mädchen hatte große mühe ihrer neigung zu widerstehen bei der schönbrauigen den referenten anzublinzeln und auf ihre zu kurz gekommenen brauen zu zeigen die so unschuldigerweise durch die stereotype phrasiologie des inders profitierten desgleichen bei der mondgesichtigen illustrationshalber die backen aufzublähen doch gelang es ihr die gebotene feierlichkeit zu bewahren aber etwas mußte sie sich zum schluß doch leisten gut gebrüllt löwe oder ich möchte es hier lieber variieren gut geheult schakal sagte sie zu arthur mit einer miene und haltung höchster diplomatischer würde arthur neigte den kopf respektvoll aber mit einem schnellen blick der ihr deutlich sagte daß er mit ihrer schätzung des redners ganz einverstanden sei wenn sie diesen dem schakal verglich dem tiere das in den indischen fabeln immer die rolle des verräters spielt dem die schönsten mit guten lebensregeln gespickten reden reichlich von den lippen fließen daß es also hieße auf der hut sein dann wandte er sich an die inder und verdolmetschte ihnen amandas worte dahin daß der edle pertab der die tapferkeit des löwen mit der weisheit des schakals vereinte die ängstlichkeit der schönbrauigen mondgesichtigen sehr wesentlich dadurch beschwichtigt habe daß er die wahrheit ohne jede übertreibung gesagt habe wohl wissend wie es von einem so weisen mann ja auch nicht anders zu erwarten sei daß die wahrheit am schönsten in ihrer edlen nacktheit leuchtet und durch jeglichen schmuck nur verdunkelt werden kann nichtsdestoweniger müsse er arthur in anbetracht dessen daß wenn auch die götter und die tiere helfen wollen es den menschen nicht gezieme die hände in den schoß zu legen durchaus darauf bestehen daß man sofort eine expedition ausschicke um den schmerzlich vermissten aufzusuchen damit er nicht etwa die nacht in den jungeln zubringen müßte da vielleicht die gar zu gastfreundlichen tiere seine gesellschaft nicht so bald entbehren möchten und ihn mit frommer list zurückhielten eine möglichkeit die der edle pertab trotz seiner weisheit nicht in erwägung gezogen zu haben schiene chandra singh nickte tiefsinnig strich mit beiden handflächen gleichzeitig den backenbart aufwärts und hinter die ohren zurück dadurch einen hauch von moschus aussendend und erklärte es sei unmöglich weiser im rat zu sein als dieser junge sahib sich soeben gezeigt habe der zweifelsohne der einst ein leiter seiner nation werden würde eine solche expedition sei unverzüglich zu organisieren und er selbst wolle die führung übernehmen diese erklärung war ein stichwort für den chorus ein neuer stimmen und gebärden ausbruch der inder bezeugte daß sie alle alle sich die beine ablaufen würden eher als daß der sahib der jedem von ihnen wie sein vater und seine mutter sei auch nur einer unbequemlichkeit ausgesetzt sein sollte die erregung bemächtigte sich auch des professors der energisch aufsprang und erklärte daß er sich der expedition anschließen wolle ob schon es ihm selber ebenso unersichtlich wie den anderen war wie seine anwesenheit anders denn als belästigend sollte wirken können sind einmal es einigermaßen unwahrscheinlich war daß felsen in schriften im sanskrit irgendwo bezeichneten wohin sir edmund sich begeben hatte da ein jeder der gesellschaft seinen besten rat über die einzuschlagende richtung über das mitnehmen von fackeln und hunden oder ähnliches zu markte bringen wollte entstand nun ein lauter und fieberhaft bewegter menschen knäuel um chandra singh als mittelpunkt während arthur vergebens versuchte den unternehmungslustigen professor dazu zu bewegen der expedition fern zu bleiben ihrem vorsatz getreu wandte amanda den blick nicht von chandra singh ab dieser hatte ein wort und einen blick für alle nicht am wenigsten für den professor den er für das licht der welt erklärte dessen begleitung ihnen von unermesslichem nutzen sein würde er hatte aber wie sie bald bemerkte ganz eigenartige blitzschnelle blicke und kurze hastige worte für den kleinen hochschulterigen pertapp der sich unentwegt an seinen ellenbogen hielt dieser sein vertrauter war von ungewöhnlich schwarzer hautfarbe und trug sein glattes stark geöltes haar gerade unter dem ohr viereckig abgeschnitten im gegensatz zu seinem großbärtigen gönner hatte er nur recht dünne haarbüschel als dürftigen schmuck für den unteren teil seines spitzen gesichtes wenn chandra singh auf den stolzen indischen titel manntiger eine gewisse forderung hatte so machte sein begleiter auch durch sein äußeres dem schakal namen womit ihn amanda schon beehrt hatte keine schande sie war dicht an die beiden herangetreten um einige der zwischen ihnen gewechselten worte aufzufangen und sich zu merken in der hoffnung später ihren sinn entdecken zu können es gelang ihr in der tat auch ein paar wörter zu erhaschen plötzlich veranlagte eine unbestimmte empfindung sie den blick flüchtig nach der veranda abschweifen zu lassen und sie vermochte nicht einen leisen freudigen aufschrei ganz zu ersticken draußen stand eine gestalt in der ein jeder leicht das original das an der wand hängenden öl bildes erkannt hätte der albanesische anzug war nur mit einem nicht ganz so malerischen mittelding von europäischer und indischer kleidung vertauscht statt des kleinen grünen turbans den die andern trugen bedeckte seinen kopf ein strohhut mit baumwollstoff umwunden dessen enden rückwärts über den nacken hinunter hingen um diesen vor der sonnenglut zu schützen in solcher weißen durchleuchtenden umrahmung hatte sein gesicht fast die bronze färbung eines inders dem halb erstickten aufschrei amandas folgte ein lauter chorus von überraschungs und freuden ausrufen durch die entsprechenden gebärden unterstützt aber das wachsame auge des mädchens war schnell genug um einen zwischen chandra singh und seinem vertrauten gewechselten blick aufzufangen der zwar überraschung aber alles andere eher den freude ausdrückte enttäuschung und wut waren darin aber zuallererst ein unverkennbarer seltsamer schrecken wie wenn sie ein gespenst geschaut hätten der selbst die dunkle wange des hochschultrigen bleich wie asche färbte diese gemütserregung spiegelte sich auf ihren gesichtern mit einer deutlichkeit wieder die allerdings auch nötig war wenn amanda nicht glauben sollte sich geirrt zu haben so freudig begrüßte jetzt das paar den großen sahib jedes einzelne haar am gewichsten tigerbarte chandra sings schien sich zu sträuben zu knistern und elektrisch zu sprühen vor belebung durch den erquickenden anblick des vermissten und das glatte haar seines trabanten schwitzte öl vor vergnügen und salbungsvoller dankbarkeit als sie und der ganze chorus mit ihnen lebhaft beteuerten daß ihnen die leber übergroß vor freude würde obwohl ja nicht die geringste gefahr vorhanden gewesen sei zumal wie der hochschultrige kleine wiederholte selbst die wilden tiere sich gescheut hätten diesem erhabenen sproß rahms der in der tat eher als der wiedergeborene rahm selbst zu betrachten sei etwas zu leide zu tun daß nun dieser selbst ohne argwohn war zeigte sich nur zu deutlich in seinem unbefangenen gegengruß besonders aber beunruhigte es amanda daß sir edmund indem er seine büchse von sich in die ecke stellte und dabei chandra singh auf die seite nahm diesem flüsternd eine längere mitteilung machte die der rajput mit der ernstesten aufmerksamkeit entgegen nahm und in einer haltung wie einer der von einem vorgesetzten eine wichtige order erhält diese vertraulichkeit der beiden männer missfiel amanda höchstlich hatte es doch fast das ansehen als ob sie ein gemeinsames unternehmen vor hätten was ihr vater ihr soeben von einer möglichen rivalität zwischen den beiden männern gesagt hatte gab ihr einen schlüssel zu jener enttäuschenden des rajputen bei dem erscheinen des sahib dem er offenbar eine falle gelegt hatte was aber bedeutete diese vertraulichkeit die beide männer verbannt für sir edmund jedenfalls eine vergrößerung der gefahr und sie entschloß sich die erste gelegenheit zu ergreifen um ihn zu warnen und wenn eine solche sich nicht schon in den ersten stunden von selber einfände sie durch jedwelchen bruch mit der etikette selbst gewaltsam herbeizuführen edmund begrüßte nun sie und ihren vater freundlichst wenn auch auf etwas zerstreute weise dann zeigte er nach der veranda hinaus und was soll die schwarze bestie draußen der panther die beute des sahib antwortete chandra singh mit tiefer verbeugung und der chorus nahm die letzten worte auf um sie mit allen möglichen stimmen nuancen zu variieren und mit poetischen umschreibungen arabeskartig zu verzieren der verwüster der berge der die ehre genossen hat von der büchse des großen sahib zur strecke gebracht zu werden von der hand rahms zu fallen von dem der schakal gesichtige unter vielem beifall vermutete daß ihm deshalb eine günstige wiedergeburt bevorstehe wieso ich hätte den panther geschossen gewiß gerade durch das herz ein meister schuss ein schuss der noch nach jahrhunderten in den gesängen der hofbarten wiederhallen wird in der tat wer sie sah und hörte musste glauben es wäre bis zu diesem tag noch kein panther in indien geschossen worden die ihre bewunderung so laut kundgebenden inder wurden hinauskomplimentiert von dem nicht weniger höflichen wird der ihnen versicherte wer mit rajputen jagte müsse wenn er auch noch so ungeschickt wäre sehr bald etwas von dem edlen weidwerk lernen und könne nicht umhin auch einmal durch nachahmung einen meister schuss abzugeben während der gegenstand dieses gepriesenen schusses der seiner günstigen wiedergeburt entgegensehende schwarze panther auf arfes anordnung fortgeschafft wurde um abgehäutet zu werden ende von abschnitt drei gelesen von hokus pokus abschnitt vier von die weltwanderer dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org die weltwanderer von karl kjellerup erstes buch kapitel vier wie sir trevilian und der indologe ihren rödesheimer tranken als edmund lachend wieder in das zimmer trat traf er hier nur noch den professor der am tische stand und sorgsam beschäftigt war die kostbaren palmblätter ecke an ecke zu ordnen wie ein paket spielkarten damit ja nicht ein hervorstehender rand zerknittert werden könne er blickte etwas verwundert auf und lächelte fragend in sympathie mit der heiterkeit seines wirtes da haben sie ihre inder professor lachte dieser indem er sich in einen niedrigen bambusstuhl warf und die beine behaglich von sich streckte wie einer der sie genug gebraucht hatte die gesichtszüge des professors nahmen jetzt einen reservierten ausdruck an als ob sie sich en garde dieser munterkeit gegenübersetzten wie meinen sie das nun die geschichte war folgende der schwarze teufel hatte aus einem gebüsch unten im nulla vor dem höllen lärm unserer treiber reis ausgenommen und sich dann oben auf der ebene leicht verwundet wie er war in einem aloe busch versteckt der etwa zwanzig fuß hoch und ebenso breit war er wurde umstellt das geschrei und das regelmäßige bombardement mit steinen ging wieder los aber mein braver baggera ließ sich nicht stören da war nur eines zu tun wir mußten mit raketen den busch in brand schießen aber es wird mir zu trocken so zu erzählen also mit ihrer erlaubnis sie verschmähen wohl leider wie gewöhnlich meine zigarren ich danke um diese zeit rauche ich nicht edmund zog seine zigarren tasche hervor wählte sorgfältig eine tadellose regalia schlug feuer zündete und blies mit sichtbarem genuß dichter rauchwolken vor sich hin natürlich hatten die esel unsere concrete raketen im boote vergessen also erzwungene pause von etwa anderthalb stunden womit sie ausfüllen alles flammte um uns die sonne brannte fast senkrecht herunter es war lunchzeit also lunchen im schmalen schatten der aloe gelagert es waren also mehrere aloe gebüsche da vermutete der professor nein nur das eine wo der panther drin steckte eben es war meine idee sir edmund lächelte mit knabenhaftem stolz übrigens darf ich nicht sehr stolz sein denn wo sonst weit und breit gab es keinen anderen schatten und selbst in ihm hatten wir wohl an die hundert grad aber war es denn doch nicht sehr unvorsichtig eigentlich nicht der schwarze panther ist gefährlich aber die indische mittagssonne ist noch zehnmal gefährlicher und warum sollte auch der gute baggera seinen schlupfwinkel verlassen bevor die raketen es notwendig machten es ist wahr aber trotzdem trotzdem lieber professor hatte ich gerade eine flasche hock glücklich entkorkt ach sir trevelyan rief professor eichstätt mit einer gebärde halb komischer verzweiflung wann wollt ihr engländer endlich damit aufhören jeden rheinwein hock nach dem hochheimer zu nennen der gar kein rheinwein ist sondern am main wächst was sie in ihrem keller haben ist rüdesheimer und ein guter jahrgang dazu gott verzeih es ihnen daß sie einen solchen tropfen in hundert grad hinausschleppen wieviel das nun auch sein mag denn der kuckuck kann aus ihrem verrückten fahrenheit klug werden der engländer lachte gutmütig über die erhitzung des braven rheingauers ich verspreche ihnen lieber professor daß ich mich bessern werde für meine landsleute darf ich freilich nicht einstehen aber das erinnert mich er klatschte in die hände ein schwarzer weiß gekleideter diener der durrwan der auf den stufen gekauert haben mochte erschien und machte seinen salam sir edmund gab eine kurze order in hindustani ja ja mein lieber professor ich weiß schon wandte er sich an den indologen der eine handbewegung des einspruches machte es ist nicht in der ordnung aber dieser tag ist ein wenig aus dem geleis gekommen wie mir scheint und ich glaube in de tat eine erfrischung verdient zu haben er blies ein paar rauchwolken aus und starrte vor sich hin als ob er den faden verloren hätte doch revenons à nos moutons ich habe soeben eine flasche rüdesheimer entkorkt der noch nicht ganz beruhigte rheinländer schnitt eine grimasse als die dicke zunge des briten jenen edlen namen herausrollte als ob dieser die bezeichnung einer kartoffelart sei anstatt die des heeresten rebensaftes kam aber plötzlich zum bewußtsein von der spannenden situation ja ja und dann lieber freund dann dann hub ein gottloses schreien an das mich schnell auf die beine brachte der panther war heraus und hatte einen treiber am wickelchen etwa fünfzig schritt von uns chandra singh und ich standen dicht nebeneinander und waren schußbereit als die bestie plötzlich ihre beute los ließ und in mächtigen sätzen auf uns los sprang ein schwarzer nebel mit zwei glühenden kohlen mittendrin ich lege an meine büchse versagt mein gott ja versagt professor und entweder mein etwas gemischtes blut oder das echteste blut rajputanas hätte den sand gefärbt wenn chandra singh nicht mit einem wohlgezielten schuss den panther gerade vor uns zur strecke gebracht hätte ja aber lieber sir trevillian ich verstehe nicht recht wenn wie sie sagen ihre büchse versagt das ist ja eben der witz chandra singh weiß dass meine büchse versagt er weiß dass ich es weiß und er weiß auch dass ich weiß dass er es weiß und dennoch mit sprechender gebärde die beute des sahib ein meisterschuss lieder der hofbarten wenn das nicht echt indisch ist die züge des professors zogen sich in ihre deckstellung zurück es war nicht das erste mal das edmund angedeutet hatte wie wenig hoch er die wahrheitsliebe der inder einschätzte und ein jeder solcher angriff auf seine schützlinge verstimmte in hohem grade den guten indologen diesmal schienen sie nun freilich gar zu sehr auf frischer tat ertappt zu sein und es wollte ihm nicht gleich etwas zu ihrer verteidigung einfallen aber wie verkehrt aus dem einzelnen fall gleich etwas allgemeines zu machen ich weiß wohl sie sind überhaupt der meinung dass die inder es nicht genau mit der wahrheit nehmen mild aber korrekt ausgedrückt aber da muss ich doch bitten rief der entrüstete indologe die wahrheitsliebe der inder war im altertum berühmt und wird auch von griechischen zeugen bestätigt sie bestätigen auch dass die perser reiten und die wahrheit sagen lernten reiten tun sie noch aber ein freund von mir der sich lange in persien auffiel hat mir gesagt ein perser müsse einen großen vorteil davon haben wenn er sich dazu bequemt die wahrheit zu sagen es scheint daß die völker in der beziehung zurückgehen nur die griechen nicht diese wunderten sich baß darüber daß die perser die wahrheit sprachen und mit gutem grund denn sie waren selbst von jeher eine ausgesuchte lügenbande und das sind sie geblieben entschuldigen sie ich weiß sie sind philhellene aber ich kenne sie aus erster hand es war scheint mir eine philhellenische angelegenheit in der sie sie kennen lernten edmund lachte es ist wahr ich habe mich für ihre freiheit geschlagen aber unter uns die ehrlichsten leute in griechenland waren die türken und allenfalls die briganden professor eichstätt seufzte resigniert war aber doch nicht willens die gute sache schon aufzugeben was denken sie wohl daß ich hier vor mir liegen habe serger willian sagte er und legte seine hand auf die palmblätter es sind die uralten ehrwürdigen yatakas die uns volksagen von den verschiedenen lebensläufen des buddhas überliefern dort wird ausdrücklich gesagt daß obwohl er mehrmals ein räuberhäuptling gewesen und viele verbrechen begangen hat er doch eines nie getan hat der zukünftige buddha hat nie gelogen können wir ein bereteres zeugnis dafür ablegen wie hoch die alten inder die wahrheitsliebe schätzten sagten sie mir nicht gestern professor daß der buddha auch nie als ein weibliches wesen geboren wurde gewiß das ist vollkommen richtig erklärte eifrig der nichtsahnende professor der in der unschuld seines herzens nur freude empfand daß dieser splinische brite noch so viel aufmerksamkeit für seine ausführungen besaß daß er diesen eigentümlichen legendenzug von einem tag bis zum anderen behalten hatte edmund blickte pfiffig und sah den professor mit einem wie es diesem schien mephistophelischen lächeln an ist es ihnen nicht aufgefallen professor eichstätt daß in dieser zusammenstellung jedenfalls ein sehr feines aperçu liegt professor eichstätt in dessen einfacher natur eine echte germanische ehrfurcht vor dem ewig weiblichen tief eingewurzelt war wußte nicht welche mine er zu der zynischen vertraulichkeit seines wirtes aufsetzen sollte dies war in der tat noch viel schlimmer als der angriff auf die inder ihm war einigermaßen als ob ihm jemand zumutete über seine selige frau zu spötteln oder seine tochter zu verraten und doch hatte dieser unverbesserliche byronianer etwas an sich das jede äußerung ritterlicher entrüstung entwaffnete zum glück erschien in diesem kritischen augenblick eine hochfeierliche prozession zuerst trat der durrwan als führer herein ihm folgte als zeremonienmeister der sirdar diesem auf den fersen der abdar der ein kupfernes brett mit zwei gläsern trug nach ihm trug der bisti einen betauten irdenen topf aus dem eine braune flasche ihren langen hals und das köpfchen mit der gelben lackmütze emporstreckte ein lieblicher anblick danach trug der kit mut gar dem das kulinarische departement unterlag nichts als seine würde die aber schwer auf seinen schmalen schultern zu lasten schien eine namenlose nichtigkeit trug den korkenzieher und eine nichts tragende nichtigkeit beschloss den zug letzterer entnahm auf einen wink des sirdar der tragenden nichtigkeit den korkenzieher holte die flasche aus dem wassertopf hervor und reichte beide dem kit mut gar der die flasche entkorkte und dem sirdar übergab der dann die gläser füllte welche der abdar zurechtstellte worauf die nichtigkeit die flasche wieder in den kühlenden wassertopf untertauchen ließ und der bisti diesen auf den tisch zur weiterbenutzung hinstellte der durrwan hatte diese vorgänge mit einem tief melancholischen blick überwacht als ob er in ihnen eine illustration zum alten panzatandram spruch sähe diejenigen welche das dienen ein hundeleben nannten haben unwahr gesprochen ein hund geht ja hier nach eigenem ermessen ein diener auf geheiß des herrn da er sich nunmehr von der wahrheit dieses spruches vollkommen überzeugt hatte salamte er den andern vor und leitete den rückzug ein und die schwarze weiß gekleidete prozession verschwand mit derselben sammetsohligen lautlosigkeit mit der sie erschienen war schmerzlich ist es den bisti mit einem gemeinen wassertopf anstatt des eiskübels erscheinen zu sehen den er in allen kantonnements brachte zuletzt in kornpore labenden gedächtnisses rief sir edmund aber so weit hat doch kala rama seinen staat nicht gebracht wie viel er auch für die zivilisation tut nun auch diese rückständigkeit hat ihre reize und so wollen wir denn in diesem wenn auch etwas lauen aber edlen saft indien hochleben lassen zumal das alte indien womit sie so vertraut sind was mich anbelangt so kennen sie es nicht platzte professor eichstätt gedankenlos heraus nachdem er den ersten schluck in der hohlen zunge gehalten und ihn zögernd etwas hinunter rieseln lassen starrte er jetzt in das unvergleichliche gold licht des echten rheinweins hinein und hatte fast vergessen wo er sich befand ihn umwebte das hellgrüne seidene mailaub der buchen des niederwaldes er sah den heiligen fluss sich durch die gauern krümmen ja es war ihm als hörte er das rauschen der stromschnellen im bingerloch freilich kenne ich das alte indien nur sehr wenig gab der brite gutmütig vielleicht auch herablassen zu und doch mir ist als hätte ich ihm heute in die augen geschaut wem ihrem indien des altertums ja professor ich habe heute ein seltsames abenteuer erlebt um so seltsamer als ich kaum sagen kann worin es bestand in der tat ein abenteuer der indologe richtiger reingauer verriet nicht gerade brennende neugier ihm rieselte der rüdesheimer noch so labend die kehle hinunter mit seinem duft alle alten heiligen erinnerungen lieblich erweckend er hatte die augen geschlossen und stand hoch auf dem niederwald den huns rück vor sich in blauer ferne und zu seinen füßen den alten mäuseturm mitten in dem wirbelnden strom und er lauschte mit geringer aufmerksamkeit dem berichte seines wirtes wie dieser kurz nachdem der panther erlegt worden war die jagdgesellschaft verlassen hatte um eine abgelegene tempelruine aufzusuchen und dann auf dem rückweg sich plötzlich in den dschungel bewachsenen hügeln verirrt hatte in der tat mochte die sache nicht so ungefährlich sein wie es beim ersten blick schien und ich bereute schon meine unvorsichtigkeit da begegnete mir ein inder ein wandernder yogi aber einer gestalt sage ich ihnen wie aus den alten weden herausgetreten ein ja wie heißt doch der kerl von dem sie mir erzählten dass irgendein verrückter raja ihm tausend goldgehörnte kühe für jedes wort aus seinem munde schenkte jaina walkia meinen sie vielleicht murmelte professor eichstätt mechanisch noch immer im fernen rheingau verweilend jawohl wie man sich einen jaina walkia vorstellen könnte nun er zeigte mir den weg und begleitete mich bis ich vom rand der dschungeln aus die stadt unter mir sah dann ging er landeinwärts ohne meines dankes zu achten sir edmund schwieg ließ eine letzte rauchwolke vor sich hin warf den zigarrenstumpf über die veranda hinaus führte das glas an die lippen und vergaß zu trinken die plötzliche stille weckte den professor aus seinen heimatsträumereien ja und dann fragte er um doch etwas interesse zu zeigen ja das war alles jedenfalls scheint das einen tiefen eindruck auf sie gemacht zu haben und das ist ja schon viel ich möchte wohl den mann sehen der das vermochte in der tat ich wollte sie hätten seinen blick gesehen denn ich wüßte gerne ob es mir allein so geht überall sehe ich noch vor mir diese großen dunklen augen sie erinnerten mich an shellys in einer großen menschenmenge fand ich immer shelly schnell heraus durch seine augen sein blick leuchtete durch alles andere hindurch wie leben durch totes aber der blick dieses inders hatte noch etwas anderes etwas unheimliches würde ich sagen wenn er nicht so gütig gewesen wäre aber geheimnisvoll tief zu tief für das senkblei des verstandes wenigstens des meinen nur ein ding weiß ich das mich ebenso verzaubert das mich vor unbegreiflichen ahnungen schaudern lässt welches sie werden mich auslachen professor aber sei es drum ich meine den gelben edelstein den kala rama in seinem turban trägt den schlangenstein professor eichstätt war mit einem plötzlichen sprung aus seiner heimatgegend in das verheißene land der mysterien mit ganzer seele zurückgekehrt ich sie auslachen sir edmund mein gott wer bin ich daß ich das tun sollte habe ich den zusammenhang aller dinge durchschaut oh nein freuen tut's mich daß auch sie von dem hauche dieses alten landes der mystischen weisheit angehaucht werden vielleicht ist das nur der vorbote eines sturmes der ihr innerstes aufwühlt und welchem eine neue anschauung von welt und leben folgt ja ja sie wären nicht der erste dem hier in indien die schuppen von den augen gefallen sind edmund lachte etwas leichtsinnig oho läuft es da hinaus nicht so früh verlockt professor ich bin nicht nach dem land der mystischen weisheit nein nach dem lande des glühenden lebens und der feurigen liebe müde von dem alten europa wo ich vergebens für die untergehende freiheit kämpfte von jener welt der altgeborenen sklaven der blöden vorurteile freilich taten sie das entgegnete der indologe aber nicht darauf kommt es an wie man auszieht sondern wie man heimkehrt ihr wisst wonach saul auszog und was er fand eine krone fand er freilich da mögen sie recht haben eine krone der eigentümliche stimmklang und der sonderbare blick der sich nicht auf den professor richtete sondern nach den zinnen des rajapalastes adlerartig hinausschweifte hätte wohl einem schärferen beobachter zu denken gegeben aber der indologe war wie immer zu sehr bei der sache und nur darauf bedacht die begriffliche ausführung festzuhalten und keine ausschweifung zu gestatten schnell fiel er ein die krone der weisheit meine ich o ich weiß was sie meinen die krone mit dem stein der mystik nein da wenden sie sich an meinen vetter der da kommt ihn haben sie in kalkutta mit so blauem dunst umnebelt daß er auf alle yogikünste schwört ende von abschnitt 4 gelesen von hokus pokus abschnitt 5 von die weltwanderer dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfreund in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von sonja die weltwanderer von karl gellerup erstes buch kapitel fünf index providenzie arthur trat eilig von der veranda herein warf seinen hut auf einen stuhl und eine große ledertasche auf den tisch und fuhr sich mit den fingern durch sein kurzes blondes haar aha die post deshalb deine erregung lachte edmund mann was willst du denn dieses heimweh fieber endlich einmal aus dem blute hinaustreiben das taugt nicht für uns sein ton unterstrich das letzte wort sein bedeutungsvoller blick wurde von seinem vetter kaum erwidert mittlerweile hatte edmund die tasche geöffnet und den inhalt auf den tisch herausgewälzt nein mein armer junge kein brief für dich hier ist edinburgh revue bedeuten zahme seitdem byron ihnen den kopf wusch nimm hin mein junge das klingt immer ein wenig nach old lang syne fußnote old lang syne längst vergangene tage lied von robert burns ende der fußnote hier herr professor ein brief und zwei drucksachen für sie und hier eine großmächtige briefschaft für mich aha ministerial siegel edmund brachte siegel und riss mehrere papiere und einen brief aus dem großen umschlag heraus onkel archibald natürlich was hat nur der alte gichtische gentleman mir zu sagen der professor war in seinen brief arthur in die revue zu sehr vertieft um das stutzen zu bemerken das sich auf edmunds gesicht zeigte bevor er noch die erste seite durchflogen hatte um dann einem immer spöttischer werdenden lächeln zu weichen das nun in lautes lachen überging als er den brief auf den tisch warf ohne von der dritten zur vierten seite umzulättern nun könnt ihr mich in der tat beglückwünschen meine freunde erblicket in mir ein lang verkanntes politisches genie das endlich von seinem intelligenten vaterland entdeckt wird begrüßet den designierten gesandten für afghanistan ließ seine revue fallen und scharrte den vetter mit offenem munde an sie gehen nach afghanistan rief der professor und was wird denn hier aus mir werden fuhr es ihm durch den kopf freilich wird ja mein freund der minister kala rahme der mich herberufen hat auch für meinen weiteren aufenthalts sorgen bin ich doch noch lange nicht mit den inschriften fertig aber wo kann ich und besonders amanda hier ein so bequemes heim finden wie bei sir edmund und mit ihm geht jedenfalls auch sein sekretär dieser junge schotte der offenbar sein herz an meine tochter verloren hat ein trefflicher zuverlässiger junger mann wie mir scheint der mir als schwiegersohn sehr wünscht wäre gott weiß wann man ihn dann wieder sieht und was daraus wird beruhigen sie sich mein lieber professor sagte edmund alles bleibt hier beim alten ich gehe nicht nach afghanistan die ehre muss ich aber doch schätzen gewiss gewiss es ist eine große ehre mit einer solchen mission betraut zu werden aber warum wollen sie sie denn ausschlagen ich denke es müsste für sie höchst interessant sein professor eichstätt der sich nicht wenig schämte bei seiner eigennützigen bestürzung ertappt zu sein schien jetzt seinen wirt zur annahme überreden zu wollen und edmund erging sich schon in heftigen ergüssen über die nichtswürdige krämerhafte politik seines vaterlandes als er plötzlich von arthur unterbrochen wurde der den brief genommen hatte und ihn nun seinem oratorischen vetter umgedreht hinhielt mit zitterndem zeigefinger auf die letzte seite zeigend was ist das hier edmund edmunds augen öffneten sich doppelt so weit und starrten arthur verständnislos an während er den brief dem professor überreichte außer sich vor begierde zu erfahren was wohl die beiden herren so aus der fassung brachte entriss professor eichstätt den brief der willenlosen hand seines wirtes die letzte seite enthielt nur ein paar zeilen und darunter die großmächtige mit lasso-artigem schnörkel versehene unterschrift archibald pembroke aber quer über die ganze seite leeres und beschriebenes mit festen zügen überschreitend standen anscheinend mit einem blaustift geschrieben die zwei worte index providenziell kann jemand das begreifen rief edmund wie ist dies hineingekommen beide siegel ungebrochen das des ministeriums und das meines onkels ihr onkel hat sich einen scherz erlaubt vermutete der professor oh da kennen sie malort schlecht oder sein sekretär oder irgendeiner in seinem büro sie kennen ihn schlecht sage ich sehen sie doch hier wie vorsichtig er seinen schnörkel bis ganz herunter geführt hat damit nicht raum übrig bleibe wo ein anderer etwas schreiben könnte nie hätte er den brief versiegelt ohne zuerst nachzusehen nie hätte er ihn einem anderen zum versiegeln gegeben arthur nickte und sagte mit seltsamem nachdruck nein nein herr professor der dies schrieb hat nicht gescherzt ah rief edmund erregt und nahm arthur im arm du weißt wer es ist wer nein was weißt du denn hast du jemals vorher solche schrift gesehen schrift in geschlossenen briefen arthur nickte der professor sprang auf aber lieber junger freund nun was ist es also arthur was es ist es ist es kam wie aus der pistole geschossen mürrisch fast trotzig von dem jungen mann der sich nun so in die enge getrieben sah der ausdruck war dem professor und edmund wohl bekannt als die moderne indische bezeichnung für kulte kräfte höchster ordnung edmund lachte laut auf ohne dass dies lachen doch ganz natürlich klang es hatte einen ton des gewollten wie wenn jemand sich durch erheuchelte heiterkeit gegen etwas wehrt was ihm sonst zu ernst oder gar unheimlich sein würde sagte ich es ihnen nicht professor sie haben in karkutta den guten arthur etwas verrückt gemacht so dass er bereit ist auf alle yogi wunder zu schwören aber herr stiel wandte sich professor eichstätt jetzt fast bittend an arthur sie können doch nicht ernstig meinen dass jemand in einen versiegelten brief etwas hineinschreiben kann hineinschreiben habe ich nicht gesagt nun wie sie es zu nennen belieben wir wollen nicht um worte streiten aber ich bitte sie dies geht dann doch über die hutschnur ich gebe ja zu dass man hier von den yogis dinge ausgeführt sieht die sich wie wunder und zaubereien ausnehmen dabei wollen wir aber doch nicht vergessen dass diese dinge von den alten innern selbst nicht als wirkliche vorgänge sondern als augenverblendung aufgefasst werden dies geht unzweifelhaft hervor aus einer sehr interessanten stelle in den brahma sutras wo kankara die nur scheinbare realität des individuellen selbstes und andererseits dessen verschiedenheit von dem einzig realen höchsten göttlichen selbst außerordentlich fein dadurch illustriert dass er etwa sagt der zauberer der in einem in die luft hinein geworfenen faden in die höhe zu klemmen scheint ist auf dieselbe weise verschieden von dem zauberer der in wirklichkeit auf der erde stehen bleibt also mein lieber freund in wirklichkeit ist kein faden und kein kletterer da sondern wirklich ist nur der zauberer der ruhig mitten im kreise steht und bei den zuhörern die halluzination hervorbringt als ob er an einem faden in die höhe klimme ebenso mein kankara und sie werden die feinheit dieses vergleichs bewundern existiert in wirklichkeit nur das brahman die gottheit in ewiger ruhe und nur durch das nicht wissen das heißt durch das sinnliche bewusstsein scheint es als ob eine menge wandernde gleichsam an fäden empor klemmender individueller seelen da wären das ist nun also die erklärung der größten aller indischen autoritäten nach ihr müssen wir also annehmen dass der kleine mango baum den der yogi gestern hier auf der veranda vor unseren augen aus dem topf empor wachsen ließ in wirklichkeit gar nicht da war ach der mango baum unterbrach ihn arthur ungeduldig der gehört ja nur zum niedrigsten harter yogi fußnote harter yogi so silakara okkulte kräfte niederen ranges zauber ende der fußnote der diese worte geschrieben oder vielmehr chemisch gesprochen sie aufs papier gesprochen sie aufs papier gefällt hat der hat kenntnis von naturkräften die unsere gelehrten nicht ahnen weil er die höchsten prinzipien seiner natur vor allem den buddi zur entwicklung gebracht hat ach mit ihren prinzipien das ist ja um gottes willen rief edmund fangen sie nur nicht von den sieben prinzipien an gewiss nicht gewiss nicht beruhigte der professor seinen launenhaften wird ich wollte ihnen nur sagen herr steel diese ganze lehre von den sieben prinzipien von der sie mir noch gestern vorschwärmten ist ja nichts anderes als ein grobes missverständnis von der berühmten anandavalli in taitiriya upanishad wo nämlich ein sehr geistreicher versuch gemacht wird den kern des menschen und der natur den atman aus allen herauszustellen in dieser stelle nämlich oh ich kenne sehr wohl die anandavalli herr professor gewiss ist sie die älteste belegstelle von der prinzipienlehre ja nur gänzlich missverstanden eine grobe entstellung wenn dort von dem aus nahrungssaft bestehenden selbst das aus lebenshauch bestehende getrennt wird so heißt das doch hier wurde aber der eifrige indologe durch den eintretenden unterbrochen der den besuch des ministers kala rama anmeldete ende von abschnitt fünf gelesen von sonja abschnitt sechs von die weltwanderer dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org die weltwanderer von karl gellerup erstes buch kapitel 6 kala rama der weit über die grenzen seines kleinen landes ja über ganz indien hinaus berühmte minister der jetzt von zwei dienern begleitet in das zimmer trat war ein hochgewachsener schlanker greis mit bartlosem gesicht dessen edle geistvolle züge in heller bronze gegossen schienen amanda hatte nicht unrecht wenn sie nach der ersten begegnung mit kala rama sagte er sehe eher wie ein pandit oder sanyasin denn wie ein staatsmann aus fußnote pandit schriftgelehrter sanyasin religiöser bettler heiliger ende fußnote wenn auch eine gewisse weltmännische gewandtheit und eine sicherheit des auftretens wie sie nur die äußere autorität verleiht diesen ersten eindruck wieder etwas verwischte zunächst wurde dieser eindruck freilich unterstützt durch die für einen orientalen und zumal einen inder auffallende einfachheit seines anzuges vom scheitel bis zur sohle war er in weiße baumwollenstoffe gekleidet nur die scherpe die den langen kaftan um den leib sammelte war aus weißer seide und prachtvolle perlenschnüre hielten den leichten faltenreichen mantel mit den offenen ärmeln über der brust zusammen den einzigen farbigen punkt aber bildete ein in seinem turban befestigter gelber diamant von seltener größe und prachtvollem glanz kala rama blieb an der schwelle stehen verbeugte sich und führte die linke hand an die stirn der minister war wie männiglich bekannt kein linkser an diesem gruß hing eine geschichte wie die engländer sagen und zwar ein stück rajputaner geschichte ein vorfahr kala ramas hatte um die mitte des siebzehnten jahrhunderts bei einer begegnung mit dem feldherrn des großmoguls sich durch handschlag sicheres geleite geben lassen kaum aber hatte er im vertrauen hierauf sein heeresgefolge abziehen lassen als er gefangen genommen und bald danach im gefängnis ermordet wurde von jenem tage an aber grüßten die mitglieder dieser familie nur mit der linken hand und dies war ein so anerkanntes privilegium daß wenn einer von ihnen am hofe des großmoguls in delhi erschien in jener herrlichsten audienzhalle der welt der nachfolger des großen akbar auf seinem diamantenthron es sich gefallen lassen mußte durch diesen linkshändigen gruß sich an den einstigen mit der rechten geübten verrat des moguls erinnern zu lassen so unterließ denn dieser gruß kala ramas niemals durch seine fast legendarische symbolik eine seltsam feierliche wirkung auf empfängliche gemüter auszuüben und zumal auf die romantische natur edmunds machten die anerkannten verdienste des mannes nicht halb so starken eindruck wie jener hauch eines ritterlichen feudalen geistes der diese nach der stirn emporgeführte hand umwehte fast wider seinen willen fühlte er sich jedes mal aufs neue dadurch beehrt wie durch die berührung von einem wahrhaft vornehmen wesen was sich denn auch in seinem eigenen gruß ausdruck gab sobald nun also der salam allerseits mit gebührendem anstand vollzogen war nahm kala rama auf dem ihm angebotenen stuhle platz und mit einem feinen lächeln um die schmalen lippen sagte er ich sehe dort edler sahib in ihrer hand einen brief der im engsten zusammenhang mit meinem heutigen vielleicht etwas überraschenden besuche steht wie exzellenz sie wissen ah mein onkel kala rama nickte lord pembroke hat mir die ehre gemacht sich vertraulich an mich zu wenden und der premier hat mich auf gleiche weise ausgezeichnet diese beiden hohen herren haben mir auseinander gesetzt welch wichtige aufgabe sie in ihre hände legen wollten und haben mich aufgefordert mein möglichstes zu tun um sie zur übernahme dieser mission zu überreden ich habe denn auch keinen augenblick verloren um hierher zu eilen aber gewiß wird meine zurede überflüssig sein allerdings exzellenz antwortete edmund mit einem höflichen lächeln das nicht ganz ohne eine spöttische beimischung war sie würde insofern überflüssig sein als ich mich gar zu wohl hier befinde in dem staat den ihre unvergleichliche lebensarbeit zu einem so blühenden zustand erhoben hat gar zu wohl als daß ich daran denken sollte ihn so bald zu verlassen lieb wie es uns allen hier sein muß edler sahib daß es ihnen hier so gut gefällt würde es mir doch sehr leid tun wenn sie aus diesem grund einen so ehrenvollen antrag von sich wiesen zumal wo es sich um eine für ihr vaterland so wichtige sache handelt mit recht schreibt ihr oheim die regierung brauche dazu einen mann der wie gerade sie es sind mit orientalischen sitten vertraut ist noch immer nicht genug exzellenz ich möchte mir hier diese sitten recht zu gemüte führen die züge kala ramas nahmen einen ernsteren ausdruck an nein nein sir trevellian sahib sie dürfen diese gelegenheit nicht von sich weisen sie sind jung sie haben große fähigkeiten sollten diese nur hier in müßiggang verkümmern warum denn nicht ich habe von jeher indien als den ort der beschaulichkeit rühmen hören und doch sprechen sie mit liebenswürdiger überschätzung von meiner lebensarbeit hier o sie exzellenz gehören überall zu den ausnahmen eine gewisse unruhe bemächtigte sich des professors und des sekretärs denn das gespräch schien mehr und mehr den charakter eines wortgefechtes anzunehmen in welchem edmund mittelst nichtssagender redewendungen auszuweichen versuchte auf eine weise die für einen so hochgestellten mann wie kala rama es war wohl etwas verletzendes haben konnte auch ließ ein ganz leiser zug des mißbehagens am mundwinkel und ein etwas härterer klang der stimme verraten daß der minister anfing dieses spieles überdrüssig zu werden und eine fortführung desselben seiner nicht ganz würdig zu finden ich vermute daß dies als ein kompliment gemeint ist aber exzellenz selbstverständlich eine fast unmerkbare handbewegung lehnte jede versicherung als überflüssige störung ab aber ich hoffe keine ausnahme zu sein wenn ich der meinung bin daß ein untertan der in einer politischen krise sich für eine bestimmte mission ganz besonders eignet nicht das recht hat diese auszuschlagen wenn seine regierung ihn damit beauftragt jedes andere vorhaben muß dagegen zurücktreten ich wüßte nicht einmal sahib daß sie hier etwas von besonderer wichtigkeit vorhaben könnten der blick der bei diesen worten plötzlich hervorschoss und edmund traf schien herz und nieren durchdringen zu wollen edmund begegnete ihm mit einem halb trotzigen halb spöttischen blick dem es aber offenbar mühe kostete standzuhalten arfer errötete wie ein ertappter schuljunge kramte in den papieren und wagte weder den minister noch seinen vetter anzusehen professor eichstätt fühlte sich gänzlich aus der situation herausgesetzt oder mein gott war es möglich daß zwischen der rani und seinem wirt ein abenteuer im gange sei die erdrückende stille vor einem losbrechenden gewitter schien im zimmer zu herrschen aber dieser moment war kaum gespürt als er auch schon vorüber war noch schien der nachhall seiner letzten worte nicht ganz verklungen zu sein als kala rama mit einem unendlich anmutsvollen lächeln fortfuhr zumal sie ja wie ich höre soeben einen schwarzen panther diese seltene beute erlegt haben nun haben sie ja aber schon gewöhnliche panther königstiger und bären die menge geschossen sie haben zu pferde und mit der lanze den eber gejagt was nicht nur die rajputen sondern selbst die engländer als den feinsten sport in der welt betrachten also was wollen sie noch elefanten und rinozerosse können wir hier nicht bieten und wenn wir auch könnten dürfte afghanistan doch vorzuziehen sein von ihrem eigenen standpunkt aus ich will sagen als sport betrachtet denn ich schicke dies voraus als ein argument das bei ihnen wahrscheinlich am stärksten in die waagschale fallen wird wer jetzt nach kabul geht um in dem sinne ihrer regierung mit dost muhammad zu verhandeln der täte allerdings gut daran zuerst sein testament zu machen meines würde nicht viel enthalten lachte edmund aber allerdings ist dies ein besseres argument als irgendeines das mein oheim vorbringt wir wollen aber darüber nicht die ernsten übersehen sagte kala rama die lage ist meiner ansicht nach etwa folgende seine hoheit lord bentinck ist im begriff sich zurückzuziehen was wir allgemein bedauern denn was man auch über einige seiner finanziellen maßregeln urteilen mag mein urteil exzellenz ist daß er ein verdammt knickriger kerl ist der alles in geld machen will und das einzige was mich wundert ist daß er der versuchung widerstand den taj mahal in agra zu verkaufen damit eins der größten weltwunder um des materials willen niedergerissen würde es war nahe genug daran es muß ihn viel gekostet haben auf die angebotenen lumpigen drei jaks rupien zu verzichten fußnote drei jaks rupien gleich dreißigtausend pfund sterling ende fußnote nun dann wollen wir ihm das um so höher anrechnen meinte kala rama mit einem feinen lächeln jedenfalls ist aber dies negative verdienst nicht sein einziges seine unterdrückung der sati und ausrottung der tax gereichen ihm zu großem ruhm fußnote sati witwenverbrennung tags würger religiöse und professionelle raubmörder im dienste der schrecklichen göttin kali ende fußnote vor allem aber hat er durch seine kluge und vorsichtige politik die englische regierung in indien sehr gefördert deshalb ist es bedauerlich daß er sich jetzt zurückziehen muß wenn nun sir charles metcalf als senior des rates ihm im gouverneurposten folgt dann dürfen wir erwarten daß diese politik fortgesetzt wird solange er sich halten kann es ist aber nicht unwahrscheinlich daß es der gegenpartei gelingt sir auckland durchzusetzen in diesem falle teile ich ganz die furcht ihres oheims und des premier daß lord auckland dessen temperament und gesinnung ja bekannt sind versuchen wird den vertriebenen afghaner schah shuja auf den thron in kabul zurückzubringen wo indessen der usurpator dost muhammad fester sitzt als diese leute glauben er weiß sehr wohl daß shuja in ludiana nicht ganz ohne grund auf die englischen bayonette hofft und das treibt ihn hinüber zu den russen die tag für tag in zentralasien fortschritte machen und schon daran sind einen festen gesandtschaftsposten in kabul einzurichten nun ist die aufgabe die den russen den rang abzulaufen und dost muhammad für die englische seite zu gewinnen wohl zu merken ohne ihm peshawar auszuliefern denn diese statt den sikhs wieder abzugewinnen ist der traum seines lebens daß davon nicht die rede sein kann brauche ich ihnen nicht zu sagen mit den sikhs ist nicht zu spaßen ranjit sings befreite sind von europäischen offizieren ausgebildet und geführt und noch dazu von religiösem fanatismus beseelt und sie sollen nicht ihresgleichen haben seit den ironsides eures cromwell fußnote sikhs ranjit singh die sikhs waren eine religiöse sekte mit militärischer disziplin nach dem fall des mogul kaisertums beherrschte sie panjab ihr könig radjit singh 1800 bis 1839 brachte die macht der sekte zum kulminationspunkt er war ein treuer verbündeter der britischen regierung ende fußnote kurz der schlüssel zentralasiens liegt in kabul und es gilt dessen habhaft zu werden wer diese aufgabe löst der würde england einen dienst erweisen der kaum zu überschätzen ist ich gebe die hoffnung nicht auf sahib daß sie dieser mann sein werden kala rama erhob sich und so habe ich jetzt die aufgabe erledigt die mir von ihrem oheim und in der tat von der englischen regierung anvertraut wurde es wäre meinem oheim und der regierung gewiß unmöglich gewesen einen besseren vertreter zu finden exzellenz antwortete edmund mit höflicher verbeugung die ausführungen eurer exzellenz haben ja allerdings der sache ein anderes aussehen gegeben als es der brief meines oheims vermochte dieser brief hat übrigens noch einen sehr interessanten zug auf den ich vielleicht die aufmerksamkeit eurer exzellenz lenken darf erreichte kala rama den brief hin mit der letzten seite nach oben und in umgedrehter lage bitte exzellenz sehen sie sich einmal diese inskription an drei augenpaare betrachteten mit gespanntester erwartung das gesicht des ministers ein stutzen und dann ein vorüberhuschendes freudiges aufblitzen seiner züge ließen erkennen daß ihm die rätselhafte inschrift irgend etwas sage exzellenz was halten sie davon fragte edmund atemlos ein fingerzeig der vorsehung vermute ich oh ein sehr hübsches motto ich könnte mir in der tat für diesen brief kein besseres denken ich meine nicht den sinn exzellenz ich meine das vorhanden sein dieser schriftzüge auf diesem blatt unter doppelter versiegelung der meines oheims und der des ministeriums daß die schrift vor dieser versiegelung angebracht wäre scheint mir fast ausgeschlossen zu sein da ich die pedantische genauigkeit und vorsicht meines oheims kenne und außerdem scheint mir diese schrift nicht von einem engländer her zu rühren die hand die diese zwei worte schrieb scheint mir zwar unsere buchstaben schreiben zu können aber sie scheint mir gewöhnt zu sein ganz andere zu schreiben ich glaube darüber kann kein zweifel sein aber exzellenz dann ist dies doch mehr als rätselhaft oder wenn sie eine erklärung dafür haben kala rama schwieg einen augenblick und sah vor sich nieder mit einem ausdruck der bei einem anderen vielleicht als verlegenheit gewirkt hätte bei ihm aber nur den charakter bedachtsamer ruhe hatte nehmen wir an sahib daß dieses sonderbare phänomen vielleicht mir weniger rätselhaft als ihnen ist so kann ich es ihnen doch nicht erklären wir inder sind von alters her im besitze von geheimnissen die dem westen völlig unbekannt blieben wir sind aber in diesem punkte sehr vorsichtig sogar empfindlich diese dinge sind uns wenn auch nicht heilig so doch höchst ehrwürdig und wir lieben es nicht sie dem lächeln des sich klüger dünkenden unglaubens richtiger nicht wissens auszusetzen deshalb kann es sehr leicht geschehen daß sie auf eine frage in dieser richtung zum beispiel nach ragi york eine glatte verneinung zur antwort bekommen als hätte der befragte nie etwas von einer solchen sache gehört obwohl sehr nahestehende freunde von ihm im besitze solcher kräfte sein mögen arthur nickte und sah triumphierend seinen vetter an der aber diesen blick nicht beachtete da er vor ungeduld brannte weil dieser schlaue inder wie er meinte sich hinter nichts sagenden phrasen einen ausweg suchte so richtete er nun denselben blick auf den professor und schleuderte dadurch diesen ehrwürdigen mann aus der zurückhaltung hinaus die ihm der respekt vor dem greisen minister gebot aber exzellenz rief er bedenken sie doch daß sie durch solche worte den unseligen aberglauben aufmuntern der schon einen so vortrefflichen jungen mann kala rama schüttelte seinen kopf mit nachsichtigem lächeln da da sehen sie schon werde ich von unserem gelehrten freunde überfallen o exzellenz ich bitte sie ihnen lieber professor kann ich nur von dem vorliegenden unbedeutenden fall ganz absehend mit den worten des großen dichters der wie mir scheint euch deutschen ebenso bekannt ist wie seiner eigenen nation sagen daß es mehr dinge zwischen himmel und erde gibt als eure philosophie sich träumen läßt eure denn unsere philosophie hat ja immer davon geträumt aber das was sie mir neulich über die lehre eures großen kant auseinandersetzten und auch noch die eines anderen jüngeren schopenhauer meinen exzellenz gewiß ein noch unbekannter schriftsteller der aber sicher einem nicht geringen ruhm entgegen geht sein buch wurde mir bei der abreise von einem freund gegeben der nicht gerade viel davon hielt aber der meinung war es würde sich wohl als reiselektüre eignen für einen der nach indien ging und darin hatte er recht sagte kala rama nachdem was sie mir über diesen mann mit dem schwer auszusprechenden namen sagten ein teufel von einem namen allerdings aber sie müssen lernen ihn auszusprechen murmelte edmund die worte benutzend mit denen byron in seinem journal grillpatzers gedachte ja mein lieber professor solche männer sind für mich erfreuliche zeichen und deuten darauf daß die wege des westens und des ostens sich zusammenfinden werden daß ihr erdenken werdet was wir erträumt haben ist es doch eine uralte indische anschauung daß raum und zeit nicht in die tiefe nicht in das wesen der dinge reichen aus dem selbst dem unentstandenen ist der raum entstanden er ist dem subjekt des erkennens eingewoben lehrt der vedanta und der große buddhist nagasena antwortete dem könig melinda auf seine frage über das wesen der zeit wo es seelen gibt die nach dem tode wiedergeboren werden dort ist die zeit wo es wesen gibt die gänzlich im nirvana befreit sind dort ist die zeit nicht herrlich exzellenz herrlich oh sie haben recht diese von allen tiefen geistern geahnte von kant aber zuerst wissenschaftlich fest begründete fundamentale wahrheit die einzige eingangs pforte zu aller metaphysik und zu jeder wahren religion sie wird die ganze welt umspannen sie wird sie muß vor allem hier in indien wer möchte ermessen bis zu welcher höhe philosophischer beretsamkeit der indologe von der inspiration des augenblicks getragen sich erhoben hätte wenn nicht leider sir edmund dessen ungeduld jetzt überschäumte die erste durch atemnot des redners geschaffene pause benutzt hätte und auf die gefahr hin diesem gemessenen asiatischen würdenträger als ein aufdringlicher tölpel zu erscheinen scharf eingeschnitten hätte exzellenz ehe sie zu weit in die metaphysik geraten gestatten sie mir die frage kennen sie diese handschrift ja sahib ich kenne sie diese mit größter ruhe gegebene antwort wirkte so verblüffend daß selbst der begeisterte kantianer aus der abstrakten raumzeitlichkeit augenblicklich zur konkreten zurückkehrte arthur aber starrte kalorama mit weiter aufgerissenen augen an als es sich einem minister gegenüber eigentlich geziemte edmunds stimme zitterte schon vor erregung als er weiter fragte dann werden exzellenz mir gewiß nicht die genugtuung versagen mir kundzugeben wer es war der diesen scherz sich mir gegenüber erlaubt hat das ist schon aus dem grunde unmöglich sahib weil hier kein scherz mit ihnen getrieben worden ist aber das kann ich ihnen sagen der mann der dies schrieb meinte es gut mit ihnen und sie würden gut daran tun seinen rat zu befolgen nachdem kalorama mit tiefem und nachdrücklichem ernst diese worte an edmund gerichtet hatte fuhr er mit unerwarteter lächelnder freundlichkeit fort ich muß auch gestehen daß ich schon so überzeugt war sie in einer solchen gesinnung anzutreffen daß ich sogar darauf bedacht war ihnen zum abschied ein kleines erinnerungsgeschenk zu überreichen bei diesen worten trat kalorama nahe an den vor verwunderung fast zurückweichenden edmund heran der stein den ich in meinem turban trage hat ihnen immer sehr gefallen glaube ich sagte er lächelnd und neigte seinen kopf ein wenig damit edmund sich bequem den diamanten ansehen könne der schlangenstein ja gewiss exzellenz der stein ist schön sehr schön nur schön fragte kalorama verzeihen sie ich hatte den eindruck gehabt daß er sie auf weit tiefere fast geheimnisvolle weise fesselte wenn ich ihn so anblicke wie jetzt o exzellenz sie irren sich nicht rief professor eichstätt ist es doch kaum eine stunde her daß sir edmund mir eben in diesem sinne von dem schlangenstein sprach ja ich kann es nicht leugnen gab edmund zögernd zu ich weiß selber nicht was mich oft so seltsam berührte wenn der glanz seiner facetten mein auge traf jetzt wo ich durch ihr freundliches entgegenkommen exzellenz so ruhig und genau den stein anblicken kann sehe ich eben nur einen selten schönen diamanten kalorama lachte leise wie in sich hinein hm dann ist es gut daß ich mich doch schließlich für ein anderes geschenk entschlossen habe er wandte sich an einen der beiden diener die an dem türpfosten stehen geblieben waren jeder einen verhüllten gegenstand in den händen haltend der diener näherte sich mit tiefer verbeugung und setzte einen kleinen reich gearbeiteten silberschrein auf den tisch vor dem verwunderten edmund hin eine wundervolle arbeit exzellenz gewiß ein sehr altes stück murmelte der noch immer etwas verwirrte engländer oh die innenseite ist die hauptsache sahib entgegnete kalorama und reichte ihm ein zierliches schlüsselchen edmund öffnete den schrein kaum aber hatte er den deckel zurückgeschlagen als er mit einem halberstickten schrei zurück trat der blick des fremden yogi murmelte er arthur und der professor hätten in ihrem eifer fast die stirnen zusammengestoßen um zu sehen was für ein wunderding der schrein barg die innenseite war mit weißer seide ausgeschlagen und darauf lag ein großer gelblich-grüner stein ein zwillingsbruder wie es schien dessen der im turban des ministers leuchtete wie alle alten indischen steine war er nicht in facetten sondern flach geschliffen wenn ihm aber dadurch auch das lebendige unendlich reflektierte strahlenspiel der auf europäische weise bearbeiteten diamanten entging so war das stetige intensive leuchten seiner mystischen goldig-grünen substanz um so machtvoller statt des flächenschimmers lauter geheimnisvoller glanz der tiefe statt spielender geistreichheit schauende weisheit wahrlich rief professor eichstätt jetzt verstehe ich das alte sankhia wort gleich wie etwa ein juwel ein edelstein von reinem wasser achteckig wohl bearbeitet auf lichter decke liegend leuchtet und funkelt und strahlt ebenso glänzend ist die seele wenn sie nach dem tode genesen ist das ist der höchste glanz über den es keinen größeren und helleren gibt hohe priester des sanskrit tempels sprach kala rama mit wohlwollendem lächeln ihr habt aus der schatzkammer eurer gelehrsamkeit keinen geringeren edelstein hervorgesucht als ich aus dem meinen und die beiden spiegeln ihren glanz aufs schönste ineinander wieder dann wandte er sich heiter lachend an edmund verzeihen sie sahib daß ich mir diesen kleinen scherz erlaubte und sie so auf die probe stellte sie haben dieselbe glänzend bestanden und sich in der tat als kenner gezeigt als sie den echten schlangenstein mit solcher sicherheit erkannten mit ausnahme von mir selber wüßte ich in der tat keinen der im stande wäre dies bei tageslicht zu tun denn im dunkeln ist es eine leichte sache da der schlangenstein dann ein schwaches leuchten von sich aus strahlt das jetzt freilich nur der rest von vergangener herrlichkeit ist wie er denn in der tat im grauen altertum auch noch andere köstliche eigenschaften besessen haben soll die sage von diesen sowie auch von dem vorgang wodurch diese beiden steine an demselben tag in den besitz meines berühmtesten ahnherren kamen ist noch erhalten und sie mein lieber professor werden dieselbe in einem manuskript finden das ich als geschenk für sie mitgebracht habe da ich weiß daß alte legenden ihnen teurer sind als alte steine oh exzellenz stammelte professor eichstädt ganz überwältigt freilich ist es für sie kein abschiedsgeschenk denn sie bleiben ja jedenfalls hier wenn auch sir trevelyan sich entschließen sollte nach afghanistan zu gehen das manuskriptkästchen möchte ich aber am liebsten mit ihnen in ihrem eigenen studierzimmer öffnen herr professor wenn sie mich dahin führen wollen edmund der noch immer im anblick des wunderbaren steines verloren war wurde bei diesen worten aufmerksam und kam plötzlich zum bewußtsein der seltsamen situation in die er durch dies geschenk versetzt wurde aber exzellenz sagte er als kala rama schon eine bewegung machte um sich zu verabschieden ich kann ja unmöglich ein solches geschenk annehmen dieser stein ist auch ledig aller wunderkräfte ein vermögen wert und für mich sahib antwortete kala rama ist ein vermögen nichts wert ich bin wie sie wissen reich aber bald sehr bald werde ich reicher sein als sie sich wohl vorstellen können dieser stein sollte meine ich dem gehören für den er den größten wert hat und das sind offenbar sie nein keinen abschlag sahib ich bitte sie und auch keinen anderen dank als dass sie morgen abend beim gartenfest des rajah mir die freude machen sich mit dem schlangenstein zu schmücken auf wiedersehen dort sahib edmund wollte noch eine einwendung machen zögerte aber bis es zu spät war und der minister sich schon mit dem professor der tür zuwandte die sein diener aufmachte da schien er sich plötzlich anders zu besinnen ach exzellenz bitte sagte er einen schritt vortretend nur noch ein paar worte mit einem erstaunt fragenden blick wandte sich kala rama an ihn eure exzellenz haben mich durch dies großmütige und so überaus prächtige geschenk bei dem ich wahrlich noch nicht weiß ob und wie ich es empfangen darf durch diese märchenhafte überraschung die eben nur ein kala rama einem bereiten könnte haben exzellenz mich so außer fassung gebracht daß ich gänzlich einer kleinen privaten angelegenheit vergaß die mich noch heute in ihren palast geführt hätte wenn eure exzellenz mir nicht zuvor gekommen wären sie ist vielleicht nicht von großer wichtigkeit aber ich möchte sie doch am liebsten nur in gegenwart meines vetters und sekretärs mit ihnen besprechen exzellenz der ausdruck arthur zeigte hinlänglich daß er nicht eingeweiht sei seine verwunderung war erkennbar ganz wie sie wünschen sahib verehrter professor sie werden mich so lange entschuldigen ich suche sie alsbald in ihrem trauten studierzimmer auf um ihnen mein bescheidenes geschenk einzuhändigen ende von abschnitt 6 abschnitt 7 von die weltwanderer dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org die weltwanderer von carl gellerup erstes buch kapitel 7 der romal ich stehe ganz zu ihrer verfügung sir trevelyan sagte kala rama sobald die tür sich hinter dem professor geschlossen hatte er lehnte aber mit einer leichten handbewegung ab wieder platz zu nehmen und gab durch seine ganze haltung trotz aller verbindlichkeit deutlich genug zu erkennen der sahib möge sich kurz fassen und nur wichtiges berühren obwohl edmund kaum umhin konnte diese zeichen zu bemerken und richtig zu deuten schienen sie auf den unverfrorenen engländer nur wenig eindruck zu machen die frage fing er im unbefangensten ton an um deren willen ich so frei bin eure exzellenz ein wenig zurückzuhalten betrifft die tags wir stehen ja heute im zeichen dieser sehr interessanten indischen ritter des mondes und der freien straße the daily gazette war voll von den dreißig die kürzlich in saugor gehängt wurden sie legten sich selbst den strick um den hals und sprangen vom gerüst herab um nur ja nicht von einem paria berührt zu werden und mit einbuße ihrer kastenreinheit ins jenseits zu gehen ist das nicht bewundernswert sich zu denken daß es professionelle mörder zu tausenden gibt die in einer brüderschaft organisiert sind durch mysteriöse riten verbunden eine geheime sprache nur ihnen verständlich sprechend überall in allen ständen verteilt und dabei so eingeweiht daß wenn ein tag aus himalaya und einer vom kap komorin sich begegnen sie sich beim ersten blick als die würger kalis erkennen oder übertreibe ich mir scheint es geht aus diesem letzten prozess deutlich hervor das ist in der tat so sahib und ich sage ihnen exzellenz man würde das in england für ein märchen halten in england wo ich gott sei dank nicht mehr bin mein ganzes wesen zittert vor freudiger erregung darüber in einem wunderland zu sein wo es noch solche abenteuer gibt ich will nicht sagen daß die tags gerade die lobenswerteste seite indiens sind oh vom standpunkt der behörde freilich nicht aber sie wissen exzellenz daß ich ein stück von einem poeten bin und sie können sich denken daß diese sache meine fantasie aufs lebhafteste erregt ich sehe da einen kapitalen vorwurf für ein gedicht a la thomas moore noch besser vielleicht a la southey hey arthur das soll mich berühmt machen und an wen könnte ich mich nun besser wenden als an eure exzellenz an den regenten eines unabhängigen staates sie haben gewiß reiche erfahrungen auf diesem gebiet sammeln können und sie werden mir dieselben nicht vorenthalten nicht wahr es sind doch tags hier ein flüchtiger blick genügte um zu sehen daß der minister es seiner würde nur wenig angemessen finde wegen einer literarischen liebhaberei aufgehalten zu werden und nur einen sehr sehr flüchtigen blick erlaubte sich arthur auf kala rama zu werfen er schämte sich ein klein wenig weil sein vetter die gegenseitige stellung so unweltmännisch vergaß etwas eigentümliches im stimmklang bei der letzten frage veranlasste ihn aber edmund anzusehen ein lauerndes licht im blick ein wie ihm schien fast humoristisches zittern der unteren gesichtsmuskeln ließ ihn stutzen und machte ihn neugierig was wohl kommen würde es tut mir leid sie enttäuschen zu müssen antwortete kala rama aber die tags haben sich seit langer zeit hier nicht mehr bemerkbar gemacht was aber ihre sprache betrifft die sie soeben erwähnten so gehört ein wörterbuch darüber zu den seltensten schätzen meiner bibliothek und ich stelle ihnen dasselbe sehr gerne zur verfügung da bin ich ihnen unendlich verpflichtet exzellenz aber freilich es ist hart sich mit büchern begnügen zu müssen wo einen das frische leben selbst inspirierend umgeben sollte der dichter der tags in indien und gerade an einer stelle wo keine tags sind o weh da muß ich ja doch meine koffer packen denn sie wissen exzellenz einem künstler geht sein werk über alles aber wirklich es ist geradezu eine schikane in den britischen besitzungen wimmeln sie nur so ganze wagenladungen werden wöchentlich zum gericht in saugur gebracht und hier im echten indien keine wirklich gar keine wiederum das lauernde licht im blick und das humoristische wenn nicht gar spöttische lächeln im mundwinkel und kinn das jetzt auch dem minister auffiel ich sage nicht daß es keine tags hier gibt sahib sondern nur daß sie sich seit langer zeit nicht bemerkbar gemacht haben vor sieben jahren verschwand eine gesellschaft von zwölf personen eine kleine kaufmannskarawane zwischen hier und qualior das war jedenfalls das werk der tags ob aber diesseits oder jenseits der grenze konnte nicht ermittelt werden und kein einziger entkam oh es ist nicht die art der tags jemand entkommen zu lassen dessen hat sich wohl noch niemand rühmen können niemand wirklich das ist interessant hochinteressant ich glaube sogar gelesen zu haben daß die gräber der opfer oft gegraben sind noch bevor sie erwürgt werden das ist wohl so jedenfalls ist der gräber eine wichtige person unter den tags früher war das freilich anders wenn man der tradition glauben schenken will denn man erzählt daß sie ursprünglich gar nicht ihre opfer begruben sondern sie liegen ließen wo sie erwürgt waren und ihre göttin kali die auf dem tiger reitet und mit einem halsband von totenköpfen geschmückt ist kam dann und verzierte die leichen aber einst geschah es daß ein junger neugieriger tag sich umsah und beim mondlicht die schreckliche kali mitten in ihrem schmause erblickte wie sie in jeder hand einen leichnam hielt während ein dritter ihr halbwegs zum maule heraushing darob wurde die göttin so erbost daß sie schwur die erwürgten nimmermehr fressen zu wollen bis sie sich erweichen ließ und ihren dienern zum einscharren der toten einen ihrer zähne gab vermutlich die spitz axt von der öfters in den verhören die rede ist ja die spitz axt ist ein symbol jenes vermächtnisses und jede bande führt eine solche sie wird auf geheimnisvolle weise angefertigt und ihre umständliche weihe muß vor dem beginn jeder expedition wiederholt werden der träger der axt folgt dem range nach unmittelbar auf den anführer jeden abend begräbt er sie im lager an einem gesicherten orte und zwar mit der spitze nach der richtung in die die bande zu wandern beabsichtigt ist diese keine günstige so wendet sich die axt von selber und zeigt mit der spitze wo sie hingehen sollen in früherer zeit war übrigens der gebrauch der daß man die axt in einen brunnen warf aus dem sie dann von selber in den schoß des trägers hinaufstieg ein tag den ich vor mehr als zwanzig jahren verhörte behauptete steif und fest dies mit eigenen augen gesehen zu haben und zwar bei der ersten expedition die er als erwachsener und eingeweihter mitmachte denn sie werden ja schon als knaben mitgenommen die axt habe aber meinte er jene kraft verloren weil die tags verbotenes taten und vorgeschriebenes vernachlässigten nur bei einigen banden im dekan die kalis gebote genau befolgten käme das noch vor jener tag war weit davon entfernt seine mordtaten zu bereuen im gegenteil er sah sie als ein frommes werk an nicht wir haben die menschen getötet sagte er mir sondern die göttin durch unsere hand wir sind nichts als willenlose werkzeuge der devi sind nicht alle berufsarten uns von der vorsehung angewiesen gewiß sagte ich und mich hat die vorsehung zum richter gemacht nicht ich lasse dich hängen sondern der gerechtigkeitsgott durch meine hand das wären so ein paar einzelheiten aus meiner eigenen erfahrung vielleicht sind sie für ihre poetischen zwecke verwendbar o ganz gewiß ich bin ihnen unendlich dankbar exzellenz wußte ich doch daß ich mich nicht vergebens an sie wenden würde die aus dem brunnen steigende axt ist kapital aber ebenso heilig wie die spitz axt ist wohl das geweihte tuch womit das opfer erwürgt wird ich gestehe daß das mir ein ganz besonderes interesse einflößt wie nennen sie es doch gleich der romal ganz recht der romal rief edmund und notierte sich eifrig den namen haben sie vielleicht selbst einen solchen gesehen exzellenz einmal ja es war ein einfaches baumwollendes tuch etwa einen fuß breit und vier lang gelb es soll aber auch weiß sein können am einen ende waren mit weißer seide einige geheime zeichen eingenäht wahrscheinlich bei der einweihung selber die in ganz bestimmten vollmondnächten unter opferung einer schwarzen ziege geschieht edmund kratzte schnell noch ein paar worte aufs papier und machte sein notizbuch zu noch einmal meinen allerherzlichsten dank exzellenz für diese überaus wertvollen enthüllungen und nun gestatten sie mir nur eine kleine vielleicht nicht ungeziemende zeremonie zu vollziehen und zugleich ihnen ein zwar an wert geringes aber doch nicht uninteressantes geschenk zu überreichen ich erinnere mich aus den memoiren meines großvaters daß es wenigstens in den nördlichsten teilen indiens sitte ist daß wenn ein niederer sich einem höheren nähert er eine kleine weiße seidene scherpe überreicht diese ist freilich nicht aus seide aber sie kann vielleicht hier dienst tun er hatte aus seiner brusttasche ein zusammengeknülltes tuch genommen das er jetzt mit beiden händen auseinander zog und dem minister darbot arthur sprang mit einem unwillkürlichen ausruf in die höhe es war ein schmales langes baumwollenes tuch von weißer farbe an einem ende das über die hand edmunds herab hing waren mit gelber seide einige mystische zeichen eingenäht selbst die orientalische ruhe kala ramas erlitt eine vorübergehende erschütterung ja sagte er nachdem er aufmerksam die zeichen betrachtet hatte das ist ein romal kein zweifel darf ich fragen wie sie zu diesem seltenen stück gekommen sind mit dem besten recht von der welt exzellenz denn es war offenbar für meinen hals bestimmt ich weiß nicht ob unser schöner brummel eine solche halsbinde nach seinem geschmack gefunden hätte obwohl sie groß genug ist und den vorteil hat daß man keine zweite braucht diese scherzhafte bemerkung war für arthur bestimmt denn es war kaum anzunehmen daß der ruhm des englischen stutzers und seiner halstücher bis zu kala rama gedrungen sei aber die vorstellung daß sein vetter nur mit knapper not diesen mysteriösen mördern entkommen sei brachte arthur zu sehr außer fassung als daß er auch nur das schwächste lächeln übrig gehabt hätte zum großen ärger edmunds der nicht gerne was er für einen hübschen witz hielt unter den tisch fallen sah so sollte ich also wirklich jemand vor mir sehen der sich rühmen kann in den händen der tagsgewesen und ihnen entkommen zu sein sogar eine solche trophäe mitbringend fragte kala rama nicht ganz in ihren händen aber doch so ziemlich wenn eure exzellenz platz nehmen wollen werde ich ihnen den vorgang genau beschreiben ja da bitte ich sehr darum sagte der minister und setzte sich seine fein geschnittenen schmalen lippen waren fest zusammengepresst der blick seiner dunklen augen war gespannt es war offenbar daß dies auftauchen der tags woran die entschiedenen äußerungen des engländers ihn kaum mehr zweifeln ließen ihn überaus peinlich berühre und daß er entschlossen sei den frevel streng zu bestrafen wenn es möglich wäre die täter aufzuspüren exzellenz kennen gewiss die kleine tempelruine die ziemlich hoch oben jenseits des nulla ein alter krishna schrein gewiss nun ich benützte heute einen jagdausflug der mich in diese richtung führte um mir das interessante denkmal anzusehen allein wie es ja einem poeten unter säulen geziemt auf dem rückweg kam ich über eine kleine hochebene wo zwischen großen steinblöcken nur graue kapernsträucher wilde myrten und aloen wuchsen kala rama nickte die stelle sei ihm wohl bekannt hier bemerkte ich daß ich nicht so einsam sei als ich es hätte wünschen können nackte braune gestalten huschten zu beiden seiten mit verdächtiger katzenartiger behendigkeit zwischen steinen und gebüsch dahin sie blieben unbeweglich verborgen wenn ich still stand und wenn ich weiter ging waren sie wieder da ich bin nicht gerade ängstlich von natur aber der gedanke schlug mich daß diese inder mir kaum hier als meine leibwache folgten meine büchse war gespannt ich überzeugte mich davon daß pistole und dolch bei der hand waren kala rama schüttelte den kopf wenig hätten sie ihnen genützt allerdings mir half etwas gänzlich unerwartetes wie aus der erde emporgeschossen stand plötzlich ein fremder ein inder wenige schritte vor mir zuerst glaubte ich es sei der häuptling dieser bande er redete sie auch mit großer mündigkeit an aber heftig und zornig nicht in hindi mehrmals hörte ich den laut botani den geheimnamen der tags für die göttin kali erläuterte kala rama aha ich dachte mir so etwas nun als er sie hinlänglich abgekanzelt hatte schloss er mit einem fulminanten satz und einer gebieterischen handbewegung und die nackten kerle stoben nach allen seiten auseinander mein retter redete mich eine neue überraschung auf englisch an und bot sich mein führer durch die hügel jangeln zu sein was ich natürlich mit vielen dankssagungen annahm wie wir aber weitergehen wollten bemerkten wir an einem aloe busch etwas weißes es war jenes tuch das an einigen dornen hängen geblieben war aber wie gewaltig muß die rätselhafte wirkung dieser persönlichkeit gewesen sein wenn der würger entweder gar nicht bemerkte daß er seinen romal verlor oder sich nicht einmal umwenden durfte um ihn aufzuheben kala rama nickte nachdenklich ist es ihnen aufgefallen sahib daß wenn der würger schon den romal in den händen hatte und sonst wäre das tuch nicht hängen geblieben dann war es schon der allerletzte moment der fremde ist um keine sekunde zu früh gekommen was war denn das für ein mann und wie sah er aus ich würde ihn seiner kleidung nach für einen wandernden yogi halten und anders kann ich mir auch nicht seinen einfluß auf die tags erklären sie müssen ihn für einen heiligen halten sonst hätten sie wohl uns beiden den gar ausgemacht es sei denn daß er selber ein hochgestellter tag war und daß er ihren leichtsinn beschimpfte bei hellem lichten tage einen engländer ermorden zu wollen dessen verschwinden in der ganzen welt aufsehen erregt hätte und der sache botanis gerade in diesem augenblick sehr schädlich gewesen wäre er mag ihr vorhaben so spät erfahren haben daß er erst an ort und stelle die tat hindern konnte das scheint mir sogar die wahrscheinlichste erklärung zu sein edmund schüttelte den kopf ich kann nicht glauben daß er ein tag sei professor eichstätt gegenüber äußerte ich er sehe aus wie eine gestalt aus der wederzeit wie ein yajnavalkia ich der ich ihn gesehen habe kann mir ganz gut vorstellen daß seine erscheinung auf so fantastische gemüter wie man sich die religiösen würger wohl vorstellen darf einen so überwältigenden einfluss ausüben könne wie den der hier sicher eintrat niemand der ihn gesehen wird seiner je vergessen sie wecken meine neugierde sahib wären sie nicht imstande uns sein äußeres zu schildern schlecht genug fürchte ich er war ziemlich wenn auch nicht ganz von ihrer größe exzellenz dunkle locken fielen ihm auf die schulter hinunter und der geteilte bart in verbindung mit den regelmäßigen zügen verlieh ihm etwas von unserem christus typus aber das auffallendste war für mich der blick seiner tiefliegenden augen vielleicht hat er wie ein tierbändiger lediglich durch diesen blick die tags bezähmt mich würde das nicht wundern kennen exzellenz vielleicht jemand hier auf den die beschreibung passt es kann kein hiesiger sein kala rama schüttelte den kopf aber ein ganz schwaches lächeln umspielte seine mundwinkel arfer hatte dieses lächeln sich dort wie ein plötzliches licht zünden sehen in dem augenblick als sein vetter das rettende erscheinen des fremden erwähnte und hatte bemerkt wie sein glanz sich während der schilderung mehr und mehr über das gesicht des greisen ministers verbreitete um dann in diesen schlupfwinkel zurückzukehren wo es fortfuhr seinen funken glimmen zu lassen ich möchte darauf wetten dachte er daß kala rama ganz genau weiß wer jener fremde ist der kein hiesiger sein kann wie schlau der alte der frage auswich und nicht nur das aus irgendeinem grunde ist sein unerwartetes auftauchen ihm höchst willkommen ganz abgesehen von der rettung edmunds in dieser sache ist ein punkt sagte kala rama und blickte von dem romal auf mit dem seine finger spielten ein punkt der mir ganz unerklärlich bleibt und der für mich und meine aufgabe von höchster wichtigkeit ist es ist folgender die tags sind räuber sie sind religiöse raubtiere vor allem aber raubtiere das mag mit ein grund sein warum fast ausschließlich inder ihnen zum opfer fallen insofern nämlich als nur inder mit vielen gütern umherreisen ein anderer grund ist zweifelsohne der daß sie das aufsehen fürchten welches das verschwinden eines europäers erweckt nun hätten sie also gegen die tags doppelt gefeit sein müssen einmal als europäer und dann als einer der keine beute verspricht denn man wird sie nicht in verdacht haben auf der jagd große schätze bei sich zu haben es muss also ein ganz anderes motiv dahinter stecken und zwar ein sehr starkes um jene scheu vor dem europäer zu überwinden das raubtier im tag kann es nicht sein kann es der religiöse fanatiker sein ist es möglich sahib daß sie auf irgendeine weise etwa beim besuch des kalitempels gegen religiöse vorurteile haben verstoßen können ich glaube nicht exzellenz allerdings war ich im kalitempel es mag ja sein daß ich angesichts ihrer scheußlichen majestät nicht hinlänglich erschüttert aussah aber sonst bin ich mir keiner profanation bewusst kalorama wies kopfschüttelnd eine solche erklärung ab oder haben sie sich hier irgendeine private feindschaft zugezogen wenn der betreffende ein tag wäre würde das die sache erklären ich wüßte nicht exzellenz dann muß es wohl doch eher die göttin sein deren zorn ich geweckt habe mit dem grübelnden verstand kommen wir hier nicht weiter sagte kalorama aber wir haben ja glücklicherweise einen anderen weg da uns der zufall das heilige werkzeug selbst in die hand gegeben hat es sollte mich wunder nehmen wenn wir nicht mittels des rohmals noch in dieser nacht des täters habhaft würden freilich dürfen wir aber auch keine zeit mehr verlieren kalorama erhob sich und führte seine linke hand an die stern also sahib ich wünsche ihnen nach diesem bewegten tag einen recht angenehmen abend und noch ein zug der mir für ihre tagdichtung einfällt die treue der tagfrauen ist sprichwörtlich in ganz indien mancher raja könnte in dieser beziehung jeden tag beneiden Ende von Abschnitt 7 Abschnitt 8 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Weltwanderer von Karl Gjellerup Erstes Buch Kapitel 8 Das Manuskript In den Vorsaal hinaustretend fand Kalorama seine Leute und bei ihnen Professor Eichstätt der sie's nicht wollte nehmen lassen selbst den Minister in sein Zimmer zu führen Die ziemlich lange Wartezeit füllte der Professor durch ein Gespräch mit Kalaramas Sekretär aus einem jungen intelligenten Inder den er freilich nicht so befestigt in der orthodoxen Vedanta-Philosophie fand wie er es hätte wünschen können Der Professor bestrebte sich eifrig dem jungen Manne die Überlegenheit des ehrwürdigen Chankara über alle seine Widersacher darzutun und ihm einzuschärfen den so wichtigen Unterschied zwischen der exoterischen und der esoterischen Betrachtungsweise oder wie Chankara es nennt Aparavidya und Paravidya der niederen und der höheren Wissenschaft ja nicht aus den Augen zu verlieren sondern überall an der letzteren in ihrer ungetrübten Wahrheit festzuhalten und die buchstäbliche Schriftauffassung solcher Stellen die von einem persönlichen Gott sprechen den langsamen Geistern wie Chankara sie nennt zu überlassen Der junge Brahmane lauschte seinen bereten Worten mit höflichster Andacht in Miene und Haltung während er sich mit Entsetzen überlegte wie viele Waschungen er unternehmen und wie viele Sprüche er hersagen müsse um nach diesen Berührungen seitens eines Chudra seine Kastenreinheit wiederzugewinnen Denn in seinem Eifer ergriff der Indologe mehrmals die kleine braune Hand des Hindu um sie zwischen seinen großen roten mit väterlicher Zärtlichkeit zu drücken Der Angst des solchermaßen gefährdeten jungen Brahmanen und der begeisterten Beretsamkeit des deutschen Gelehrten machte das Erscheinen des Ministers ein Ende Er winkte den Sekretär an sich heran, zeigte ihm den Romal und setzte ihn durch ein paar bündige Sätze vollkommen in die Situation hinein so vollkommen in der Tat, daß ein grauer Schatten über die helle Bronzefarbe seines Gesichtes fiel Daß die Tags in der Nähe der Stadt am hellen Tag sich gezeigt hatten, war eine Neuigkeit, die seine Knie unter ihm schlottern ließ Indessen antwortete er verneinend auf die ziemlich scharfe Frage Kalaramas, ob ihm etwas fehle und nahm mit gespanntester Aufmerksamkeit die Befehle entgegen Er solle sofort mit dem Romal zum Polizeimeister gehen Einige auserlesene Leute und, als wichtigstes Mitglied der Expedition, der beste Spürhund aus dem Jagdkoppel des Raja müßten so schnell wie möglich aufbrechen, um an Ort und Stelle die Spur aufzunehmen Kalarama zeigte ihm, wie der Rand der Scherpe an einer Stelle etwas zerrissen war offenbar von den Aloe-Dornen An diesen müßten also noch einige Fäden hängen, so daß man den Hund mit der Schnauze auf die Fährte setzen könne Nach menschlicher Berechnung, fügte Kalarama hinzu, ist dann das Schicksal des Besitzers des Romals besiegelt Und es ist nicht sehr wahrscheinlich, daß Kali einen Diener beschützen will, der sein heiliges Tuch im Stich gelassen hat Die Leute mit dem Hunde müssen ihn aufjagen, wenn sie ihm auch bis in den Himalaya zu folgen haben Du aber kehrst sofort zurück und stattest mir Bericht ab Schicke mir das Boot her, denn ich will auf dem Wasserwege nach Hause zurückkehren, um die Abendkühle zu genießen Damit verabschiedete er den Sekretär und wandte sich an Professor Eichstätt mit einer Entschuldigung Weil er ihn wegen dringender Regierungsgeschäfte habe warten lassen Und mit der freundlichen Bitte, ihn nunmehr in sein gelehrtes Asyl geleiten zu wollen Das Zimmer, in das der Indologe und Kalarama am Ende des Korridors eintraten, lag nach der entgegengesetzten Himmelsrichtung Es war dunkler und weniger heiß als das Gartenzimmer, aber auch luftloser Und die Luft, die da war, hatte sich längst mit geleerten Staub völlig gesättigt Bücher aller Art standen und lagen nicht nur auf den Regalen, sondern so ziemlich überall, wo etwas stehen und liegen konnte Kaum aufgeschnittene Broschüren, die nach Druckerschwärze und eingebundene Bücher, die nach Leim rochen Alte, stockfleckige Folianten, schimmelige Pergamente, offenbar Aktenstücke aus der Mogulperiode Und große Kartenrollen mit sorgfältig gezeichneten Abbildungen von Felseninschriften Alle hauchten sie je ihren charakteristischen Beitrag zur Bibliothekatmosphäre aus Aber zwei Noten entschiedener orientalischer Natur hoben sich pikant in dieser Duftsymphonie hervor Der mumienartige Geruch der Palmblattmanuskripte und der beklemmende, süßliche Duft des Sandelholzes Das bald in Kästchen verarbeitet, allerlei Dokumente umschloss, bald als einfache Bretterstücke Jenen Palmblattschriften anstatt des Einbandes dienten Der ruhende Orgelpunkt, ein Residuum alten Tabakqualmes, war allerdings unzweifelhaft okzidentalischer Klangfarbe Und in der Tat bezeugten einige langrührige Pfeifen mit Porzellanköpfen, die in den Ecken lehnten Dass Professor Eichstätt noch immer seinen Studentengewohnheiten frönte Wie denn auch ein kostbar ausgestatteter Nargile, alias Hubblebubble Der offenbar nur als Zimmerschmuck auf einem Seitentische stand Bekundete, dass diese unter dem indischen Himmel entschieden stilgerechtere Form des Tabakgenusses Dem Indologen nicht mundete Als sie hineintraten, schien das Zimmer leer zu sein Die beiden Anwesenden boten sich nicht dem ersten Blicke dar In einer Ecke, wo einmal eine Schlange oder eine Ratte sich aufgehalten haben mochte, schnupperte Garuda herum Mutmaßlich konnte seine Herrin nicht fern sein Sie lag in der Tat auf einer niedrigen Bambusbank, kopfüber in einen Folianten gestützt Dies Werk, das sie mit einem Eifer studierte, der jedem Skolar Ehre gemacht hätte War das Verachtetste in der ganzen Bibliothek Der Chandala im Reiche der Bücher, also das Hindostani-Lexikon Freilich war der Zweck, den Amanda mit diesem Studium verfolgte, kein Wissenschaftlicher Sie hatte aus dem Gespräch zwischen Chandrasingh und seinem Vertrauten drei oder vier Wörter herausgehört Und hoffte, wenn sie ihre Bedeutung feststellen könnte, dadurch vielleicht einer sehr wichtigen Sache auf die Spur zu kommen Aber ihre Bemühungen waren bis jetzt vergebens gewesen und mußten es auch bleiben Konnte sie doch nicht ahnen, daß sie diese Wörter in einem noch verächtlicheren Lexikon hätte suchen müssen In dem des Ramassi, der Geheimsprache der Tags Das allerdings noch nicht aus der Bibliothek des Ministers in die des Professors hinübergewandert war Das Hereintreten des Vaters vermochte noch nicht, das Mädchen in ihrer Untersuchung zu stören Als sie aber hörte, wie er Entschuldigungen hervorstammelte, weil Exzellenz das Zimmer in einer so schrecklichen Unordnung vorfände Fuhr sie erschrocken in die Höhe Eilig strich sie sich einige Haare, die sich aus der sorgfältigen Frisur gelockert hatten, aus dem Gesicht Glättete, so gut es ging, die nicht vorschriftsmäßigen Falten, welche das Kleid sich angeeignet hatte Und starrte mit hilfloser Reue auf einen verdächtigen Schatten vorne an der weißen, seidenen Bluse Denn sie war im vollkommensten Dress angezogen für den bevorstehenden Besuch bei der Rani Freilich war sie in mehr als guter Zeit fertig Aber sie hatte die Stunde ausnützen wollen, wo Edmund, wie sie von ihrem Mädchen hörte Einen Besuch vom Minister hatte und sie ihn also doch nicht sprechen konnte Da sie jedenfalls ihre beabsichtigte Warnung vor der Fahrt nach dem Palast an ihn richten wollte Mochte sie nicht durch die leidige Operation des Angekleidetwerdens sich verhindert sehen Einen vielleicht einzig sich darbietenden, günstigen Moment im Fluge zu erhaschen Allerdings war nun das zarte Kleid nicht gerade für intime Beschäftigung im Studierzimmer des Vaters geeignet Und die Körperstellung, in der sie sich während der letzten Viertelstunde befunden hatte War weder im Stil mit ihrem äußeren Menschen, noch war sie demselben förderlich gewesen Aber derartige scharfe Konflikte zwischen Ausstaffierung und Betragen kamen bei Amandas Temperament nicht gerade selten vor Wiewohl sie sich regelmäßig, wenn sie sich dessen bewusst wurde, was nicht immer geschah, furchtbar darüber schämte Hier hatte sie nun doppelten Grund dazu Dass auch gerade ein orientalischer Minister sie so antreffen müsse Ihr Gesicht, das schon durch die Stellung und das erregte Suchen nicht gerade eine gleichmäßige orientalische Blässe Angenommen hatte, glühte doppelt von den aufsteigenden Blutwellen der Verlegenheit Als sie sich vor diesem Minister tief verneigte Mit dem Bewusstsein, dass er, der, wie sie aus den Worten ihres Vaters entnommen Ein Bewunderer der Rani war, sie jetzt ganz besonders schrecklich finden müsse Das schien indessen nicht der Fall zu sein Oder er müßte sich als völliger alter Hofmann sehr gut verstellen können So gut in der Tat, daß man darauf hätte schwören mögen Der Greise Inder fände die Germanenjungfrau in diesem Zustand tiefster Verwirrung besonders liebreizend Wenn Kalarama auch immer Amanda mit ausgesprochenem Wohlwollen, ja mit Zärtlichkeit begegnete So war sein Wesen doch von einer eigenen Herzlichkeit geprägt Als er nun ihre Hände zwischen den Seinen drückte Und bezeugte, wie froh er darüber sei, daß sie offenbar das indische Klima so gut vertrüge Worauf er huldreich den Gelehrten wegen der Unordnung des Studierzimmers beruhigte Der Professor Sahib möge ihn hier doch nicht als den Minister, sondern als den Skolar betrachten Ei, was ist denn das für ein herrliches Stück? Fragte Amanda, die jetzt einen kunstvoll geschnitzten, elfenbeinernen Schrein entdeckte Den Kalaramas Diener mitten auf den Tisch gestellt hatte Ja, das glaube ich, daß du danach fragst, rief der Vater seelenvergnügt Und doch ist dieses Wunderwerk nur eine Hülle für etwas viel Kostbareres Denke dir, seine Exzellenz hat mir ein Manuskript geschenkt, das eine uralte Sage aus der Familienchronik seines Hauses enthält Wenn Ihnen nur das Manuskript keine Enttäuschung bereitet, mein lieber Professor Sahib Sagte Kalarama mit dem ihm eigentümlichen, launigen Lächeln, in dem er dem Indologen den kleinen Schlüssel überreichte Mit einer vor Erregung zitternden Hand öffnete Professor Eichstätt den Schrein Das Manuskript, das er herausnahm, war freilich nicht, wie er erwartet hatte, ein Palmblattstoß Es war auf starkem englischem Postpapier, mit geduldiger Hand, jeder Buchstabe wie gestochen, in englischer Sprache geschrieben Aber, aber Exzellenz, das ist ja Ihre eigene Handschrift Ich gestehe meine Schuld Allerdings habe ich diese alte Familientradition selbst niedergeschrieben Und zwar auf Englisch, als eine gute Übung für meine Mußestunden Doch habe ich nichts erfunden, ja, kaum einen Zug hinzugefügt, der nicht schon in unseren alten Niederschriften von dieser Tradition sich findet Nur die Darstellungsart dürfte von dem Geiste der abendländischen Sprache etwas angehaucht worden sein Aber, das ist ja noch interessanter Eine Handschrift, ja, ein geistiges Produkt Kalaramas Wer kann sich eines solchen Besitztums rühmen? Wie soll ich Eurer Exzellenz für eine solche beispiellose Auszeichnung danken? Stammelte der Indologe, dem es schwer genug fiel, seine Enttäuschung über dieses Quid pro quo ganz zu verbergen Durch Nachsicht, mein lieber Professor Und meine liebe Mem Sahib Der ich sogar zutraue, eine noch strengere Richterin in solchen Sachen zu sein, als der Professor selbst Amanda schlug vor dem neckischen Blick ihres Vaters die Augen verschämt nieder Aha, lachte der Indologe Man sollte wahrlich glauben, daß seine Exzellenz zugehört hätte, wie du vorhin die Gedichte Sir Edmonds verrissen hast Aber, wenn ich den Geschmack meiner Tochter recht kenne, werden Exzellenz sich durch ihre Autorschaft kaum irgendeinen Tadel von den Lippen meiner Amanda zuziehen können Nun, dann wäre ich gar nicht abgeneigt, sofort die Probe zu machen und Ihnen etwas davon vorzulesen Sagte Kala Rama, indem er sich verbeugte und den ersten Bogen des Manuskriptes zur Hand nahm Freudig bedankten Vater und Tochter sich für das unerwartete Anerbieten und nahmen erwartungsvoll auf der Bank Platz Amanda mit etwas mehr literarischer Erwartung, denn es wollte sie bedünken, als ob Kala Rama nicht etwa einer plötzlich auftauchenden Lust seine eigene Sache vorzutragen nachgebe, sondern vielmehr eine ganz bestimmte Absicht verfolge, die es ihm wünschenswert erscheinen ließ daß sie beide, so bald wie möglich, mit dem Inhalt dieses Manuskriptes bekannt würden Zurückgelehnt in den Bambussessel fing Kala Rama an, mit seiner klaren, vollen Stimme, seine Niederschrift der Schlangensteinsage vorzulesen Ende von Abschnitt 8 Abschnitt 9 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Weltwanderer von Karl Kjellerup Erstes Buch, neuntes Kapitel Der Schlangenstein Erstes Hauptstück, Teil 1 Etwa anderthalb Jahrhunderte nach dem Nirvana des Vollendeten, welchem damals auch schon die Lehre des Buddha zu leuchten angefangen hatte, ein junger gerechter Fürst namens Narada. Er war der Lehre zugetan, ein Hörer des Wortes, ein Beschützer des Ordens. Gleich jenem großen Herrscher, der bald danach ganz Indien unter seinem segensverbreitenden Zepter vereinigte, dem ewig ehrwürdigen Kaiser Asoka, kannte er kein vornehmeres Geschäft, als für das Wohl der Wesen zu sorgen. So wenig aber ist diese Welt eine Stätte des Friedens, dass auch dieser milde, friedliebende Fürst sich genötigt sah, einen langen und blutigen Krieg zu führen. Weib, wie kannst du so zu deinem König sprechen? Nein, Mahim Sasa, sagte Narada sanft, schild mir nicht die unglückliche Frau, denn sie tadelt mich mit Recht, wie ich jetzt fühle. Nun höret aber auch alle mein Gelübde. Nicht will ich eher wieder den besilligenden Worten des Erhabenen lauschen, die noch in unseren Ohren klangen, als diese Unglücksbotschaft kam, um sie zu verdrängen. Nicht will ich ihnen wieder lauschen, bevor ich nicht die schwarze Haut im Gebirge mir untertan gemacht habe, sodass Friede an der Nordgrenze wie an den anderen Grenzen herrscht, und alle meine Untertanen völlige Sicherheit genießen. Nachdem Narada dies feierliche Gelübde abgelegt hatte, befahl er einem der Hofleute, für das Weib und ihre beiden Kinder zu sorgen, und ließ den Heerführer sofort die nötigen Anstalten für den Feldzug treffen, den er selbst führen wollte. Während seiner Abwesenheit sollten die Regierungsangelegenheiten in den Händen Mahim Sasas, des greisen Feldherrn, ruhen. Mahim Sasa verneigte sich tief. Möge doch der Liebling der Götter, mein edler Herr und König geruhen, seinen Diener auszuschicken, um jenes Räubervolk zu bezwingen. Nicht so, mein lieber Mahim Sasa, antwortete Narada, du stehst jetzt in deinem siebzigsten Lebensjahr und bedarfst der Ruhe, auf die du einen wohlverdienten Anspruch hast. Möge mein König mir geneigtes Gehör schenken, bat der Kreis mit eindringlicher Stimme und Miene. Ich war der Diener deines Vaters, und in seinem Dienste habe ich an die zwanzig siegreiche Feldzüge geführt. Aber es ahnt mir, dass der Bevorstehende, wegen der Unwegsamkeit des Waldgebirges und der wilden Art seiner Bewohner, der schwierigste und gefährlichste wird. Nun darf aber ein guter König sich solchen unbekannten Gefahren nicht aussetzen, dieweilen sein Leben zu kostbar ist. Ein Schlechter möge das immerhin tun, denn an ihm geht wenig verloren. Wie aber erst, wenn der Herrscher, wie hier, unersetzbar ist, sollte, was die Götter verhüten, meinem Herrn etwas zustoßen, dann würde dein Halbbruder, Prinz Ayatasuta, den Thron besteigen. Wir alle kennen seinen störrischen und wilden Charakter, der ihn zwar für den Krieg geeignet macht, besonders wenn er lernen könnte, Vorgesetzten zu gehorsamen und sich selbst zu bändigen, der ihn aber ebenso gewiß, wenn er auf dem Thron säße, zu einem Fluch für das Land machen würde, wie du ein Segen bist. Darum möge mein Herr und König, der Liebling der Götter, der Wohlfahrt seines Volkes gedenkend, seinen Diener Mahim Sasa ausschicken, um die schwarze Haut zu bezwingen, selber aber in seiner Hauptstadt bleiben und die vier Stände überwachen. Ein beifälliges Murmeln der Hofleute unterstützte diese Weise bitte. So ließ sich denn Narada überzeugen, dass seine Herrscherpflicht ihm gebiete, zu Hause zu bleiben und dem kreisen Feldherrn die Führung des Kriegszuges zu überlassen, und schweren Herzens gab er nach. Jauchzen scharrten sich die Krieger um Mahim Sasa's Banner, das sie nicht mehr gehofft hatten, im Felde wehend zu erblicken, und wenige Tage nachdem der Fürst jenes Wort gesprochen, nahm das Gebirge in den Schatten seiner Täler und schluchten die mutigen Scharen auf, um sie erst nach geraumer Zeit wieder freizugeben und dann auf schreckliche Weise gelichtet. Jene schwarzen Höhlenbewohner rühmten sich nicht eines göttlichen Wesens als Stammvater, wie es die Arier tun, sondern betrachteten sich selbst als Abkömmlinge der Affen, und weder ihre Gesichtszüge noch ihre langen, senigen Arme straften diesen seltsamen Ahnenstolz Lüge. Sie spannten den großen Bogen mit dem Fuß und vermochten den Pfeil, quer durch den Leib eines Elefanten zu treiben. Im Krieg verwandten sie auch Pfeile, die statt einer Spitze ein halbmondförmiges Eisen trugen, womit sie dem Feinde einen Arm oder den Kopf glatt abschnitten, und wenn sie angriffen, war ihr Geheul so furchtbar, dass im Anfange selbst die ältesten Kriegsilfen scheuten. Nie stellten sie sich zur Schlacht, sondern fochten aus dem Hinterhalt und leisteten zähen Widerstand in den Engen, die sie zuvor mit Baumstämmen und Steinen versperrt hatten, und wo sie von oben ganze Felsstücke auf unsere Krieger hinabwälzten. So waren sie zwar keineswegs Helden, zeigten sich aber in ihren eigenen Umgebungen als noch furchtbarere Gegner, als es die berühmtesten Helden hätten sein können. Mahim Sasa machte unter solchen Umständen nur langsame, wenn auch stetige Fortschritte. Endlich erreichte er aber ihren Hauptort, der in einem mäßig breiten Talkessel lag. Die Stadt lehnte sich an die Felswände und war nach vorne durch eine mehr als mannshohe Mauer geschützt. Hier leistete der Feind hartnäckigen Widerstand, und nachdem die Mauer erstürmt war, verteidigte er sich Schritt für Schritt zwischen den Steinhütten. Schon sank die Sonne zwischen glühenden Wetterwolken, die über dem Gebirgspass sich ballten, als die schwarze Haut endlich in den Winkel zusammengedrängt war, den die senkrechten Felswände bildeten. Hier bot sich nun den Unsrigen ein seltsamer Anblick. Denn gerade da, wo sich alles zusammenschloß, gähnte eine finstere Höhle, und ein mächtiger, über sie hervorspringender Sandsteinblock war bis zur rohen Ähnlichkeit eines Tigerkopfes ausgehauen, dessen aufgesperrter Rachen die Höhle vorstellte, in dem der Rand der Wölbung in ein spitziges Zahnornament ausgezackt war. Auch waren einige Tropfsteinzapfen, aus dem Inneren herstammend, als besondere Fangen eingesetzt. Da nun die Affensprossen in diese Ecke hineingetrieben wurden, sah es aus, als ob ein kolossaler Tiger seinen blutroten Rachen aufsperrte, um sie alle zu verschlingen. Da erhob sich Mahim Sasa in dem goldglitzernden Houda auf dem Rücken des Ilfentiers, der ihn in hundert Schlachten getragen und dessen Haut von Speer- und Pfeilwunden so durchfurcht war wie eine alte Wettertanne von Blitzschlägen. Und mit gewaltiger Stimme, die das Waffengetöse und die Schlachtrufe und das heulende Todeslied der Wilden übertönte, verkündete er Gnade für alle, die ihre Waffen von sich werfen und dem König Narada gehorsam schwören wollten. Einige Feinde taten dies. Bei weitem die meisten aber wehrten sich bis zum letzten Atemzuge, den sie unter den drohenden Tigerzähnen aushauchten. Denn in die Höhle sich zurückziehen wagte keiner, da diese das große Heiligtum des Volkes war, wo ihre Gottheit drohnte und in welches nur der Priester hineingehen durfte, um das Opfer darzubringen. Dieser aber lag schon, selber ein Opfer, vorne im Tigerrachen von einem Pfeile durchbohrt. Nun erwog Mahim Sasa in seinem furchtlosen und weisen Herzen, dass die Einnahme und Zerstörung der Stadt für ein so wildes Volk wenig zu bedeuten habe, solange das Heiligtum unberührt und das Götzenbild, dem sie drinnen opferten, unversehrt blieb. Denn alle, die noch ringsum in Wäldern und Gebirgshöhlen steckten und immer noch seinen Verbindungen drohten und seine Posten überfielen, würden sich für unbezwungen halten. Verlautete aber, dass ihre Gottheit vernichtet sei, dann würden auch jene dem Sieger huldigen. So erhob er denn abermals seine Stimme und verkündete, dass es seine Absicht sei, in den Tigerrachen hineinzugehen und das Götzenbild der schwarzen Haut mit seiner eisernen Schlachtkeule zu zertrümmern, worauf er seinen Ilfen niederknien ließ und sich hinunterschwang. Bei dieser Botschaft belebten sich ringsum die Gesichter der schwarzen Haut auf sonderbare Weise. Die schon stumpfsinnig dreinblickenden Gefangenen lächelten einander mit geheimnisvoller Bosheit zu, und die Sterbenden, die schon in ihren letzten Zügen lagen, erhoben ihre Köpfe, die von einem vergnügten Zähnefletschen abscheulich entstellt waren. Aus dem Tigerrachen aber ertönte das hohle, keuchende Lachen des Priesters, das sofort in einem schaurigen Röcheln erstarb, um dann aus dem Innern des Berges in gespenstischem Widerhalt zurückzukehren. Da erblasste selbst der kühnste Krieger. Die Häuptlinge drängten sich um ihren geliebten Feldherrn und beschworen ihn, sich nicht in die Höhle hineinzuwagen, wo ihm wahrscheinlich ein Hinterhalt gelegt war, denn darauf schien die Freude zu deuten, die unsere Feinde nicht verbergen konnten. Er möge doch wenigstens ein Gefolge der ausgesuchtesten Krieger mit sich nehmen. Niemand war eifriger, sich als Begleiter anzubieten, als der Prinz Ayatasattu, der junge Halbbruder des Fürsten, der den Gedanken nicht ertrug, dass er nicht an einem so seltenen Abenteuer teilnehmen sollte. Denn keiner wußte, welche Gefahr drinnen im Höhlenheiligtum lauerte, und ob sie menschlicher oder dämonischer Art sei, dass sie aber unerhört schrecklich sei, daran konnte niemand mehr zweifeln. Ob er nun der Stimme der Weisheit folgte, die ihm sagte, dass die Wirkung auf diese wilden Gemüter weit stärker sein würde, wenn er, der Feldherr, allein ihr Götzenbild zertrümmerte, als wenn er von einem starken Gefolge begleitet in das Heiligtum hineindränge, oder ob diese innere Stimme die des Ehrgeizes war, die selbst dem Weisen noch immer verlockend klingt, Mahim Sasa schlug jede Begleitung aus. Allein trat der edle Kreis in die Höhle des Tigerkopfes hinein. Der Rachen verengte sich sofort zum Schlund. Dieser enge Felsengang, der nur in Mannes Breite und Höhe ausgehauen war, lief schnurgerade in den Berg hinein, und so begleitete das glühende Licht der untergehenden Sonne den mutig vorwärts schreitenden noch immer, zumal die glänzenden Kristalle und das edle Gestein, die den Felswänden zu entwachsen schienen wie Pilze der Erde, jenes fern im Rücken gelassene Tageslicht in die Tiefe hineinlockten, wo es sonst wohl nimmer hineingedrungen wäre. Als es aber endlich dennoch versagen wollte, mündete der Gang in einen gewölbten Raum aus. Hier waren die Wände mit mannigfachen Juwelen eingelegt. Von der Kuppel hingen kristallklare Tropfsteinzapfen herunter wie Hängezierrate, und der Boden war blank geschliffen, daß man meinte, in die Luft hinauszutreten. So vollkommen spiegelte er Wände und Wölbung wieder. All dies glänzte geheimnisvoll dämmernd in der letzten Glut der Abendsonne, aber außerdem noch im grünlich-gelben Schimmer eines anderen Lichtes, das aus einem zweiten Gange hereinströmte, der in schräger Richtung hier einmündete. Genau in der Mitte jener Tempelhalle befand sich ein kleiner Altar, worauf eine Kumme aus bandartig, rot- und gelbfarbigem Jaspis stand. In ihrem Boden war ein großer Diamant eingefasst, der den ganzen hereinströmenden Lichtschein zu sammeln und wieder auszustrahlen schien. So war die Höhlung der Schale wie von einem leuchtenden Fluidum gefüllt, und darin lag eine menschliche Hirnschale, offenbar die eines Kindes, gänzlich leer, als ob der Inhalt gierig ausgefressen worden wäre. Mahim Sasa seufzte. Dazu also wurden unsere Kinder gestohlen. Hierher gelangten die armen Kleinen. Wahrlich, Zeit ist es, dass diesem ein Ende gemacht wird. Wohl sehe ich, dass der Feldzug nichtig und umsonst ist, wenn dieser Opferschmaus jemals noch stattfindet. Prüfend ließ der alte Krieger den Nagel seines Daumens die Schneide seines Schwertes entlang gleiten. Dann schliff er die geschmeidige Klinge auf dem glatten Rand der Jaspiskumme, wobei ihm ein wenig Schleim zustatten kam, der an diesem Rande klebte. Als er sich zum Weitergehen wandte, glitt sein rechter Fuß aus. Er blickte hinunter und bemerkte einen schleimigen Streifen, der sich vom Fuße des Altars über den spiegelblanken Steinboden in den weiterführenden Gang hineinzog. Die Stirn Mahim Sasas runzelte sich nachdenklich. Er wusste jetzt, welche Gestalt das Götzenbild dieses unheiligen Heiligtums hatte. Mit dem nackten Schwert in der linken wie einen Dolch gehalten, um es schnell in die rechte hinüber zu führen, die jetzt die schwere Eisenkeule umspannte, betrat Mahim Sasa den neuen Gang, in dem ein grünliches Dämmerlicht zitterte. Der Gang war so niedrig, dass der Feldherr, der von mehr als gewöhnlicher Manneshöhe war, sich etwas bücken musste. Die Ausmündung war nicht sichtbar, doch schien sie nicht weit entfernt zu sein. Mahim Sasa war sich völlig darüber klar, dass diese Strecke die gefahrvollste sei, ja, dass ein Angriff dort ihm wahrscheinlich tödlich sein würde. So schritt er denn so schnell vorwärts, wie seine gebückte Stellung und die Vorsicht wegen des schleimigen Pfades in der Mitte es ihm erlaubten. Ein stoßweise kommendes, trockenes, leises Zischen begrüßte schon sein Nahen. Jetzt öffnete sich der Ausgang. Und sogleich sah er die Schlange. Sie saß aufrecht, sprungbereit, an der entgegengesetzten Wand der Zelle, auf einer kleinen Erhöhung, wie auf einem Hügel von Diamanten. Ihre Körpergröße war die eines mäßigen Pythons, aber die aufgeblähte Haube, die mit einem Kranz von Rubinen gesäumt war, verriet, dass er eine Kobra vor sich hatte, und im weit aufgerissenen Rachen glänzten zwei Giftzähne, wie die Hauer eines Ebers. Mitten in der Stirn aber leuchtete ein großer, gelber Edelstein, von dem das Licht ausging, das, von unzähligen Kristallen und Diamanten aufgefangen, gebrochen und weitergeschickt, das Innere dieses Felsentempels dämmerig erhellte. Mahim Sasa sprang, ohne einen Augenblick zu verlieren, durch die Türöffnung und schleuderte seine Keule, die den Kopf des Kobra-Königs an der linken Seite traf und den Giftzahn dort zerschmetterte. Er wich deshalb nach rechts aus, als die Schlange nun ihren Vorstoß machte, der wegen der Erschütterung verspätet und unsicher erfolgte. Der Kobra-Kopf streifte gerade seine linke Schulter und nur mit der Wirkung eines abgeleiteten Keulenschlags, weil ja der Giftzahn fehlte. Bevor aber der Wurm den Nacken biegen konnte, um mit der rechten Fange zu wirken, hatte das Schwert Mahim Sasas seinen Kopf gerade unterhalb der Haube vom Rumpfe getrennt. Noch drohte freilich der Schlangenkörper selbst, der sich auch schon, nach der Art des Pythons, um die Beine Mahim Sasas geschlungen hatte, bestrebt, ihn zum Falle zu bringen, was mit einem weniger sehnenstarken Manne wohl auch gelungen wäre. Der abgehauene Kobra-Kopf, der noch voller Leben steckte und mittels der beweglichen Haube, die wie ein auf das trockene gebrachter Plattfisch klatschend auf den Boden schlug, sich ein wenig hin und her bewegen konnte, betrachtete mit brennenden Augen diesen Kampf, in der Hoffnung, mit seinem tödlichen Zahn den Fuß des Helden erreichen zu können, um danach wohl gar mit seinem Körper wieder zusammenzuwachsen. Fauchend und zischend musste er sehen, wie Mahim Sasas Schwert immer wieder einen der lebendigen Knoten zerschnitt, bis die abgetrennten Stücke sich ringsum auf dem Boden krümmten, vergebens einander suchend. Es muss nun, ruft hier der alte Chronist aus, ein prächtiges Schauspiel für eine nicht zu zaghafte Gottheit gewesen sein, zu sehen, wie jener unvergleichliche Edelstein in den fauchenden und schnappenden Kobra-Kopf eingefaßt und gleichsam aus ihm hervorblitzend die diamantenstrotzende Tempelzelle erhellte und mitten in ihr, von den machtlos sich bäumenden und windenden Pythonstümpfen umgeben, den greisen Helden, dessen hageres Gesicht, den Bartschmuck verschmähend, mit Zügen wie aus Bronze gegossen, er an einen Sanyassin, denn an einen großen Krieger gemahnt hätte, wäre nicht der gebieterische Blick gewesen, offenbar gewohnt eine Lage zu überschauen, um unzögerlich die Tat dem Rat folgen zu lassen. Betrachtete man seine gerade und schlanke Gestalt, die mit dem Scheitel fast die Decke berührte, so meinte man, eine eherne Säule zu sehen, die dieses Demandgewölbe trug, wie er denn in der Tat noch jahrzehntelang die Stütze des Reiches sein sollte. Die scharfgebogene Nase, dem Schnabel eines Raubvogels nicht unähnlich, konnte in solchen Umgebungen die Vorstellung vom himmlischen Greifen Garuda erwecken, der soeben einen Schlangendämon vernichtet hatte. Aber das gütige Aussehen seiner hellen Augen, wie er nun den Göttern dankte, weil es ihm vergönnt worden war, durch diese Tat einem solchen Greuel ein Ende zu machen, mochte wohl jedem sagen, dass in diesem grausigen Heiligtum, das verblendete Menschen zur Verehrung eines Ungeheuers aus den Felsen gehauen hatten, jetzt endlich ein wahrhaft verehrungswürdiges Wesen erschienen war. Als solches sahen ihn denn auch Freunde und Feinde an, als er wieder zwischen sie trat. Die vor der Tigerhöhle versammelte Menge hatte mit steigender Erregung, aber sehr verschiedenen Gefühlen die Rückkehr Mahim Sasas erwartet. Bei den Unsrigen wuchs die Furcht bis zu lauten Fragen und Klagen. Die Feinde vermochten kaum ihre freudige Hoffnung zu knebeln. Schon war es dunkel geworden. Der Prinz Ajatasatu rief nach Fackeln, um in die Höhle hineinzudringen und den Feldherrn zu befreien oder zu rächen, im Geheimen nicht unzufrieden, weil somit doch auch ihm ein Abenteuer hier vorbehalten war. Da wurde man tief drinnen im dunkelsten Dunkel des Tigerrachens ein Licht gewahr. Das sah aus wie ein gelblich funkelnder Stern, der sich näherte. Als er aber endlich aus dem engen Gang, der gleichsam den Schlund vorstellte, in den offenen Rachen hervortauchte und seinen Glanz in diesem verbreiten konnte, erkannten alle die ragende Gestalt Mahim Sasas und sahen, dass dieser Schein von einem an seinem Stirnband befestigten Diamanten ausstrahlte. Jauchzen stürzten ihm seine Häuptlinge bis zur Wölbung der Tigerzähne entgegen, ergriffen seine Hände und umklammerten seine Knie, während die Freudenrufe der gemeinen Krieger sich weiter und weiter verpflanzend und immer mächtiger anschwellend den Widerhall der Berge weckte. Die entwaffneten Feinde aber zeigten mit Fingern und murmelten und riefen »Der Stein, der Schlangenstein, sie ihn, den Unverwundbaren, den Herrn des Schlangensteins, den Herrn der Welt!« Und sie krochen auf dem Bauche heran, um seine Füße zu lecken. Also huldigten die Leute der schwarzen Haut, diese Sprossen der Affen und Nachbarn der Tiger, unserem großen Mahim Sasar. Den sie aber den Herrn der Welt nannten, wollte nur ein getreuer Diener seines Fürsten Narada genannt sein. Ihm hatte er nun dieses wilde Volk unterworfen, denn, wie er es richtig vorausgesehen hatte, von diesem Augenblick an wagte niemand den geringsten Widerstand. Und die Gunst seines Herren ließ ihn nach seiner siegreichen Rückkehr auch nicht unbelohnt bleiben. Keine Geschenke oder Ehrenbezeugungen freuten ihn halb so viel wie die herzliche Zuneigung des jungen Fürsten. Denn dieser wollte den Feldherrn immer um sich haben, nicht nur um seinen weisen Rat in Dingen, die das Reich und das öffentliche Gemeinwohl betrafen, sofort zur Hand zu haben, sondern weil er auch in persönlichen Angelegenheiten diese Stimme der durch Erfahrung reifen Herzensgüte und den Anblick edelster Menschlichkeit nicht entbehren mochte. Am liebsten weilte er mit ihm unter einem schattigen Baum seines Parks und ließ sich dort von der ebenso gelehrten wie frommen Nonne Isidasi die Reden des Buddha vortragen oder diesen oder jenen dunklen Punkt der Lehre erörtern, wobei der ebenso tiefe wie scharfe Verstand Mahim Sasas unermüdlich war, bis zu den letzten erreichbaren Wurzeln solcher Fragen zu dringen. Am meisten hätte es nun wohl den Neigungen des edlen Kreises entsprochen, sich jetzt, nachdem sein eigentliches Tagewerk vollendet war und er auf Ruhe wohlverdienten Anspruch hatte, dem religiösen Leben gänzlich zu weihen und den weißen Anzug des Hausvaters mit dem gelben Mantel des Mönches zu vertauschen. Zwei zurück, erstens die Treue gegen seinen Fürsten, der seine hohe Weisheit noch dem Staatsdienst erhalten wissen wollte, dann aber war er auch noch durch eine gar sanfte und liebliche Fessel an das Leben in der Häuslichkeit gebunden. Mahim Sasa hatte vor Jahren seine innig geliebte Gemahlin verloren, und sie hatte ihm keine Kinder hinterlassen. So wäre sein herrlicher Palast ihm öde erschienen, oft von einer kleinen vogelartigen Kinderstimme wiedergehalt hätten. Dieses Kind war Amara, das Töchterlein seines bedeutend jüngeren Bruders Baku. Ob schon der Kriegerkaster angehörend, hatte sich dieser der Kunst gewidmet und war ein großer Baumeister und Bildner geworden. Er war schon gegen die 50, als sein Weib ihm dieses Kind gebar, sein einziges, um dann zu sterben. Die Kleine wurde das schönste Kind, das man je gesehen hatte. Goldige Locken umwallten das rosige Gesicht, gleichsam ein äußeres Wahrzeichen, dass hier eine Seele von ursprünglicher arischer Reinheit durch die Jahrhunderte, die seit dem Eindringen unserer vedischen Altvorderen in den Gauen Indiens verflossen waren, hindurchgedrungen sei, unbefleckt von dem dunklen Blut, das in diesem Zeitraum von allen Seiten hereingesickert war und unserer edlen schon etwas ihre heroische Art genommen hatte. Wie der erste Blick der Herbstsonne, wenn sie die Regenwolken durchbricht, war ihr Lächeln, und an wen sie mit ihren kleinen Armen sich liebevoll drückte, der mochte wohl nimmer recht wissen, ob er vor Freude lachen oder vor Wehmut weinen sollte, eine so rührende Innigkeit hauchte ihr Wesen aus. So war sie denn die Augenweide und die Herzensfreude ihres Vaters, aber womöglich noch mehr die ihres Ohheims. An seine kleine Amara dachte er, als er in jener leeren, von abendsonnenglut und Edelsteinglanz durchsponnenen Tempelzelle stand, und am Rande der Jaspisschale sein Schwert schliff. Sie schien vor ihm zu stehen, als der Genius unzähliger Kleiner, die hier geopfert wurden, und die ihren Angehörigen ebenso lieb gewesen. Und wenn die Ehrenbezeugungen und Liebeszeichen, an denen es Fürst und Volk bei seinem Siegeszug nicht fehlen ließen, ihm auch alle wert waren, so freute und rührte ihn doch nichts mehr als das Blumengebinde, das die kleine Amara selbst gebunden hatte und ihm um den Hals hängte, als er sie emporhob und küßte, recht, als ob sie ihm dankte, im Namen aller durch ihn gerechten hingeopferten Kinder und im Namen aller durch ihn Geretteten noch Ungeborenen. Nicht wissend, ob er lachen oder weinen sollte, tat Mahimzasa beides. Die Erziehung des Lieblings ließ er sich nun besonders angelegen sein, umso mehr, als es öfter geschah, dass ein plötzliches, rätselhaftes Gefühl unheimlichen Banges sich über ihn schlich, wenn die Kleine auf seinem Schoße saß und mit einem begehrlichen Lächeln auf den Schlangenstein zeigte, bis er das Stirnband mit dem wundervollen Stein abnahm und es ihren Kinderhänden zum Spielen anvertraute. Alsdann war es ihm, als ob der Schatten jenes Tigerrachens sich über ihn senkte und mit der Ahnung durchschauere, dass irgendeine schreckliche Gefahr diesem lieblichen Geschöpf noch in jungen Jahren drohe. So fühlte er sich denn berufen, ihr väterlicher Hüter zu sein, zumal ihr eigener Vater dazu ihm wenig geeignet schien. Denn obwohl er die schönen Kunstwerke seines Bruders sehr bewunderte, konnte er nicht umhin, mit seinem durchdringenden und ruhigen Blick auch seine Fehler zu bemerken. Eben solche Fehler, die gewöhnlich den Künstlern anhängen und sie so selten jene wahre innere Größe erreichen lassen, die ihm selbst in so ausgezeichnetem Grade zu eigen war. Denn wenn man auch von der Eitelkeit absieht, die den Künstler noch leichter als andere Männer an ihrem Gängelbande führt, so geht dieser oft so sehr in seinem Werke auf, dass er darüber seine menschlichen Pflichten vernachlässigt. Und vor Schauen vergisst er das Sehen, sieht er aber, dann erblickt er die Dinge und Verhältnisse bald im Lichte seiner Hoffnung, bald im Schatten seines Fürchtens, nicht aber so, wie sie in Wirklichkeit sind. Und so bleibt er sein Leben lang ein Kind und wird nie richtig zum Manne. Wohl mag es Ausnahmen geben, aber Baku gehörte nicht zu ihnen. Dies war das Urteil Mahim Sasas, wenn er zwar liebevoll und nachsichtig, aber auch aufmerksam und unverblendet das und er tat sich selber das Gelübde wie ein Vater über das stille aufblühende Mädchen zu wachen, das ihm seine Liebe reichlich vergalt. Also wußte Mahim Sasas sich im Frieden so gut wie im Kriege zurecht zu finden und es fehlte ihm weder an Tätigkeit für den Geist noch an Befriedigung für das Gemüt. Nicht so der Prinz Ayatas Sato. Vergebens suchte Fürst Nerada ihn an seinen Lieblingsstudien teilnehmen zu lassen und den Blick seines jungen sehr begabten Bruders auf das Unvergängliche zu richten. Umsonst waren auch seine Bemühungen den Prinzen in dem friedlichen Dienst des Staates zu beschäftigen. Ja, selbst die Aussicht einmal in der Führung des Heeres den Kreisen Meister zu ersetzen wozu Ayatas Sato durch vorzügliche kriegerische Eigenschaften zwar wohl befähigt war hatte für seinen ungeduldigen Tatendrang nicht hinlänglichen Reiz um als fernes Ziel ihn zu dauernder und stetiger Wirksamkeit zu locken So vernahm er mit großer Freude dass zwischen zwei westlichen Nachbarfürsten eine Feder ausgebrochen sei Selbst aller Mahnung seines Bruders Nerada bot er demjenigen der Unrecht hatte aber der schwächere war seine Dienste an weil er meinte dass auf seiner Seite am ehesten Ruhm zu gewinnen wäre er verhalf ihm auch zum Siege und weilte dann an seinem Hof sei es dass wie er behauptete die Jagdgründe dort ausgiebiger waren sei es dass es ihm angenehm war das Auge seines Bruders und Fürsten nicht auf sich und seinem Treiben ruhen zu fühlen bald danach aber als der große König der Javaner Fußnote Javaner Jonia Griechen Alexander der Große Ende Fußnote mit seinem prächtigen Heer Penschab überflutete begab er sich eilend zu einem Fürsten dieses Landes Porus und nahm an seiner Seite Teil an der unglücklichen Schlacht am Ufer des Jelam seitdem hatte man nichts mehr von ihm vernommen sein Bruder beweinte ihn als tot und er hatte sein Andenken als das eines Helden der im Kampf gegen fremde Barbaren gefallen war Ende von Abschnitt 9 Gelesen von Hokus Pokus Abschnitt 10 von Die Weltwanderer Unterdessen hatte Fürst Narada geheiratet Er führte eine Fürstentochter von den Ganga-Ländern Heim deren Schönheitsruhm durch die Lande ging Mahamaya hatte man sie genannt das ist die große Täuschung wenn nämlich diese Sinnenwelt wie die Weisen Lehren eine bloße Täuschung ist so ist doch die größte Täuschung in ihr gleichsam das berückendste Muster im Schleier Mayas die sinnliche Liebe die in der Gestalt dieses wundervollen Weibes verkörpert zu sein schien Deshalb eben hieß sie Mahamaya bis zum Himmel gehoben zu hören die von der seiner Nichte so verschieden war wie die Nacht vom Tage diese war jetzt nahe daran aus einem lieblichen Kind eine reizende Jungfrau zu werden 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 diese laut schwatzenden Toren mit den Augen bis zum Überlaufen voll von den üppigen Formen jenes dämonischen Weibsbildes auch noch zu schätzen wissen welche wahrhaft reine himmlische Schönheit sich ihnen in der Gestalt unserer Amara offenbart dies waren seine Gedanken und ernahm es seinem Bruder übel dass dieser sich immer wieder abquälte den Prachtgliedern der Herrscherin in einem Bildwerke gerecht zu werden Mit tödlichem Groll bemerkte Mahamaya dass dieser berühmte und mächtige Mann für ihre Schönheit unzugänglich war ja die Stirn hatte in seinem innersten Herzen dieselbe zu leugnen und dass alle ihre Anstrengungen ihn für sich zu gewinnen spurlos an ihm abglitten Anstrengungen deren geringste genügt hätte jeden anderen Mann der ihr je begegnet war zu ihrem kriechenden Sklaven zu machen so schrieb sie es auch seinem Einfluss zu dass ihr fürstlicher Gemahl anstatt durch die Lockspeise ihrer Liebkosung immer anhänglicher zu werden im Gegenteil schon bevor ein Jahr um war merklich kühler wurde und vielleicht hatte sie nicht so ganz unrecht denn obwohl Mahim Sasa nie mit einem Wort andeutete wie sehr er die Wahl seines Fürsten bedauerte war Narada doch zu sehr an ihn gewöhnt um nicht seine Gedanken zu lesen und mochte wohl dadurch in der keimenden Abneigung bestärkt werden die durch die vertrauliche Bekanntschaft mit seiner Frau sich zu regen anfing nun hatte Mahamaya ihren Gemahl nie geliebt vielmehr war schon von Anfang an seine ganze Art und Weise ohne Harmonie mit ihrem eigenen Wesen aber das Gefühl dass die Leidenschaft die ihre Entschleierung nach der Handergreifung in der Brust des Bräutigams aufgewühlt hatte sich unwiederbringlich verlor dass alle die Reize die ihr die Natur als Wiegen Geschenk gegeben und alle Künste und Schliche die ihre Aya Fußnote Aya Amme Ende Fußnote nach allen Regeln der Liebeswissenschaft ihr beigebracht hatte nicht vermochten jene hinsichende Leidenschaft wieder zu frischem Leben zu erwecken diese tropfenweise sich mehrende Erfahrung war in der Tat ein bitterer Trank für den Stolz dieses verwöhnten Weibes so mußte denn auch ihre Milchschwester Nimbawati die sie aus der Heimat in die Fremde begleitet hatte die geduldige Zuhörerin bei manchen Verzweiflungsausbrüchen sein und ihre ganze Erfindungskraft aufbieten um irgendeinen Trostgrund oder etwas hoffnungsfreudiges vorzuführen da sie sonst unter der noch übler werdenden Laune der vornehmen Milchschwester sehr zu leiden hatte bei einer solchen Gelegenheit vermutete sie dass dies alles wohl eine von Lakshmi Fußnote Lakshmi Gattin Vishnus die Göttin des Glücks Ende Fußnote dass dies alles wohl eine von Lakshmi verhängte Strafe sei weil sie in diesen Jahren es versäumt hatte ihre Lampenfeier zu begehen mit dieser Feier aber hat es folgende Bewandtnis sie war einheimisch in den Gegenden an der Ganga wo auch Mahamaya zu Hause war dort gehen in gewissen Vollmondnächten die Mädchen und jungen Frauen nach dem Ufer des heiligen Stromes oder nach dem des Nebenflusses der gerade ihre Gegend durchströmt und tragen in den Händen ein Lämpchen aus Ton wie ein Boot geformt und mit einem brennenden Docht versehen dies Lämpchen setzen sie in das Wasser und wenn das kleine Fahrzeug ohne an einem Stein Schiffbruch zu leiden oder auf einer Sandbank zu stranden oder im Schilf und Seegras festzuhängen oder von Strudeln umgeworfen zu werden glücklich auf dem ruhigen Rücken des Stromes davongetragen wird die kleine Flamme noch immer wie ein güldenes Fehnlein wehend dann hat die Göttin das Opfer Huldreich angenommen und was die Besitzerin eines solchen glücklichen Lampenschiffleins sich im Herzen wünscht das wird schließlich in Erfüllung gehen wir sind ja aber hier nicht an den Ufern der Mutter Ganga und nicht einmal ein Nebenfluß strebt ihr zu durch dieses unheilige Land seufzte Mahamaya dafür können wir nichts erklärte die praktische Milchschwester der es wohl nur darauf ankam die Fürstin aus ihrer dumpfen Verzweiflung herauszulocken was nicht unsere Schuld ist das wird uns die Lakshmi auch nicht anrechnen wenn wir nur tun was in unserer Macht steht nun ist nicht weit von hier am Fuße des Palast Berges ein Wasserlauf der gerade jetzt nach der Regenzeit reichlich genug und doch auch nicht zureißend sein wird dort setzen wir unsere Lämpchen hinaus wenn es jetzt in ein paar Nächten Vollmond wird gerade der erste nach der Regenzeit es könnte sich nicht günstiger treffen und wenn sie ohne zu erlöschen in den See hinaus geführt werden dann dürfen wir das Beste hoffen denn auch mein Wunsch soll nur deinem Glück gelten Mahamaya umarmte und küsste Nimbavati liebste Schwester du bist zu meinem heil heil geschaffen aber wie können wir dort hinunter kommen nie wird man uns unbegleitet gehen lassen wenn aber schon wie du weißt die zufällige anwesenheit eines Mannes das Lampenopfer nichtig macht wie viel mehr dann eine ganze Kette von Trabanten und Wärtern oh lass das meine Sorge sein der Wärter an der Tür des Kenana Fußnote Kenana die Frauengemächer Ende Fußnote ist mir schon mehr als gewogen und wenn ich den am nördlichen Garten Pferdchen noch nicht kennen sollte so habe ich doch Zeit genug um ihn kirre zu machen er soll glauben was ich ihm sage dass sich eines deiner Mädchen ein hübsches und frommes Spiel aus meiner Heimat lehren will das sich nur zu Zweien spielen lässt wie könnte er dann hartherzig genug sein um mich daran zu hindern wenn er dich nur nicht für einen verkleideten Mann hält wird er nichts dagegen haben dass wir allein zusammen zum fluss gehen also sprach Nimhavati mit der schlauen leichtfertigkeit die seit den Tagen von Krishna und Radha der Milchschwester der Heldin eines Liebesabenteuers zu eigen scheint und Mahamaya versicherte ihr noch einmal sie sei zu ihrem Heil geboren alles ging nun auch wie Nimhavati es sich ausgedacht hatte in der nächsten Vollmondnacht befanden sich die beiden Milchschwestern unten im waldigen Tale durch welches der kleine Fluss seinen Weg zum See suchte dessen Fläche nur ein paar hundert Schritt entfernt durch Gebüsch und Zwischenstämmen ruhig strahlte während zu ihren Füßen das eilige Wasser bald rieselnd im Mondlichte glitzerte bald überhängenden Ufers hineinglitt und hinter ihnen der große vom Bergfelsen geworfene Schatten aus dem sie soeben hinausgetreten waren über den stummen Baumwipfeln ausgebreitet lag sie ließen den Überwurf von den Schultern gleiten und standen nun für ihr sinniges Spiel bereit der duftige Musselinrock silbergrau und goldig gelb der vom perlenblitzenden Gürtel bis zu den von goldenen Spangen umfassten Knöcheln in leichten Falten fiel würde ihre Bewegung nicht hindern wenn sie dem schwimmenden Lämpchen das noch mit unbeweglicher Flamme in ihren rechten ruhte springend und wartend folgten und dies leuchtende Fahrzeug mit dem langen Zweig buxierten den sie in der linken hielten noch noch einen Augenblick und beide Lämpchen tanzten fröhlich auf dem Strom dahin Mahamaya und Nimbawati folgten ihnen bald am Grasufer laufend bald von Stein zu Stein springend bald plätschernd ins Wasser tretend bald lachend bald fluchend nun einen kleinen Angstschrei ausstoßend wenn eine Lampe von einem Strudel erfasst sich im Kreise trete nun einen Jubelruf ertönen lassend wenn es ihnen gelang mit der langen Route ein in den Schilfen hängen gebliebenes Leuchtschifflein wieder flott zu machen in fortwährender Spannung noch aufgeregter als zwei spielende Kinder galt es doch das Glück so ging es eine Zeit lang und schon konnten sie die Ausmündung in den See offen vor sich sehen da teilte sich nach links ein Seitenarm ab der bald schmal und reißend bald breit über kiesig ergießend zwischen Gebüsch und Gestein sich buchtend zu verlaufen schien und das schwimmende Lämpchen Mahamayas nahm diesen wenig versprechenden Weg während das Milchschwesterliche nach einigem Besinnen auf dem Hauptstrom seewert schoss von der jubelnden Nimbawati begleitet mit Angst und Mühe buxierte Mahamaya ihr feuerbeflagtes Fahrzeug weiter und schon öffnete sich auch ihm nicht gar zu weit entfernt das weite Meer als es von bösen Geistern in der Gestalt einiger herabhängender Zweige am anderen Ufer gefangen genommen wurde Mahamaya sprang auf einen Stein hinaus von wo aus sie zwar mit der Spitze ihrer langen Rute das gefährdete Glücksschiff gerade erreichte nicht aber befreien konnte schon war sie daran ins Wasser hinunter zu steigen und hinüber zu warten als etwas geschah was ihr wie ein Wunder vorkam aus dem dichten Schatten einer Tamarinde sprang eine glänzende Gestalt in den Strom hinaus war mit ein paar Schritten am anderen Ufer löste vorsichtig das Lämpchen aus dem Netzwerk der Zweige heraus und setzte es ebenso behutsam mitten auf den Strom der es sofort mit sich von dannen führte mahamaya vergaß aber gänzlich ihrem Glücksschifflein nachzusehen so sehr war ihr Blick von dieser fremden Gestalt festgenommen es war ein Mann in Rüstung aber in welcher Rüstung wenn mahamaya einen voll bewaffneten Krieger gesehen hatte dann war es ihr immer vorgekommen als gewahre sie ein metallenes Gehäuse worin wie eine Schnecke ein menschenartiges Wesen steckte dessen einzige Bestimmung es sei auf Befehl des Fürsten zu töten und sich töten zu lassen aber diese Rüstung schmiegte sich von den Schultern bis über die Hüften hinunter so biegsam an die Haut wie diese an die Muskeln deren lebendiges Spiel bei jeder Bewegung sichtbar war um die Schenkel aber fielen lose Riemen und das Wasser das ihm um die Knie schäumte bewegte sie als ob weiße Nymphenhände mit ihnen ein neckisches Spiel trieben ja selbst der blanke Helm schien belebt trotzig erhob er seinen Kamm um den Krieger noch höher zu machen und schob einen gesichtsartigen Schirm hervor damit die Augen aus seinem Schatten heraus wie Sterne leuchten könnten und schob ihn auch nicht weiter hervor weil die vollen Lippen aus dem grausen Bad heraus im Mondlicht feucht glänzen sollten also stand diese Erscheinung vor ihr ein Krieger und ein Mann wenn auch kein irdischer so lebensstrotzend dass er selbst das toteste und starrste was er an hatte mit seinem Leben durch drang wie lebhaft aber war erst sein Lächeln als die Lippen sich nun öffneten und sprachen eine Absara bist du wohl du schnellgliedrige schönbrauige vom Himmel herab gestiegen um auf unserer Erde zu spielen denn zu dieser Stunde liegen ja die menschentöchter schlafend auf ihren Lagern fußnote absara himmelsnümpfe ende fußnote mahamaya vermochte kein wort hervorzubringen und habe ich gar dein spiel gestört als ich dir helfen wollte du juwelen äugige was war's mit dem schwimmenden lämpchen soll es dir das glück senden es hat mir glück gebracht mahamaya hauchte die worte kaum hörbar aus und schloss die augen um dies strahlende bild gleichsam ganz in sich zu verschließen dann schwankte sie und sofort fühlte sie sich von zwei starken armen umfasst und empor gehoben und aus dem mondschein in den tiefsten duft gesättigten schatten hineingetragen am folgenden tage weilte mahamaya mit ihren frauen im taubenhof wo der abrichter seine geflügelten scharen vorführte die fürstin folgte nicht eben sehr aufmerksam den künsten welche die tauben dem stab und den rufen des abrichters gehorchend in ihren luftigen reigen tadellos ausführten auf der ruhebank zurückgelehnt sprach sie leise mit nimbavati die sich über sie vorneigte und in deren geduldiges ohr sie die lobpreisungen ihres helden ergoß und wer er war woher er kam das hat er dir nicht gesagt fragte nimbavati brauchte er denn das odoteurin rama war es krishna vishnu selbst wer sonst hätte wohl so herrlich erscheinen können in solcher goldigen himmelsrüstung wie ich sie dir beschrieben habe fußnote rama und krishna galten beide als inkarnationen von vishnu ende fußnote aber ach wie soll ich ihm nun wieder begegnen liebste nimbavati du musst mittel finden daß wir heute nacht dort hinunter gehen können denn gewiß erwartet er mich an derselben stelle oh das ist nicht nötig versetzte die schlaue milchschwester und würde nicht einmal das rechte sein wenn dein liebhaber wirklich vishnu ist und wer könnte daran zweifeln dann brauchst du nur die heutige nacht auf der obersten terrasse des schlosses zuzubringen gleich jener königstochter die der weber in vishnus gestalt besuchte wovon du wohl gehört hast nein davon habe ich nie gehört sagte die fürstin wer war denn das und während sie aus einer goldenen schale mit der hand reißkörner schöpfte und sie den tauben hin warf die augenblicklich eine ruhepause hatten und um sie herum trippelten lauschte sie lächelnd der erzählung nimbar watis jener weber hatte sich in die königstochter verliebt und siegte vor sehnsucht und verzweiflung dahin nun war aber sein bester freund ein stellmacher ein meister in seiner kunst dieser versprach rat zu schaffen man wußte daß die königstochter während dieser heißen nächte auf der obersten terrasse des palastes schlief wo niemand hinauf konnte der stellmacher verfertigte nun eine sehr künstliche flugmaschine in der gestalt garudas des himmlischen adlers vishnus reittier sie war so eingerichtet daß man sie in bewegung setzen lenken und stoppen konnte mittels eines keils je nachdem man diesen eintrieb auszug oder seitwärts rückte auf diesen falschen garuda setzte sich nun der weber prächtig angetan einen diskus in der hand ein diadem auf dem kopf begrenzt und vishnu gleich an aussehen und fuhr nachts auf die terrasse zur schönen königstochter die er nach dem gadarven ritus ehelichte ohne vater und mutter zu fragen ohne priester ohne wederspruch und ohne opfer als es nun von einem liebhaber nächtlichen besuch empfing hielten ihre eltern heimlich wache da sie aber diese göttliche gestalt durch die luft kommen sahen priesen sie ihr glück und die ehre die ihrem haus widerfahren sei hieraus ersehen wir nun auch fügte nimba vati hinzu dass es vishnus art ist auf diese weise seine auserkorene zu besuchen denn wie sonst hätte der stellmacher auf diesen gedanken kommen können wenn er sich gestern in einer bescheideneren gestalt genaht hat so geschah das offenbar um dich zu schonen damit du nicht zu sehr erschrecken oder wohl gar sterben solltest wenn er sofort in seiner ganzen majestät auf garuda reitend sich dir offenbarte dir ziemt es aber jetzt zu zeigen dass du ihn wohl erkannt hast deshalb musst du ihn unbedingt heute Nacht auf der terrasse erwarten mahamaya umarmte sie stürmisch und nannte sie die beste und weiseste aller milchschwestern dann verkündete sie sofort ihren frauen die nächte seien jetzt so luftlos dass sie in der vorigen nacht gar nicht in ihrem zimmer habe schlafen können sie sollten deshalb ihr nachtlager auf der obersten terrasse bereiten erst wollte sie das elfenbeinerne bett hinausgetragen haben dann bestimmte sie sich für das sandelholz sie bezeichnete ihnen auch welche kissen decken teppiche tischchen schemel und sonstige geräte hinauf geschafft werden sollten und zwar müsse das alles sofort geschehen als ob damit auch das herankommen der ersehnten nachtstunde beschleunigt würde als sie sich dadurch etwas beruhigt hatte ließ sie wieder den taubenabrichter die vögel einige künste machen und war mit ihrem Lob nicht karg sehr bald hatte sie jedoch keinen blick mehr dafür sondern fing wieder an nimba vatis ohr mit dem preis ihres glückes als vishnu braut zu belästigen dabei entblößte sie ihre brust und betrachtete das perlenmal das der geliebte ihr zum sein gedenken mit den zähnen eingeprägt hatte dadurch wurde ihre sehnsucht zu solcher die fürstin erklärte ihrer milchschwester daß sie es gewiß nicht bis zur nacht aushalten würde ihr göttlicher liebhaber müsse sich ihrer erbarmen und sich ihr schon früher zeigen damit sie durch den anblick neue kräfte schöpfte denn sie fühle sich schon jetzt einer ohnmacht nahe die fügsame nimba vati zögerte nicht sie in dieser hoffnung zu bestärken wir wollen uns höchsten steigen dann wirst du ihn jetzt bald erblicken steigt aber die blaue schar am höchsten dann musst du dich freilich bis zur nacht gedulden in diesem augenblick trat ein kenaner werter herein fürst narada ließe die fürstin bitten sich sofort in die audienz halle begeben zu wollen nimba vati wurde so bleich wie asche und verwünschte alle schwimmenden lakschmi landen sie dachte nicht anders als dass der fürst von der nächtlichen begegnung kunde erhalten habe und fühlte sich als anstifterin des frevels schon eingesackt auf dem boden des sees liegen mahamaya wurde von solchen befürchtungen nicht in unruhe versetzt denn könnte vishnu auch gar leicht auf seinem garuda über den taubenhof hinfliegen um sie zu stärken so war in der audienz halle schwerlich etwas von ihm zu erwarten sie versicherte der milchschwester dass sie sobald wie möglich zurückkehren werde und sie rief sie freudig das zeichen ist günstig die weißen tauben sind am höchsten aufgestiegen als mahamaya in die audienz halle trat fand sie dort den ganzen hofstaat versammelt neben dem thron stand ein in goldener rüstung herrlich glänzender held mahamaya blieb auf der schwelle stehen und vermochte kaum einen leisen aufschrei zurück zu halten narada aber nahm den fremden an der hand und führte ihn vor sein gemahl begrüße mahamaya deinen schwager ayatasatu der uns wie ein von den toten auferstandener wiedergegeben ist ayatasatu hatte in der tat in jener furchtbaren schlacht bei jelam mehr als eine wunde erhalten war aber zusammen mit dem könig porus der ebenfalls verwundet war glücklich aus der niederlage entkommen als nun könig porus dem sieger huldigte folgte ayatasatu ihm ins lager alexanders das fremdartige treiben hier all das neue und überraschende das ihm vor augen kam die bekanntschaft mit leuten einer anderen und wie ihm vorkamen feinsinnigeren bildung der umgang mit geprüften kriegern die unter fremden himmelsstrichen so viel merkwürdiges erlebt hatten der bestrickende verkehr mit den javaner frauen von denen es im lager wimmelte blonde frauenbilder die aus gold und elfenbein gemacht schienen vor allem aber die überwältigende und bestrickende persönlichkeit des welteroberers selbst all das berauschte den abenteuersuchenden prinzen so sehr dass er sich nicht loszureißen vermochte auch wurde er bald der erklärte liebling alexanders dieser wollte unter den indern ein inder sein was nun aber in sein lager zusammengeströmt war kam fast alles aus dem indus oder dem fünfstrom land unter denjenigen aber die aus dem eigentlichen indien her geeilt waren war ayatazato der einzige prinz aus einem fürstenhause die anderen waren nur einfache krieger oder gehörten sogar den niedrigsten kasten an wie der später so berühmte chandragupta hier war nun aber ein echter indischer fürstensohn der ihm von den wunderbarsten selbst geschauten dingen erzählte von den edelstein strotzenden von schlangen beschützten felsen grotten und der ihm versicherte er würde von den indern als der avatar vishnus der wiedergeborene rama angebetet werden als nun der große eroberer anstatt solchen schmeichlerischen träumen nachzugeben den eindringlichen vorstellungen seiner feldherren und dem murren seiner krieger nachgeben musste und nach persien zurückzog trieb sich ajatasatu jahrelang an den kleinen höfen im induslande und im südlichen penchab herum in der hoffnung in diesen bewegten zeiten selbst irgendwo die macht an sich reißen und ein eigenes reich gründen zu können an jedem solchen hof befand sich damals eine einheimische und eine javanische partei ajatasatu schloss sich überall der letzteren an um durch ihre hilfe empor gehoben zu werden an einem orte aber wurde die verschwörung schon in ihrem anfang entdeckt am anderen freilich ging alles nach verabredung bis zum entscheidenden streich bei einem abendlichen fest bei dem verzweifelten kampfe im palastgarten aber behielten die getreuen die oberhand und ajatasatu kam nur mit dem nackten leben davon da er nun wohl einsah dass sein stern ihm in diesen gegenden nicht leuchtete eilte er ohne irgendwo den mindesten aufenthalt zu machen tag für tag weiter wandernd seiner heimat zu die nacht brach an als er sich noch mitten im felsigen hügelland nördlich von seiner vaterstadt befand er kannte diese gegend nicht genau da er aber das rauschen eines baches in der nähe vernahm meinte er er brauche nur diesem zu folgen um sein ziel zu erreichen dies war freilich anfangs mit großen schwierigkeiten verbunden als aber der vollmond aufging wurde der abstieg ihm bedeutend erleichtert und endlich sah er zu seiner nicht geringen freude den see vor sich glitzern erschöpft vor müdigkeit streckte er sich im tiefen dunkel einer tamarinde und schon umnebelte der schlaf seine sinne als er hinter sich freudige mädchen stimmen vernahm sofort war jede müdigkeit wie weg geblasen er lauschte gespannt wie ein jäger beim annähern der beute bereit ein darbot an der stirnlocke zu fassen dies blieb ihm denn auch wie wir wissen nicht aus narada nahm seinen bruder mit der herzlichsten freudigkeit auf wenn ayatasatu als einziges besitztum aus seinen langen irrfahrten die prächtige rüstung mitbrachte die ihm der welteroberer selbst zum abschied geschenkt hatte in der er aus dem nächtlichen gemetzel geflohen war um dann später in diesem anzug mahamaya als ein wesen aus der himmelswelt zu erscheinen ließ die großmut seines bruders der ihn um jeden preis seine enttäuschung vergessen lassen wollte ihm bald reichtum und besitz im reichten maße zuteil werden jenes ehebrecherische liebesglück das von der schwimmenden lakschmi lampe eingesegnet war führte nun ein lichtscheues aber üppiges Dasein gleich dem giftigen nachtschatten mahamaya vergaß gänzlich enttäuscht zu sein weil ihr liebhaber nicht vishnu war und konnte er nun auch nicht auf dem adler reitend sie nachts auf der terrasse besuchen was unleugbar eine große bequemlichkeit gewesen wäre so gelang es doch der unermüdlichen und unerschöpflichen schlauheit nimbahwatis immer neue gelegenheiten herbeizuführen bei welchen die liebenden sich völlig unbemerkt trafen so regte sich denn auch kein verdacht obwohl die heiße ungeduld mahamayas oft genug die vorsicht zur seite werfen wollte und der guten milchschwester ihre aufgabe nicht gerade erleichterte aber dieser liebesgenuss vermochte das stürmische herz des prinzen keineswegs zu erfüllen die pläne die er im fernen westen hatte aufgeben müssen warum sollte er sie hier im heimatland nicht verwirklichen lagen doch die verhältnisse wie er sehr bald entdeckte noch unendlich günstiger hier zwar eine javanische partei gab es am hofe nicht dafür aber war die herrscherin selbst seine sklavin bereit ihm mit jedem mittel zu dienen ihre macht über die männer war unbegrenzt so unbegrenzt dass es ihr sogar gelingen musste sie ihrem erklärten liebhaber dienen zu lassen dann waren die brahmanen von der größten unzufriedenheit mit ihrem fürstlichen halbbruder erfüllt sie knirschten mit den zähnen vor wut weil dieser den orden des buddha besonders die unter der führung der frommen isidasi stehenden nonnen auf das entscheidendste begünstigte ja ihnen seine ganze huld schenkte mit ingrimm und entsetzen sahen die priester die opfergaben in immer geringeren mengen herbeifließen und die zukunft schien ihnen mit dem völligen verlust ihrer aber auch die krieger waren wenig zufrieden da unter dieser herrschaft keine aussicht auf einen feldzug war und der fürst nur darauf bedacht schien kanäle und hospitäler zu bauen so schäumten sie vor ungeduld wie feurige pferde denen die bahn verschlossen ist ajatasattu schloß sich nun immer mehr allen unzufriedenen an und sein hauspriester der ebenso fanatische wie gewandte baradwaja war unermüdlich die beziehungen immer mehr zu befestigen und zu erweitern eine scharfe ansporn erhielt der ehrgeiz des prinzen durch die nachricht daß sein alter gefährte und nebenbuhler in der gunst des welteroberers chandragupta im patalaputra im osten die herrschaft an sich gerissen hatte die es schien durch eine ähnliche hofumwälzung wie die an denen er sich selbst schon ein paar mal ohne erfolg beteiligt hatte wenn er aber chandragupta recht kannte dann würde dieser rastlose emporkömmling sich nicht damit begnügen sondern bald seinen nachbarn mit krieg überziehen möge möge er auch damit nur erfolg haben hatte er nur erst selbst die herrschaft hier an sich gerissen dann würde er mit chandragupta natürlich zusammenstoßen und wie sollte ihm dieser ein kudra widerstehen können alles was chandragupta sich gewann müsste dann an ihn fallen und warum sollte er sich nicht ganz indien unterwerfen mit solchen hochfliegenden plänen berauschte sich Ayatasattu denn der geist des fremden eroberers hatte es ihm angetan aber ein hindernis stand noch unerschütterlich zwischen ihm und solchen glänzenden aussichten dieses hindernis war mahimsasa von ihm hatten alle diese krieger die jetzt zu ayatasattu als zu ihrem führer emporblickten einstmals das waffenhandwerk gelernt ihre wunden wie ihre beute hatten sie unter seiner leitung gewonnen sie waren gewohnt seinem geringsten befehl unweigerlich zu gehorchen ja auf den wink seiner brauen aufzupassen eins war sicher solange sie seine stimme vernahmen solange der blitz seines adlerauges sie erreichen konnte würde keine krieger die erheben die seinem willen entgegen war tag und nacht sann deshalb ayatasattu darüber nach wie er den greisen feldherrn beseitigen könnte vergebens wollte er seinen bruder dazu verleiten mahimsasa in irgendeinem wichtigen auftrag an einen nachbarhof zu schicken der fürst blieb dabei der alte feldherr sollte ruhe haben so schien denn der einzige ausweg der zu sein mahimsasa mit gewalt aus dem weg zu räumen und das herz des prinzen wäre auch vor dieser maßnahme nicht zurück gescheut aber auch hier schien ihm ein unüberwindliches hindernis im wege zu stehen mahimsasa war wie ajwathaman im mahabaratam durch seinen edelstein geschützt freilich trug ajwathaman seinen wunderkräftigen stein in der stirn selbst eingefügt wie eben jener schlangenkönig den schlangenstein getragen hatte aber dieser verließ auch seinen jetzigen besitzer nicht wenn er auch nur an einem goldenen stirnreif befestigt war und nicht nur feite seine wunderkraft den kreis gegen waffen so dass er hiebfest war wie eine ehrene säule sondern auch gift selbst wenn es durch das essen beigebracht wurde konnte dem körper nichts anhaben der immer von diesem diamanten berührt und von seiner geheimnisvollen kraft durchstrahlt wurde kala rama legte lächelnd das manuskript auf den tisch und sagte sie sehen was für wunderkräfte damals dem schlangenstein zugeschrieben wurden aber ich fürchte dass er sie wohl zum größten teil eingebüßt hat wie denn auch nur ein schwacher abglanz seiner leuchtkraft noch vorhanden ist sonst würden wir uns allerdings freuen können unserem freunde sir trevilian ein solches schützendes amulett mitgegeben zu haben wenn er wie ich hoffe in ein so wildes land geht sir trevilian in ein wildes land fragte amanda verwundert und blickte kala rama an mit einem ausdruck von bestürzung die sie nicht sofort zu bändigen vermochte einem vielsagenden ausdruck den der minister mit seiner äußerung vielleicht gerade hatte hervorlocken wollen ja amanda weiß ja noch gar nichts davon sagte der professor nach afghanistan antwortete der minister die englische regierung hat ihn beauftragt eine geheime mission nach kabul zu übernehmen und er fing an mit der größten genauigkeit die politische situation und seine anschauungen darüber auseinander zu setzen als ob er zu einem alten diplomaten anstatt zu einem jungen mädchen spräche freilich hätte auch kein alter diplomat seinen ausführungen mit größerer aufmerksamkeit folgen können als dieses junge mädchen es tat Privox.org Die Weltwanderer von Karl Kjellerup Erstes Buch, Kapitel 10 Auf gefährlichen Wegen Um Gottes Willen, Edmund, rief Arthur erregt, sobald die Tür sich hinter Kala Rama geschlossen hatte. Was soll denn das heißen? Hast du denn wirklich gar keine Ahnung, von wem dieser Mordanschlag ausgegangen ist? Vielleicht habe ich meinen kleinen Verdacht, aber... Edmund warf den Kopf zurück und machte eine Handbewegung, als ob er einen zu unbedeutenden Gegenstand zur Seite schöbe. Sein Blick haftete sinnend an dem vor ihm auf dem Tisch stehenden, offenen Schrein, wo der Schlangenstein auf seinem Lager von weißer Seide lag und leuchtete, funkelte und strahlte wie eine nach dem Tode genesene Seele. Aber, so wollte es ihn bedünken, nicht wie eine gute Seele. Tiefer, geheimnisvoller, zweideutiger, in dem fließenden Doppelschimmer seines grünen und goldgelben Scheines. Dies ist ein viel größeres und sonderbareres Rätsel, vielleicht auch ein gefährlicheres. Was bedeutet dies, dass Kala Rama mir den Schlangenstein schenkt? Was soll sein ganzes Betragen heißen? Verstehst du etwas davon? Arthur zuckte die Achseln. Wer kann Kala Rama verstehen? Eine Ausnahme, wie du sagst. Aber hat er uns durchschaut? Das ist die Frage. Ist er uns auf der Spur? Ich glaube kaum. Und die Geheimschrift, die er kannte? Gerade darum, sie hat ihn ebenso überrascht wie uns und ist sicher nicht mit seinem Wissen hineingekommen. Das ist wahr, kein Zweifel, dass er überrascht wurde. Was soll man aber davon halten, dass er weiß, wer es geschrieben hat? Und vor allem, warum liegt ihm so viel daran, dass ich gehe? Warum nicht die allereinfachste Erklärung, dass er deinem Ohrheim Recht gibt und dass du eben von hier gehen musst, um in Afghanistan zu sein? Edmund schüttelte nachdenklich den Kopf. Das erklärt nicht alles. Sein Wort, dass ich doch hier nichts Wichtiges vorhaben könne, und sein Blick dazu. Nun, angenommen auch, dass er fürchtet, ein Liebesabenteuer wäre im Gange zwischen dir und der Rani, darauf schien mir sogar sein letztes Wort direkt zu deuten, dass mancher Raja in dieser Beziehung jeden Tag beneiden könnte. Edmund nickte. Das ist ja möglich, Edmund, aber etwas Schlimmeres braucht er jedenfalls nicht zu argwöhnen. Edmund ging mit hastigen Schritten hin und her wie einer, der mit sich selber nicht zufrieden ist. Jedenfalls war ich unvorsichtig, sehr unvorsichtig. Ich hätte mich sofort stellen müssen, als ob mir die afghanistanische Mission sehr willkommen wäre, als ob mich hier in der Tat nichts zurückhielte. Edmund war kopfschüttelnd vor dem Schrein stehen geblieben, und sein Blick wurde wieder von dem seltsamen Schimmer des Steines gefangen genommen. Sein Geschenk wollte ich nicht annehmen, fing er an, in einem Ton, als ob er mit sich selbst spreche. Als ich mich weigerte, war es mir, als höre ich seine Stimme antworten, »Sie sind zu zartfühlig, um mein Geschenk anzunehmen, aber nicht, um mir meinen ganzen Besitz abzunehmen. Einen Diamanten können sie von mir nicht annehmen, aber mein Lebenswerk können sie im Bunde mit unwissenden Brahmanen umstürzen, das Gastrecht missbrauchen, um eine Verschwörung anzuzetteln und die höchste Macht an sich zu reißen.« »Ich denke, es war die Stimme des Gewissens.« Edmund lachte kurz auf und strich mit beiden Händen die schwarzen Haarmassen vom Halse zurück. »Ganz recht, so nennen wir diese europäische Erbkrankheit.« »Oh, wie hatte ich recht. Ich bin noch lange nicht Asiate genug. Denke ich doch nicht einmal daran, wie unsere großen Vorfahren in England den blöden Heinrich in den Turm schicken.« »Dem guten Nawinapala Diyasingh soll kein Haar gekrümmt werden. Er möge für den Rest seiner Tage sein Opium anderswo trinken, wo es ihm ebenso gut bekommen wird. Sobald der Handstreich gelungen ist, führt ihn Yang Kafur über die Grenze.« »So trafst du ihn?«, fragte Arthur lebhaft. »Jawohl, oben im alten Krishnatempel.« »Er haftet mir für das Leben des Raja, und ich darf ihm vertrauen, denn ich kenne den alten Haudegen von vielen Eberjagden her, und eigentlich liebt er Nawinapala Diyasingh.« »Und verrät ihn?« »Nun, seine Wut ist gegen die Regierung Kala Ramas gerichtet, besonders gegen alle seine Neuerungen. Der brave Alte ist ein frommer Krishna-Anbeter und ganz in den Händen der Brahmanen. Besonders fürchtet er, dass sein Weib nicht seinen Scheiterhaufen besteigt und also auch nicht seine Seele nach dem Svarga führt, das Paradies, das er vielleicht von selber nicht so leicht erreicht, da er wohl manches auf seinem Gewissen haben mag. Auch ist er fest überzeugt, dass ich, mit dem Blut des Sonnenhauses in meinen Adern, ein noch besseres Recht auf den Thron habe als der jetzige Raja, der Nachkomme eines Emporkömmlings, eines Kudra.« Arthur blickte seinen Vetter mit einem ziemlich spöttischen Lächeln an. »Zuletzt glaubst du noch selbst, dass du nur dein Erbe nimmst.« »Nun, nach der Meinung vieler, die dabei ihre Rechnung finden.« »Ich finde meine, also, freilich hast du früher nicht viel auf Stammbäume gegeben.« »Das ist wahr. Ich habe mit Shelley und Byron Pathos und Satire reimweise über die Aristokraten und alle adeligen Vorurteile ausgegossen. Auch muss ich sagen, dass unsere Eichen-Stammbäume mit den Wurzeln bei Hastings mir wenig imponieren. Aber bei einem so vieltausendstämmigen Banyan-Stammbaum hat es doch seine eigene Bewandtnis. Und wenn nach Goethes Mephistopheles Blut ein ganz besonderer Saft ist, so gilt dies wohl im erhöhten Grad von Götterblut,« fügte er scherzhaft hinzu, »ich spüre das als alter Rahmersproß.« »Jedenfalls bist du dem vielgeschmähten Warren Hastings Dank schuldig, weil er den tapferen Oberst Trevelyan in diese wilden Gegenden schickte, wo er eine Begum-Ehe legte.« »Zum tödlichen Ärger seiner ganzen hochkirchlichen Familie, Gott hab ihn selig, den alten Großpapa, ich sehe ihn noch vor mir mit seinem nußbraunen Gesicht und den silbernen Brauen und Schnurrbart.« Wie vergnügt konnte er lachen, wenn er mich auf seinen Knien reiten ließ. »Jetzt heißt es aber sattelfest sein, Ed. Jetzt reiten wir mit den Ratschputen auf die Sau, hat's.« »Ja, freilich sind wir Warren Hastings Dank schuldig.« »Wir?« rief Arthur in mehr als fragendem Ton, mit einem finsteren Blick vor sich hinstarrend. »Ich denke, du hast dich auf die Berge eingeschifft, die Cäsar und sein Glück trägt.« »Leider ja, und doch...« »Was leider und doch?« »Mann, sei doch nicht ein halber Kerl, der will und doch nicht will.« »Dies habe ich nie gewollt, wahrlich dies nicht. Du denkst wohl gar, ich hätte mich mit dir eingeschifft, um an der Beute des Abenteuers teilzunehmen.« »Oder einfach aus Lust am Abenteuer selbst, wie ich es an deiner Stelle getan hätte. Und warum denn auch sonst? Habe ich dich gezwungen oder überredet? Ich zog dich ins Vertrauen, als es nur noch ein Liebestraum war.« »Oh, damals, als du auf der Veranda bei einer Zigarre abends mir dein Herz ausschüttetest. Ja, da hatte das ein ganz anderes Ansehen. Wie konnte ich ahnen, wozu das führen würde? Und was war es? Ein Nichts, ein flüchtiger Blick.« »Jawohl«, nur beim Lüften des Schleiers mir entgegengeblitzt hatte. Ein Blick, ein Augenblick. Ja, aber das genügte. War es mir doch, als starrte mich die Nacht mit Sternenaugen an. Die Liebesnacht, oh mehr, weit mehr noch, die Welten nach der Vergangenheit, aus der die Zukunft tagt, das Dämmerlicht dieser trüben Gegenwart, in dem ich bis jetzt hingelebt hatte, mit Flammenglut verscheuchend, so traf es mich damals. »Es war die Stimme des Blutes«, warf Arthur fast nachlässig hin, »meinetwegen auch gerade der indische Blutstropfen, der in deinen Adern rinnt.« »Ja, es war ihre Stimme«, sagte Edmund, sich in den Stuhl zurückwerfend. »Ich weiß es, ich fühle es.« »So traf damals der Blumenpfeil des Liebesgottes das Herz meines Ahnherrn, geschickt von der Schönbrauigen, der Rajatochter.« Ein solcher Blick gab mir das Leben, mir, der ich damals noch im weiten Reiche der Ungeborenen, Ahnungslosen schlief, und wahrlich, jetzt wieder gibt er mir Leben, und weit mehr, die edlere Zwillingsschwester des Lebens, die Liebe, Liebe, wie sie niemand im trägen Westen sich träumt, und Macht, wie sie nur im Morgenlande wächst. »Wenn es nur wenigstens bei der Ersteren bliebe,« rief Arthur, erregt aufspringend, »auch das wäre schon schlimm genug, das Weib des guten Fürsten, der dir Gastrecht gewährt, zu verführen. Doch daß nun auch dieser Brahmane mit seiner Priesterschlauheit dich gleich durchschauen muss und aus dieser Liebe sein frevelhaftes Ränkespiel aufbaut, daß es gar zu einem Verbrechen kommen muss. »Verbrechen, nun, wenn ein Wort dich kopfscheu macht!« »Ein Wort«, wiederholte Arthur, und trat fast drohend an ihn hin, »keine Stunde ist vergangen, seitdem du selbst sagtest, Kalarama habe dieses kleine Land durch seine Lebensarbeit emporgehoben, oder war das vielleicht satirisch gemeint?« »Oh nein, nein, er hat vieles vollbracht, das erkenne ich an.« Der Name Kalarama ist nicht nur in Indien berühmt. Die englische Regierung, ja, jeder Gebildete in England, ein übermütiges, knabenhaftes Lachen seines Vetters unterbrach ihn. »Oh, das ist ja noch das Beste von allem. Ich denke, mein Onkel Lord Pembroke wird der Schlag rühren, wenn er hört, daß ich, anstatt nach Afghanistan zu gehen, den großen Kalarama, der wegen seiner Verdienste für die Kultur, nächstens für den Hosenbandorden in Vorschlag kommt, abgesetzt habe.« »Abgesetzt und kein Haar auf seinem Kopf gekrümmt?« fragte Arthur mit schauderndem Stimmklang. »Gewiß nicht,« antwortete Edmund Ernst. »Leicht gesagt,« meinte Arthur, »wie willst du das verhindern? Glaubst du, Kalarama ist der Mann, um ruhig zuzusehen?« »Er wird gar nicht in die Lage kommen, zuzusehen. Dafür ist schon gesorgt. Und zwar wird es gerade deine sehr friedliche Rolle bei der Sache sein, dies zu überwachen.« »Meine Rolle? Ich soll Kalarama gefangen nehmen?« »Schützen sollst du ihn, lieber Vetter.« »Nenne es schützen, es bleibt doch...« »Nein, wirklich und wahrhaftig schützen, deshalb habe ich ja dies für dich außersehen, etwas, das du mit dem besten Gewissen tun kannst, und wo du mir noch von dem größten Nutzen bist. Denn ich gestehe, dass, wenn etwas Ernstes dem Minister zustoßen sollte... Na, daran wollen wir nicht denken, das wird eben nicht geschehen, so wie es jetzt geordnet ist. Komm, Arthur, setz dich nun ruhig hierher und höre mich an.« Etwas widerwillig nahm Arthur auf dem Stuhl Platz, den Edmund ganz nahe an den Seinen hingerückt hatte, sodass er seine Stimme nicht zu erheben brauchte. »Wenn es morgen Abend hinlänglich dunkel ist...« »Doch nein, zuerst die anderen Punkte der Ordnung nach, bis du ganz im Bilde bist.« Jan Kaffur, den ich also richtig an der Tempelruine traf, steht morgen Abend mit fünfhundert Lanzen vor dem betreffenden Tor des Palastparkes. »Welches Tor?« Edmund lächelte und tippte ihm vertraulich auf die Schulter. »Gut gefragt, mit Verschworener. Das ist nämlich gerade der schwierigste Punkt. Wir wissen es noch nicht. Es hängt ja davon ab, an welchem Tor einer von unseren drei Vertrauten im Palast die Wache hält. Und das wird erst im letzten Augenblick entschieden.« Nawinah Singh ist zwar nicht mißtrauisch. Dazu hat ihn das Opium zu sehr beruhigt. Im höchsten Grade mißtrauisch aber sind diese alten indischen Palastgebräuche, denen immer routinemäßig gefolgt wird. Die Rani muß uns ja das in der elften Stunde verraten. Gleich viel, Jan Kaffur wird es vorher noch zur rechten Zeit wissen. Das Signal sowohl für ihn als für die anderen draußen, um in den Garten hineinzudringen, wie auch für die Mitverschworenen drinnen, um zu handeln, ist das Feuerwerk. Nämlich das Festprogramm ist dies, daß nach einigen Schaustellungen, Tänzen und sowas, die unten im Garten stattfinden, der Raja mich auf der obersten Terrasse im Pfauenpavillon empfängt. »Ich erreiche sie auf der großen, in mehreren Absätzen hinaufsteigenden Treppe, von der du wohl schon gehört hast. In dem Augenblick, wo ich die Terrasse betrete, geht nun, um mich zu begrüßen, das Feuerwerk los, und seine Raketen sind die Funken, die unsere Minen sprengen. Jan Kaffurs Lanzen spazieren in den Park hinein, unsere Freunde drängen sich um den Fürsten zusammen.« »Um ihn zu schützen,« schob Arthur mit spöttischer Miene hinein. »Sehr richtig. Und der Putsch ist da.« »Und Kala Rama auch. Er sagte selbst, er wolle bei dem Gartenfest anwesend sein.« »Wirrt er auch. Aber an diesem Zeitpunkt schon nicht mehr. Denn nun kommt dein Departement. Du weißt, daß das neue Schulgebäude, das Kala Rama der Stadt schenkt, fast fertig steht. Und wohl auch, daß es von der Bevölkerung nicht gerade mit günstigen Blicken betrachtet wird.« »Du hast aber wahrscheinlich noch keine rechte Vorstellung davon, in welchem gerade der Pöbel in den letzten Tagen von den Brahmanen aufgewühlt worden ist, gerade in Beziehung auf diese neue Schule.« »In ihr werden die Kinder lernen, die Götter zu verleugnen, ihre Eltern zu verachten, alle guten alten Sitten mit Füßen zu treten, neue Sprachen anstatt der Muttersprache zu reden, und was dergleichen mehr die Pfaffen dem Mob vorgelogen haben.« Sobald es nun hinlänglich dunkel ist, wird die Schule von einem Pöbelhaufen in Brand gesteckt. Die Flammen werden im Palastgarten deutlich sichtbar sein, und so gewiß, wie wir beide Bösewichter hier sitzen, wird Kala Rama keinen Augenblick zögern, sich dorthin zu begeben, um zu versuchen, was seine Autorität da wirken kann. »Dort bist du nun mit unseren zuverlässigen Leuten, schützt ihn gegen die fanatische Volksmenge und führst ihn zu diesem Zweck hierher, wo er in dem Zimmer des Professors ruhig lesen kann, während drüben im Park die hundertundsoundsovielste indische Palastrevolution hoffentlich ziemlich blutlos verläuft. »Wenn also Kala Rama deine ganze Sorge ist?« »Oh, durchaus nicht«, rief Arthur, indem er aufsprang und den Stuhl zurückschob, um erregt hin und her zu gehen. »Das glaube ja nicht. Die Sache ist böse. Möge man sie wenden und drehen, wie man will.« »Nun, was soll denn dies in der letzten Stunde? Wenn dein Gewissen so zart ist, warum bist du dann mitgegangen? Meinetwegen doch nicht. Da muss ich sehr bitten. Bei einem solchen Unternehmen heißt es, jeder für sich und der Teufel für uns alle, wie unsere Matrosen sagen. Wenn es nun nicht wird, jeder für sich und der Teufel holt den Letzten, wie wir Schotten sagen. So wird es nicht werden, wenn man das Herz am rechten Fleck hat. Bis jetzt glaubte ich, du hättest es. Jetzt sehe ich, es sinkt dir in die Hose, wenn es losgehen soll.« Der Appell ans Herz wirkte auf den jungen Schotten mit einer Macht, die ihm das Blut in die Wangen trieb und es ebenso schnell wieder zurücksog, sodass er abwechselnd rot und blass seinem Vetter gegenüberstand und den Atem nochmals tief holen musste, bevor er sprechen konnte. Gerade weil ich ein Herz habe, und zwar auf dem rechten Fleck, muss ich mitgehen. Und weil ich es habe, verabscheue ich die Sache, zu der ich mitgehen muss. So liegen die Dinge. Es war für mich in for a penny, in for a pound. Ich wollte nicht nur dein Mitwisser, sondern dein Mitschuldiger werden oder von hier fortgehen. Letzteres hieße aber, Amanda verlassen, sie mitten in solchen Gefahren zurückbleiben lassen. Edmund spitzte die Lippen und ließ durch seinen leise pfeifenden Ton sowohl sein plötzliches Verständnis der Situation wie seine Überraschung verlauten. Ach so, die hat es dir angetan. Ihr habe ich es also zu danken. Denn offengestanden, ich hätte deine getreue Schottennatur ungern an meiner Seite vermisst in dieser Sache, wo ich von so vielem Verrat umgeben bin. Ja, ja, ein reizendes Mädchen. Eins von den Geschöpfen, denen zuliebe man schon sein Gewissen ein wenig verkürzen kann. So? Ich meinte, du hättest sie kaum bemerkt, ob schon du sie freilich länger kennst als ich. Gewiss habe ich es, und wenn nicht früher, heute musste ich sie wenigstens entdecken. Das Gesicht Athers nahm einen etwas beunruhigten Ausdruck an. Heute? Wieso denn? Nun, kürzlich, als sie mich so plötzlich draußen auf der Veranda stehen sah, während ihr Andern alle durcheinander schriet, da konnte sie einen leisen Aufschrei vor Freude nicht zurückhalten, sodass ich mir schmeicheln darf, dass sie wenigstens einen kleinen Anteil an meinem Schicksal nimmt. Arthur biss sich auf die Lippen. Ein Glück für mich, sagte er mit einem halbspöttischen Lächeln, dass du nicht länger ein gefährlicher Rivale bist. Wenn du die Rani nimmst, kannst du doch nicht Amanda haben. Na, was das anbelangt, in Indien kann man alles haben. Edmund! Die blitzenden grauen Augen und die in plötzlicher Wut zusammengebissenen Lippen seines Vetters ließen Edmund einen Schritt zurückweichen. Dann lachte er kurz auf. Nun, nimm es doch nicht gleich so tragisch, Mann. Denke ich doch gar nicht daran, dir in den Weg zu treten. Nur mit den albernen Konventionsgesetzen darfst du mir hier nicht kommen, als ob wir in Grosvenor Square wären. Also gewinne dir deine deutsche Jungfrau, wie ich meine Rani. Oh, noch hast du sie gar nicht gewonnen, lieber Edmund. Und wer weiß, ob du sie gewinnst, sagte Arthur mit einem Blick, dessen freudiges Aufleuchten ein plötzliches Auftauchen einer vorher nicht gesehenen Hoffnung verriet. Ja, wer weiß. Kaum, dass du sie ein paar Mal unter vier Augen gesehen hast. Blicke gewechselt, wenn sie auch orientalisch feurig sind. Worte zugeflüstert, mögen sie auch von indischer Dreistigkeit sein. Was ist das schließlich? Mit einem fremden Kokettieren. Das ist wohl auch für eine Kenana-Frau etwas anderes als das, worum es sich hier handelt. Wer steht dir dafür, dass sie nicht im letzten Augenblick zurückscheut, die ganze Sache umwirft? Denn alles hängt doch nur an ihr. Ja, wenn du sie nur erst besäßest, sie bis zum Wahnsinn berauscht zu deiner Sklavin gemacht hättest, aber noch gehört sie dir nicht. Nicht, rief Edmund mit blitzenden Augen aufspringend. Lass die Hoffnung fahren, Arthur. Sie wird es tun. Arthur starrte ihn ungläubig an. Sie wird es? Und morgen ist das Fest? Ja, und zwischen heute und morgen liegt die Nacht. Eine indische Vollmondnacht. Und eine ganz besondere dazu. Chandra Singh brachte mir die Meer. Ruinenragen aus seichtem Wasser in verborgener Bucht empor. Nach uralter Sitte wird die Rani in dieser Nacht, wenn der Vollmond aus dem Waldesdunkel steigt, sich dorthin begeben, nur von ihrer Aya begleitet, um Lakshmi das Lampenopfer zu bringen. Halb eine poetische Opferfeier, halb ein kindisches Spiel. Die Gabe der schwimmenden Lampe. Oh, sie wird nicht vergebens werden. Die Glücksgöttin wird sie erhören, Arthur. Dem jungen Schotten entging der triumphierende Blick seines Vetters. Unstet schweifte sein eigener Blick am Boden umher. Er fühlte, dass seine letzte Hoffnung eine vergebliche war, dass diese nie rastende Tatkraft ihre Sache durchsetzen würde. Aber eine plötzliche Gedankenverbindung eröffnete ihm eine neue Aussicht. Chandra Singh hat dir das Geheimnis verraten? Ja, auf der Jagd. Eine Mitteilung vom Oberpriester, der ja auch dafür zu sorgen hat, dass solche Opfer gelingen. Und man sagt, dass Chandra Singh selbst die Rani liebt. Nun, ein sehr lustiges Gesicht schnitt er auch nicht dabei, wie wohl er es versuchte. Der Brahmane hat ihn eben unter der Knute, denn er ist so abergläubisch wie irgendein altes Weib. Edmund, dann ist er es, der die Tax im Hinterhalt gehabt hat. Riechst du auch die Lunte, Brüderchen? Wenn er und sein sauberer Freund Pertab selbst keine Tax sind, will ich gehängt sein, aber noch nicht erdrosselt. Aber lassen wir die Lappalie. Du hast es selber nicht als eine Lappalie behandelt, als du Kalarama den Romal gabst. Oho, siehst du nicht, was sich da für ein nettes Spielchen vorhatte, wenn bei ihm sich ein leiser Verdacht gegen mich regen sollte? Was könnte dann geeigneter sein, ihn von der richtigen auf eine falsche Fährte zu bringen als dieser Romal? Sind doch die Kali-Anbieter seine bittersten Gegner, und mich wollen sie aus dem Wege räumen. Sieht das etwa danach aus, als ob ich gegen ihn etwas vorhätte, als ob ich mit seinem Feinde unter einer Decke stecke? Es konnte mir wahrlich nichts Bequemeres kommen als diese Tax. Arthur blickte ihn etwas verdutzt an. Er hatte einen Augenblick gehofft, dass dieser meuchlerische Mordversuch seitens der nächsten Verbündeten und verschworenen Anhänger geeignet wäre, Edmund von diesen zu trennen und von diesem Vorhaben abstehen zu lassen, das, selbst wenn es gelänge, ihn mit neuen tödlichen Gefahren des Verrats umgab. Jetzt sah er, wie sehr er sich geirrt hatte, und konnte trotz seiner Missbilligung nicht umhin, die Unerschrockenheit, das zähe Festhalten des Zieles, besonders aber die Elastizität zu bewundern, mit der sein Vetter selbst ein Attentat, das ihm auf ein hartes Leben gekostet hätte, behendet zu seinem Vorteil wandte und es unter die Mittel zu seinem Zweck eingliederte. Edmund las seine Gedanken und klopfte ihm lachend auf die Schulter. Nein, nein, Arthur, so lasse ich mich nicht abschrecken. Ich habe Tippo Sahibs Wort zu dem meinigen gemacht. Lieber zwei Jahre als Tiger leben, denn zweihundert als Schaf. Und nun musst du mir ein zuckersüßes, abschlägiges Schreiben an unseren guten Onkel Archibald aufsetzen. Ach, nimm auch diesen Schatz mit, fügte er hinzu, indem er den Deckel des kleinen silbernen Schreins zumachte und schließe ihn in den eisernen Schrank ein. Ich mag mich nicht länger von dem Ding anglotzen lassen. Ende von Abschnitt 11 Erstes Buch, Kapitel 11 Othello und Desdemona Als Arthur das Zimmer verlassen hatte, war es, als ob eine Maske vom Gesicht Edmunds fiel. Die lebhafte Energie, die wagemutige Unternehmungslust, die freudige Siegeshoffnung verschwanden, sobald er allein war und sich in den Sessel sinken ließ. Mit nachlässiger Hand fing er mechanisch an, in den die Tischplatte bedeckenden Papieren zu kramen. Ein kleiner Brief fiel ihm in die Hand, dessen Handschrift ihm bekannt sein mochte, denn seine fast müden Züge überflog ein halb wehmütiges Lächeln, wie bei dem plötzlichen Wachwerden alter Jugenderinnerungen. Noch hielt er den ungeöffneten Brief in der Hand, als die Türe sich leise öffnete und Amanda in das Zimmer trat. Edmund blickte auf, mit einem gewöhnlichen Höflichkeitslächeln, das aber sofort herzlicher und wärmer wurde, denn ein seltsam gemischter Ausdruck, der in dem klaren, festen Blick des Mädchens wie in einem Brennpunkt gesammelt, offenbar auf ihn zielte, ihn irgendwie anging, gab dem Reiz ihrer Züge, der durch das Gespräch mit Arthur ihm vielleicht mehr als sonst zum Bewusstsein kam, eine erhöhte Macht. Er warf den Brief von sich und erhob sich, eine Bewegung, die sie missdeutete. »Ich fürchte, dass ich sie störe, Sir Trevelyan«, sagte das Mädchen, »und ich möchte sie nicht fortjagen. Ich suchte sie gerade. Ich sah, dass ihr Vetter nach dem Kiosk hinunterging und dachte, sie würden allein sein.« »Was ich jetzt glücklicherweise nicht mehr bin, da ich eine so angenehme Gesellschaft genieße«, sagte Edmund galant. »Es war sehr freundlich von ihnen, mich aufzusuchen.« Zwischen den Papieren gewahrte sein zufällig umherschweifender Blick einen lebhaften grünen Fleck, den Marokkan-Band von seinen Gedichten, die er ihr am Tage vorher gegeben hatte. »Ah«, dachte er, »sie ist von der Lektüre so ergriffen, welches Mädchenherz könnte auch meinem Schatz der Piraten widerstehen, und konnte nicht länger warten, um mir ihre Bewunderung auszusprechen. Nun steht das arme Mädchen verlegen da und weiß nicht, wie anfangen.« »Setzen wir uns also, mein Fräulein, und plaudern wir«, begann er, das Eis zu brechen. Aber Amanda blieb stehen und schüttelte den Kopf. »Ich habe Ihnen etwas zu sagen, das so bald wie möglich gesagt werden muss. Ich muss Sie warnen.« »Warnen?« Das Gespräch schien eine wenig literarische Richtung nehmen zu wollen, und keine so angenehme, wie er es sich versprochen hatte. »Ja, ich muss Sie fragen, Sir Trevelyan, ob Sie...« Das Mädchen stockte, und brennendes Rot übergoß ihr Gesicht. Dann setzte sie resolut fort, ob Sie sich auf irgendeine Weise die Feindschaft des Rajputen Chandra Singh haben zuziehen können. Edmund stutzte sichtbar bei dieser Frage. Die freimütige Ableugnung einer solchen Möglichkeit, auf die Amanda im Geheimen gehofft hatte, blieb aus. Im Gegenteil. Ob er auch mit Worten nichts gestand, meinte sie, es ihm ansehen zu können, dass er von dieser Feindschaft sehr wohl wußte. So war es denn so. Sie waren Rivalen in der Bewerbung um die Gunst der Rani. Ihr Herz pochte, und sie fühlte sich plötzlich so schwach, dass sie den angebotenen Stuhl doch annehmen mußte. »Ich glaube nämlich zu wissen, dass Chandra Singh Sie tödlich hasst. Ja, ich muß noch mehr sagen, dass er Ihnen heute nach Ihrem Leben getrachtet hat.« »In der Tat«, rief Edmund, »und gestatten Sie mir die Frage, woraus schließen Sie das?« »Oh, das ist es gerade, was mir zu erklären so schwerfällt. Es ist ja eine schwere Anklage, und dafür soll man gute Gründe anführen können, und ich habe keine. Nichts als Blicke und Mienen, die zwar mich selbst überzeugen, aber keinen anderen. Urteilen Sie selber, was es mich kostet, Ihnen davon zu sprechen. Welches Unheil könnte ich nicht damit anstiften, wenn ich mich irre? Das ist es aber eben. Ich weiß, dass ich mich nicht irre. Die schlecht verhielte Freude des Ratschputen, als sie nicht zu Hause waren. Die überlaute Versicherung, dass keine Gefahr da sei und sein könnte. Und dann, als sie plötzlich draußen standen, der Blick voll Enttäuschung und Wut, den er mit seinem Vertrauten wechselte, mit dem kleinen, fast verwachsenen Mann. Pertab, meinen Sie. Ja, so nannte Herr Stiel ihn. Oh, ich weiß es, als ob ich es gehört hätte. Sie haben Ihnen eine Falle gestellt, der Sie nur zufällig entgangen sind, ohne sie auch nur zu bemerken. Bis auf den letzten Punkt sind Ihre Schlüsse vollkommen richtig, Fräulein Eichstätt, antwortete Edmund ruhig, und machen Ihrem Scharfsinn die größte Ehre. Bis auf einen Punkt? wiederholte Amanda und starrte ihn fragend mit halb geöffneten Lippen an. Ja, liebes Fräulein, ich bin Ihnen dankbar. Mehr als das, ich bin Ihnen herzlich verbunden, weil Sie Ihre Beobachtungen nicht schüchtern bei sich behielten und auch wohl keinem anderen anvertraut haben. Amanda schüttelte den Kopf. Tun Sie das auch bitte nicht. Lassen Sie das zwischen uns bleiben, und ich will Ihre Offenheit mit der echten, vollgewichtigen Münze bezahlen. Ja, Sie haben mir Gewissheit gegeben, wo ich nur Verdacht hatte, und das ist mir allerdings von der größten Wichtigkeit. Oh, die Falle habe ich recht deutlich gespürt. Er erzählte ihr sein Abenteuer, nur etwas anschaulicher und dramatischer, als er es dem Minister berichtet hatte, wozu ihn wohl die anders geartete Zuhörerschaft aufmuntern mochte. Amanda saß ihm gegenüber, den Arm, von dem der weiße, offene Ärmel herunterglitt, auf den Tisch gestützt, einen schönen, leicht gebräunten Arm, von fast kindlicher Form, deren Linie vom Ellenbogen ab mit anmutigem Schwung ohne Übergang am Handgelenk in die Hand hinauf lief, in welcher der etwas schräg geneigte Kopf mit dem kurzen Kinn ruhte, wie um eine feste Stütze zu haben, um unverwandt den Erzähler im Auge zu behalten, während die halb geöffneten Lippen weiter zu fragen schienen, und die Brust deutlich verriet, wie getreulich ihr Atem mit der Steigerung seiner Fährlichkeiten Schritt hielt. Unter den vielen Spitznamen, die ihm der Byron-Schellische Kreis in Pisa beigelegt hatte, war Othello einer der beliebtesten gewesen. Nie hatte er sich seiner so würdig gefunden wie in diesem Augenblick. So mochte des Dämoner gesessen haben, als sie mit durstigen Lippen Othellos Rede verschlang, wenn er von manchem harten Fall sprach, wie er ums Haar dem drohenden Tod entrann. Und würde es auch weiter nach dem Text gehen? Sie liebte mich, weil ich Gefahr bestand? Ich liebte sie um ihres Mitleids willen? Nun, von Liebe war ja nicht die Rede, wenigstens bei ihm nicht, nur von einem eigentümlichen Interesse. Bei ihr freilich mochte es anders sein. Warum sollte sie nicht etwas in ihn verliebt sein? Die Natur hatte an Edmund nicht gerade ein Muster der Bescheidenheit geschaffen, und seine Lebenserfahrung hatte ihn nicht gelehrt, von seiner Anziehungskraft dem schönen und schwachen Geschlecht gegenüber gering zu denken. Dieser Fremde hat ihnen das Leben gerettet, sagte Amanda, als er endlich schwieg, und man hörte ihrer Stimme die tiefe innere Erregung wohl an. Und wer mochte er wohl gewesen sein? Weiß ich es? Jedenfalls ein wandernder Jogi, einer, den sie für einen Heiligen hielten. Nun, wer hinter dieser Bande steckte, erriet ich wohl, aber ihre Beobachtungen haben mir Sicherheit gegeben. Liebes Fräulein Amanda, wie soll ich ihnen danken? Er nahm bei den letzten Worten Amandas Hand und drückte einen Kuss darauf. Danken? Nun, dadurch, dass sie vorsichtig sind und ihre Freunde nicht in zu große Unruhe um ihre Sicherheit versetzen. Oh, jetzt bin ich gepanzert. Dank ihrer Wachsamkeit wird Chandra Singh finden, dass er besser tut, mir solche Streiche nicht zu spielen. Amanda erhob sich. Es verdross Edmund, dass dieses Gespräch schon zu Ende sein sollte. Das Interesse, das sein Vetter bei ihm für das junge Mädchen geweckt hatte, war vielfach gesteigert worden durch den scharfen Blick und Verstand, den sie so unerwartet zutage legte, vor allem aber durch den lebhaften Anteil an seiner eigenen Sicherheit, den sie dadurch verriet. Er sah sie ungern scheiden. Da bemerkte er wieder jenen grünen Fleck zwischen den weißen Papieren. Seine Gedichte, richtig, hatte er doch gedacht, dass sie ihretwegen käme, und gewiß brannte sie auch darauf, von ihnen zu reden, um ihre Bewunderung auszusprechen. Nur war das liebe Mädchen eben zu scheu, um in dieses neue Gebiet hinüberzuspringen. Es wäre unritterlich gewesen, wenn er ihr nicht geholfen hätte. Ich sehe hier mein Buch liegen, das ich ihnen gab, und darf mir wohl damit schmeicheln, dass sie sich mit meinen Gedichten die Zeit etwas vertrieben haben. Darf ich fragen, wie sie ihnen gefallen? Was kann ihnen daran liegen, meine Meinung zu hören? fragte Amanda offenbar ausweichend, aber ausweichend auf eine Weise, die der bescheidene Dichter gänzlich missverstand. Oh, die Dichter leben vom Lob der Frauenlippen! Ein schalkhaftes, etwas mutwilliges Lächeln umspielte die Lippen Amandas, als sie erwiderte, sie sind also sicher, dass es ein Lob sein muss. Edmund stutzte und antwortete mit einer galanten Verbeugung, von solchen Lippen würde auch Tadel gern angenommen werden. Nun, da sie es so wollen, ich lese lieber Lord Byron selber. Edmund biß sich auf die Lippen. Darauf war er allerdings nicht vorbereitet gewesen. Dann warf er Kopf und Haar zurück mit der ihm eigenen Bewegung, die sie so gern mochte. Oh, ich schäme mich durchaus nicht, meinen unsterblichen Freund zum Vorbild genommen zu haben. Braucht es gerade, die Dichtung zu sein, ehe er endete mit einer großen Tat. Und Taten schätzen Sie höher? Nun wohl, ich war mit ihm bei dieser Tat, wie Sie wissen, und Ihre Worte bringen mir unser letztes Zusammensein mit schmerzlicher Deutlichkeit in Erinnerung. Es tut mir leid, Sir Trevillian, sagte Amanda mit aufrichtiger Teilnahme, wenn meine Worte eine unheilbare Wunde aufgerissen haben. Es war gewiss nicht meine Absicht. Das weiß ich, und ich zeige es Ihnen dadurch, dass ich Ihnen von jener Abschiedsstunde erzähle. Sie sind der erste Mensch, mit dem ich davon spreche. Wir saßen nachts bei einer Flasche schwarzen Weins zusammen auf dem Achterdeck der guten Brick Herkules, die uns von Genua nach den Gestaden Griechenlands getragen hatte. Sie lag unter der hohen Felsenküste Kephalonias, und gegen den hellen Mondscheinhimmel zeichnete sich die Gebirgssilhouette Itakas mit dem Einschnitt in der Mitte wie ein steinerner Hexameter dem Meer entstiegen. Am nächsten Morgen sollte ich nach Morea gehen, um persönlich die Verhältnisse dort zu untersuchen. Wenn die Dinge sich zu einer Farce entwickeln, sagte Lord Byron, dann gibt es neuen Stoff für Don Juan. Nehmen Sie eine heroische Wendung, dann kriegt ihr einen neuen Kanto von Childe Harrod. Oh, wer weiß, sagte ich, wenn wir uns wieder begegnen, ist vielleicht Griechenland frei und du bist sein König. Und hätte er gelebt, so wahr ich hier stehe, er wär's geworden. Da lachte Byron und rief, dann bei Jupiter sollst du das Raja-Blut in deinen Adern wachrufen und dir eine Krone in Indien suchen, und dann wollen wir beide das Verse schreiben lassen. Wer würde Reime schmieden, wenn er herrschen kann? So trennten wir uns. Ich ging nach Morea und von dort nach Athen und richteten sich dort einen Harem ein, um wie ein Türke... Amanda hielt inne, erschrocken über die Worte, die sie nicht hatte zurückhalten können, und deren bittere Ironie ihn wie ein Schlag traf. Edmund trat einen Schritt zurück, und in seiner dunklen Gesichtsfarbe war das plötzliche Erröten sichtbar. Wie können Sie wissen? Aber mit Verwut heiserer Stimme fügte er hinzu, hat Arthur Ihnen... Oh, Sie schreiben es ja selbst, Sir Trevelyan, in einer Note. Richtig, das vergaß ich. Und lächelnd erfolgte die Frage, vielleicht hat die Note Ihnen noch mehr als meine Gedichte mißfallen? Bewundern konnte ich es nicht gerade. Jedenfalls schloß ich bald genug meinen Harem, und ich lag nicht üppig gebettet in den acht Monaten, als ich mit meinem Freunde Odysseus die Höhe von Parnas gegen die Türken verteidigte, und schrieb auch keine Verse. Diese schlechte Gewohnheit riß erst später ein. Und jetzt? fragte Amanda ihn fest ansehend. Ein seltsames, zweideutiges Lächeln, das sie nicht verstand und das ihr keineswegs gefiel, kräuselte die vollen Lippen Edmonds. Jetzt? Ja, jetzt wäre es freilich wieder eine Zeit der Tat, wenn auch kein Griechenland mehr ruft. Das Vaterland ruft sie. Mich? So sagt Kala Rama. Ach so, die Sendung nach Afghanistan, meinen Sie. Die hatte ich ja schon vergessen. Freilich sieht diese Tat ein wenig nüchtern aus, wenn man sie mit der Befreiung Griechenlands vergleicht. Wenn es aber die Tat ist, die der Augenblick verlangt, er möge sie von einem anderen verlangen. Doch wenn Sie nun gerade der Mann sind... Edmund warf trotzig den Kopf zurück. Ich, der Mann, um die Krämerpolitik einiger englischen Lords zu betreiben, ich soll Ihnen dienen. Oh, nicht Ihnen. Sie würden höheren Zwecken dienen, denn Kala Rama sagt, dass der Augenblick entscheidend ist, vielleicht auf lange Zeit entscheidend für die Zivilisation Zentralasiens. Er meinte, dass, wenn Ihnen die Mission gelänge, Grenzstreitigkeiten und vielleicht große Kriege, unermessliches Blutvergießen, verhütet werden würde, und unabsehbar wären die Folgen für die Zukunft. Das sagte er mir und meinem Vater, und wer könnte darüber urteilen, so wie er? Es sei das eine Sache, wo der Ruhm in keinem rechten Verhältnis zu dem Verdienst und zu den Gefahren stände. Wer sie aber durchführte, der würde sich um die Menschheit verdient machen. Und er hofft noch, dass ich es versuchen werde? Er war in der Tat dessen fast sicher. Und wie sollte er auch nicht? Sie können ja gar nicht anders. Wenn ich mir denke, dass es jemandem gegeben wird, der Menschheit zu dienen, Segen zu verbreiten und Gräueltaten zu verhindern, und bliebe er auch dabei selbst ganz unbekannt, welch seliges, erhebendes Gefühl müsste das sein? Er gesteht aber, dass die Gefahren für den Betreffenden sehr groß sind. Amanda wandte sich unwillig ab. Sie spotten über mich, und ich verdiene es wohl auch, da ich so mit ihnen spreche. Wie sollte ich doch über sie spotten, mein gnädiges Fräulein? Dass sie von Gefahren sprechen, als ob die sie hindern könnten. Edmund musste über dies naiv ausgesprochene Zutrauen lächeln. Es schmeichelte ihm aber wenigstens ebenso viel, wie ihr absprechendes Urteil über seine Poesie ihn verletzt hatte. Sie müssen sehr mutig sein, Fräulein Eichstätt, wenn Sie über Gefahren so gering denken. Doch das weiß ich ja längst. Ich habe sie ja gefasst, wenn auch nicht ruhig gesehen, wo keine andere ihres Geschlechts ihre Sinne beisammen hatte. Amanda schüttelte den Kopf. Das gemeinsame Erlebnis, auf welches Edmunds letzte Worte hindeuteten, und das auch Arthur ihr heute zurückgerufen hatte, war auf immer mit den lebhaftesten Farben in ihre Erinnerung eingebrannt. Dafür hatte schon seine Entsetzlichkeit gesorgt. Es hatte aber bei ihr in viel tieferen und weit lebendigeren Gemütsschichten als der des Gedächtnisses Wurzel geschlagen. Denn es war nicht nur ein Moment von so wilder Drohung, wie sie nur selten einem jungen Mädchen ins Gesicht starrt, sondern gehörte auch zu jenen, deren gemeinsames Durchleben zwei Menschen anders einander gegenüberstellt als alle anderen, isoliert in einer eigenartigen Vertrautheit, die auf immer eine Entfremdung unmöglich macht. So empfand sie es wenigstens, und in diesem Augenblick verwirrte es sie, dass er jenes Erlebnis als Zeuge anrief. So schüttelte sie denn nur abwehrend den Kopf. »Ich bin nicht mutig, ich bin ein Weib«, sagte sie einfach. »Und die Männer sind so mutig, denken sie?« »Die Männer nicht, aber sie.« »Und Arthur?« »Ihr Vetter?« »Nun«, Amanda sah ihn verwirrt an, überrascht über diese unerwartete Frage. »Ja, ich denke eben, wenn ich hinginge, möchte ich ihn doch mitnehmen. Trauen Sie ihm ebenso viel Mut zu wie mir?« Amanda schwieg. Die Gedankenstriche der Brauen rückten einander näher, bei der stummen Erörterung dieses Problems. »Vielleicht nicht ganz so viel vagemut, aber genug, um Ihnen zu folgen.« »Das würde genügen.« »Sehen Sie«, rief Amanda mit freudigem Aufblicken, »Sie gehen. In Ihrem Herzen sind Sie ja schon entschlossen. Wie wird sich der gute Kala Rama freuen?« Edmund war im Begriff, gegen diese schnelle Schlussfolgerung zu protestieren, besann sich aber doch noch rechtzeitig darauf, dass er auf sehr unvorsichtige Weise dem Minister gegenüber seine Weigerung ausgesprochen hatte, und dass er ja gerade eine Gelegenheit suchte, um den Eindruck, den eine so bestimmte Weigerung vielleicht zurückgelassen hatte, wieder zu verwischen. »Oh nein, Fräulein Amanda, entschlossen bin ich noch keineswegs, aber sagen Sie ihm, dass ich es mir noch überlegen werde.« »Gewiß, das werde ich ihm sagen, aber jetzt muss ich mich beeilen, die Rani erwartet schon meinen Besuch.« Ende von Abschnitt 12 Gelesen von Hukuspokus Abschnitt 13 von »Die Weltwanderer« Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org »Die Weltwanderer« von Karl Gellerup Erstes Buch Kapitel 12 Aus alten Tagen Edmonds Blick folgte ihr, als sie hinausging, und blieb an der Tür haften, die sich nach ihr schloss. »Wie kommt es«, dachte er, »dass ich monatelang mit diesem Mädchen unter einem Dache lebe, von der See- und Flußreise gar nicht zu reden und sie erst jetzt so recht entdecke. Welch Temperament, welch lautere Flamme der Begeisterung, des Idealismus und welcher Eigensinn. Wie hübsch dazu, sogar schön, besonders, wenn sie so spricht. Bin ich denn blind gewesen? Nur geblendet, wenigstens in der letzten Zeit. Meine königliche Lotusrose, wie unnahbar auf abgrundtiefem Wasser schwimmend, hat meinen Blick so fest auf sich gezaubert, daß ich der Hyazinthe, die im Grase neben meinem Fuße wuchs, nicht achtete. Aber freilich, heute mußte ich sie entdecken, wie ich dem guten Afer sagte. Armer Kerl, ob diese Blume wohl für ihn duftet? Es schien mir nicht, als ob sie sich viel um ihn kümmerte. Ihr Aufatmen, der freudige, halb erstickte Schrei, als sie mich hier auf der Schwelle stehen sah, nachdem sie, wie ich jetzt weiß, in tausend Ängsten um mich geschwebt. Und wie huschten alle Schatten dieser Ängste über ihr Gesicht, während ich ihr jetzt alles erzählte? Und wie reizend kleidete sie das? Edmund meinte, den Grund gefunden zu haben, warum das Bild des jungen Mädchens ihn jetzt so mächtig erfüllte. Hätte er die Fähigkeit besessen, tiefer in sich zu blicken, würde er aber entdeckt haben, daß der eigentliche Grund ganz woanders steckte. Daß ein junges Mädchen, mit dem er so lange tagtäglich zusammen gewesen war, für ihn sehr eingenommen sei, daß seine Todesgefahr ihr Innerstes in den ängstlichen Aufruhr versetzen müsse, war für einen Mann mit Edmunds natürlichem Selbstbewusstsein und mit seinen Lebenserfahrungen etwas so selbstverständliches, daß, wenn jemand behauptet hätte, Edmund könnte nicht durch ein paar Worte und Blicke die Zündstoffe in diesem kleinen deutschen Mädchenherzen zu hellen Flammen entfachen, eher nur ein mitleidiges Lächeln für so eine naive Ansicht gehabt hätte. Über das Selbstverständliche regt man sich nicht auf, kaum daß man es beachtet. Aber dies Mädchen hatte sich nicht geschmeichelt gefühlt, als er nach ihrem Urteil über seine Gedichte fragte. Sie hatte nicht mit schüchterner Verlegenheit einige Komplimente hervorgestottert, als er solche erwartete, ja fast herausforderte. Im Gegenteil, sie hatte ihn an seinem empfindlichsten Punkt verwundet. Diese zarten, aber keineswegs nach dem Kupidobogen gezeichneten Lippen hatten nicht nur bebend vor Erregung ihn gewarnt, sie hatten auch, im Spottlächeln gekräuselt, ihm einen beißenden, fast epigrammatischen Sarkasmus ins Gesicht geschleudert. Diese klaren, braunen Augen hatten nicht nur im Schatten seiner Fährlichkeiten ihre Leuchtkraft eingebüßt, sie hatten auch spöttisch sprühend über ihn gelacht. Das war etwas Neues. Dieser Stachel saß tief drinnen und nagte und reizte ihn auf, so wenig er sich das eingestehen wollte. Und dies war der nächste, wenn auch lange nicht der tiefste Grund, weshalb er sich jetzt unter dem Einfluß dieses Frauenwesens befand und ihr Bild ihm nicht aus dem Sinn wollte. Nach seiner Gewohnheit schloß er die Augen, um dies Bild deutlicher zu sehen. Da stand sie wieder vor ihm, wie in dem Augenblick, als sie nach der Warnung weggehen wollte und er sie mit seiner Frage zurückhielt. Jugendlich schlank war sie, aber die geschlossene und volle Kraft aller Formen zeugte davon, daß sie von einem tüchtigen Stock käme. Vor allem hatten ihre Schultern, weder schwächlich dreieckig abfallend noch viereckig stehend, jene harmonische Rundung, die man so selten findet, so recht ein paar Schultern, um den Arm darum zu legen, und gerade in der passenden Höhe, wie Edmund jetzt fand, obwohl er sonst wohl noch höher gewachsene Frauen vorgezogen hätte. Vom vierschrötigen Vater hatte ihr Äußeres herzlich wenig, sie mußte ihrer früh verstorbenen Mutter ähnlich sehen, und aus irgendeinem unsinnigen Grund war es ihm angenehm zu wissen, daß diese von altem deutschen Adel gewesen. Er fand Rasse in diesem Gesicht, das jenen viereckigen Typus aufwies, den man in den Übergangsgebieten zwischen Europa und Asien trifft, nur daß hier die Kontur viel sanfter und feiner war, von einer durch und durch beseelten Linienführung, die im leichten und weichen Schwung des kurzen Kinns ihm um so mehr behagte, als das lange Kinn der typischen englischen Lady ihm immer langweilig vorgekommen war. Ganz besonders aber wunderte er sich über ihre Augen, die ihm früher nie aufgefallen waren. »Wie unkonventionell sind diese Augen!« sagte er sich. »Wenn es für uns ein unbestrittenes Dogma gab, war es dann nicht dies, daß zu einem schönen Frauengesicht lange, wie mit dem Pinsel gezeichnete Brauen gehörten, wie etwa bei der Edee oder der Gulnare dort?« »Meine Griechinnen hatten das und die Rani hier, der Pinsel etwas tief getüncht freilich und in einem Strich geführt, ein Adler, der über den Abgründen der Augen schwebt. Und hier nur zwei wohlgetrennte braune Gedankenstriche und sonderbar gerade das gefällt mir nun hinter diesen Gedankenstrichen stecken Gedanken und nun die Augen selbst. Groß sind sie nicht, aber wie leuchtend, olivbraun, fast die berühmten grünen Augen der Spanierinnen. Aber die Südländerinnen haben nie diese lebendige Durchsichtigkeit wie im Waldesschatten dahineilendes Wasser. Und vor allem der Ausdruck, wie sie mich so ansah, als sie mir ins Gewissen reden wollte und vom selbstlosen Dienen der Menschheit sprach. Voran mich das nur erinnert, so lebhaft, so... Es ist zum Verrücktwerden, es äfft und neckt mich. Jeden Augenblick meine ich, die Ähnlichkeit ergreifen und mit Namen nennen zu können und dann ist sie wieder entflohen, über die Schwelle der Erinnerung weg und verschwunden. Ähnlichkeit? Aber ist es auch Ähnlichkeit? Ist es nicht vielmehr Identität des Verschiedenen? Woher kommt mir nun der Ausdruck angeflogen? Richtig, der Professor brauchte ihn kürzlich, als wir über die Seelenwanderungslehre sprachen, die Formel der Wiedergeburt, dasselbe in anderer Erscheinung. Gut, und was war denn die erste Erscheinung? Woher kenne ich den Ausdruck dieses Blickes? Nein, hol mich der Teufel, ob ich jetzt länger in der Erinnerungswildnis nach einem Ähnlichkeitsspuk herumjagen will, wie der von Puck genas führte Lysander. Mit einer ungeduldigen Bewegung ergriff er den Brief, den er gerade hatte öffnen wollen, als sie hereintrat. Das Kuvert war London gestempelt, aber nicht nach der nebelgrauen Metropole der Thämse rief der Brief ihn zurück, sondern nach der sonnigen Stadt am Arno, wo er unvergessliche Jugendtage in der Gesellschaft zweier unsterblicher Dichter verlebt hatte, nach dem lieblichen, stillen, von der Größe verlassenen, in wehmütiger Schönheit ruhenden Pisa. Der Brief war von der Witwe eines dieser Dichter, von Mary Wollstonecraft Shelley. Wie oft hatte er damals ein Billett mit dieser festen und doch so anmutsvollen Handschrift bekommen, das nur ein paar Worte enthielt. Wir sehen sie doch heute, kommen sie heute Abend? Wenige Worte, aber welche Verheißungen von neu belebenden, geistigen Eindrücken enthielten sie? Eindrücke, wie sie nur wenigen Sterblichen zuteil werden, denn das Gespräch dieses neunundzwanzig jährigen inspirierten Knaben, in dem der Genius der Poesie sich verkörpert zu haben schien, war mit den Improvisationen der größten Tonsetzer vergleichbar, von deren Zauber selbst ihre fertigen Meisterwerke kaum einen Begriff geben können. Es schien ihm, indem er diese Schriftzüge erblickte, als ob er das schrille, fröhliche Pfeifen der Schwalben vernähme, die zur Abendzeit in solcher Menge über Pisas Case kreisend hin- und herschwirrten, wie er sie sonst nie gesehen hatte, daß er den kühlenden Hauch des Arno verspüre, dessen gelbe Fluten mit dem Glanze der letzten Sonnenstrahlen in ihre Wirbel verwoben, unter der Marmorbrücke heranrauschten, worauf er stand, hinter ihm der im goldenen Abendlicht gebadete Lungarno Mediceo, in dessen Häuserkurve Palazzo Lanfrancis, ernste, vom Geiste Michelangelos geprägte Fassade, hervorleuchtete und ihm noch zu rufen schien. Das Echo seiner eisenbeschlagenen Türe war noch in seinem Ohr, die Kälte der großen, düsteren Vorhalle in seinem Rücken und in seinem Sinne Lord Byrons prickelnde Konversation, die in dem Devil May Care Stil seines Don Juan mit allem zwischen Himmel und Erde und mit diesen selbst Ball spielte und ihn immer unzufrieden mit sich selbst und mit seinem Dichterfreunde entließ. Doch das lag nun hinter ihm, und er hätte wie ein freigelassener Schuljunge vor Freude aufschreien mögen, als er nach Casafrasi hinübereilte, wo in der kleinen, hellen Wohnung der Shelleys eine kongenialere Atmosphäre ihn erwartete, in deren Herzenswärme alle die Sympathien und Gefühle, die der Pilger drüben im düsteren Palazzo als törichte Illusionen denunzierte, sich zur vollsten Blüte entfalteten. Er meinte, den kleinen, geistsprühenden Kopf des göttlichen Poeten vor sich zu sehen und das blonde, liebe Gesicht Marys, deren stiller Reiz in seinem ungestümen Herzen unvermerkt eine zarte Schwärmerei erweckte, die ihn später sogar dazu brachte, ihr seine Hand anzubieten, freilich nur, um die Ablehnung zu erhalten, sie würde nie den Namen Shelley gegen einen anderen umtauschen. Oh, wie brachte jetzt der Anblick dieser Zeilen von der Jugendfreundin ihm jene goldenen Tage so lebhaft zurück, auf einmal so greifbar nahe und doch wieder so unendlich fern, als ob sie einem anderen Leben angehörten, als wäre er hier in Indien wiedergeboren worden und sähe zurück auf ein Leben in Italien. Und wie reich, wie unbegreiflich reich schien ihm jetzt jenes Leben. Es war Liebe, Poesie, Freundschaft, Enthusiasmus, Begeisterung für die höchsten Ziele der Menschheit, für den Kampf der Lichtgeister gegen die Finsternis des Aberglaubens, für Recht und Freiheit, es war Jugend. Und einen Augenblick war es ihm, als müsse er den Kopf auf den Tisch legen und schluchzen, schluchzen in den melodischen Klagelauten, die ihm sein unsterblicher Freund, der Pilger, in jenem pompös, düsteren Palastraum vorgetragen hatte, No more, no more, O never no more on me, the freshness of the heart can fall like dew. Nein, murmelte er, mit einer unmutigen Bewegung, wie um seine Träumerei abzuschütteln. Ein sentimentaler Konspirator, das fehlte nur noch. Lass uns doch nun endlich sehen, wie es der guten Mary geht. Der guten Mary ging es nicht sehr gut, aber die edle, hart geprüfte Frau hatte nur wenige Zeilen übrig für ihr eigenes trauriges Leben, für die Armut, in die der Hass ihres Schwiegervaters sie mit eiserner Hand hinunterdrückte. Was dann folgte, versetzte ihn mit einem Ruck wieder mitten in die Zeit zurück, von deren Traumpfad seine Gedanken sich soeben mit Gewalt losgerissen hatten. Dein letzter Brief, lieber Che, enthielt einen Satz, der mir sehr lebhaft unsere ersten Pisa Tage zurückrief, vielleicht die glücklichsten meines Lebens. Da wir arm sind, schreibst du, so sind die Reichen unser Erbe, und wir haben das gute Recht, sie auszuplündern und auf jede Weise auszunutzen. Nun, ist das nicht ein so gutes Beispiel wie irgendeines der Paradoxen, womit du uns damals überraschtest, von jener Korsarenmoral, über die sich Shelley zuerst empörte und dann lachte, während sie Albe auf das Höchste entzückte. Fußnote Albe Spitzname Lord Byrons im Schellischen Kreise Ende Fußnote Bei Jupiter rief er, dieser Korsar ist noch verruchter als ich selber, ihm ist nicht einmal das Geld heilig. Aber er hatte Unrecht, denn vieles war dir noch heilig, wofür er nur ein Achselzucken oder einen Witz hatte. Wenn ich an dich denke, wie du damals zwischen den beiden Dichtern hin und her pendeltest, da kommt es mir vor, als ob Shelley stets dein guter Genius gewesen wäre und Byron nicht selten dein Böser. Es will mich auch bedünken, als merkte man es dir später an, dass dieser gute Genius dich verlassen hatte. Ach, merkt man es doch uns allen an, dass er uns verlassen hat. Wie öde war es in unserem Kreis, sobald die Wellen des Mittelmeeres sich über ihm geschlossen hatten. Aber bedenken wir nur immer, dass es auf uns selber ankommt, ob er uns wirklich verlassen hat. Und du, lieber Freund, bist ja auf immer als sein Eigentum gestempelt. Was ich jetzt sage, würden viele als Blasphemie auffassen, du aber nicht. Es hat Heilige gegeben, die mit den Wundmalen des Heilands stigmatisiert waren. Und ein solches Mal hast du davon getragen. In dem Augenblick, als du aus dem Scheiterhaufen das noch unversehrte Herz Shelleys rettetest, cor cordis cordium. Fußnote cor cordium, das Herz der Herzen, ist die Inschrift, die Mary auf Shelleys Grabstein setzen ließ. Ende Fußnote Als ich dir zum letzten Mal die Hand drückte, fühlte ich noch die Narbe jener alten Brandwunde, und ich sagte mir, dieser wenigstens kann nicht untreu werden, kann nie jenem göttlichen Dichter und Propheten oder seinem Geiste untreu werden. Edmund ließ mit einem tiefen Seufzer den Brief in den Schoß sinken, und unwillkürlich suchte sein Blick ein großes Aquarell, das an der hinteren Wand des Zimmers hing. Die Bogenlinie einer flachen, sandigen Küste mit unabsehbarem, dichtem Pinienwalde, worüber blaue Berge ihre hier und dort weißlich glitzernden Gipfel erheben. Im Vordergrunde, mitten auf dem Sande zwischen Wald und Wasser, flammt ein Scheiterhaufen, von einigen Männern umstanden. Ein kleiner Zweimaster spiegelt seine weißen Segel in den blauen Fluten. Es war nur ein mäßiges Kunstwerk, offenbar mit großer Treue von Dilettantenhand hergestellt, aber das warme, fast glühende Licht, das von außen hereinströmte, verlieh ihm eine enttäuschende Wirklichkeitskraft. Und der Scheiterhaufen, der bei nüchternem Tageslicht gesehen nur einige gelbe und rote Farbenkleckse war, schien jetzt Edmund so feurig zu lodern und zu prasseln, wie damals, als Lee Hunt die Weinlibation in seine Flammen goß, und Byron über der Asche seines Dichterbruders homerische Verse rezitierte, während er selbst seine Hand wagte, um jenes Heilige, wie durch ein Wunder bewahrte Herz, den Gluten zu entreißen. Ihm treu, seinem Geiste treu, stöhnte er leise, ohne den Blick von dieser Szene wegwenden zu können. Als er endlich wieder den Brief vornahm, war zu seiner Beruhigung die Fortsetzung, wie es schien, nur eine leichte Plauderei, Stadtklatsch und Neuigkeiten aus dem englischen High Life. Captain Robert und seine Frau gingen nach Paris und ruinierten sich, so daß sie jetzt in Zurückgezogenheit in Nordengland leben müssen. Mrs. R.S. macht Balwa den Hof, zur endlosen Eifersucht Mrs. Balwa's, und die ganze Stadt spricht von nichts anderem. Balwa aber spielt den Liebenswürdigen seiner eigenen Frau gegenüber, die allerdings alle Mrs. R.S. in der Welt durch Schönheit weit überstrahlt. Er brütet jetzt über einen mystischen Roman und sagt, er beneide dich, weil du jetzt im alten Lande der Mysterien bist. Am Ende schreibst du auch einen jetzt? weißt du noch, wie Shelly eines Abends in Kasafrasi, als du uns gerade ein paar Gedichte vorgelesen hattest, dich fragte, warum du immer Byrons Verse nachahmen wolltest? Weil es leichter ist, sie nachzuahmen, als die deinigen, gabst du zur Antwort. Warum überhaupt nachahmen, sagte er dann, warum überhaupt Poesie? Du hast viel von der Welt gesehen, ich glaube, du solltest einen Roman schreiben. Ein neues Licht wurde ihm bei diesen Worten plötzlich angezündet. Warum Byron nachahmen? Diese Worte Shelleys, waren sie nicht auch die Amandas? Und war das die einzige Ähnlichkeit? Shelly war es ja, an den sie ihn erinnert hatte, ohne dass er sich darüber klar werden konnte, was es denn eigentlich war, das ihren Worten und ihrem Wesen einen solch vertrauten Hintergrund gab. Shelly, sein guter Genius, wie er leibte und lebte, wenn er irgendeine ihm heilige Sache verfuchten hatte. Ihr Auge, freilich hatte es nicht jene reartige Größe und wilde Tiefe wie das des Poeten, aber sein Blick leuchtete mit derselben fast übermenschlichen Gratheit und Ehrlichkeit. In ihrer Stimme klang dasselbe echte Glockenerz der Begeisterung. Wenn es jemand gegeben wird, der Menschheit zu dienen, Segen zu verbreiten und Gräueltaten zu verhüten und bliebe er selbst dabei auch ganz unbekannt, welch seliges, erhebendes Gefühl müsste das sein. Von wem hatte er wohl solche Worte vernommen, außer von Shelly allein? Bei Gott, das Mädchen hat Recht, rief er erregt. Bin ich deshalb der vertraute Freund zweier der größten Dichter der Welt gewesen, um selbst als ein mäßiger, vielleicht gar ein schlechter Poet zu denken? Er nahm den kleinen grünen Band, der auf dem Tische lag, schlug ihn aufs Geratewohl auf, las einige Zeilen und warf ihn wie angeekelt wieder von sich. Ja, Amanda hatte Recht, sie wollte nicht Verse, sie wollte eine Tat. Nun, die kann sie haben, aber welche? Hatte sie auch dort Recht? Die Tat, an die er dachte, von der wußte sie zwar nichts, aber könnte ihr Urteil darüber zweifelhaft sein? Für eine ganz andere Tat war sie begeistert eingetreten. Hatte sie auch da Recht? Er wollte, er konnte das nicht zugestehen. Ein aufgescheuchter Schwarm von Schmähungen gegen den Staat, der jede freie individuelle Bewegung unterdrückte, jeden Funken genialen Strebens zerstampfte, und vor allem gegen dies Albion, das seit Pitz Tagen unentwegt an der Spitze der Reaktion ging, das seine größten Söhne verbannte, seine beiden Dichter Dioskuren geächtet hatte, das zu dem gemeinen Egoismus aller Staaten auch noch die Heuchelei seiner Feigen unter der Flagge der Zivilisation segelnden Krämerpolitik hinzufügte, Eine Eine wahre Dithyrambe durchströmte in abgegriffenen poetischen und rhetorischen Phrasen der englischen Sturm- und Drangperiode sein erhitztes Gehirn. Und dieser Politik zu dienen, das wäre seine Aufgabe? Ein junges Mädchen, das all dies nicht kannte, konnte sich das wohl einbilden, er nicht. Im Gegenteil, diesem Gifthauch mit Gewitterkraft entgegen zu stürmen, ein Feuer lebendigen Geistes anzufachen, das jenen Hauch wegwehte, wo er im Begriff stand, Altes und Schönes, Hochpoetisches anzufressen und in den ekelhaften Sumpf moderner Nichtigkeiten versinken zu lassen. War es nicht gerade dies, was er tun wollte, wenn er hier fest im Sattel säße? Warum sollte nicht dies kleine Land unter seiner Führung der Ausgangspunkt einer Regeneration Indiens werden? Durch Verbindung mit den kriegerischen Sicks im Norden, mit jenen Kriegern, die Kalarama mit Cromwells Ironsides verglichen hatte, mußte es möglich sein, eine Macht zu bilden, die alle Krämer der Indischen Kompanie mit ihren Söldnerheeren schließlich gänzlich aus diesem prächtigen alten Lande wegjagte. Und war er nicht der Mann dazu? Durch das alte Raja-Blut in seinen Adern mit diesem Indien inniglich verknüpft und auch mit der Energie des Westens als zweitem köstlichen Erbteil ausgerüstet? So berauschte er seine Fantasie mit heroischen Zukunftsvisionen, um den unschönen Zug eines hinterlistigen Verrates mit glänzenden Farben zu übertünchen. Was bedeutet denn schließlich ein solcher sogenannter Verrat in diesem Lande der steten Palastrevolutionen, hier, wo in ganzen Dynastien kein Prinz den Thron bestieg, ohne seinen Vater im Kerker verschmachten zu lassen und seine Brüder hinzumorden? Und dieser Selbstbetrug gelang ihm so gut, daß es ihm kaum auffiel, wie diese politisch-heroische Wendung seines Vorhabens, doch erst nach dem Gespräch mit einem jungen Mädchen eingetreten war, während er bis dahin die ganze Umwälzung nur in dem Lichte eines besonders romantischen Abenteuers betrachtet hatte. Noch weniger freilich fiel es ihm auf, daß er, der mit wohlfeilen Invektiven gegen den Staat anfing, nun mit einem Staate schloß, dessen Mittelpunkt freilich er selber war. Eine wilde, kriegerische Musik weckte ihn aus seinen Träumen. Das war der abendliche Naubut, der oben vom Palasttor ertönte, wo einige Soldaten aus Leibeskräften die kupfernen Heerpauken bearbeiteten und in die königlichen Nakara Hörner bliesen, um die gute Stadt zu benachrichtigen, daß auch dieser Sonnenuntergang seine Majestät, den Maharaja Navina Pala Dianzing, in seinem Residenzpalast noch vorfinden würde, und das allerhöchst dieselbe, nicht etwa fern von seiner getreuen Hauptstadt, in irgendeinem seiner Jagdschlösser Weile. Noch dieser Sonnenuntergang und auch noch der nächste. Und dann? Würde dann auch noch der Naubut die Anwesenheit Navina Dian Sings verkünden? Oder nicht vielmehr die eines neuen Raja? Edmund sah vor sich die wenig imponierende Gestalt Dian Sings in ihrer pantoffeligen und schlafrockmäßigen Hülle, das in all seiner Bärtigkeit weichliche Gesicht, nicht unähnlich dem Chandra Sings, nur mit schlafferen Zügen, in welchen die Wirkungen des Opiums sich tiefer eingenistet hatten. Die typische Erscheinung der Dutzend Rajas, wie sie überall in Indien, teils regierend, teils abgefunden vegetierten. Nicht besser und nicht schlimmer als die anderen, höchstens mit dem negativen Verdienste ausgestattet, einen klügeren walten zu lassen. Und es kam ihm fast lächerlich vor, wenn jemand ihm das Recht bestreiten wollte, einen solchen Schattenkönig zur Seite zu schieben und sich an seine Stelle zu setzen, um dem erstaunten Indien zu zeigen, was ein Mann auf dem Thron sei. Die kriegerischen Töne der Hörner und Pauken verklangen. Erregt vom Rausche seiner Selbstsuggestion, den sie noch gesteigert hatten, sprang er auf und wandte sich an das Byron-Bild wie an einen leibhaftig Anwesenden. Ja, alter Freund, George Gordon Noel Byron, oft warst du ebenso viel Prophet wie Poet und wahrlich niemals war der Sehergeist kräftiger über dir als in jener Nacht auf dem Verdeck des Herkules unter der Küste Kephalonias. Denn so wahr es deine Züge sind, die mir so bewegt entgegenleuchten, meine indische Krone will ich haben. Kaum hatte er diese Worte gesprochen, als ein plötzlicher Schatten sich über seine erhobene Stimmung zu senken schien und ein kaltes Schauern sein soeben vor Enthusiasmus glühendes Herz zusammenpreßte. Wie werde ich sie nicht haben? Lächelst du spöttisch? Schüttelst gar den Kopf? Du wärst kein Seher gewesen? Ihm kam es vor, als sei er nicht mehr allein. War es die Lebendigkeit des gemalten Bildes, das jetzt von dem hereinströmenden glühenden Abendlicht gestreift aus dem Rahmen zu treten schien, oder Edmund wandte sich um und taumelte ein paar Schritte zurück. Ende von Abschnitt 13 Abschnitt 14 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Jessie Eine hohe Gestalt stand draußen, purpurviolett gegen das Licht. So blendend war der Glanz des tropischen Sonnenuntergangs, dessen Safran- und Scharlachfarben in der feurigsten Rosenglut zerschmolzen, die über dem ganzen Himmelsgrund stammte, dass es dem Auge unmöglich war, mehr als die bloßen Umrisslinien zu erinnern sind. Diese aber verrieten sofort den Inder. Ein Strahlenbund schoss zwischen den Waden herein, die unter dem herabhängenden Zipfel des Gewandes frei waren, und ein hoher Turban krönte diese fremde Erscheinung. Es war vielleicht zu entschuldigen, wenn Edmunds Nerven durch das Abenteuer, das er unterwegs erlebt hatte, eine Erschütterung erlitten hatten, deren Nachwirkungen noch so weit vorhielten, dass sein unmittelbarer Gedanke bei dem Anblick eines Inders, der plötzlich wie aus der Erde emporgewachsen auf seiner Schwelle stand, der an einen Tag war, der im nächsten Moment den geweihten Romal so fest um seinen Nacken geschlungen haben würde, dass selbst sein Todesschrei erstickt worden wäre. Sofort aber erkannte er beschämt, dass dieser Besuch zwar mit jenem gefährlichen Abenteuer in Verbindung stände, aber in einer ganz anderen als der, die er so reflexmäßig gefürchtet hatte. Denn schon hatte die Turbanspitze der breiten Schulterlinie Platz gegeben und die volle tiefe Stimme, die ihr Salem Sahib sprach, ließ ihm keinen Zweifel darüber, dass er seinen rätselhaften Retter vor sich hatte. »Willkommen, Fremder«, sagte er mit höflicher Verbeugung, »bitte, tretet näher. Verzeiht, wenn im ersten Augenblick diese Überraschung mich aus der Fassung brachte, sie ist aber gar freudiger Art. Dass ihr euren Sinn geändert und der Stadt euch zugewendet habt, gibt mir die Hoffnung, dass ich euch auch als Gast in meinem Hause begrüßen darf.« »Ich danke euch, Sahib«, antwortete der Fremde mit freundlicher Stimme, »doch eines Daches habe ich mich längst entwöhnt.« Ihr seid ein Wanderer, wohl gar ein Büsser? Wer ist nicht Büsser? Wer ist nicht Wanderer? Weltwanderer sind wir, das ist unsere Buße. Ihr weicht mir mit weisen Worten aus. Verzeiht, wenn meine Frage lästig war. Es ist verzeihlich, glaube ich, dass ich gerne wüsste, wem ich meine Rettung verdanke. Eurem Bruder. Nun, Brüder sind wir ja auch alle, wenigstens sagen die Christen es und handeln auch danach wie jenes erste Brüderpaar. Nun, wie ihr wollt, bleibt in der Nebelkappe, und wenn ich euch mit irgendetwas dienen kann, nicht um bedient zu werden, euch zu dienen kam ich her. Edmund lachte lustig. Nun, was das angeht, ich sollte meinen, Diener habe ich hier gerade genug. Das fragt sich noch, Sahib. Auch bin ich schon so tief in eurer Schuld. Oh, was ihr mir bis jetzt schuldig seid, das ist nur sehr wenig. Das kann ich nicht glauben. Ich hätte diese Gefahr überschätzen sollen. Ich habe euch nur das Leben gerettet. Nun, ich denke, das wäre doch etwas, lachte Edmund. Freilich weiß ich, dass ihr Inder das Leben niedrig einschätzt. Es ist euch nur ein Leiden. Ich aber... Verzeiht, Sahib, nicht so habe ich das gemeint. Aber denkt euch, ihr wäret so reich, dass ihr den ganzen Boden Indiens mit goldenen Münzen pflastern könntet. Nach einer einzigen dieser Münzen streckte ein Dieb die Hand aus. Euer Bruder aber verhinderte den Diebstahl. Würdet ihr ihm viel zu danken haben? Weniger noch habt ihr bis jetzt mir zu danken. Bis jetzt, sagt ihr, und später werde ich euch mehr zu danken haben? Wenn ich euch zeige, was ich vermag, und wenn ihr es versteht. Edmund sah ihn eine kurze Weile schweigend und prüfend an. Ihr seid ein Yogi, wenn ich euch recht verstehe, und rühmt euch wohl der magischen Kraft, die Wunder wirkt. Was ihr so Wunder nennt, entgegnete der Fremde in einem geringschätzigen Ton. Fast glaube ich euch, denn ich muss gestehen, als ihr mir dort oben entgegentratet, ergriff mich wie nie zuvor ein Gefühl des Außerordentlichen. Yogi-Künste habe ich ja schon viele gesehen. Aus einem Kern, den ich selber in den Topf legte, ließ einer einen Mangobaum aufwachsen und Blühen und Früchte tragen, die ich aß. Ein anderer hat sich vor meinen Augen fußhoch in die Luft erhoben, als er Abschied nahm. Solche Künste aber erwarte ich nicht von euch. Und das mit Recht. Edmund trat einige Schritte zurück und zeigte nach dem Bilde Lord Byrons empor, das in der letzten Tagesglut seltsam auflebte. Nun wohl, seht euch dies Bildnis an. Zehn Jahre sind dahin, seitdem der Mann, der diese Züge trug, die Welt verließ, die noch von seinem Namen widerhallt. Denn er war einer jener Feuergeister, über deren Aschenrest dies greisenhafte Geschlecht Jahrhunderte lang seine Hände wärmt. Wer aber das Flammenleben miterlebt hat, wer die Funken sprühen sah, die nachher sternen gleich die Völkernacht durchleuchteten, der weiß, was Leben heißt. Und so weiß ich es. Er war mein Freund. Oft saßen wir in später Nacht beisammen und sprachen ernst vom Leben und vom Tod und von dem dunklen Jenseits des Todes und auch wohl davon, ob je von dort her ein Abgeschiedener zurückgekehrt und uns Kunde bringen kann. Jogi, könnt ihr ihn zur Stelle bringen, sodass ich die mir vertrauten teuren Züge wiedersehe und jetzt wie damals seine Stimme höre? Gespannt blickte Edmund den Fremden an, atemlos seine Antwort erwartend. Dieser schien nichts Außerordentliches an seiner Forderung zu finden, sondern antwortete mit ruhiger Stimme, in der fast eine leise Heiterkeit durchklang. Wenn ihr verlangt hättet, euren anderen Freund zu sehen, ihn, dessen Herz ihr aus den Flammen des Scheiterhaufens gerissen habt, am Gestade der blauen See, Edmund trat zurück und mit starrer Bestürzung diesen sonderbaren Inder anblickend rief er, Shelley, meint ihr, wie könnt ihr wissen? An der Hand, die ihr mir entgegenstreckt, sehe ich noch das Brandmal. Wenn ihr ihn zu sehen verlangt hätt, das dürfte wohl schwerer halten, denn weniger war er mit Erdenrest behaftet. Die Erscheinung Lord Byrons aber konnte wohl ein jeder bannen, der sich mit so niederen Nekromantenkünsten abgibt. Niedere Nekromantenkünste, rief Edmund in höchster Erregung. Treibt ihr Spott mit mir? Niedere Künste? Schaudern steht die Menschheit noch wie vor Jahrtausenden an dem Abgrund, der alles oder nichts in sich verbirgt. Ein ewiger Schoß, ein ewiges Grab, wer weiß es? Sie lacht über ihren Glauben und weint über ihren Zweifel. Nur ein einziger Schimmer von dort, nur eine Stimme aus dem Jenseits. Ja, bloß ein Laut, wenn er nur nicht ein Echo unserer Seufzer ist. Ein Laut, der uns zeigt, dass etwas da ist. Wer würde das mit allen seinen Besitztümern zu teuer erkaufen? Die Erregung des Engländers dem Übernatürlichen gegenüber, die durch Stimmklang und Gebärde gleichsam an eine sympathische Seite bei seinem Gast appellierte und deren Mitklingen erwartete, vermochte keineswegs den seltsamen Fremden anzustecken. Dieser antwortete mit großer Ruhe und in einem Ton, der fast einen traurigen Klang hatte. Ja, so gebiert sich die Unwissenheit immer neu, und aus dem kleineren, gewöhnlichen Tagestrug taumelt sie in den größeren der Nacht. Die niederen Elemente der menschlichen Natur, gleichsam die letzten Kohlen, die noch nicht ganz in Asche zerfielen, weil noch ein Restchen der Lebenskraft in ihnen flackert. Diese Kohlen zu einer trüben Glut angefacht und durch den dumpfen Sinn des Zauberers vergeistigt, gerade so wie ein Vampir blutsaugend sich versinnlicht. Ein solcher leerer Schemen wäre euch der einst so liebe Freund, wäre euer Byron wieder. Ja, noch mehr, denn was war Byron? Ein Mensch, wenn auch ein seltener. Dieser aber wäre euch ein Bote aus der Ewigkeit. Ich schick euch eine tibetanische Rotmütz, die macht euch das vor und um wenig Geld. Es lag nicht in Edmunds Natur, sich leicht imponieren zu lassen. Aber dieser Inder, der, nachdem Edmund sich seinem eigenen Gefühl und seinen Vorstellungen nach zu einer nicht geringen idealistischen Höhe erhoben hatte, ihn fast verweisend behandelte, dieser Inder imponierte ihm unleugbar. Edmund hatte schon von den Rotmützen gehört, von den Lamas der alten, unreformierten Sekten in Tibet, so wie von ihren vielen Zauberkünsten, die wohl auch das nekromantische Gebiet umfassten. Und er empfand recht deutlich, welch mitleidige Geringschätzung die letzten Worte des Fremden enthielten. Sein Auge hatte sich nun daran gewöhnt, den Mann, mit dem er sprach, zwischen sich und dem starrenden Abendlicht zu haben. Auch war letzteres jetzt beträchtlich erblasst. So konnte er nun ohne Schwierigkeit die Gesichtszüge seines Gastes unterscheiden, vor allem aber die großen, tiefen Augen, deren Blick er dem Indologen gegenüber mit dem geheimnisvollen Glitzern des Schlangensteins verglichen hatte. Dieser Blick schien sich in sein Gehirn hineinzubohren, Herz und Nieren zu durchleuchten, sein ganzes Wesen aufzurütteln und seinen Geist zu bannen. Unwillkürlich dachte er an den berühmten Vers in Coleridge's, The Rhyme of the Ancient Mariner. He holds him with his glittering eye. Hatte dieser ungeladene Gast auch seine Geschichte, die er erzählen wollte und musste? Und war sie von ebenso schauriger Natur wie diejenige, die der alte Seemann dem unwillig lauschenden Hochzeitsgast berichtet? Würde er selbst wie dieser als ein traurigerer und weiserer Mann von dannen gehen? Diese Fragen dämmerten im Hintergrund seiner Seele, als er sich endlich so weit faßte, dass er mit etwas unsicherer Stimme fragen konnte, »Wenn ihr mit solcher Geringschätzung von diesen geheimnisvollen Dingen sprecht, um des Himmels Willen Mensch, wenn ihr anders ein Mensch seid, was könnt denn ihr?« »Ihr wünschet, euren Freund zu sehen«, antwortete der Fremde. »Ist denn ein Freund euch näher als euer eigenes Selbst?« »Warum begehrt ihr nicht, euch selbst zu sehen?« Edmund wandte sich unwillkürlich etwas ab. »Könnte ihm doch in diesem Augenblick nichts Unerwünschteres passieren, als dass ihm von fremder Hand sein eigenes Innerstes entschleiert würde.« Aber er wandte nur den Körper ab, denn es war ihm nicht möglich, seinen Blick von dem des Fragenden loszureißen. »He holds him with his glittering eye.« »Mich selbst?« »Fragte er in einem gezwungenen, scherzenden Ton.« »Nun, ich denke, dazu genügt ein Spiegel.« »Ja, wenn euch der Spiegel genügt, den euch ein Glaser macht.« »Nun aber der ungeheure Vergrößerungsspiegel heroischer Vergangenheit?« »Gelüstet es euch nicht, darin, euch selbst zu sehen und das, was ihr seid, durch das, was ihr wart, zu erkennen?« Edmund versuchte nicht mehr, dem Blick des Fragenden zu entgehen. Ein neues Interesse war in ihm geweckt. Ein stürmisches Verlangen regte sich in der Tiefe seines Gemüts. »Verstehe ich euch recht?« fragte er eifrig. »Ihr könnt.« »Ich kann den Schleier lüften, der ein früheres Leben deckt.« »Und das sagt ihr mir so ruhig, wie ich euch sage, dass ich auf 30 Schritt mit der Pistole eine Kerze putzen kann.« »Könnte ich es sonst tun?« »Nun, wenn ihr das könnt, verlangt von mir, was ihr wollt.« »Wenn ihr mir das große Mysterium enthüllet, mir ein früheres, von mir gelebtes Leben zeigt.« »Ja, mehr noch, mich es erleben lasst, so erleben, dass ich es untrüglich fühle.« »Ja, ich war es, ich bin es, derselbe jetzt und damals, trotz der Zeit.« »Verlangt von mir, was ihr wollt.« Er war in seiner Erregung mit hervorgestreckten Händen dem Fremden nähergetreten. Dieser aber erhob beschwichtigend seine Hand. »Geduld verlange ich, bis die Stunde kommt. Bis dahin auf Wiedersehen.« Und er wandte sich zum Fortgehen. »Dies eine sage ich mir noch. Als ihr mir dort oben in den Dschangeln begegnet, war das ein Zufall?« »So nennt ihr es, nicht ich.« »Doch warum gienet ihr fort und kamet jetzt wieder?« »Ich hatte euch damals noch nicht erkannt.« »Ihr habt mich aber in der Zwischenzeit nicht mehr gesehen.« »Wohl sah ich euch, Sahib.« »Wo?« »Dort, wo ihr euch selber sehen werdet, wenn die Stunde kommt.« Der Inder trat auf die Veranda hinaus und war schon daran, die Stufen nach links hinunterzuschreiten, als Edmund ihm nachrief. »Was wird euch aber zeigen, wann diese Stunde gekommen ist?« Auf den oberen Stufen stehend wandte der Inder sich um, und ihn noch einmal mit seinem Blick durchbohrend, antwortete er mit voller klarer Stimme zwei Worte. Index Providential Ende von Abschnitt 14 Abschnitt 15 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Jessie Die Weltwanderer von Karl Gellerup Erstes Buch Kapitel 14 Die Drei-Reiher-Rufe Ein an der Schwelle einschlagender Blitz hätte Edmund nicht plötzlich erlähmen können, als diese Worte es taten. »Was ist das? Er weiß um die Inschrift im Brief. Er selbst hat das Wort geschrieben. Was bedeutet dies? Weiß er alles? Wie viel weiß er? Ich muss ihn sprechen.« Entschlossen stürzte er nach der Türe, stieß aber dort mit Arthur zusammen. Dieser fleißige junge Mann hatte in einem am Seeufer belegenen Gartenkiosk gearbeitet, wo Amanda sich zu dieser Tagesstunde aufzuhalten pflegte. Dass sie es heute ausnahmsweise nicht tat, war allerdings eine Enttäuschung für sein Herz gewesen, wogegen derselbe Umstand seinem Fleiß zustatten kam. So hatte er denn einen vollkommenen Entwurf zum Briefe an Lord Pembroke fertiggebracht und war, faute de mieux, sehr zufrieden mit dieser diplomatischen Leistung. Das beschriebene Blatt in der Hand eilte er durch den Garten, um es seinem Vetter und Meister vorzulegen. Obwohl das hinsterbende Tageslicht schon das Lesen schwierig machte, haftete sein Blick, als er die Verandatreppe hinanstieg, noch an einigen, wie ihm schien, besonders gelungenen Zeilen des Schreibens. Da bemerkte er an der anderen Seite der Treppe eine hohe, weißgekleidete Gestalt, die ihm, indem sie sich entfernte, den Rücken zukehrte und deren Haltung seinen Blick fesselte. Der weißgekleidete, offenbar ein Inder, blickte zurück, wie um zu sehen, ob ihm jemand folgte. Und mit dem einen Fuß auf der obersten Stufe blieb Arthur so festgebannt stehen, wie drinnen im Zimmer sein Vetter. Nur einen Augenblick, dann sprang er auf die Veranda hinauf und stieß in der Tür so heftig mit Edmund zusammen, dass sie beide zurückprallten. »Edmund«, rief Arthur bestürzt. »Was ist's denn, Arthur? Hast du ein Gespenst gesehen?« »Der Fremde?« fragte Arthur stotternd. »Nun?« Arthur ergriff seinen Vetter krampfhaft am Arm. »Er hat mit dir gesprochen?« »Gewiß, aber lass mich jetzt, ich muss ihm nach. Er sagte zuletzt ein Wort.« »Gieb es auf, Edmund.« »Aufgeben?« »Aufgeben?« »Was?« »Das Ganze hier.« »Du bist wohl verrückt.« »Was soll das heißen?« »Geh nach Afghanistan, sage ich dir.« »Hier ist dein Spiel doch aus.« »Psst«, Edmund erhob die Hand, einem Vogelschrei, der vom Hintergrund erscholl, lauschend. »Mein Spiel aus.« »Jetzt erst beginnt es. Hörst du?« »Einen Reiherruf, ja.« »Und noch einer.« »Hoch.« »Und ein dritter.« »Nun?« »Das Zeichen. Das Boot erwartet mich.« »Welches Boot?« »Eines, das mir der Oberpriester schickt, um mich nach den Ruinen zu führen, wo die Rani...« »Geh nicht hin, Edmund. Noch ist es Zeit.« Er wollte seinen Vetter am Rock festhalten. Dieser aber riss sich los und stürmte die Treppe hinunter. Offenbar hatte er über das neue Liebensabenteuer, das ihm winkte, schon des Fremden vergessen, dem er soeben hatte nachfolgen wollen. »Nicht so, aber Arthur.« »Mein Gott, er stürzt sich blind links ins Verderben.« »Nein, ich muss ihm nach. Er soll mich hören.« Und er stürzte in den Garten hinunter. »Edmund! Edmund!« Ende von Abschnitt 15 Ende des ersten Buchs Abschnitt 16 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Weltwanderer von Karl Gjellerup Zweites Buch vor dem dritten Schakalschrei Kapitel 1 Die Zierde des Palastes He hath awakened from the dream of life. Shelley Edmunds Boot, mit einigen seiner Leute bemannt, wartete auf Amanda an dem östlichen Rand des Gartens, wo durch den Vorsprung eines kleinen Felsenhügels sich ein natürlicher Hafen gebildet hatte. Eine Ruderfahrt von wenigen Minuten genügte, um die gegenüber sich erhebende Felsenmauer zu erreichen. Der Palastberg bildete hier eine vorspringende Ecke, wodurch die schmale, südliche Bucht, an deren Ende die Hindustadt lag, von dem großen Seebecken getrennt wurde. Ziemlich an der Ecke, auf der jetzt in violetten Schatten gehüllten Südseite, gähnte in dem rostroten Felsen ein wenig einladendes, grottenartiges Tor über dem Wasser. An der Stelle, die jetzt der Bungalow einnahm, hatte sich in alten Tagen ein befestigtes Vorwerk befunden, das in jenen wehrhaften Zeiten einen vorgeschobenen Posten und ein Ausfallstor nach der Wüste bedeutete. Damals mochte der Verkehr zwischen dem Wassertor und dem Hafen, der heute ausnahmsweise wiedereröffnet war, täglich stattgefunden haben. Amandas einzige Begleiterin war ein Dienstmädchen, das schon zu Lebzeiten ihrer Mutter bei ihnen gewesen war und sich keinen Augenblick bedacht hatte, seinem guten Herrn und dem lieben Fräulein nach dem heißen Indien zu folgen, »obwohl das für seine Begriffe ziemlich dasselbe war, wie für einen anderen eine Höllenfahrt zu unternehmen. Aber wenn es der Herrschaft einfällt, zur Hölle zu fahren, was soll dann eine getreue Dienerseele tun?« Barbara Schwitzgäbele befahl ihre Seele den Heiligen, schnürte ihr Bündel und begab sich unter die Heiden. Ein Wagnis, das ihr um so höher anzurechnen ist, als sie sehr wohl entdeckt hatte, dass nicht nur der gelehrte Professor, sondern auch das Fräulein gar arge Ketzer wären, und zwar nicht etwa nur Protestanten, was schon schlimm genug gewesen wäre, sondern überhaupt fast selber Heiden, Wodurch die Gefahren ungemein gesteigert wurden. Solche Bedenklichkeiten waren da, das half aber alles nichts, sie mußte mit. Und so saß sie denn hier im Boot neben Amanda, eine derbe Schwäbin von etwas unbestimmbarem Alter mit blankroten, harten Apfelwangen und runden Bärenaugen, die alles sahen und sich über nichts wunderten, Denn seitdem sie die heimatliche Scholle aus dem Gesichtskreis verloren hatten, waren sie auf alle Ungeheuerlichkeiten gefaßt, geschweige denn, daß sie etwas hätten bewundern sollen. Daß Bärbele im Begriff stand, in das Allerheiligste einer Jenana einzudringen und Gesicht zu Gesicht mit einer indischen Fürstin zu stehen, ein Vorzug, den viele Damen, die höher in der Welt als selbst ihr Fräulein gestellt waren, gern mit teurem Geld bezahlt hätten, Das imponierte ihr nicht im Geringsten und interessierte sie nicht halb so viel, wie wenn sie unterwegs gewesen wäre, um einen Kuhstall zu besichtigen. Schweigend saß sie neben ihrer jungen Herrin, die von einer nicht ganz zu bezwingenden Erregung und Neugierde ebenfalls verstummt war. Man sah es ihrem Gesicht wohl an, daß sie diese Fahrt höchlichst mißbilligte, sich aber bewußt war, daß, wenn es dem Fräulein beliebe, Ihren niedlichen Kopf, den Bärbele ihr heute so sorgfältig frisiert hatte, in den Rachen eines Tigers zu stecken, Sie, Barbara Schwitzgäbele, nicht deshalb mit ihr nach Indien gegangen wäre, um den ihrigen zu salvieren. Für den Rest möchten die gesegnete Mutter Gottes und die Heiligen sorgen. Im Wassertor war das schwere, eiserne Gitter, das sonst den Eingang versperrte, in die Höhe gezogen. Man erwartete sie. Ein Cenana-Wärter, der aussah, als ob er eilig aus dem Bett gesprungen wäre, den Überzug seines Kissens auf den Kopf gesetzt, seine großblumige Steppdecke um sich gebunden und die Füße in die Pantoffeln seiner Frau gesteckt hätte, machte einen rechtwinkligen Salam. Am Fuße einer steilen Treppe, deren hohe Stufen sich bald ins Dunkel verstiegen, harten acht Träger mit zwei Tragsesseln, deren eigentümliche Form sie geeignet machte, ohne Gefahr für den Insassen, von zwei Männern eine Felsentreppe hinaufgetragen zu werden. Das Arrangement fand keine Gnade vor Bärbeles Augen. Als Amanda sich anstandslos in den einen Sessel setzen wollte, hielt das Mädchen sie am Ärmel zurück und fing an, in ganz waschechtem Schwäbisch die etwas verdutzten Inder zu benachrichtigen, daß ihr Fräulein und sie selbst im Schwarzwald viel steilere Felsentreppen mit viel schlechteren Stufen hinauf- und hinuntergestiegen wären, und daß es ihnen nimmer einfallen würde, sich in so eine Schachtel zu setzen, damit sie, die ungetauften Affen, mit ihnen hinunterkollerten, daß sie Fratzen schneiden könnten, so viel sie wollten. Hier aber wurde ihre substanzielle Person von zwei Paar brauner Arme umfangen und in die eine Schachtel gesetzt. Amanda sprang lachend in die zweite, und aufwärts ging es, so schnell, daß den Insassen Sehen und Hören verging. Denn die halbnackten Inder, deren Ungetauftheit ihren Bewegungen nicht hinderlich zu sein schien, sprangen die Stufen hinauf gleich den Affen, die sie nach Bärbeles Anschauung waren und die sie nach ihrer eigenen Anschauung vielleicht noch im vorhergehenden Leben gewesen waren, und schrien dabei ebenso ohrenzerreißend wie so eine Bande Affen, die von einem gelungenen Raubzug nach ihrem Felsennest zurückkehrt. Die Beförderung der Beute schien ihnen wenig Mühe zu verursachen. Die Träger wechselten alle Minuten, ohne daß dadurch eine merkliche Unterbrechung der Fahrt entstanden wäre. Gewöhnlich befand man sich in ziemlich tiefem Dunkel, ab und zu fand aber das Lichteingang durch einen engen Schlitz in der rauh behauenen Wand, und zwar war es bald eine kolossale Goldbarre, bald ein blauer Stahlbalken, der sich hereinbohrte, woraus Amanda schloß, daß diese in den Felsen ausgehauenen Treppengänge zwischen der dem See zugekehrten Westseite und der südlichen, die Bucht begrenzenden Seite des Berges hin und her gingen. Plötzlich befand man sich im offenen Tageslicht, in einem inneren Palasthof. Links nur der Himmel über kolossalen Mauerzinnen, rechts das Tor zu einem anderen Hof, glitzernd von Bronze und von glasierten Steinen, aber nur mit einem flüchtigen Blick zu genießen, denn beim Aussteigen stand Amanda an der Schwelle einer offenen Tür, vor welcher der Genana-Wärter in Kissen, Steppdecke und Frauenpantoffeln rechtwinklig salamte, zum Eintreten auffordernd. Amanda begriff nicht, wie er in diesem Anzug den halbnackten Trägern vorausgeeilt sein könne. Es war in der Tat ein anderer, ähnelte ihm aber wie ein Zwillingsbruder. Der ziemlich lange, halbdunkle Korridor brachte die Palastbesucher zu einer Tür, die von selber aufging und vor welcher ein Drillingsbruder salamte. Sie traten in ein leeres Zimmer. Ihnen gegenüber war eine spitzbogige Türöffnung durch eine Bambusportiere verhängt. Schwarze Finger teilten ihre rasselnden Stränge, ein runzeliges Affengesicht grinste ihnen entgegen, und ein jetzt ganz zum Vorschein kommendes, altes, hageres und gebücktes Weibsbild, das in gelben Seidenstoff eingewickelt war, winkte ihnen, näher zu treten. Das Allerheiligste der Cenana war durchaus keine von orientalischem Prunk strotzende Märchenhalle aus Tausend und einer Nacht. Es war ein nackter Raum, weiß getüncht, nur daß dies weiß, nirgends weiß war, sondern mystischer, heller Schein, in dem gleichsam Visionen von Farben hin und her zu fluten schienen, als ob das Weiße im Begriff wäre, alle Farben des Regenbogens aus sich zu gebären. In diesem Land des reflektierten Lichtes hatte Amanda schon seltsame Lichtwirkungen im Inneren von Hindutempeln oder mohammedanischen Moscheen gesehen, wunderbare Phänomene eines leuchtenden Helldunkels, aber nichts, daß diesem ähnlich käme. Das Licht sickerte herein durch ein paar doppelte, von Schnitzwerk durchbrochene Marmorplatten aus einer Galerie, die durch ähnliche Öffnungen nach einem kleinen Hof blickte. Solchermaßen filtriert hatte es gleichsam seine Wirklichkeit eingebüßt und teilte allem, worauf es fiel, etwas Unwirkliches mit. Ein Dutzend bunt gekleideter Mädchen, die in einer Ecke kauerten, sahen aus, wie große Stiefmutterblumen, die verzauberte Mädchen waren, und die alte, gelbgekleidete, die Amanda hereingewinkt hatte und jetzt neben diesem Beet stand, war gewiß die Hindu-Zirze, die sie verzaubert hatte. Am unwirklichsten aber kam ihr die Rani selbst vor, wie sie dort auf einem fußhohen, mit Gurtgeflecht bespannten Holzgestell vor ihr lag. So also sah sie aus, die Zierde des Palastes. Ein Augenpaar vor allem, groß, mandelförmig geschlitzt, tiefschwarz, fast lauter Pupille, zu wenig voneinander durch die hohe Nasenbrücke getrennt, unter einer einzigen, gewölbten Brauenlinie, die nicht weit von dem massigen, groben Rabenhaar entfernt war. Nur Raum da für eine Traube schwerfälliger Rubinen. Im linken Flügel der langen, leicht gebogenen Nase ein blitzender Brillant, kurze, vollgeschweifte, sehr rote Lippen, alles in ein mattbraunes Oval gesetzt. Das war das Gesicht, das sich aus einem Haufen regenbogenfarbiger Schleier heraus neugierig Amanda entgegenstreckte. Und als nun aus dieser duftigen Hülle ein Spangenglitzender Arm hervorglitt und ihr eine kleine Hand mit spitzen, hennagefärbten Nägeln zum Kuss hinreichte, als die Bewegung des unter den Musselinfalten hingestreckten Körpers sie mit einer Welle von Widerwillen übergoß, war dies Wesen wirklich ein Weib? Oder eine von jener gelben Fee in Frauengestalt verzauberte Schlange, eine Lamia. Die farbenschillernden Verse Keats in Lamia, einem Lieblingsgedicht Edmonds, welche die Weibschlange schildern, flogen ihr durch den Kopf. Sie mußte sich Gewalt antun, um diese Fingerspitzen mit den Lippen zu berühren und auf einem Schemel Platz zu nehmen, anstatt mit einem Aufschrei davonzulaufen. Dann stärkte sie sich durch einen Blick auf die getreue Bärbele, die nur wenige Schritt von ihr entfernt stand und offenbar von Lichtzauber und anderer Magie des Ortes so wenig beeinflusst war, als ob sie im Obstgarten ihres Vaterhauses stände. Sie hielt einen flachen, in ein seidenes Tuch gewickelten Gegenstand krampfhaft in den Händen, daß sie den nicht verlöre, war, was man von ihr verlangen konnte. Dies erinnerte Amanda an das, was zuerst zu tun war. Sie winkte das Mädchen heran, ließ sich den Gegenstand geben und enthüllte ihn. Es war ein schön geschliffener Handspiegel. Mit einigen wohleinstudierten Hindustani-Worten überreichte sie das Geschenk der Rani. Die Zierde des Palastes spiegelte sich sofort und drückte ihre Zufriedenheit aus. »Ah, ja«, rief sie. Die alte, böse Fee verließ ihre Wache am Blumenbeet, nahm von einem kleinen Tisch einen goldigen Musselinschleier, so fein, als ob er von den Spinnen für eine Elfenkönigin gewebt wäre, und reichte ihnen der Rani, die ihn ihrem Gast übergab. Nachdem Amanda das Geschenk hinlänglich bewundert hatte, händigte sie es dem Mädchen ein. Die wichtige Zeremonie des Geschenkaustauschens war glücklich überstanden, die Dinge fingen an, mehr Realität zu gewinnen. Aber welch Zwitterlicht von seltsamster Mischung des Wirklichen und des Unwirklichen begann jetzt zu spielen, als durch die Vermittlung einer Dolmetscherin, die notdürftig das Englische beherrschte, ein Gespräch zustande kam, während die Zierde des Palastes Süßigkeiten naschte und sie ihrem Gaste aufnötigte. Welch sonderbarer Abgrund von Unwissenheit und Aberglauben, von erhitzter Fantasie und langweiligster Nüchternheit offenbarte sich dem immer mehr erstaunenden Blick Amandas. Immer unvorbehaltener entschleierte sich ihr die ganze bunte Gemütsöde einer Orientalin, deren einzige geistige Unterhaltung darin besteht, stundenlang sich Feenmärchen vorerzählen zu lassen oder alte Heldenlieder zum einförmigen Klingklang einer Laute rezitieren zu hören, während sie, auf der niedrigen Ruhebank liegend, den aromatischen Tabak der Wasserpfeife einatmet, Betelblätter kaut oder Opiumkügelchen zwischen den Handflächen rollt, um sie zu verschlingen und schlaffer zurückzusinken, den wohligen Traumbildern des Erregers sich hingebend. »Bin ich denn eine Bayadere?« fragte sie beleidigt, als Amanda, um nicht bloß der antwortende Teil zu sein, sondern auch ihrerseits etwas an den Tag zu legen, eine unglücklich gewählte Frage stellte, die voraussetzte, daß diese Zierde des Palastes schreiben und lesen könne. »Wenn du eine wärst, würde dich kein Gott besuchen«, dachte Amanda. Bei dieser Gelegenheit ließ sich vom Blumenmädchenbeet in der Ecke ein halb unterdrücktes Kichern hören, wie denn überhaupt ein solches, vom Knittern seidener Stoffe begleitet, zeitweilig von dort kam, wobei der dem Beet ausströmende Duft nach Moschus und Kampfor etwas lebhafter wehte. Vom Hofe her vernahm man das monotone Plätschern eines Springbrunnens und das Girren der Tauben, dessen ruckendes Rollen bisweilen so stark wurde, daß die schwüle Luft davon zu zittern schien. Das Fragestellen hatte sich als schwierig erwiesen, war aber auch überflüssig. Schier unerschöpflich war die Neugierde der Rani, und diese war vor allem auf die Person des großen Sahib gerichtet, von dem Amanda ihr nicht genug berichten konnte, wann er aufstehe, was er am liebsten esse, ob er Betel kaue, ob er rauche und was er rauche, ob es wahr sei, daß er auf fünfundzwanzig Schritt seinem Diener eine Münze aus der Hand schieße, besonders wollte sie wissen, ob er blinzele. Diese Frage verstand Amanda durchaus nicht, aber es stellte sich heraus, daß die Götter es nicht tun, was sie aus Nal und Damajanti schon wußte, und daß, was sie nicht ahnte, der große Sahib eigentlich einer sei, nämlich der wiederverkörperte Ram, was ein Priester der Rani unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut habe. Freilich gingen ihre theologischen Kenntnisse nicht so weit, daß sie sagen konnte, ob die Eigenschaft des Nicht-Blinzelns den Göttern auch in ihrer Verkörperung anhaftete. Wenn er auch blinzelte, sei das doch kein Beweis dafür, daß er nicht Ram sei. Er müsse es übrigens sein, wie hätte er sonst solche Heldentaten vollbringen können? Habe er doch den Sultan der Türken aus dem Lande der Javana vertrieben? Dort sei er eigentlich König, habe aber einen Stadthalter eingesetzt und sei nun hierhergekommen, um die Franken aus Indien zu vertreiben. Denn er sei selbst ein Inder, der Enkel einer Begum. Er sei aber nicht nur der größte Held, sondern auch der größte Dichter der Welt seit Valmiki. Habe er doch ein Gedicht geschrieben, so groß wie Ramayana. Es hieße Seid Haruldon Schuhang und alle Franken könnten es auswendig. Amanda begriff mit Verwunderung, daß in dieser dumpfen Jenana-Atmosphäre die Gestalt Sir Edmunds mit sagenhaften Zügen seines großen Freundes zusammengeschmolzen war, fand sich aber nicht bewogen, ihre Wirtin über diesen Punkt aufzuklären. Die Zierde des Palastes verließ übrigens auch sofort das ermüdende literarische Gebiet und zwar mit der überraschenden Frage, zu welcher Männerklasse der große Sahib nach Mem-Sahibs Meinung wohl gehören mochte. Als Amanda, etwas unangenehm durch diese jedenfalls ziemlich indiskrete Frage berührt, nicht ohne Erröten gestand, deren Sinn nicht klar zu fassen, erklärte die Rani, sie meine nicht die Einteilung nach dem Grade ihrer Vorzüglichkeit in Beste, Mäßige und Geringe, aber gehöre er wohl zu den Hasen, den Gazellen, den Stieren oder den Hengsten? Ein leises Flüstern und Kichern vom Mädchenbeet in der Ecke begleitete diese Frage und wollte nicht enden, als Amanda kopfschüttelnd auch die so spezifizierte Frage als unverständlich ablehnte. So teilt man doch die Männer ein nach ihrem Temperament, wie sie sind, wenn sie lieben. Sanft sprechend, von guter Sinnesart, zartgliedrig, schönhaarig, ein Schatzhaus aller Vorzüge und wahrheitsliebend, so ist der Hase, und man hat auch andere Kennzeichen. Wie teilt denn ihr sie ein im Frankenland? Das Kichern in der Ecke wurde zum halberstickten Gluchsen, das Knittern der Seidenstoffe zum lebhaften Rascheln. Eine Glutwelle überflutete Amanda. Ihr war, als ob sie in dieser dumpfen, von Moschusdunst, Sandelgeruch und Jasminduft übersättigten Chenaner Luft ersticken müßte. Ihre ganze europäische Natur wandte sich im krampfhaften Widerwillen gegenüber der vor ihr gähnenden bodenlosen Schamlosigkeit des Orients, von der ihr eine Ahnung aufdämmerte, auf einmal so vag und so konkret, wie die eines jungen Mungos, wenn er zum ersten Mal im Grase den schleimigen Pfad einer Schlange mit glühenden Augen erblickt und mit zitternden nüsternden wittert. Es kostete sie das Aufgebot ihrer ganzen Willenskraft, sich so weit zu sammeln, daß sie mit verächtlichem Lächeln zu verstehen geben konnte, im Frankenlande ließe man die Männer uneingeteilt. Die Rani zuckte die Achsel. Was lernt ihr Frankenmädchen denn von euren Ayas oder in euren Schulen, von denen ihr doch genug habt? Amanda fühlte die gebieterische Notwendigkeit, sich zu behaupten, umso mehr, als der blumenhafte Mädchenchor sie offenbar auslachte. Was wir lernen? Und ohne sich lange zu bedenken, schleuderte sie den einzigen Sanskrit-Satz aus, auf den sie sich augenblicklich besann, einen Vers, den sie einmal in einem Buch ihres Vaters zitiert gefunden, und der sowohl durch seinen Wohlklang wie durch seinen Sinn so großen Eindruck auf sie gemacht hatte, daß sie ihn auswendig gelernt hatte. Yatcha Vatcha Bavit Trishna Sausaram Vilhi Tatchavai Die Wirkung war so stark wie unerwartet. Die Rani warf sich auf das Lager zurück, streckte die rechte Hand gegen sie aus und zog mit der Linken an den Fingern, daß sie knackten, ein altbewährtes Mittel gegen den bösen Blick und gegen ähnlichen Zauber. Dabei rief sie ihre Aja wie ein erschrockenes Kind. Die Blumen des Mädchenbeetes wurden wie von einem Windstoß in die Ecke hinein und zusammengefegt, als ob sie davonfliegen möchten und durch eine hohe Gartenmauer daran verhindert würden. Die Aja aber sprang auf, stellte sich zwischen die entsetzte Rani und Amanda und mit drohenden Gebärden ihrer mumienartigen Arme und Hände, deren krallenförmige Finger ihre langen und spitzen Nägel in den Hals des Mädchens hineinhauen zu wollen schienen, überflutete sie Amanda mit einem geiferartigen Wortschwall, dessen Sinn deutlich genug der war, daß es der Mem Sahib sehr schlimm ergehen, daß sie wenigstens gepfehlt werden würde, wenn sie der Zierde des Palastes eine Krankheit angezaubert hätte. Barbara Schwitzgäbele ließ die Herausforderung nicht unbeantwortet. Mit einem Sprung war sie neben Amanda und schüttelte eine ländliche Faust vor dem runzeligen Affengesicht der Alten, offenbar bereit, einen echten Schwabenstreich für ihre Herrin zu schlagen. Solchermaßen geschützt konnte Amanda ihrer Rache genießen. Ohne den drohenden Krallen des alten geierartigen Wesens die geringste Beachtung zu schenken, lachte sie laut auf und fragte auf Hindustani zurück, »Was lernt ihr Mädchen denn hier, wenn ihr nicht einmal so viel Sanskrit versteht?« »Wir lernen, wofür wir Gebrauch haben«, murmelte die Rani mürrisch mit einem mißtrauischen Blick. Das Gebaren Amandas, das allerdings nichts sehr furchtbares an sich hatte, schien die erregten Gemüter ein wenig zu beruhigen. Ein schnelles hin und her zwischen der Rani und ihrer Aya erfolgte. Das Amanda Sanskrit gesprochen hatte, war zweifelhafter Natur. Sanskrit, jene längst ausgestorbene heilige Momie von einer Sprache, welcher nur gelehrte Brahmanenlippen ein vorübergehendes spukhaftes Leben einhauchten, hinlänglichen Lebenshauch zum Fledermausartigen Umherschweben im Halbdunkel der Tempelhallen, die Priestersprache, die Zaubersprache. Die Rani verlangte sofort eine Übersetzung Wort für Wort zu hören. Sie ließ nicht lange auf sich warten. All überall, wo sich Begierde reget, dort wahrlich wisset, ist die Wandelwelt. Solche Weisheit lernen die Mädchen bei uns, fügte Amanda mit dreister Stirn hinzu. Der Vers schien der Rani nicht weniger zu gefallen als ihr selber. Es leuchtete auf in den mandelförmigen, trübschwarzen Augen der schwerfälligen Doppelbraue. Noch einmal, sag's noch einmal, Mem Sahib. Amanda wiederholte den Vers, erst auf Sanskrit, dann auf Englisch, das die Dolmetscherin in Hindustani übersetzte. Prächtig, rief die Rani. Hört ihr's, Mädchen? Das will ich in den Gartenkiosk setzen lassen, oben über die Säulen mit großen, schönen Sanskrit-Buchstaben. Gleich jenem Mogul-Kaiser, der die berühmte Inschrift in seine Halle setzte, man liest sie noch heute in Delhi, mit Edelsteinen stets in Marmor geschrieben, an der Wand des Divan Ikhas. Wenn es ein Paradies auf Erden gibt, ist es hier, ist es hier, ist es hier. Ja, so soll es in meinem Kiosk stehen. Wenn der Samsara dort ist, wo sich Begierde regt, dann ist er hier, ist er hier, ist er hier. Die Rani sprach oder sang diese Worte mit einer fast erschreckenden Leidenschaft, indem sie bei jedem hier die Hände an die Brust preßte, wie um zu verhindern, daß die darin sich regende Begierde ihre wogende Wohnung zersprenge. Der Atem kam stoßweise zwischen den offenen karminroten Lippen, die Augen brannten wie im Fieber, zwischen den Juwelen der Stirn perlten die Schweißtropfen. Mit einer Mischung von regem Interesse und lebhaftem Widerwillen, starrte Amanda sie an, sah sie doch vor sich den leibhaftigen, inkarnierten Trishna selber, den Willen zum Leben, zur Wollust, zur Macht, zum Ergreifen, Verschlingen und Aussaugen, in seiner prachtvollsten Gestalt, jenen unersättlichen Durst nach allem, was den Durst reizen und nicht löschen kann. Die Rani murmelte einige Worte und machte eine Handbewegung. Als ob sie durch diese abgepflückt wären, lösten sich zwei Blumen vom Eckbeete ab, flatterten heraus und entzauberten sich in zwei Hindu-Mädchen, die sich in einer anderen Ecke des Raumes mit ein paar musikalischen Instrumenten bewaffneten, einer langhalsigen Laute und einer Handtrommel, worauf sie zu Füßen ihrer Herrscherin niederkauerten. Mem Sahib, wandte die Aya sich an Amanda, du hast der Zirde des Palastes einen schönen Spruch gegeben, der ihr wohl gefällt. Damit du nicht ohne entsprechendes Gegengeschenk davongehst, sollst du ein rajaputanisches Lied zu hören bekommen. Mem Sahib, die Zirde des Palastes will dir vorsingen. Amanda, die jetzt ihren Triumph gehabt und sich nunmehr gern recht höflich zeigen wollte, erklärte, daß ihre Leber bei der Ankündigung einer solchen Ehre aufschwelle wie ein Schwamm der Wasser saugt. In der Tat erwartete sie mehr Ehre als Vergnügen von der Sache, zumal ihr mit Schubert und Beethoven erzogenes Ohr sich entschieden weigerte, daß Geklimper und Trommeln, das die beiden Mädchen schon angestimmt hatten, als Musik anzuerkennen. Und doch schlich sich nach und nach, denn das Präludieren dauerte ein paar Minuten, eine eigentümliche Wirkung über ihre Sinne und ihr Gemüt. Festgebannt hing ihr Blick an dieser kleinen Trommel. Sie war geformt wie ein Stundenglas, das Mädchen hatte sie in der Mitte gefaßt und bearbeitete die beiden verschiedentlich gestimmten Felle, bald mit den Fingerspitzen, bald mit den Knöcheln der anderen Hand. Bisweilen aber schüttelte sie nur das Instrument, wobei dann die Seidenen, teils mit Bleikugeln, teils mit Knoten versehenen Franzen auf die Felle schlugen und seltsame, geisterhafte Laute hervorbrachten, wie die Hufschläge wild dahinreisender Gespensterpferde oder spukhaftes Wiederhallen längst geborstener herpauken, Klänge, die in Verbindung mit dem monotonen Summen einer tiefen Metallseite der Laute unwiderstehlich die Stimmung, ja die Vorstellung nächtlicher Stille und öder Weite erweckten. Und die Rani hub an zu singen. Rauh war ihre Stimme und alles andere denn ausgebildet, aber die Töne waren nicht unangenehm und der Ausdruck war lebhaft, und ward um so ergreifender, je leidenschaftlicher die wenig bewegte Melodie sich steigerte, besonders gegen den Schluss der Zeilen, nach welchen sie immer noch in wortloser Modulation nachsummte, ein wildes und träumerisches, zwischen Lachen und Schluchzen, zwischen Schreien und Seufzen sich wiegendes Vokal Zwischenspiel, das der Dolmetscherin reichliche Zeit ließ, ihre Übersetzung zu murmeln. Und dies etwa war, was sie sang. Der Räuber Joghurt, wie sprengt er durchs Feld, ein Schrei der Verfolger hinter ihm gelt, die Raja-Braut, er im Sattel hält, in die Wüste hinaus, in die Wüste. Sein Renner stürzt am verfallenen Schrein, die Schwerter blitzen im Mondenschein, erschlagen liegt Joghurt an Schivas Stein, in der Wüste, tief, tief, in der Wüste. Das Schwert entringt seiner Faust die Braut, ihre linke Hand wohl ab sie haut, die bringt meinem Vater, sie ruft es laut, in der Wüste, laut, laut, in der Wüste. Noch einmal schneiden die Klinge muss, sie trennt vom Knöchel den zarten Fuß, den bringt eurem Raja als Scheidegruß, einen Gruß von mir aus der Wüste. Sie fällt auf den Leichnam, umarmt ihn mit Macht, die Hufschläge schwinden fern, fern in der Nacht, es heult der Schakal, die Hyäne lacht, in der Wüste, lacht, lacht, in der Wüste. Die Stimme der Rani war in einem letzten röchelnden Nachsummen hingestorben, das geisterhafte Trommeln des Nachspieles schwieg gänzlich, und Amanda saß noch schweigend da. Sie fühlte sich, als ob sie von einem Wirbelsturm fortgetragen und irgendwo verloren wäre. Von Sekunde zu Sekunde wurde ihr das Schweigen peinlicher, und immer schwieriger wurde es ihr, es zu brechen. Schließlich wußte sie zu ihrer eigenen Beschämung nichts Besseres, als ein geschichtliches Interesse für Rajputaner Chronik an den Tag zu legen. Wer war wohl jener Joghurt, zu welcher Zeit hat er gelebt? Die Rani zuckte die Achsel. Weiß ich's? Ein Räuber wahrer, der die Rajabraut raubte. Das ist er wohl noch? fügte sie hinzu, mit dem unerschütterlichen Glauben des Hindu an die Fortdauer des Lebens und des Charakters. Die explosive Energie, worüber die Rani offenbar im höchsten Grad verfügte, hatte ausgerast und sie in einem vertieften Stadium orientalischer Trägheit zurückgelassen. Doch war gerade noch so viel übrig geblieben, daß sie mit eigentümlich schnellen Bewegungen ihrer winzigen Hand, etwa wie wenn eine Kobra nach Fliegen schnappt, aus einer Jaspis-Schale Kardamomenkörner pickte, die sie mit Behagen kaute. Plötzlich neigte sie sich vor und schob ihrem lieben Gast höchst eigenhändig einige von diesen Leckereien in den Mund. Eine hohe Gunstbezeugung! Dabei reckte und streckte und streckte ihr Körper sich unter der duftigen Hülle, und diese geschmeidige Wellenbewegung gab selbst der Unerfahrenheit Amandas eine Ahnung von der unvergleichlichen Formenschönheit und elastischen Anmut der indischen Frauengestalt, durchschauerte sie aber gleichzeitig so intensiv mit jener kriechenden Angst vor allen Schlangenwesen, daß sie sich schleunigt empfahl, ohne sich viel darum zu kümmern, wie schwer sie wohl durch ein solches Aufbrechen gegen die Rajputana Palastetikette verstoßen möge. Ende von Abschnitt 16 Abschnitt 17 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Weltwanderer von Karl Kjellerup Zweites Buch Zweites Kapitel Sonnenuntergänge Teil 1 Als Amanda in den Bungalow trat, umfing sie die eigentümliche Stille des indischen Hauses, die ihr noch immer wieder aufs Neue auffiel. Die Stille eines Hauses, wo die ganze Bedienung von außen besorgt wird. Deutlich konnte sie in dieser Stille, vom anderen Ende des Korridors, die Stimme ihres Vaters und Kalaramas vernehmen. Die beiden Männer waren offenbar in eine ernste, wahrscheinlich wissenschaftliche Unterhaltung vertieft. Zwar wußte sie, dass sie eine willkommene Zuhörerin sein würde, aber nach dieser etwas erregenden Begegnung mit der Zierde des Palastes spürte sie das dringende Bedürfnis, mit ihren aufgescheuchten Gedanken und aufgewühlten Gefühlen allein zu sein. Freilich hatte sie eine Botschaft von Edmund an den Minister, wenn sie aber die Tür ihres Zimmers angelehnt stehen ließ, konnte Kalarama nicht weggehen, ohne dass sie, bei der Stille des Hauses, es hören musste. Sie öffnete also die Tür gegenüber der Studierstube und trat in ihr eigenes hübsches Zimmer. Hier setzte sie sich an das Fenster und blickte über Garten und See hinüber nach dem Raja-Palast, der, auf dem roten Felsen thronend, in blanken Streifen, wie mit Pfeilern von polierter Bronze, durch Purpurschatten getrennt, dem Baldachin der rosigen, goldgefransten Abendwölkchen entgegenstieg. Drei Monate lang hatte Amanda, Abend für Abend, so an diesem Fenster gesessen, in diesen Anblick verloren, und noch immer bezauberte er sie mit derselben Macht des Neuen und Fremdartigen. Nie hatte sie recht gewusst, ob verheißend oder drohend. Heute wusste sie es. Sie hatte zu ihrem Vater gesagt, es sei ihr, als ob abends der Palast reden wollte, singen und sagen von allem, was er in alten, heroischen Zeiten erlebt hatte. Jetzt sprach er zu ihr, aber nicht davon. Es jauchzte von den Türmen, es rief von den Zinnen, es flüsterte von den Pavillons und Erkern, Worte liefen die Terrassen entlang, eilten die Treppen hinunter, um sie zu erreichen, nur wenige Worte, aber welche Welt von Schmerz enthielten sie? Hier lebt die, die er liebt. Obwohl auch aus diesem Erkerfenster drüben, durch das schwarze Schnitzwerk der Marmorplatte, ein Augenpaar nach dem Bungalow blickte. Dort lebt der, den ich liebe? Sie kannte dies Augenpaar. Unter der schweren, gewellten Brauenlinie schwebte es dort vor ihr, und der Blick dieser großen, schwarzen Pupillen durchschauerte sie wieder mit jenem unbezwingbaren, fast unsinnigen Abscheu. War es denn wirklich möglich, dass Edmund mit den Fesseln der Liebe an dieses Geschöpf gebunden war? Die Rani war schön auf ihre Weise, die nicht die Amandas war. Und war vielleicht gerade dieser Stil bestrickend für einen Mann, der selbst das Blut dieser Rasse in seinen Adern hatte? Aber war es nicht auch möglich, dass sie sich täuschte, dass sie schon für ausgemacht hielt, was nur eine wahrscheinliche Erklärung war? Könnte eine tödliche Feindschaft zwischen dem Ratschputen und dem Engländer nicht auch einen anderen Grund haben, etwa eine politische Intrige? Das war eine Hoffnung, und sie klammerte sich daran, während ihr Blick furchtsam den Erker drüben wieder aufsuchte, hinter dessen Gitter sie jenes feindliche Augenpaar mit dem saugenden Nachtblick vermutete. Der Erker aber war kaum mehr zu entdecken. Der ganze Bau schien eine glühende Kohle zu sein, und über ihm waren am Himmel alle rosigen Töne erloschen. Nur Scharlach und Orange flammten mit der Reinheit und Leuchtkraft prismatischer Farben. Und Amanda gedachte eines anderen Sonnenunterganges, auch ein Schloss, in den letzten Sonnenstrahlen glühend und sich gegen einen strahlenden Abendhimmel erhebend. Gedachte jenes Abends, da all das seinen Anfang genommen hatte, das jetzt so weit geführt hatte und unaufhaltsam, Gott weiß, zu welchem Zweck weiter strebte. Es war fast ein Jahr her, in Heidelberg, wo sie sich seit einigen Monaten aufhielt, weil ihr Vater dort eine Professur antreten sollte. Sie saß am offenen Fenster und sah über den Neckar nach Stadt und Schloss hinüber. Ein wunderherrliches Abendbild, alles lieblich, duftig und einschmeichelnd, wenn auch ein wenig matt im Vergleich mit diesen starrenden metallischen Glutfarben des Orients, die sich in das Gehirn einbrennen. Damals glaubte sie freilich, dass es nirgends ein prachtvolleres Abendbild geben könne, als dasjenige, das sie gerade vor Augen hatte. Draußen im Garten deckten gelbe Kastanienblätter den Rasen, und ein würziger Geruch gleich dem eines feinen Curry strömte herein und mischte sich mit dem milden, warmen Duft einer weinroten Rose, die in einem hohen Glas vor ihr auf dem Nähtisch stand. Diese Rose hatte ihr ein Student geschenkt, und zu ihnen gehörte als Begleiter ein kleines Gedicht, das zwar nicht von Liebe sprach, aber so beredt davon schwieg, wie der Anstand es erlaubte, wenn die Dinge noch nicht für eine förmliche Erklärung reif sind. Die Verse waren sehr hübsch, und so war er, der sie geschrieben hatte. Und Amanda erwog in ihrem achtzehnjährigen Herzen, ob dies nun die Liebe sei, und ob sie, wenn er ihr eines Tages seine Hand anböte, diese für Leben und Tod ergreifen dürfe. Dabei pochte dies Herz mit einer süßen Unruhe, die für eine Bejahung der Frage zu sprechen schien. Da trat ihr Vater herein, einen offenen Brief in der Hand. Amanda, was meinst Du davon, nach Indien zu gehen? Nach Indien? Der Name war ihr kein so leeres Geograficum wie den meisten jungen deutschen Mädchen, denn ihr Vater pflegte mit ihr über alles zu reden, womit er sich beschäftigte. Hatte sie doch sogar angefangen, das Sanskrit-Alphabet zu studieren, um ihm nach und nach vielleicht behilflich sein zu können. Aber Indien war sicher fern von allem, woran sie gewohnt war, sehr fern besonders von dem jungen Mann mit Rosen und Fersen. Ihr Vater rückte einen Stuhl nahe an sie heran und fing an, ihr alles auseinanderzusetzen. Der Brief war von dem Minister Kala Rama. Sie kenne doch Kala Rama? Oh, ob sie Kala Rama kenne! Von den Ministern ihres eigenen Vaterlandes wusste sie nichts, aber von diesem Minister eines nordindischen Kleinstaates und seinen Verdiensten hatte ihr der Vater ja immer wieder erzählt. Kala Rama also hatte dem Vater geschrieben, dass es sowohl in seinem eigenen Land wie in den benachbarten Gegenden einige Felseninschriften gäbe, die er zur rechten Zeit festgestellt und gedeutet haben möchte. Zu diesem Zweck, wie auch um die große Manuskriptsammlung, die er selber angelegt habe, zu ordnen und zu verwerten und teilweise sogar der abendländischen Gelehrtenwelt zugänglich zu machen, wäre es ihm sehr erwünscht, wenn Professor Eichstätt sich auf einige Jahre bei ihm niederlassen wollte. Für den Fall, dass er willig wäre, dies zu tun, sei gerade jetzt eine sehr günstige Reisegelegenheit gegeben. Denn ein junger Engländer, Sir Edmund Trevelyan, wäre im Begriff, sich nach Indien zu begeben, und zwar gerade nach diesem Ländchen, zu welchem er in der Tat intime Beziehungen hatte, insofern als er der Enkel einer von dort her stammenden Begum sei. Fußnote, Begum, indische Prinzessin, Ende Fußnote, die dem fremdländischen Zauber eines englischen Obersten nicht hatte widerstehen können. Er sei der jüngere Sohn einer guten alten cornwallischen Familie und habe noch nicht die Vierziger erreicht, obwohl er schon ein sehr abenteuerliches Leben hinter sich hätte. In den letzten Lebensjahren Lord Byrons sei er dessen steter Begleiter gewesen. Sir Trevelyan würde mit einer Brick segeln, die in Southampton läge und die sie gerade noch zur rechten Zeit erreichen könnten. Amanda sah wohl, dass ihr Vater schon mit Leib und Seele unterwegs nach Indien sei, und mit einem stillen Seufzer, der dem jungen Rosen- und Ferse-Spender galt, versicherte sie ihm, dass sie sich nichts Herrlicheres denken könne, als mit ihm in dem alten heiligen Wederlande zu verweilen. Als sie etwa einen Monat später Southampton erreichten, wartete die Brick nur noch auf günstigen Wind. Professor Eichstätt machte sofort Sir Trevelyan einen Besuch in seinem Hotel. Ein interessant aussehender Mann, von freiem, aber gewinnendem Wesen, meldete er. Schon am nächsten Tage waren sie unter Segel, und die Sonne rollte wie eine feurige Kugel auf der Kimmung, als sie die weiße Küste Albions über der Bläue des Wassers erbleichen sahen. Amanda hatte so ziemlich erwartet, dass bei dieser Gelegenheit der Freund Lord Byrons auf dem Achterdeck stehen und Childe Harrells Gute Nacht rezitieren würde. Aber nichts dergleichen geschah. Sir Trevelyan musste auf irgendeine Weise an Bord gekommen sein, ließ sich aber gar nicht sehen. Und so ging es Tag für Tag, Woche für Woche. Er blieb unsichtbar. Amanda fühlte sich wohl ein klein wenig enttäuscht, aber lange nicht so sehr wie die englischen Ladies der kleinen Passagiergesellschaft, obwohl er doch sie mehr anging als jene, und die nicht wie Amanda in einer kleinen Hindustadt unter einem Dach mit ihm leben sollten, und die nur durch die vagen Gerüchte über sein abenteuerliches Treiben und seine Freundschaft mit Lord Byron ein illegitimes Interesse an seiner Person hatten. Sie waren auf der Höhe der Kanarischen Inseln, als Amanda an einem stürmischen Abend sich auf das Verdeck hinauf wagte. Seit mehreren Tagen war das Wetter so schlecht gewesen, dass sie in ihrer eigenen Kabine sich hatte aufhalten müssen. Jetzt hielt sie es aber nicht mehr aus. Durch die rätselhaften, scheinbar so launenhaften Schicksalsfügungen, welche die Gesetze der Seekrankheit wie so viele andere ordnen, war dieses Mädchen, obwohl aus Familien stammend, die seit unvordenklichen Zeiten das Salzwasser nicht gerochen hatten, gänzlich von dieser Plage verschont geblieben, während die anderen Passagiere durch ihren würgenden Griff auf dem Lager festgehalten wurden. So war sie denn allein auf dem Achterdeck. Zufällig befand sich kein Offizier in der Nähe, denn sonst wäre ihr der Aufenthalt dort kaum gestattet worden. Es war einer der ersten tropischen Sonnenuntergänge, die sie zu sehen bekam, und der erste durch unruhiges Wetter gesteigerte, dessen Anblick sie genoss. Zum ersten Mal auch sah sie den Atlantischen Ozean seine ganze Majestät offenbaren. Die Pracht und Größe des Schauspiels überwältigte sie zunächst völlig, dann aber gab sie sich mit dem ganzen Enthusiasmus einer jungen, reinen Seele diesen mächtigen Eindrücken hin. Der Wolkenberg, in dessen Gipfel die Sonne versank, schien ein ungeheurer Vulkan zu sein, aus dessen Krater gigantische Feuergarben herausbrachen und den ganzen Himmelsraum durchflammten, um die Wolken in Brand zu setzen, während glühende Lavaströme in das Meer hinunterstürzten. Wie mit goldigem Gebüsch gekrönt, erhoben sich die schäumenden Wellenhügel, Blut floss in ihren Tälern, alle erdenklichen Purpurtöne dämmerten in ihren Höhlen. Amanda jauchzte und klatschte in die Hand wie ein Kind, jedes Mal, wenn der Schaum am Bug der Brick wie eine glänzende Kaskade emporspritzte und wie Regenbogenflammen vorüberfegte. Sie hörte die Stufen der Treppe, die sich wenige Schritte hinter ihr befand, leise knarren, und wollte hinsehen, ob jemand käme, ihre schöne Einsamkeit zu stören, als ihr Blick unwillkürlich in die entgegengesetzte Richtung gezogen wurde. Da starrte sie in eine durchsichtige, smaragdene Wand hinein, von so leuchtender Schönheit, dass sie, jeden Schrecken vergessend, unwillkürlich die Arme gegen sie ausbreitete. Sofort schien sie sich mitten im Ozean, aber zugleich in einer kräftigen menschlichen Umarmung zu befinden. Nach einer kurzen Weile, die sie aber eine kleine Ewigkeit dünkte, ließ das Meer sie frei, die Umarmung aber nicht. Sie war zu geblendet und zu erschüttert, um irgendetwas zu sehen. Nur Purpurflammen tanzten vor ihren Augen, aber sie hörte über ihrem Kopf eine klangvolle Stimme lachen. »Ei, was ist denn das für ein mutiges Dämchen, das dem Wellenspiel hier applaudiert und den ganzen Atlantischen Ozean umarmen möchte?« »Nein, bleiben Sie lieber in der Umarmung eines alten Seemanns. Das ist besser. Aha, noch eine.« Diesmal war es keine massive Welle, sondern eine mächtige Schaumkaskade, die ihr den Nacken und die Wangen peitschte und auf dem Deck und dem Glas des Oberlichtes neben ihr laut klatschte. »Sie haben Sie mehr vom Wind weggetreten. Das nächste Mal wird es wieder eine Welle geben, da können Sie nicht hierbleiben.« Amanda, die sich ein wenig losgemacht hatte, versuchte, einen Schritt zu machen, taumelte aber hilflos gegen das Geländer der Treppe. »Nein, nein, so geht das nicht. Erlauben Sie.« Sie fühlte sich in die Höhe gehoben und die Kampagnetreppe hinuntergetragen. Einen Augenblick danach saß sie wohlbehalten auf dem Sofa im Salon. Vor ihr stand ein hochgewachsener Mann, dessen Mantel in schweren, nassen Falten um ihn hing. Unter der schottischen Mütze ringelte das schwarze Haar, glänzend von Schaumtropfen, sich auf die Schulter hinunter. Seine großen, orientalischen Augen lachten ebenso sichtbar wie die vollen Lippen um die blendend weißen Zähne. Das ganze dunkle, fast maurisch anmutende Gesicht strahlte seltsam von einer wilden und doch ganz juwialen Heiterkeit. Aber ich sollte mich Ihnen wohl eigentlich vorstellen. Edmund Trevelyan, dessen Name Ihnen nicht unbekannt sein dürfte. Amanda wollte nun ihrerseits die Präsentation vollziehen, aber es kostete ihr Mühe, die Lippen zu bewegen. Sir Trevelyan bemerkte das. Nicht nötig, schonen Sie sich. Oh, ich weiß, die kleine Binnenländerin, in Salonsprache Miss Amanda Eichstätt. So nun ist die gesellschaftliche Zeremonie erledigt. Ich denke, wir werden uns noch unter ruhigeren Umständen näher kennenlernen. Er hatte geklingelt, und das Kabinenmädchen trat herein. Fräulein, bringen Sie Miss Eichstätt zu Bett. Sie ist ein bisschen zu nah in Berührung mit dem Atlantischen Ozean gekommen. Decken Sie sie vor allem gut zu. Eine starke Tasse Tees ist das Richtige, und ich würde bei dieser Gelegenheit empfehlen, ein paar Teelöffel von dem guten Jamaika-Rum hineinzutun. Gute Nacht, Miss Eichstätt. Die so geknüpfte Bekanntschaft wurde vorläufig nicht weiter gepflegt. Sir Treveillian ließ sich noch immer fast so wenig sehen wie am Anfang, wiewohl doch schließlich alle die englischen Misses, die nicht ohne Neid von dem Kabinenmädchen so viel, wie dieses von dem Abenteuer des deutschen Fräuleins wusste, erfahren hatten, nach und nach ihre Neugierde befriedigen konnten. Amanda brachte einen großen Teil des Tages auf dem Verdeck zu. Sie konnte sich an den Seewundern der Tropen nicht satt sehen. Stundenlang beobachtete sie die Flugfische, die sich in großen Schwärmen aus den Fluten erhoben und in schimmerndem Fluge viele hundert Fuß durch die Luft schossen, bevor sie wieder in ihrem nassen Element Zuflucht suchten. In stillem Wetter entzückte sie besonders der Anblick des portugiesischen Kriegsschiffes, einer allerliebsten kleinen Medose, die durch die glasige Tiefe bis zur Oberfläche aufstieg und ihre zarten Segel, in dessen durchsichtigen Falten sich rosa, orange und hellblau mischten, vor der leisen Brise ausspannte, um mit erstaunlicher Schnelligkeit über die gekräuselte Meeresoberfläche hinzugleiten. Vor allem aber mochte sie keinen Sonnenuntergang versäumen. Es war ein solcher, der die zweite Begegnung etwa vierzehn Tage nach der ersten herbeiführte, und zwar unter noch romantischeren, der Erscheinung und dem Ruf ihres neuen Bekannten, noch angemesseneren Umständen. Und jetzt, während sie nach dem Raja-Palast hinüberblickte, dessen Glut sich heftig vertiefte und schon hier und da wie von schwärzlicher Schlacke überzogen wurde, jetzt drängte die Erinnerung an jene zweite Begegnung sich ihr lebhafter denn jemals auf. Unwillkürlich nahm sie ihr Tagebuch zur Hand, das immer auf ihrem kleinen Arbeitstisch am Fenster lag. Sie hatte gerade an jenem Nachmittag fleißig darin von fliegenden Fischen, farbenschillernden Medusen und anderen Meerwundern geschrieben, und eine heftige Erregung bemächtigte sich ihrer jetzt, als sie in dem Heft blätterte und zu den Worten kam, bei welchen sie damals die Feder von sich gelegt hatte, weil es die höchste Zeit sei, ihre enge Kabine zu verlassen, wenn sie des Sonnenuntergangs nicht verlustig gehen wollte. Die letzte Nacht war ziemlich stürmisch gewesen, und die See ging noch hohl. So wunderte sie sich nicht sehr, kein weibliches Wesen oben zu finden. Hingegen schien fast alles, was von den Passagieren männlichen Geschlechts war, seine Seebeine gefunden zu haben. Sie hatten sich auf dem Achterdeck versammelt, aber offenbar nicht, um den Sonnenuntergang zu bewundern. Vielmehr kehrten sie achtlos ihren Rücken dem strahlenden Westen zu, wo die Sonne, von leichtem Gewölk umschwebt, sich in ihrer vollen Pracht schnell der Kimmung zusenkte. Ihr ganzer blendender Lichtstrom beleuchtete den Gegenstand, auf den sich jeder Blick gerichtet hatte. Es war dies ein Schiff, das in schräger Richtung auf sie lossteuerte und sich kaum noch eine halbe Seemeile luftwärts befand. Seine großen, von der frischen Brise voll geblähten Segel leuchteten in brennendem Orange, goldige Kaskaden spritzten fortwährend empor am Bug, der wie blankes Metall glänzte, und über die purpurne Flut ergoß sich der Spiegelglanz dieser feurigen Erscheinung bis zur Brigg, als ob der fremde Segler, in seinem Eifer sie zu erreichen, sein Bild vorausschickte. Der Anblick hatte etwas eigentümlich Faszinierendes. Amanda war noch darin versunken, als eine wohlbekannte Stimme sie weckte. »Was? Das kleine Fräulein hier? Sie scheinen mir einen Trick zu haben, hier oben zu sein, wenn alles Weibliche sich unten befinden sollte.« »Nun, heute ist das Wetter doch nicht so schlimm. An das bisschen Rollen habe ich mich schon gewöhnt. Was ist denn das für ein Schiff?« »Ein Schoner.« »Ist es vielleicht das Schiff, das wir in den letzten Tagen immer nach Osten zu wie einen Fleck am Horizonte sahen?« »Oho«, lachte Sir Edmund, »Sie halten Ihre Laternen geputzt, scheint es.« »Ja, ja, sie ist klar genug. Gewiß, es ist das Schiff, darauf können Sie sich verlassen, und ein guter Segler dazu.« »Nicht wahr? Wie er so über die Wellen hintanzt, es ist eine wahre Freude zu sehen.« »Freilich. Aber die besten Tänzer sind nicht immer die besten Leute.« »Eine allgemeine Wahrheit, die Sie auch auf der See bestätigt finden werden, zumal unter diesen Breitengraden.« »Und da Sie nun schon seinen Tanz bewundert haben, möchte ich Ihnen doch raten, sich lieber hinunter zu begeben.« Hier wurde er vom Kapitän unterbrochen. »Nun, Sir Treveillian, was halten Sie von ihr?« »Womit er offenbar nicht Amanda, sondern das Schiff meinte.« »Kein Mann an Bord hat ein besseres Urteil darüber.« »Sehr geschmeichelt, Kapitän. Meine unmaßgebliche Meinung ist klar zum Gefecht.« »Möge ich nie mehr einen Tropfen Krok schmecken, ob sie nicht mit der meinigen übereinstimmt.« Er ließ sofort die Mannschaft auf dem Deck zusammenpfeifen und hielt vom Achterdeck aus eine kurze Ansprache über das altbewährte Thema des Nimmer-Sklaven-Werden-Könnens der Briten, die mit stürmischen Hurras beantwortet wurde, worauf er knapp und bestimmt seine Befehle gab und jeder nach seinem Posten eilte. Auf dem Achterdeck rissen sich die männlichen Passagiere um die Waffen, die verteilt wurden, alte Büchsen, Pistolen, Enter, Haken und Hieber. Überall sah man die ragende Gestalt Edmunds und hörte seine herzhafte Stimme. Der Kapitän hatte ihn damit beauftragt, diese improvisierte Wehrkraft, die das Kaufadeischiff sehr nötig hatte, so gut es gehen wollte, ein wenig zu organisieren. Für ein ängstliches Gemüt war seine Gegenwart eine wahre Herzensstärkung. So augenscheinlich war es, dass dieser Mann sich erst jetzt in seinem rechten Element befände und dass er für seine Person nichts lieber sehen würde, als dass es zur Aktion käme. Amanda hatte das Gefühl, als ob sie in seiner Nähe sich nicht fürchten könne, aber auch, als ob ihr bisschen Mut völlig dahinschwinden würde, wenn sie von ihm entfernt würde. Sie fürchtete nichts mehr, als in den Salon hinuntergeschickt zu werden, wo die Damen natürlich alle hysterisch vor Angst waren. Von ihrem Vater wusste sie zu ihrer Beruhigung, dass er bis über die Ohren im Sanskrit säße, denn er hatte sich vom Buche nicht trennen können, als sie ihn aufforderte, zum Genuss des Sonnenuntergangs mit ihr auf das Deck zu gehen. Sie machte sich darum so klein wie möglich, ganz hinten am Heck, wo der Mann am Steuerrad sie mit seiner breiten Matrosengestalt so ziemlich verdeckte. Schließlich wurde sie doch von Mr. Watson entdeckt, einem jungen Seeoffizier, der ihr sehr beharrlich den Hof machte, in diesem Augenblick aber offenbar keineswegs durch die Begegnung angenehm überrascht wurde. Er bat sie inständig, sich doch hinunter in den Salon zu begeben. Ob es nun war, weil er selbst in einem so ernsten Augenblick keine Gelegenheit zu einem Kompliment ungenutzt vorübergehen lassen konnte, oder weil er gerade diesen Ernst gern etwas scherzhaft verkleiden möchte, jedenfalls versicherte er ihr, er könne ihr nicht erlauben, oben zu bleiben, weil sie, wenn es möglich wäre, einem Kampf aus dem Wege gehen müssten. Es sei aber noch so hell, dass die Piraten sie dort sehen könnten, und wenn sie das täten, würde nichts sie zurückhalten, sie würden dann auf alle Fälle entern. »Ho, ho, Mr. Watson, was ist dies?« Es war Edmunds Stimme, und seine Hand legte sich derb auf die uniformierte Schulter des Offiziers. »Im Begriff falsche Signale zu machen? Wie? Sie müssen sehr skrupellos sein, wo es sich um ein Kompliment handelt, oder Sie kennen den Geschmack dieser dunklen Gentlemen und Haremsversorger schlecht. Nein, was die Gefahr angeht, können Sie ruhig Miss Eichstätt hier oben bleiben lassen. Dagegen halten Sie Miss Smith unten, denn wenn die ihre Reize hier oben lüftete, dann könnte ihre Befürchtung sich allerdings erfüllen.« Amanda blickte eifrig zur Seite nach dem gefürchteten Schiff hinaus. So wenig auch die ganze Situation zur Heiterkeit stimmte, so wenig es sich ziemte, von dem etwas plumpen Scherz Notiz zu nehmen, sie musste ein wenig lächeln. Miss Smith war eine großmächtige britische Jungfrau, bei der die kräftige insulare Kost offenbar gut angeschlagen hatte und die keineswegs mit ihren sehr substanziellen Reizen geizte, besonders nicht Sir Trevelyan gegenüber. »Oh, was Miss Smith anbelangt,« bemerkte der Schiffsarzt, durch das Oberlicht in den Salon hinunterguckend, wo die Lampen schon angebrannt waren, »die liegt auf dem Sofa und hat ihr Gesicht ganz in den Kissen begraben. Betet schon zu Allah, dass sie Sultaner werden möge. Nun, vielleicht machen wir noch ihre wohlbegründeten Hoffnungen zunichte. Freilich von ihr weglaufen, das werden wir schon bleiben lassen.« Das Sieh galt wiederum keiner Dame, sondern dem Schiff. Selbst das unerfahrenste Auge konnte freilich sehen, dass der Schoner in der Kunst des Segelns der Brick weit überlegen sei. Er schien das Ganze recht neckisch zeigen zu wollen, indem er bald parallelen Kurs hielt, bald sich entfernte und dann wieder auf sie zuschoß. Jetzt lief er, die Brick einholend, nur einen Steinwurf entfernt lufwärts, auf der Backbordseite. Rechts war die Sonne gerade unter die Kimmung gesunken, aber das leichte Gewölk breitete ihr Licht um so glühender über den ganzen westlichen Himmel bis gegen den Zenit hinauf und ließ einen Widerschein wie von Blut über Segel und Deck des Schoners sich ergießen, der sich stark nach ihnen hinüberneigte. Dies solchermaßen schräg gestellte und leicht zu überschauende Deck schien völlig leer zu sein, mit Ausnahme einer einzigen Gestalt. Ein riesiger Neger stand auf dem Achterdeck, die lange Ruderpinne in der Hand. Diese Leerheit machte einen ganz besonders unheimlichen Eindruck. Das zierliche Schiff schien ein magisches Boot zu sein, das von selber manövrierte. Der Kapitän breite den Schoner, aber keine Antwort erfolgte. Noch zwei Anrufe blieben ebenso fruchtlos. Da drohte er Feuer zu geben, wenn keine Antwort käme. Sofort sprang eine Person auf, den Rufer in der Hand, und antwortete mit einem längeren Gebrüll, das unverständlich war und wahrscheinlich auch beabsichtigte, es zu sein. Unmittelbar danach hielt der Schoner ab. Anstatt sich aber zu entfernen, drehte er sich auf dem Fuß des Hinterstevens wie ein Kreisel. »Sie will uns die Breitseite längsseits von hinten geben, Captain«, rief Edmund. »Kenne schon den alten Trick«, schmunzelte der Kapitän zurück und gab schnell einige Befehle. Die Brick machte eine kleine Drehung, freilich nicht so elegant wie der Schoner, aber doch gut genug, um zu verhindern, dass die gefährliche senkrechte Gegenüberstellung vorkäme. Bald liefen die beiden Segler wieder parallel mit etwas westlicherem Kurs. Man hatte aber jetzt den Schoner auf der Steuerbordseite und hatte ihm die Louvre genommen, wie Amanda die Leute ringsum sagen hörte, und was sie als einen großen Vorteil zu betrachten schienen. In der Tat bemerkte auch sie, dass der Feind nicht mehr so übermütig und spielend manövrierte. Wiederum breitet der Kapitän. Wiederum sprang, wie von einer Spiralfeder aus einer Schachtel emporgetrieben, der Mann mit dem Rufer in die Höhe und brüllte sein Abracadabra. Unmittelbar danach fiel der Schoner ab und lief mit dem Wind davon nach Westen zu, wo er bald in der jetzt plötzlich einbrechenden Dunkelheit verschwand. Die Brick wurde wieder in ihren alten Kurs gebracht, von welchem sie sich um einige Striche westlich entfernt hatte. Eine heitere Stimmung machte sich unter den Passagieren bemerkbar. Man hatte den Schoner aus nächster Nähe betrachtet und fand, dass von einem so kleinen Schiff wenig zu befürchten sei. Da es von seiner Bemannung nur zwei Personen gezeigt hatte, würden wohl nicht allzu viel an Bord sein, und man machte sich darüber lustig, dass er sich so bald davon überzeugt habe, dass für ihn hier nichts zu holen sei. Einige blasse Gesichter älterer Herren und später auch einiger Frauen zeigte sich am Rande der Kajütenkappe, kamen aber nicht weiter, denn ein hier postierter Matrose schickte sie wieder hinunter. Dieser Umstand, sowie das eifrige, flüsternde Gespräch, das Edmund abseits mit dem Kapitän führte, erweckte bei Amanda die Vermutung, dass alles doch nicht ganz so friedlich sein mochte, wie es den Anschein hatte. In diesem Zustand banger Zweifel gereichte es ihr sofort zu einer gewissen Beruhigung, dass Edmund nun wieder in ihre Nähe zurückkehrte, indem er sich neben den Mann am Steuerrad stellte, um ihm, wie es schien, einige Direktiven des Kapitäns möglichst unauffällig zu übermitteln. Unter diesen ungewöhnlichen Umständen meinte Amanda, daß ihre flüchtige Bekanntschaft wohl genügen möchte, um ihr zu erlauben, eine Frage über die wahre Lage der Dinge an ihn zu richten, und trat zu ihm hin. Ach, Sie sind noch hier, Fräulein Eichstätt, und ich meinte, Sie wären längst unten, um Ihrem Vater das glücklich überstandene Abenteuer zu berichten. Ist es wirklich auch glücklich überstanden? Ich glaubte, Sie würden wiederkehren. Glaubten Sie? Hm, Sie sind gescheiter als die anderen. Nun, wenn Sie meine Meinung hören wollen, dann kann es doch noch ernst werden. Der Kapitän hat sehr klug gehandelt, seine Stückpforten gut verschlossen zu halten, damit Sie nicht sehen sollen, wie wenig Zähne wir zu zeigen haben. Ja, ich denke, wir werden Sie bald wiedersehen. Aber ich kann mich ja irren. Damit fing er an, das Schloss seines Gewehres zu untersuchen. Seine allerletzten Worte machten Sie an Ihrem Entschluss irre, Ihren Vater und Barbara aufzusuchen, und Ihnen zu sagen, wie die Sache stände. Wenn Sie Ihren Vater recht kannte, würde er noch mit der Nase im Buche sitzen, ohne die leiseste Ahnung von der Nähe der Piraten zu haben, und hätte Barbara den geringsten Verdacht gehabt, dass irgendeine Gefahr in der Luft schwebe, würde sie sicher nicht geruht haben, bevor sie ihr Fräulein gefunden hatte. Warum nun also die beiden vielleicht ganz unnötig in Angst und Unruhe versetzen? Ende von Abschnitt 17 Gelesen von Hokus Pokus Abschnitt 18 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Weltwanderer von Karl Kjellerup Zweites Buch, zweites Kapitel Sonnenuntergänge, Teil 2 Die Brick schien sich allerdings allein auf dem weiten Meere zu befinden. Der Mond war aufgegangen, aber der östliche Himmel war etwas diesig, und so war sein Licht getrübt. Links lag eine Nebelbank auf dem Wasser, rechts, wo der Schoner verschwunden war, konnte man weit blicken, und kein Schiff war zu sehen. Eine halbe Stunde verstrich. Sie wollte doch jetzt hinuntergehen und wenigstens sehen, wie es dem Vater und dem Mädchen ginge, schließlich brauchte sie ja noch nichts zu sagen. »Segel! Ho!« klang es vom Fockmars herunter. Ein Schauer, der durch das ganze Schiff zu zucken schien, schüttelte Amanda von der Fußsohle bis zum Scheitel. Sie folgte dem Blick Edmonds, der Luftwärts hinaus spähte. Aus der hier auf dem Wasser brütenden Nebelbank glitt der Schoner kaum in der Entfernung eines Kanonenschusses hervor. Der Gedanke, den Vater aufzusuchen, war verschwunden, wie jeder andere Gedanke. Sie konnte nur gedankenlos und fast gefühllos jenen auf sie zugleitenden Segler anstarren, der in dem Gespensterlicht des verschleierten Mondes so furchtbar, aber auch so unwirklich zu sein schien, wie der fliegende Holländer selber. Auf Deck und Achterdeck war alles in lebhafter Bewegung. Edmund war überall, aufmunternd, an vorher verabredetes erinnernd und neue Anordnungen treffend. Amanda stand noch immer am Hecke. Ihre Augen waren gerade über der Reiling und hingen am Schoner, der jetzt, genau wie das erste Mal, auf demselben Kurs wie die Brick lief und so nahe an dieser, dass man bequem hinüberrufen konnte. Aber das Breien hatte keinen Sinn mehr, soweit sie beim unsicheren Licht sehen konnte, bot das Deck denselben leblosen Anblick, nur am Ruder der riesige Steuermann, der in dieser Beleuchtung vollends wie ein dämonisches Wesen wirkte, wenn er sich über die kolossale Ruderpinne beugte. Hier nehmen sie diese, auf alle Fälle. Es war Edmunds Stimme. Seine Nähe hatte sie schon gespürt. Jetzt fühlte sie die Berührung von einem kalten Gegenstand, um den sich ihre Hand instinktiv schloß. Eine Pistole. Sie sah auf, und ihr Blick begegnete dem seiner schwarzglänzenden Augen, aus dem ihr ein seltsamer, milder Ausdruck tiefer Besorgtheit entgegenleuchtete. Nur wenn's zum Äußersten kommt. Nicht wenn sie entern. Erst wenn sie hier auf dem Achterdeck die Oberhand gewinnen. Sie entern mit Schiffs. Wenn sie hier Fuß gewinnen. Dann nicht zögern. Nur den Hahn spannen und abdrücken. Die Mündung an der Schläfe. Aber mein Vater. Wir Männer werden alle über die Klinge springen. Das ist bald geschehen. Aber die Frauen. Nun, für sie ist gesorgt, wenn sie den Mut haben. Und ich glaube, sie haben ihn. Ich denke, wir werden finden, dass Manfred recht hat. Es ist so schwierig, nicht zu sterben. Ein Gefühl freudigen Stolzes. Weil er, der machtvolle Mann, der Einzige, der sich nicht fürchtete, sich so um sie kümmerte, weil er ihr das zutraute. Das war alles, wofür das Gemüt in diesem Augenblick Raum hatte. Aber freilich, sie konnte das nicht tun. Freiwillig sterben, ja. Aber nicht so. Sie mußte den Vater und die Barbara finden. Wir wollen zusammen in die See springen. Ich muß sofort zu ihnen. Das war ihr ausgesprochener Wille. Aber sie war nicht imstande, einen Fuß zu bewegen. Sie stand da, vom Anblick des fremden Schiffes fest gebannt. Jetzt lenkte es von der Brick ab, lag still und fing seine Kreiseldrehung auf dem Achtersteven an. Dasselbe hinterlistige Manöver. Die Kommandorufe des Kapitäns erschollen. Das Rad flog in den Händen des Rudergastes. Die Ketten des Steuers knarrten und schnurrten, die Rahen knarrten, die Segel schlugen und knallten. Aber die Stimme des Kapitäns ertönte wieder und heftiger. Erneutes Knarren, knacken, schnurren und knallen, erneute Kommandorufe, mit Flüchen und Fußstampfen untermischt. Eine Welle von Unruhe, jedem Einzelnen fühlbar, ging über das Deck. Etwas sei nicht in Ordnung, das Manöver gelinge nicht. Und Amanda sah den Schoner immer mehr sich hinter das Heck der Brick schieben. Sie erinnerte sich der Worte Edmunds. Sie will uns ihre Breitseite längs Schiffs von hinten geben. Im nächsten Augenblick konnte ein Eisenhagel über das Deck fegen. Sie blickte, wie hilfesuchend, auf Edmund. Sein Gesicht war am Kolben des Gewehrs. Ein blendendes Aufblitzen, ein scharfer Knall. Drüben, auf dem Achterdeck des Schoners, rollte der Riesenkörper des Steuermanns. Die mächtige Ruderpinne schwenkte wie ein Arm, der nach einer stützenden Hand greift. Die Segel schlugen wild hin und her. Ein Freudenruf erscholl auf der Brick vom Achterdeck bis zum Heck. Der Schoner trieb hinten wie ein Wrack, ein dunkler Fleck auf dem leuchtenden Streifen des Kielwassers. Lange dauerte es freilich nicht, bis der Feind wieder sein Schiff in der Hand hatte. Alle Segel beigesetzt, die Nase bis zum Bugspriet im Schaum, kam der Schoner herangebraust. Wie ein Windhund, der an der Seite des fliehenden Hirsches springt, hielt er sich an der Seite der Brick. Dieser hatte aber wieder die Louvre gewonnen, und das allgemeine Gefühl, dass Edmunds Meisterschuss sie gerettet habe, sollte sich nicht als ein trügerisches zeigen. Schon nach wenigen Minuten drehte der Schoner ab, um vor dem Wind westwärts zu gehen. In diesem Augenblick trat der Vollmond über den Rand einer Wolke hervor. Ein unwillkürlicher Schrei entrang sich den Lippen Amandas, und er war nicht der einzige Schreckensausruf, der an Bord laut ward. Das plötzlich heranströmende, volle Silberlicht des Mondes zeigte ihnen das Schiff, dessen Heck kaum einen Steinwurf entfernt war, gedrängt voll von Menschen. Sie überfluteten Deck und Schanze, ritten und krochen auf den Rahen, hingen in den Wanden. Das wimmelte durcheinander da drüben, wie in einem umgewälzten Bienenkorb. Man sah die weißen Zähne in den schwarzen Gesichtern grinsen. So, Fräulein Eichstätt, nun können Sie Ihren Vättern und Cousinen daheim schreiben, daß Sie Piraten gesehen, und, was das Beste ist, Sie haben das Letzte von Ihnen gesehen, das hätten Sie uns nicht gezeigt, wenn Sie daran dachten, wiederzukommen. An die 300 Mann, mehr als genug, um uns allen die Gurgel abzuschneiden, wenn Sie den Mut gehabt hätten. Die plötzliche Gewissheit, daß die Gefahr, gerade in dem Augenblick, wo sie ihr Gesicht entschleierte, endgültig vorüber sei, war zu viel für Amandas Nerven. Die Pistole entglitt ihrer schlaffen Hand und fiel rappelnd auf die Deckbohlen. Ein kräftiger Arm unterstützte sie. Ach, Mr. Watson, bringen Sie Fräulein Eichstätt in die Kajüte. Ich sehe, daß der Kapitän mich sprechen will. Und trösten Sie Miss Smith, daß Ihre Sultanerschaft ad unders ging. Dieser Seemannsscherz war das Letzte, was ihr von diesem Abend in Erinnerung geblieben war. Nie war später zwischen ihr und Edmund eine Hindeutung auf das Abenteuer gefallen. Und heute hatte Arthur Steele verraten, daß sein Vetter zu ihm davon gesprochen und ihren Mut gelobt hatte. Ihren Mut, während sie noch immer geglaubt hatte, eine recht klägliche Rolle gespielt zu haben. Ja, mehr noch, Edmund hatte selber mit Wort und Blick seine Bewunderung für ihren Mut ausgesprochen. Dass Sir Trevelyan nach diesem Abend, als Retter des ganzen Schiffes, der populärste Mann an Bord war und das weibliche Interesse für ihn im Salon bis zum Siedepunkt stieg, hatte nicht die Wirkung, ihn geselliger zu machen, eher die entgegengesetzte. Zu den gemeinsamen Mahlzeiten hatte er sich sowieso nie in der Kajüte eingefunden, da wenige Dinge ihm verhasster waren als eine Table d'Hotel und er sich von dieser Einrichtung ganz unabhängig fühlte. Durch sein Zusammenleben mit Shelley und Byron hatte er sich sowohl die gewohnheitsmäßige Unregelmäßigkeit wie die absolute Bedürfnislosigkeit in Bezug auf das Essen selbst, welche den beiden englischen Dichter Dioskuren gemeinsam war, vollkommen angeeignet. Unter dem weiblichen Publikum verbreitete sich dadurch die Sage, daß er, ebenso wie Lord Byron es nicht ertragen könne, Damen essen zu sehen, weil ein solcher Anblick mit der Vorstellung, die er von ihrem ätherischen Wesen hatte, kontrastierte. Eine Schrulle, die Miss Smith zwar himmlisch fand, dennoch aber aus tiefstem Herzen bedauerte. Edmund hielt sich also nach wie vor fern von den Passagieren und verkehrte in der Messe, aber auch vielfach vor dem Mast, wo er, da er sich ausnehmend gut mit dem Kapitän stand, bisweilen den nichtdiensthabenden Teil der Mannschaft mit Rum bewirtete. So ließ er sich denn mehr hören als sehen. In den tropischen Nächten, mit ihrer milden Kühlung und ihrem ungeahnten, herrlichen Sternenhimmel über der stillen Sommersee, liebte Amanda es, wachend auf dem Verdeck zu träumen, wurde aber in dieser angenehmen Beschäftigung oft gestört durch den Gesang der Zechenden von der Back des Schiffes. Eine hohe, ungeschliffene, aber nicht unangenehme Baritonstimme und ein brüllender Chorus der Mannschaft. Besonders ein sehr beliebtes Lied gab es, dessen Kehrreim immer mit unglaublicher Gewalt von den durstigen Seelen angestimmt wurde. »Fifteen men on the dead man's chest, Jo-jo-ho and the bottle of rum«. Leutnant Watson, der seine Kavalierdienste noch immer getreulich dem deutschen Fräulein widmete, erklärte ihr freilich bei einer solchen Gelegenheit, dass dieses Lied eher unter den lustigen Roger als unter den blauen Peter hingehöre. Sie gestand lächelnd, diese beiden Gentlemen nicht zu kennen, worauf er ihr sagte, der Letztere sei nichts weniger als die britische Seeflagge, während der lustige Roger die gemütliche Bezeichnung für die schwarze Flagge der Piraten sei. »Sie wollen doch nicht sagen«, scherzte Amanda, dass Sir Treveillon ein Pirat gewesen ist, Mr. Watson. »Wer weiß, was er gewesen sein mag?« antwortete der Seeoffizier mit einem skeptischen Achselzucken. Im vorigen Jahrhundert gab es in York einen Erzbischof, dem man nachsagt, er sei in seiner Jugend Bacanier gewesen. Fußnote Bacanier Westindische Seeräubergesellschaft Ende Fußnote Ich darf behaupten, dass Sir Treveillon nicht Erzbischof in York wird, aber ich würde nicht darauf schwören, dass er nicht in seiner Jugend unter dem lustigen Roger gefahren ist. Es gab keinen vernünftigen Grund, warum Amanda dem jungen Seeoffizier diese Meinung übel vermerken sollte, sicher ist es aber, dass sie ihn von diesem Augenblick an kühl behandelte. Die lange dreimonatliche Seereise näherte sich nun ihrem Abschluss. Man kreuzte gegen westlichen Wind im bengalischen Meerbusen an der Orissa Küste. Als Amanda zur Zeit des Sonnenuntergangs auf das Deck kam, hörte sie Edmund vom Achterdeck ihren Namen rufen und sah ihn eifrig winken. Kommen Sie, Fräulein Eichstätt, begrüßen Sie Indien, das Land der fremden Götter. Ich will meinen Vater rufen. Nein, sputen Sie sich, wir wollen den Steward nach ihrem Vater schicken. Auf dem Achterdeck waren mehrere Passagiere versammelt, die westwärts blickten. Man hatte ein großes Fernrohr auf die Reihling gestützt und spähte eifrig nach irgendeinem bestimmten Punkt. Die Brick hatte sich beim Kreuzen dem Lande bis auf eine knappe Seemeile genähert. Es war eine trostlos flache Küste, vor ihr der weiße Streifen der Brandung. In wenigen Minuten musste das Schiff über Stark gehen und sich wieder von der Küste entfernen. Deshalb Edmunds Eifer. Ich war gerade daran, nach Ihnen zu schicken. Sehen Sie hier durchs Rohr. Schon mit bloßem Auge hatte Amanda mächtige und seltsame Bauwerke gewahrt. Durch das Fernrohr, das Edmund für sie richtete, sah sie mit großer Deutlichkeit ein unvergessliches Bild. Die Küste erhob sich nur wenig über den beweglichen weißen Schaumrand der Brandung. Hier und da einige dünne Palmen, wie riesenhafte blühende Grashalme. Und nun umfasste das Seefeld jenen Komplex von Gebäuden. Aus einem ziemlich ausgedehnten Hain stiegen zwei Pyramiden, aber weit über diese hinaufragten zwei hochgestreckte Kuppeltürme, gleich zwei ungeheuren Gurken, von denen man das eine Drittel abgeschnitten und die man auf der Schnittfläche aufgestellt hatte. Der Anblick war grotesk und doch nicht ohne eine gewisse feierliche und wilde Schönheit, zumal die Sonne gerade zwischen der einen breiten Pyramide und dem höchsten, weil nächsten Kuppelturm stand. Ein rosiger Feuerschein schmiegte sich weich um die Zylinderfläche des Turmes, während die Stufen der Pyramide mit Goldstreifen gezeichnet waren, zwischen welchen kolossale Skulpturen aus dumpfer Purpurglut empordämmerten. ihre violetten Sammeltiefen hineingrabend und hier und dort ein Streiflicht auffangend oder es mit einem schartigen Rand brechend. Die schweren Schlagschatten lagen quer über den Hain, überall aber, wo die Bäume nicht in ihrem Bereich waren, glänzten Laub und Geäst, als ob sie aus Bronze wären, und die ganze Luft ringsum schien von Goldstaub zu sein, sodass eine Glorie um das Bild stand. Was ist das? fragte Amanda, ohne das Auge vom Glas zu nehmen. Sind das Ruinen? Nein, bewahre, die Steine sind lebendig genug. Es ist wohl das wirksamste Heiligtum der Welt, Jaggernaut, wenn sie den Namen gehört haben. Sie hatte ihn gehört. Er war doch ein sprichwörtliches Symbol geworden für selbst opfernden religiösen Fanatismus, fantastischster und wildester Art. Und mit tiefem, fast andachtsvollem Schauer hing ihr Blick an diesen schwarzen Pyramiden und hoch aufsteigenden Kuppeln in ihrem Tempelhain, von der Glut des hinter ihnen sinkenden goldenen Sonnendiskus umstrahlt, rings um sie herum unabsehbare rostrote Sandwüste, zu ihren Füßen die schäumende Welle des blauen Weltmeeres. Ja, das ist in der Tat heiliges Land, was sie dort sehen, Miss Eichstätt, sagte Leutnant Watson. Ich habe im vorigen Jahr einen kurzen Urlaub genutzt, um von Kalkutta aus diesen Tempel zu besuchen. Es ist keine Übertreibung, dass die Seiten der Wege meilenweit weiß von den Gebeinen der Pilger sind. Denn von überall her in ganz Indien schleppen sich Leute, die sich dem Tode nahe fühlen, nach diesem Tempel und sterben glücklich an der Seite des Weges, wenn ihre brechenden Augen jene Kuppeltürme erblicken. Deshalb kann ich nicht einmal sagen, dass diese toten Schädel und Knochen, die in dem roten Sand bleichen, einen traurigen Eindruck machen, denn nichts ist gewisser, als dass diese Menschen in vollkommener Zuversicht auf ein seliges Leben sterben. Und wie werden sie enttäuscht, in welcher Hölle müssen sie erwachen, wie Lazarus sterben und wie der reiche Mann erwachen, seufzte ein glattrasierter Herr, dem man auf eine englische Viertelmeile den Reverend ansah. Und das nennen sie keinen traurigen Anblick, ein so entsetzliches Zeugnis davon, bis zu welchem Wahnsinn der Aberglaube die Menschen verblenden kann, wenn sie nicht durch das Licht des Evangeliums erleuchtet sind, und was sagen sie zu den wahrhaft teuflischen Prozessionen in jenem Tempel, bei welchen Hunderte von fanatischen Anbetern sich von den Rädern des Götzenwagens zermalmen lassen und so durch Selbstmord ihren Schöpfer verleugnen. Professor Eichstätt war unterdessen auf dem Achterdeck erschienen und hatte durch die Hilfe Amandas einen flüchtigen Blick des Tempels genossen, bevor die Brigg über Stark ging und sich wieder von der Küste entfernte, was gerade jetzt geschah. Er wandte sich nunmehr kampfbereit gegen den Kirchenmann und erklärte ihm, dass dies Ammenmärchen von der Selbstaufopferung in Jaggernaut auf Verleumdung oder groben Missverständnis beruhe. Die Gottheit würde gerade hier in ihrer lebenserhaltenden Form als Vishnu angebetet, sodass solche wilden Gebräuche hier absolut ausgeschlossen seien. Er fand einen willkommenen Unterstützer in einem hübschen schlanken Herrn mit einem starken Schnurrbart, einem Kavallerieoberst, der von einer Urlaubsreise nach England zurückkehrte. Es sei konstatiert, dass in den letzten dreizehn Jahren nicht ein einziger solcher Fall vorgekommen sei. Die vereinzelten Fälle vor der Zeit möchten leicht begreifliche Folge des ungeheuren Gedränges sein. Solchermaßen zurückgewiesen setzte der Reverend eine mächtig hochkirchliche Miene auf, wobei seine Oberlippe noch einmal so lang wurde, und meinte, dem sei wie ihm wolle, jedenfalls würde dieser und ähnliche scheußliche Gebräuche bald von diesem nachtumhüllten Land durch das Licht der Kirche und das segensreiche Zivilisationswerk der Engländer verjagt werden. Ach, gehen Sie mir mit Ihrem Zivilisationswerk, rief der unverfrorene Edmund, was würden die Engländer für Spuren zurücklassen, wenn sie morgen aus diesem nachtumhüllten Land hinausgejagt würden, den großen Hauptweg von Kalkutta nach Benares, soweit er gebaut ist, und eine Pyramide von leeren Bierflaschen. Diese herausfordernden Behauptung wurde mehr mit Kopfschütteln und Lachen als mit Entrüstung begegnet. Die des Pastors war augenscheinlich, aber stumm. Na, na, Sir Trevelyan, rief der Kapitän, der sich unterdessen auch der Gesellschaft angeschlossen hatte, das ist doch wohl etwas zu viel gesagt. Aber immerhin besser eine Pyramide von Bierflaschen zu hinterlassen, als eine von Menschenköpfen, was frühere Eroberer Indiens getan haben, wenn es mit dem Garen, das man mir darüber gesponnen, seine Haube, dass ich letztere vorziehe. Sie ist dekorativer und man kann sie wenigstens in einem Gedicht verwenden. Man lachte über diesen unerwarteten Gesichtspunkt. Seine Ehrwürden hatte sich mittlerweile gefasst und richtete mit strenger Miene die Frage an Edmund, ob er etwa auch das nicht für eine unschätzbare Wohltat wollte gelten lassen, dass der gotteslästerlichste, teuflichste Gebrauch, den je ein dem Götzendienst verfallenes Volk erfunden habe, die Sati schon in den eigentlichen englischen Besitzungen verboten wäre und hoffentlich bald vom Boden Indiens überhaupt und damit aus der Welt vertrieben sein würde. Etwas ausweichend antwortete Edmund, dass auch darüber wohl verschiedene Meinungen sein könnten, weil eben niemand so eifrig für die Sitte des selbstgewählten Feuertodes der Witwe eingetreten sei, wie gerade die indischen Frauen, die doch in dieser Frage zuständig sein müssten. Hiermit war nun eine allgemeine Diskussion über die Sati eröffnet worden, die nicht umhin konnte, äußerst lebhaft erregt zu werden. Es war kaum fünf Jahre her, dass der Gouverneur Lord Bentic unter großer Opposition von allen Seiten das Verbot der Sati in Bengalen durchgesetzt hatte, wodurch jeder aktive Teilnehmer an einer solchen der strafbaren Tötung schuldig erklärt wurde. Selbst in diesem kleinen Kreise waren die Meinungen geteilt. Wenn auch einige Lord Bentic als einen der größten Wohltäter der Menschheit priesen, so zweifelten andere, ob ein solcher humanitärer Eingriff in uralte religiös-ethische Vorstellungen eines der ältesten Kulturvölker berechtigt sei. Professor Eichstätt musste den interessierten Zuhörern auseinandersetzen, dass die Sati zwar in das graue Altertum zurückreiche, dennoch aber nicht in der wetischen Zeit beglaubigt sei, vielmehr sei sie nachträglich, durch Hinzufügen eines Hakens an einem Sanskrit-Buchstaben von den Brahmanen in den heiligen Text hineingefälscht worden, wodurch sie erst die religiöse Sanktion erhalten habe, und eine, wenn auch keineswegs obligatorische, so doch sehr häufig ausgeübte Sitte geworden sei, während sie im Altertum vielmehr das Gepräge der heroischen Ausnahme getragen habe. Eben diese heroische Treue priesen einige als noch heute so bewundernswert wie je, während andere das durchaus nicht wollten gelten lassen. Es sei lediglich die Furcht vor dem gänzlich freudelosen Leben des indischen Witwenstandes, das eine Frau zur Sati bestimme, in Verbindung mit den Bitten der Familien, auf die der Glanz einer solchen Handlung fallen würde, und mit den abergläubischen Versprechungen und Drohungen der Brahmanen. Wenn so ein armes Geschöpf seine Einwilligung gab, sei sie schon von Opium berauscht, und vollends bei der Handlung selbst befände sie sich bekanntlich im Zustande vollkommener narkotischer Apathie. Fast der einzige Mann, der sich an diesem Streit nicht beteiligte, war der Oberst. Als nun eine kleine Pause eintrat, räusperte er sich und meinte, da er, wie es schien, der einzige Anwesende sei, der einer Sati beigewohnt hatte, würde es vielleicht nicht unangebracht sein, wenn er ihnen seine Erfahrung und seinen Eindruck mitteilte. Man bezeugte den einstimmigen Wunsch, dies Erlebnis so ausführlich wie nur möglich Berichte zu hören, und selten hat ein Erzähler sich von einem aufmerksameren Kreis umgeben gefühlt, als jetzt der Oberst, da er seinen Bericht anfing. Er hatte sich drei Jahre vorher in der nördlichen, halb unabhängigen Provinz Kutsch mit mehreren seiner Kameraden aufgehalten, um der gewöhnlichen Ferienrekreation der indischen Offiziere von der Langeweile des Kantonementslebens zu genießen, der Tigerjagd. Kurz nach ihrer Ankunft erfuhren sie, daß eine junge Frau ihre Absicht erklärt habe, nach dem Satiritus auf dem Scheiterhaufen ihres am vorhergehenden Tage verblichenen Gatten zu sterben. Die Offiziere kamen überein, daß sie sich überzeugen wollten, ob diese Tat völlig freiwillig geschehe, ohne dass List oder Macht irgendwie mit im Spiel seien, widrigenfalls sie auf jede Gefahr hin und, wenn nötig unter Gebrauch der Waffen, die Ausführung der Sati verhindern wollten. Sie begaben sich also in guter Zeit zur gegebenen Stelle, wo es schon von Zuschauern wimmelte. Bald danach erschien die Witwe selbst, begleitet von den Brahmanen und von ihren Angehörigen, der Leichnam ihres Gatten wurde hinter ihr hergetragen. Sie war eine außerordentlich schöne Frau, etwa dreißig Jahre alt und prachtvoll gekleidet. Die Zuschauer begrüßten sie mit lautem Preisen ihrer Tugend und warfen Blumen, die Frauen drängten sich vor, um nur ihr Kleid zu berühren. Selbst selbst legte sie eine solche Ruhe an den Tag und sah dem Aufschichten des Scheiterhaufens anscheinend so gleichgültig zu, dass der Verdacht sehr nahe lag, sie befände sich unter dem Einfluss von Opium. Zwei von den Europäern, die Militärärzte waren, traten deshalb nahe an sie heran, kamen aber beide zu dem Resultat, dass weder Opium noch sonst irgendein betäubendes oder auch nur berauschendes Mittel verwendet worden sei. Der Oberst wandte sich nun selbst an das Weib, fragte sie, ob sie völlig aus freiem Willen diese Tat begehe, und versicherte ihr, dass, wenn sie nur das geringste Widerstreben spüre, ihr Gelübde zu erfüllen, dann würde er, im Namen der britischen Regierung, ihr Schutz des Lebens und des Eigentums garantieren. Ihre Antwort war ruhig, von Ich sterbe freiwillig. Gebt mir meinen Gemahl zurück, dann will ich leben. Während die Zeremonien weiterschritten, versuchte man es noch einmal mit Vorstellungen, Bitten, ja, man beschwor sie flehentlich von ihrem Vorhaben abzulassen, aber alles vergeblich. Niemals hatte ein christlicher Märtyrer mit größerer Festigkeit den Scheiterhaufen bestiegen, als dies zarte Weib es ohne jeden Zwang tat. Von dem obersten Brahmanen begleitet, umschritt sie siebenmal den Scheiterhaufen, indem sie die Gebete her sagte, Reis auf den Boden streute und die Umherstehenden mit Wasser besprengte, dem man eine entsühnende Kraft zuschrieb. Sie nahm dann ihre Juwelen ab und verteilte sie an ihre Angehörigen, wobei sie für jeden ein tröstendes Wort hatte. Der Brahmane reichte ihr eine brennende Fackel, und mit dieser in der Hand trat sie durch die Tür und setzte sich ins Innere des Scheiterhaufens. Hier wurde der Leichnam ihres so oberflächlich geschehe, dass die Frau, wenn sie aus ihrem brennenden Gefängnis fliehen wollte, nicht durch diese Schranke daran gehindert würde. Sie überzeugten sich, dass die Kraft eines Kindes genügen würde, um das Hindernis zu beseitigen, und erinnerten aber und aber die Frau daran, dass ihr der Ausgang keineswegs versperrt sei, denn sie hofften noch immer, dass sie noch im letzten Moment entweichen würde. Eine lautlose Stille trat ein, bis ein dünner Rauch, der sich vom Gipfel des Scheiterhaufens empor kräuselte, sie benachrichtigte, dass die Frau mit ihrer Fackel das Holz angezündet habe. Gleich danach züngelten und prasselten die Flammen in die Höhe. Kein Schrei, ja, nicht das leiseste Stöhnen verriet, dass etwas anderes als die Leiche des Verstorbenen vom Feuer verzehrt wurde. Diese Erzählung, belebt durch die anschaulichen Kleinzüge, worüber nur der Augenzeuge verfügt, und unterstützt durch die Bewegung, die, von der lebendigen Erinnerung ausgelöst, sich in Stimmklang, Blick und Miene unwillkürlich verriet und sich so den Zuhörern direkt mitteilte, hätte nie und nirgends ihre Wirkung verfehlen können. Hier, unter diesen Umständen, war sie überwältigend. Oben der glänzende Nachthimmel, wo das Licht des Mondes das Brillantfeuer der Sterne nicht zu beeinträchtigen vermochte, unten die See, die Mondlicht und Sternenblinken, auf ihren langen, flachen Wellen schaukelte, welche sich mit leisem, monotonem Brausen am Bug des Schiffes brachen, und draußen nach links, hinter dem weißen Streifen der Brandung, dies mächtige, rätselhafte Land, ein Weltteil für sich, Indien mit seinen unerhörten Gegensätzen, mit seinen tiefen Mysterien, seiner uralten Weisheit, verborgen im Nebellicht, als ob es lausche, schweigend in der Nachtstille, mit einem Schweigen, das ihnen allen, vielleicht sogar den Pfarrer nicht ausgenommen, hörbar, wurde, ihr Fremden, die ihr draußen vor meiner Schwelle schwimmt, was erkühnt ihr euch, mit euren Neulingshänden, an meinen uralten Gebräuchen zu rütteln, was vermesst ihr euch, mit euren neuen Ideen von gestern, über mich zu Gericht zu sitzen? Endlich brach Edmund das Schweigen, das nach der Erzählung des Obersten als der beräteste Dank von selbst eingetreten war. Wir haben nun die Sache für sich selbst reden hören. Die europäischen Herren hatten reichlich Gelegenheit gehabt, sich darüber auszusprechen, und was die indischen Frauen meinen, wissen wir auch. Nun möchten wir auch hören, was die europäischen Damen sagen. Die anwesenden Engländerinnen waren jetzt, da der Bann, worunter sie sich befunden, gebrochen war, sehr bereit, einmütig vom beiläufigen Murmeln seiner Ehrwürden aufgemuntert zu erklären, der Selbstmord sei ein schreckliches Verbrechen, das von dem lieben Gott ausdrücklich verboten sei, weshalb man sympathisieren könne. Die einzige Ausnahme bildete jene nicht Sultaner gewordene Miss Smith, die mit einem schmachtenden Blick auf Edmund verstehen ließ, dass es ihr eine wahre Wonne sein würde, ihre Körperfülle auf dem Scheiterhaufen eines geliebten Ehegesponses zu opfern, was freilich später von dem undankbaren Edmund dahin gedeutet wurde, die Miss sei so erpicht darauf, einen Mann zu bekommen, das Risiko des Feuertodes mit in den Kauf nehmen wolle. Britannia hat gesprochen, was meint Germania? Es ärgerte Amanda sehr, zu fühlen, wie sie errötete und wie verwirrt sie wurde, als diese Frage Edmunds plötzlich die Aufmerksamkeit aller auf sie richtete. Außerdem befand sie sich in einer etwas unklaren Position. Die ganze Erörterung hatte so ziemlich den Charakter eines Kampfes zwischen dem Mann der Hochkirche und dem Byronianer angenommen. Man rangierte sich, je nach seinen Sympathien oder nach dem, was man scheinen möchte, unter der Fahne des einen oder des anderen, und jetzt wurde sie von dem einen der Führer aufgefordert, als der letzte Kombatant ihre Partei zu ergreifen. Nun war ihr der Hochkirchen Mann, der unterwegs mehrere Zusammenstöße mit ihrem Vater gehabt, vom ersten Anblick an im Innersten zu wieder gewesen, und nie mehr als gerade heute Abend. Andererseits wollte ihr aber auch das ganze Auftreten Edmunds bei dieser Gelegenheit nicht recht gefallen. Diese ziemlich gemischte Gesellschaft mit gewagten Paradoxen teils zu amüsieren, teils zum Widerspruch zu reizen, schien ihr an sich eine nicht ganz würdige Rolle, und noch dazu eine solche, die für die ganze Stimmung nach dem ersten Eindruck einer fremden, mächtigen Welt, der man zusteuerte, ganz besonders schlecht gewählt war. Ich weiß nicht, antwortete sie endlich ein wenig stotternd und nach Worten suchend, ob es Germania ansteht, durch meine Wenigkeit zu sprechen, aber ich finde, dass, wenn eine solche Handlung wirklich aus reiner Liebe geschieht, wenn gar nicht die Furcht vor einem freudelosen Leben mitspielt, wenn die Unglückliche sich neben den Leichnam ihres Gemahls auf den Scheiterhaufen hinlegt, weil sie nicht von ihm lassen kann, weil sie ohne den Geliebten nicht leben will, und wohl auch hofft, mit ihm in einem seligen Leben vereinigt zu werden, dann verstehe ich nicht, wie man vor einer solchen Treue bis in den Tod hinein andere Gefühle als die der unbedingten Hochachtung und Bewunderung hegen kann. Seine Ehrwürden erhob sich und trat in würdevoller Haltung, die Hände auf dem beleidigten Rücken, einen Spaziergang auf dem Deck an, offenbar, um die Nähe jenes Wesens zu meiden, das eine so verworfene Meinung äußern konnte. Dieser Erfolg tat Amanda im Herzen wohl, viel wohler als der laute Beifall Edmunds, der nicht auf sich warten ließ. Heroisch gesprochen wie Schillers Jungfrau und Weise wie Shakespeare's Portia. Noch nicht ganz wie Portia, denn da muss man auch die andere Seite in Betracht ziehen, sagte Amanda mit einem ihr eigentümlichen schalkhaften Augenlachen, das selten unterließ denjenigen, an den es gerichtet war, begierig zu machen, was wohl jetzt folgen würde. Auch Edmund war etwas neugierig, als er fragte, und was ist denn die andere Seite? Edle Portia, Sie haben Recht, Audiatur et altera pars. Die andere Seite ist die, dass ich nie davon gehört habe, dass ein indischer Witwer sich auf dem Scheiterhaufen seiner Frau hat verbrennen lassen, und dass ich dieses Gegenstück einigermaßen schmerzlich vermisse. Diese Replik weckte ein so lebhaftes und lautes Echo, dass sogar der Pastor sich mit beschleunigten Schritten der Gruppe näherte, um zu erfahren, was vorgefallen war. Der Kapitän vor Lenz war so entzückt, dass er mit seinen großen Seemannstatzen Edmund auf den Rücken klatschte und ihn fragte, ob er, Oldboy, diesen Trumpf stechen könnte. Der alte Knabe schien nicht in dieser glücklichen Lage zu sein, und es kam ihm offenbar recht gelegen, als die allgemeine Aufmerksamkeit gerade in diesem Augenblick dadurch von ihnen abgeleitet wurde, dass von der Saarling aus ein großes Schiff vorne auf der Backbordseite signalisiert wurde. Gott verdamme seine Augen, rief der Kapitän, ist denn der Junge verrückt geworden, wie soll denn dort ein Schiff sein können? Mit Ihrer Erlaubnis, Herr Kapitän, sagte Leutnant Watson, der Matrose hat wahrscheinlich die schwarze Pagode bei Kanarag für ein Schiff gehalten, und es muss zu seiner Entschuldigung dienen, dass er nicht der erste Seemann ist, den sie getäuscht hat. Es zeigte sich in der Tat, dass dies der Fall war. Bald konnte man jenseits des Schaumstreifens einen dunklen Gegenstand unterscheiden, der einem großen Schiff unter voller Segelbekleidung täuschend ähnlich sah. Diesmal handelte es sich nicht, wie bei Jaggernaut, um einen lebendigen Tempel, sondern um eine ehrwürdige Ruine, und zwar um eins der berühmtesten architektonischen Denkmäler Indiens. Der turmartige Hauptbau war längst zusammengestürzt, und was man sah, war nur der kubische Vorbau mit seinem pyramidenförmigen Dach, das sich zu einer Höhe von etwa 130 Fuß erhob. Leutnant Watson, der auf seiner Rückfahrt von Jaggernaut auch diesen Tempel besucht hatte, musste eine Beschreibung zum Besten geben. Er sagte, die schwarzen Marmorblöcke, aus denen das Heiligtum gebaut war, seien von so übergigantischen Dimensionen, dass man schlechterdings nicht begreife, wie menschliche Kraft sie in ihre jetzige Lage gebracht habe, und dabei seien sie mit Skulpturwerken von so minutiöser Ausführung bedeckt, dass nur der große Buddha-Tempel auf Java damit rivalisieren könne. Ende von Abschnitt 18 Gelesen von Hokus-Pokus Abschnitt 19 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Weltwanderer von Karl Kjellerup Zweites Buch Zweites Kapitel Sonnenuntergänge Teil 3 Das war Amandas erster indischer Abend. Und wohl mochte er mit allen Kleinigkeiten unauslöschlich in ihrer Erinnerung stehen, von allen anderen getrennt, eingehegt durch die beiden mächtigen Landkennungen und indischen Wahrzeichen, den Tempel von Jaggernaut und die Schwarze Pagode. Aber wie ein Stern leuchtete zwischen ihnen im Grunde ihres Bewusstseins der stolze Gedanke, dass sie dem übermütigen Edmund einen Federhandschuh hingeworfen habe, den er nicht hatte aufnehmen dürfen, wußte sie doch mit untrüglicher Gewißheit, dass er das Leben einer Frau und das eines Mannes nicht als gleichwertig betrachtete. Ohne Zweifel würde er jeden Augenblick bereit sein, das Leben für eine Frau zu opfern und dies auch von jedem Mann verlangen, aber nur, weil es dem Manne gezieme, ritterlich zu sein und den Tod zu verachten. Im Grunde seines Herzens befand er sich in völliger Übereinstimmung mit der Wertschätzung, die sich in der einseitigen Satisitte so naiv aussprach. Sie wußte aber auch, dass er in jenem Augenblick sich dessen auf beschämende Weise bewusst geworden sei und sich ihr gegenüber zu dieser orientalischen Ansicht nicht habe bekennen dürfen. Und noch ein Bild tauchte an der Hand dieser Reihe auf, um sie abzuschließen. Der Sonnenuntergang von Benares. Wenn der Sonnenuntergang von Jaggernaut der erste Gruß von Indien bedeutete, so war der von »Der heiligen Stadt am heiligen Strom« erst die volle Weihe, die endgültige Bestätigung, dass sie sich jetzt wirklich mitten im alten Wunderland befände. Aber zwischen Jaggernaut und Benares lag Kalkutta und damit das Eintreten eines neuen Faktors in ihr plötzlich so bewegtes Leben. Der Aufenthalt in Kalkutta bildete eine kleine Oase zwischen der dreimonatlichen Seefahrt und der ebenso langen Bootfahrt den Ganges aufwärts nach Korpore, wo man die Zivilisation zu verlassen hatte, um in Ochsenkarren sich weiter zu bewegen. In jener Stadt der Paläste, die weder dem Vater noch der Tochter zusagte, schloß sich Sir Trevelyans Vetter, der etwa 25-jährige Arthur Steele, der Gesellschaft an. Er hatte eine nicht gerade hervorragende Stellung im Dienste der Ostindischen Kompanie gehabt, und wollte jetzt seinem Vetter folgen, in der Eigenschaft als Sekretär, ein weder sehr anstrengender noch sehr einbringlicher Dienst allerdings, aber ihm schien es hauptsächlich darum, zu tun zu sein, Land und Leute kennen zu lernen und sich vielleicht dadurch für eine zukünftige Stellung zu qualifizieren. Durch sein freundliches und offenes Wesen gefiel er sofort Amanda, während er das Herz des Indologen durch sein Interesse für alles Indische gewann. Leider entdeckte dieser aber bald, dass dieses Interesse, das bei den Engländern in Indien nicht gar zu häufig zu finden war, bei dem jungen Schotten stark abergläubisch angehaucht sei. Arthur Steele gehörte einer geheimen theosophischen Gesellschaft an, in die er durchaus Professor Eichstätt einführen wollte. Glücklicherweise war keine Zeit dazu, man musste westwärts eilen, um vor der größten Hitze den Bestimmungsort zu erreichen. Die Fahrt den Hugli und den Ganges aufwärts wurde mit einer kleinen Flottille von Boot Geras unternommen, eingeborene Boote von einem besonders unchristlichen Äußeren, wie die brave Bärbel befand, die sich mit schwerem Herzen einem solchen Fahrzeug anvertraute. Amanda meinte, es ähnele am meisten einem umgekehrten Dreimaster. Zwei Drittel des Decks auf einem solchen Ganges Fahrzeug sind der Bequemlichkeit des Passagiers eingeräumt und bilden eine Kajüte, die in zwei Zimmer geteilt ist, von welchen das hintere als Schlafzimmer benutzt wird. Vor dem ersten Raum ist eine Veranda und das Dach ist das erhöhte Achterdeck des Schiffes, das bei schönem und nicht zu heißem Wetter der hauptsächliche Aufenthaltsort für den zeitweiligen Besitzer dieser Herrlichkeiten ist, vom Steuermann nicht zu reden, der hier das enorme Steuerruder hantiert. Im vorderen offenen Teil des Schiffes stehen die Bootsleute, die mit ihren plumpen Rudern den viereckigen Segeln helfen, das Fahrzeug vorwärts zu bringen. Alleine vermögen die Ruderer nicht, dies Strom aufwärts zu tun. Bei Windstille oder Gegenwind wurde deshalb ein Seil am Mast befestigt, worauf die ganze Mannschaft, etwa zwölf Mann hoch, auf dem Ufer marschierend ihre Kräfte nicht sparte, um das Fahrzeug langsam genug vorwärts zu schleppen. Zu jeder Budgerer gehörte wie ein Trabant ein Küchenboot, mehr Floß als Boot, bestehend aus einigen rohen Balken mit einer Grashütte darauf und von zwei oder drei überaus lumpigen schwarzen Gesellern vorwärts geschaufelt. Edmund und Arthur führten an. Die zweite Budgerer beherbergte Amanda und Berbele. Professor Eichstätt hatte sich mit einer kleinen Bibliothek in der dritten eingerichtet und die Dienerschaft folgte auf einer vierten. Das Wetter war fast immer schön. Amanda brachte den größten Teil oben auf dem Deck ihrer Kajüte zu und versuchte, besonders wenn sie geschleppt wurden, in ihr Skizzenbuch landschaftliche Erinnerungen einzutragen. Jede Biegung des Flusses entfaltete eine neue Szenerie, immer reizend durch schroffe Felsen, anmutige Hügel und mächtige Baumgruppen, oft geschmückt durch ein Kuppelgrab, einen verfallenen Tempel oder die Hütten eines Dorfes. Als sie aus dem Hugli hinaus waren und Mutter Ganga sie auf ihren breiten Strome trug, oft sich zu einem großen See erweiternd, aus welchem Tempel gekrönte Felseninseln auftauchten, nahm alles einen größeren Charakter an. Auf Dörfer folgten Städte mit den Freitreppen und Torbauten der Ghats am Wasser, belebt durch die farbenfreudigen Kleider der Bengalen. Mit Porten und mächtigen wehrhaften Granitmauern, ihrem Durcheinander von Palästen und Hütten immer wunderlich und im höchsten Grade malerisch. So wurde bei aller Einförmigkeit die Fahrt Amanda niemals langweilig, zumal das träumerische, beschauliche Dasein während des Tages immer einen gesellschaftlichen Abschluss auf dem Achterdeck der ersten Budgera fand, wo Edmund allabendlich seine Gäste zum Plaudern bei einem Glas Sorbet erwartete. Die Unterhaltung war dann gewöhnlich ebenso lebhaft wie mannigfaltig und lehrreich. Der Professor versäumte nicht, aus der reichen Vorratskammer seiner Gelehrsamkeit geeignete Wegzehrung hervorzunehmen. Bihar, das alte Magadha, an dessen Nordgrenze sie fuhren, gab mit seinen großen buddhistischen Traditionen reichlich Veranlassungen zu geschichtlichen Abstechern, die das Licht der Vergangenheit über die umgebende Gegenwart Strahlen ließen. Als sie an Patna vorüberkamen, verstand es sich von selbst, dass er den Glanz des alten Pataliputra schilderte, der Hauptstadt des großen und edlen Kaisers Asoka, wie sie der Grieche Megathenes angestaunt hat und wie fast siebenhundert Jahre später der chinesische Pilger Fa-Hie sie noch sah, erfüllt von gelb gekleideten Buddha-Mönchen und von der festlich geschmückten Menge und der endlosen Prozession der Bilder. Dort lag nun der Rest jener Herrlichkeit vor ihnen, mit seinen Vorstätten, die sich drei Meilen weit am Südufer des Ganges hinstreckten, überaus malerisch zwar, aber doch sehr den Eindruck machend, als ob Pataliputra, ähnlich wie Benares, zwar einst aus Gold gebaut gewesen, aber zur Strafe seiner Sünden später in Stein und Mörtel, Lehm und Schmutz verwandelt worden wäre. Vielleicht ähnelte die Stadt in diesem bescheidenen Zustand mehr dem uralten, ehrwürdigen Pataligama, in dessen Herberge der Buddha auf seiner letzten Wanderung einkehrte, wo er bis tief in die Nacht die Laienbrüder mit religiöser Belehrung erfreute und wo er nach der legendarischen Hinzufügung in der Morgendämmerung durch die Anwesenheit großer Götterscharen aufmerksam gemacht, seinem Lieblingsjünger Ananda die zukünftige Größe der Stadt prophezeite. Arthur Steele seinerseits hatte während seines dreijährigen Dienstes viele Erfahrungen über das indische Leben und über die Denkart der Hindus, teils durch eigene Beobachtung, teils durch Berichte zuverlässiger Zeugen gesammelt, die man gern aus ihm herauslockte, wenn er durch irgendeine Bemerkung einen Anhaltspunkt bot, denn er war besonders am Anfang zu schüchtern, zu schüchtern, um selber damit hervorzutreten. Namentlich entwickelte Amanda eine große Geschicklichkeit darin, so einen fast zufällig heraushängenden Faden zu ergreifen und Behände daran zu ziehen, bis eine ganz hübsche Geschichte zum Vorschein kam, und der junge Schotte, ehe er sich's versah, sein Garn so hübsch spann, wie sein seemännischer Vetter. Und daß bei diesem Garn alles in der Ordnung sei, daran würde nicht leicht jemand zweifeln, während es bei dem Spinnen Edmunds immer ein wenig zweifelhaft blieb, ob die Jugendjahre auf der See, die für die Wahrheit ebenso gefährlich zu sein schienen wie der Wald, und das Zusammenleben mit Dichtern, die auch keine Erziehung zur Wahrheit sind, nicht manchmal das gesponnene Garn etwas glänzender machte, als es von Rechts wegen hätte sein sollen. Dieser letzte Beitrag zur Unterhaltung war überhaupt anderer Art und hatte keine Verbindung mit dem fremden Wunderland, das man durchkreuzte. Es wurde aber nicht mit geringerem Interesse aufgenommen, wenigstens nicht von Amanda. Wenn Edmund von seinen mit Byron, Shelley und Keats verbrachten Stunden sprach, da schien ihr der ganze indische Sternenhimmel, der über ihnen leuchtete und in den Wellen des heiligen Stromes blinkte, allmählich zu verblassen, vor dem Abglanz jenes drei Gestirns der englischen Poesie, der diesem Mann ihr gegenüber entströmte, welchem in der Tat diese Erinnerungen und nur sie etwas Heiliges waren. Auf diesem erhöhten Achterdeck des ersten Schiffes war dann auch die Gesellschaft versammelt, an dem Abend, wo man erwartete, hoffentlich noch vor dem Eintritt der Dunkelheit, Benares zu Gesicht zu bekommen. Sie hatten den ganzen vorhergehenden Tag in der Militärstation Gasi-Pore zugebracht, wo ein Jugendfreund Edmunds als Major garnisoniert war. Edmund war mit ihm und mehreren Offizieren auf Wildschweinjagd geritten. Obwohl Arthur ein guter Sportsmann war, zog er es vor, Amanda und ihrem Vater Gesellschaft zu leisten. Als Beamter der Ostindischen Kompanie war er einigermaßen mit ihrer Geschichte vertraut, so musste er denn die Wissbegierde des Professors stillen und hier selbst den Historiker spielen, indem er vor dem Grabmonument des Marquis Cornwallis, nicht ohne anfängliches Stottern, einen Vortrag über die Regierung und die Kriegstaten des ersten aus der englischen Aristokratie hervorgegangenen indischen Generalgouverneurs hielt. Dabei fühlte er sich noch dazu bedrückt durch eine etwas feindselige Stimmung im männlichen Teil seines Auditoriums, denn in seiner Begeisterung für das Indische hielt Professor Eichstätt eigentlich die Eroberungen der Engländer hier für Raubzüge, obwohl er ohne sie niemals das gelobte Land gesehen hätte. So war es denn doppelt nötig, dass Amanda ihn aufmunterte, indem sie etwas Sympathie für den edlen Marquis zeigte, dessen Mausoleum nicht eben sehr zur Bewunderung aufforderte. Sie wunderte sich, dass alle indischen Denkmäler Stil und Charakter hätten, während alles, was die Engländer bauten, beides vermissen ließ. Und Arthur konnte nicht umhin zu gestehen, dass sie auf ihrer ganzen Reise keinem so reizlosen Bauwerk begegnet wären wie diesem. Seit unverdenklichen Zeiten war Garzipore berühmt wegen seiner Rosen, die alle Kenanas Indien mit Rosenwasser versahen. Der süße Duft von diesen unabsehbaren Blumenfeldern wurde von einem kühlenden Abendwind der Gesellschaft entgegen geweht, als man sich auf dem Promenadenplatz vor dem Mausoleum erging und der Militärkapelle lauschte, die den deutschen Gästen zu Ehren Stücke aus der Zauberflöte und ein paar alte Wiener Walzer spielte, nach denen schon der Kongress getanzt hatte. Es war bei dieser Gelegenheit, dass Amanda sich die Frage vorlegen mußte, ob sie nicht vorher zu viel Interesse an den Taten des Marquis Cornwallis gezeigt habe, und ob sie nicht mit Blicken und Mienen, ja sogar mit Worten dem jungen Schotten Taten hatte. Leicht fiel es einer solchen Frage nicht bei ihr aufzutauchen, da sie keineswegs zu den Mädchen gehörte, die jeden Jüngling, der in den Bereich ihrer Augen kommt, als in übermächtiger Gefahr schwebend betrachten. Im Gegenteil, da sie im Profil keine griechische Stirn- und Nasenlinie aufzeigen konnte, und en fasch über kein eiförmiges Madonnengesicht verfügte, hatte sie längst entschieden, dass sie auf Schönheit keinen Anspruch habe, und fand deshalb keinen Grund, warum ein junger Mann sich kopfüber in sie verlieben solle, und das trotz ihrer Erfahrung hinsichtlich des Heidelberger Studenten mit den Fersen und den Rosen, an den eine Erinnerung sie hier, inmitten dieses Rosendufts ganz natürlich anwandelte. Ob er wohl vielleicht in einer Abendstunde in einem Wirtschaftsgarten am lieblichen Neckarstrom säße, seinen Wein trinkend, ihrer gedenkend und vielleicht Verse schreibend, auf Flügeln des Gesanges sie suchend, ihm war es zweifelsohne passiert, das kam ihr aber auch als ein unbegreiflicher Fall vor, der sich nicht so bald wiederholen könne, und andererseits, dass ein junger Mann während einer monatelangen einförmigen Flussreise, wo sie der einzige Repräsentant des zarten Geschlechts war, nachgerade ihr gegenüber in einen leichten schwärmerischen Rausch geriet, war schließlich kein Zauberstück und brauchte nicht viel zu bedeuten. Aber es war ein beunruhigendes Symptom, daß er sie sogar den Wildschweinen vorzöge, und ganz wundervoll war nun auch die Behändigkeit, womit dieser junge Mann beim Aufbruch wußte, alles so zu ordnen, daß Amanda allein mit ihm im Dockkart fahren mußte. Man hatte nämlich, da der Fluss von Gazipore bis Benares sich in mächtigen Windungen schlängelt, die Flotille den ganzen Tag weitersegeln lassen, um sie in der Nacht an einem bestimmten Punkt einzuholen, zu welchem Zweck die Offiziere ihnen bereitwillig einen Zweispänner und einen Dockkart zur Verfügung gestellt hatten. Im Letzteren saß also Amanda neben dem kutschierenden Arthur. An sich keine üble Situation, da man auf diesem freien erhöhten Sitz die herrliche Fahrt in der erfrischend kühlen balsamischen Nachtluft durch die stille, weit und breit vom Monde erleuchtete Landschaft mit ihren großen Bäumen, ihren Hügeln und kleinen Ruinen viel besser als im großen Wagen genoss. Wenn nur nicht eben dies Neue ihr so ungewohnte Bewusstsein dagewesen wäre, sich nicht gehen lassen zu dürfen, aufpassen zu müssen, damit die Stimmung nicht zu romantisch würde, was ihren Genuss ziemlich beeinträchtigte. Sie atmete sogar erleichtert auf, als sie die silberglänzende Biegung des Flusses mit den schwarzen Punkten der Flottille sah, ohne dass etwas Beunruhigenderes passiert wäre, als dass er ihr ein paar Mal versichert hatte, er würde diese Nacht nicht vergessen, wenn er auch hundert Jahre alt würde, und dass ihre Herrlichkeit in sein nächstes Erdenleben noch hineinklingen müsse, wobei ihr nicht ganz leicht war, die Fiktion aufrecht zu erhalten, dass solche Einzigartigkeit dieser Nocturne lediglich auf die Rechnung der umgebenden Natur zu schreiben sei. Nun standen sie alle auf dem hohen Achterdeck der ersten Budgera ihrer Flottille, alle im höchsten Stadium gespannte Erwartung, mit Ausnahme der unerschütterlichen Berbele, die sich zum ersten und letzten Mal, freilich ohne es zu wissen, in Übereinstimmung mit einem großen indischen Worte befand, mit dem nämlich, dass es dem Weisen gleich gilt, ob er in Benares oder in einer Hundehütte sterbe. Nur hatte sie insofern eine noch höhere Warte des Gleichmuts erstiegen, als es ihr auch gleichgültig war, welches von beiden sie sähe. Jetzt sahen sie Benares. Wenigstens sahen es die anderen. Ja, da lag sie vor ihnen, auf dem hohen Ufer sich amphitheatralisch aufbauend, im glitzernden Wasser widerspiegelnd, die heilige Stadt am heiligen Strom. Kühler Schattendunst webte einen violetten Schleier über die Treppenreihen und Torbogen der Gards. Fußnote, Gart, Landungs- oder Badeplatz mit prächtigen Treppenanlagen, von hervorspringenden, kioskgekrönten Basteien unterbrochen, und oben oft durch prächtige Torbauten architektonisch abgeschlossen. Ende Fußnote. Und neue Fäden zogen sich in dies Gewebe hinauf von den Rauchknäulen, der auf den Leichenverbrennungsstätten am Ufer glimmenden Scheiterhaufen. Goldiges Helldunkel umflutete mystisch das Durcheinander und Übereinander der Tempel. Die Stadt schien nur aus solchen zu bestehen, stufensteigende Terrassendächer, Pyramiden, runde Kuppeln und hochgestreckte Kuppeln und ganze Kuppelbündel, altersschwarze, elfenbeingelbe, blutrote, besternte und güldene. Und über diesem ganzen bunten und wilden Gewimmel thronte in einsamer und erhabener majestätischer Ruhe, wie Weiland die Mogulmacht über das zersplitterte Hindutum, Aurangzebs Moschee, die mit ihren einfachen arabischen Formen, dem ganzen Bild erst das entscheidende orientalische Gepräge, den Zauberstempel tausend- und einnächtiger Märchenpoesie aufdrückte, indem sie ihre glänzenden Kuppeln und die beiden fast überschlanken Minarette gegen den Abendhimmel erhob, einen Himmel, in dessen Tiefe alle Rosen, die je auf den Feldern Gasi-Pores ihr feuriges, duftiges Blumendasein gefristet haben, in verklärter Gestalt zu überirdischer Wonne wiedergeboren zu sein schienen. Dachte ich's mir doch, sagte Edmund, dass dies sehenswert sein würde, da doch ein schwacher, sehr schwacher Abglanz genügt hat, um mich überhaupt hierher zu bringen. Da möchte man ja wirklich mit den indischen Fabeltieren die neugierige Frage stellen, wie war das? Oh, keineswegs fabelhaft, mein lieber Professor, sondern überaus einfach. Ich hatte die Absicht, nach Amerika zu gehen, um zu sehen, wie die in Europa geknebelte Freiheit sich dort gebürdete. Eines Tages besuchte ich einen Freund in London, um Abschied zu nehmen. Während ich im Salon wartete, blätterte ich in einem illustrierten Reisewerk, und das erste Bild, worauf mein Blick fiel, war ein feiner Farbendruck von Benares. Dieser Anblick, was der für einen Eindruck auf mich machte, nun, ich denke, er hat mich da berührt, wo ich meinen Strich mit dem Teerpinsel bekommen habe. Fußnote, der Teerpinsel, a touch of tarbrush, ist der gewöhnliche Ausdruck in Indien für einen Engländer, der Hindu-Blut in seinen Adern hat. Jedenfalls sehen Sie die Wirkung, dass ich jetzt hier stehe und nicht in Amerika bin. Einfach kann man das ja nennen, rief Arthur. Ich verstehe aber, dass ich darin eine wunderbare Fügung sehe, für die ich wahrlich nicht dankbar genug sein kann. Nun, das nenne ich wahrhaftig einmal ritterliche Gefühle, deren Äußerung mir im tiefsten Herzen wohltut, sagte Edmund im aufgeräumtesten Ton und klatschte Arthur auf die Schulter. Glänzende äußere Vorteile hat dir mein Herkommen ja nicht gewährt. Deine Freude darüber darf ich ganz auf die Rechnung meiner Persönlichkeit schreiben. Der spöttische Sinn dieser Worte klang so deutlich heraus, dass Arthur sich genötigt sah, anstandshalber zu äußern, er habe den Kanzleidienst in Kalkutta herzlich satt und sehne sich sehr danach, Land und Leute kennenzulernen, so dass Edmunds Absicht, die ihm Gelegenheit dazu böte, allerdings auch abgesehen von verwandtschaftlichen Gefühlen ein wahrer Segen für ihn sei. Als ob es nicht genug wäre, dass der junge Schotte bei dieser Ausflucht mit der Durchsichtigkeit der blonden Naturen bis unter sein sandfarbiges Haar hinauf errötete, musste er außerdem noch Amanda einen entschuldigenden Blick von solcher Beretsamkeit schicken, dass sie froh war, sich in den Anblick von Benares vertiefen und darauf bezügliche Fragen an ihren Vater richten zu können. Kein Zweifel, dass es sich hier um etwas mehr als um eine durch die Einförmigkeit einer Flussreise in Bewegung gesetzte und durch den Mangel an Auswahl dirigierte elementare Übung des jugendlichen Herzens handle. Kein Zweifel auch, dass dieser Jüngling so treu und zuverlässig sei, wie das Metall, nachdem er sich nannte. Und so sah sie sich denn gebieterisch der Frage gegenübergestellt, ob sie wohl imstande sein würde, das Gefühl, das aus diesen gewöhnlich recht kalten stahlblauen Augen ihr so warm entgegenleuchtete, jemals zu erwidern. Damals, angesichts des von der seligen Röte des Sonnenuntergangs am Himmel und im Wasser umleuchteten Benares, wusste sie, diese entscheidende Frage nicht zu beantworten. Heute, angesichts des im sterbenden Abendlicht finster und drohend sich erhebenden Raja-Palastes, wusste Amanda, dass sie jene Frage verneinen müsse. Nie würde sie den braven jungen Schotten lieben können. Ihr Herz war vergeben. Die so urplötzlich erweckte Vorstellung, dass Edmund eine andere Liebe und die gleichzeitig auftauchende Angst vor einer ihm drohenden Lebensgefahr hatte ihr Innerstes mit solcher Macht aufgewühlt, dass das Verborgenste an den Tag gekommen war. Die Bekanntschaft mit jener anderen aber und der Eindruck, den diese auf sie gemacht hatte, steigerte durch bittere Schärfe das Liebesbewusstsein bis zur höchsten, fast unerträglichen Klarheit. Ja, sie liebte Edmund. Oh, wie verschieden war dies rückhaltlose Selbstgeständnis von jener schüchternen Frage in Heidelberg. Hier gab es aber auch keine süße Unruhe mehr, keine belebende, freudige Hoffnung, alles schien hier Drohung, Enttäuschung, Entsagung und Verzweiflung zu sein. Und doch hätte sie dies nicht gegen jenes getauscht. Doch hätte sie nicht wünschen können, dass sie nie das liebliche Neckarstädtchen verlassen und ihren Fuß nie auf das Deck einer englischen Brick gesetzt hätte. Was konnte sie überhaupt jetzt wünschen? Nichts. Nur verharren konnte sie in der Gegenwart. Denn in die Zukunft hinausblickend, was wurde sie wohl dort gewahr? Was war das Nächste? Vielmehr, was war das Neueste, das irgendeine Aussicht eröffnete? Sie wusste, dass etwas Neues hinzugekommen sei. Noch an diesem Tage, wo sich so manches zusammenfand, war es hinzugekommen. Sie musste die Hände an die Schläfenpressen, um ihre Gedanken gewaltsam zu sammeln. Richtig, das war es, Edmonds Mission nach Afghanistan. Diese Mission, wenn er sie annähme, würde sie ihn von ihr entfernen? Auf wie lange? Auf immer vielleicht? Ja, wahrscheinlich auf immer. Kalarama hatte nicht verschwiegen, dass die persönliche Gefahr, die mit dieser Sendung verbunden war, eine sehr große sei. Und außerdem, der Ruf der Afghaner als das verräterischste und mordlustigste Räubervolk auf Gottes Erden, war in Nordindien, das sie so oft entvölkert hatten, lebendig genug, und auch ihr nicht unbekannt geblieben. Und dennoch hatte sie selbst, ihm geraten hinzugehen, hatte das bisschen, was sie von Überredungskunst besaß, in Worten, Blick und Miene aufgeboten, um bei ihm die Überzeugung zu wecken, dass es seine Pflicht sei, nach Afghanistan zu gehen. Wie hatte sie nur das tun können? Wie, wenn ihre Verwendung das letzte Lot wäre, das die Schale zum sinken brächte? Wenn sie es wäre, die ihn in den Tod schickte? Amanda Amanda bedeckte ihr Gesicht mit den Händen, ein Zittern ging über ihren ganzen Körper, dann erhob sie entschlossen den Kopf, lieber die afghanischen Löwen als die indischen Schlangen. Ende von Abschnitt 19 Ork Aufgenommen von Jessie Die Weltwanderer von Karl Gellerup Zweites Buch Kapitel 3 Der Webstuhl des Karma Der Raja Palast war in der unterdessen eingetretenen Dunkelheit fast verschwunden. Nur ein großer eckiger Schatten zeigte, wo jene indische Schlange hauste. Und in diesem Schatten verborgen schien sie noch lauernder, noch giftiger zu sein. Von der drohend finsteren Zukunft zurückgeschreckt fingen Amandas Gedanken von selber an, sich der Vergangenheit zuzuwenden. Zuerst der nächsten Vergangenheit. Sie gingen den einzelnen Gliedern nach, die sich zu dieser eisernen Kette der Notwendigkeit zusammengefügt, zu dieser Gegenwart geführt hatten. Da mußte es ihr nun auffallen, wie sich unter ihnen doch so viel Zufälliges befände, so vieles, was beinahe eine andere Richtung genommen hätte, wodurch sich dann das Ganze völlig anders gestaltet hätte. Ja, wenn nur ein einziges dieser Glieder seine ursprünglich eingeschlagene Richtung beibehalten hätte, dann wäre diese Gegenwart nicht herausgekommen, ja nicht einmal eine, die ihr irgendwie ähnlich säe. Ihr Vater hatte sich eigentlich der Philosophie widmen wollen. Nur der Umstand, dass sich für einen Sanskritisten viel bessere Universitätsaussichten eröffneten, hatte ihn bestimmt, sich mit seiner ganzen Kraft auf das damals noch so junge Sanskritstudium zu werfen, mit dem er bisher nur wegen dessen neuen philosophischen Inhaltes geliebäugelt hatte. Sir Edmund war im Begriff, sich nach Amerika zu begeben, als eine Ansicht von Benares einen solchen Eindruck auf ihn machte, dass er sich entschloss, anstatt nach den nordamerikanischen Staaten, sich nach Indien zu begeben. Kalarama endlich hatte schon ein Schreiben an einen englischen Professor aufgesetzt, als eine Zeitschrift mit einer Abhandlung von Professor Eichstätt ihm in die Hände kam, und irgendetwas in diesem Aufsatz ihm so sehr gefiel, dass er sich entschloss, lieber diesen deutschen Gelehrten für sein Vorhaben zu werben. Aber wie? Hatte nicht Schillers Wallenstein doch recht mit seinem Es gibt keinen Zufall? Wenn aber keine Einzige von diesen anscheinend gleichgültig schwankenden Einzelheiten zufällig diesen Weg genommen hätte, wenn alle einander suchten und fanden, um gemeinsam einem einzigen Ziele zuzustreben, um zusammen ein einheitliches Muster zu weben, welches war denn dieses Ziel? Welchen Sinn hatte das Muster, an welchem auch sie mitwob und in welches sie verwoben wurde? War es die gütige Vorsehung Gottes, die alles dies zum Besten lenkte, wie sie in der Schule gelernt hatte? Oder war es, wie dies alte Land der Weisheit lehrte und vor den Zeiten europäischen Denken schon gelehrt hatte, das Karma, ein ewiges Moralgesetz, das alles leitete? War alles dies lediglich die unaufhaltsame Selbstbewegung unserer eigenen Taten? Ihr Vater meinte zwar, dass er um des Brotes Willen Indologe geworden sei, aber vielleicht war dies nur ein Vorwand für seine Vernunft gewesen, und er hatte in Wirklichkeit das Sanskrit gewählt, weil ein geheimer innerer Trieb ihn zu dieser Sprache hinzog, etwa, weil er sie einst gesprochen habe? Sie musste an die platonische Lehre denken, das alles Lernen erinnern sei. Ihr Vater hatte ihr oft diesen Satz in seiner ganzen Bedeutung entwickelt. Sie wusste auch, dass er eine Lieblingsidee Shelleys war. Wie gegenwärtig war ihr der Abend auf dem Ganges geblieben, wo Edmund ihnen die Geschichte von seinem extravaganten Dichterfreund und dem Bambino erzählte. Sie hatten einen ganzen Tag Platon zusammen gelesen, das heißt, Shelly hatte aus Platon übersetzt, denn das bisschen Griechisch das Edmund gekonnt, war längst verdunstet, und gingen gegen Abend aus, um die herrliche Luft am Lung Arno zu genießen. Als sie über eine der Marmorbrücken kamen, stand eine arme Frau dort mit einem kleinen Jungen auf dem Arm. Shelly nahm ihr plötzlich das Kind ab und hielt es vor sich hin, zum größten Schrecken der Mutter, die wohl befürchten mochte, der seltsame Inglese mit dem bloßen, von wilden Haaren umflatterten Kopf sei ein Verrückter, der ihr Kind in den Fluss werfen wolle, weshalb sie es krampfhaft an seinem Hemdchen festhielt. Will ihr Bambino uns etwas von der Präexistenz sagen, Signora? fragte Shelly. Er kann nicht sprechen, Signor, antwortete sie. Oh, das glaubt er vielleicht, aber er könnte schon. Er ist nur ein paar Wochen alt, Signor, meinte die Mutter entschuldigend. Eben deshalb, er kann noch nicht das Sprechen vergessen haben, es ist undenkbar, antwortete der Poet und gab ihr das Kind zurück. Und mit komischer Entrüstung rief er aus, während er mit seinen langen Schritten vorwärts eilte, es ist zum Verzweifeln, wie verstockt diese Säuglinge sind. Und doch ist es gewiß, dass er vor wenigen Wochen vieles wußte, das wir in unseren Lebtagen nicht erfahren und am allerliebsten wissen möchten. So war sie denn mit dieser Idee so vertraut, dass sie manchmal mit ihr spielte. Eines Abends war über Shakespeare viel gesprochen worden, und sie hatte zuletzt geäußert, man könne sich, zumal in diesem Lande, seine erstaunliche Mannigfaltigkeit so erklären, dass er ein Wesen sei, das schon die verschiedensten Menschenleben hinter sich habe, sodass er sich nur zu besinnen brauche, um aus eigenster Erfahrung zu wissen, wie ein Krieger, ein Kaufmann, ein Clown, eine Desdemona und ein Falstaff, ein Prospero und ein Kaliban dachte und handelte. Jetzt dachte sie, und sie musste bei diesem Gedanken lächeln, vielleicht hat der Vater einst die Felsen in Schriften eingehauen, die er nun mit solcher Sicherheit dechiffriert. Und noch eine andere Seite bei dieser Wahl ihres Vaters fiel ihr auf. Vielleicht hätte er es doch vorgezogen, frei im weiten Gebiete der Philosophie umherzuschweifen, wenn er ein von den Anforderungen des bürgerlichen Lebens unabhängiger Mann gewesen wäre. Er war aber fast ohne Vermögen und er war verliebt. Ja, er war sogar heimlich verlobt, und zwar mit einem Mädchen aus adeliger Familie, die ebenso stolz wie wenig begütert war und große Hoffnung auf eine reiche Partie für die einzige sehr hübsche Tochter setzte. Er musste sich also bald möglichst eine Stellung erkämpfen. Auf dem Wege der Indologie waren ihm die wärmsten Empfehlungen August August Wilhelm von Schlegels gesichert, dessen Kollegien er in Bonn besucht hatte und der sich lebhaft für ihn interessierte. Dies gab den Ausschlag. Mit seinem eisernen Fleiß, der von einer robusten Gesundheit getragen wurde, vollbrachte er Wunder. In ein paar Jahren hatte er seine Professur und sein Mädchen. Wenn es nun aber im Leben eines Mannes etwas gibt, das nicht äußerlich und zufällig ist, so ist es die heftige Liebe zu einer bestimmten Frau. Und in dieser Liebe lag schon ihr eigenes Dasein mit seinen individuellen Merkmalen, mit ganz bestimmten Fähigkeiten, Anlagen und Beschränkungen vollkommen beschlossen. Dann war Edmunds anscheinend zufälliger Entschluss da, nach Indien anstatt nach Amerika zu gehen. Hatte er aber nicht selber angedeutet, dass der Anblick eines Benares Bildes in einem Prachtwerk gewiss nicht diese Wirkung auf ihn hätte ausüben können, wenn er nicht das Blut einer Hindu Prinzessin in seinen Adern gehabt hätte? Dies lautete nun freilich rationell genug. Kein noch so hartgesottener Empiriker und Naturwissenschaftler könnte etwas dagegen haben. Aber war dies nicht vielleicht nur die äußere Hülle? Könnte auch hier nicht ein innerer Zusammenhang wirken, den man kaum zu ahnen vermochte? War er vielleicht das Kind jener Begum und eines abenteuernden Engländers, weil sein innerstes Wesen, der Niederschlag früherer Taten, gerade solche Bedingungen für seine Verkörperung brauchte, gerade diese Mischung vom Morgen- und Abendland. Die träumerische, zigeunerhaft schweifende Fantastik, gepaart mit der zähen und doch heftigen Energie des Westens, Sachsentum mit starkem keltischen Einschlag. Denn schon das Treh seines Namens gemahnte ja daran, dass er zu den Cornwall-Männern gehöre. Und nun Kalarama, der ihren Vater zu jenen Felseninschriften hingerufen hatte. Bei Kalarama fing für sie überhaupt das Mysterium erst recht an. Wie wunderbar war die Ähnlichkeit zwischen ihm und seinem Vorfahren des Altertums, Mahim Sasa. So zwar, dass sogar die Worte, die Amanda nach der ersten Begegnung mit ihm ihrem Vater gegenüber gebraucht hatte, sich bei dem alten Chronisten fanden. Mahim Sasa sehe er wie ein Sanyasin, denn wie ein Feldherr aus. Freilich würde auch hier der Naturforscher mit seiner Erklärung schnell bereit sein. Mit einer, die nicht die ihrige war. Vor ihrem bohrenden Blick schienen in der Person Kalaramas die Wurzeln der gegenwärtigen Dinge bis in die graue Vorzeit hinab zu reichen. Und waren etwa in jenen Tiefen die Lebensfasern des Indologen mit denen des Inders verflochten? Hatte vielleicht irgendein Ausdruck, eine stilistische Wendung, von denen, wo der Mann im Stil ist, in jenem Aufsatze bei dem indischen Minister dunkle Erinnerungen, träumende Sympathien wachgerufen, die ihn für den deutschen Gelehrten anstatt für den näherliegenden Engländer entschieden. Als Amanda sich diese dreiste Frage stellte, besann sie sich darauf, dass jener Aufsatz nicht von Ohn Gefähr in die Hände des Ministers gekommen sei. Er war ihm übergeben worden, und zwar von einem Freunde, den Kalarama seinen Guru, seinen geistigen Führer nannte. Wer mochte wohl diese jedenfalls sehr hervorragende Persönlichkeit sein, die hier so entscheidend eingegriffen hatte? Welche neuen, geheimnisvollen Beziehungen konnten sich nicht hier verbergen? Wie dem nun auch sei, wie auch alle Faktoren sich zusammengefunden haben mochten, sie wirkten und worben unaufhaltsam. Was wirkten? Was worben sie? Amanda blickte wie fragend in die Nacht hinaus. Auch die Schattenmasse des Palastes hatte sich jetzt im Dunkel aufgelöst. Sie verriet sich nur dadurch, dass drüben keine Sterne zu sehen waren. Amanda versuchte noch, ein durchschnittenes Sternenbild ergänzend zu erkennen, da war es plötzlich helles Tageslicht. Sie befand sich draußen vor der Hindu-Stadt, wo sie öfters die Weberinnen an ihrer Arbeit beobachtet hatte. Gerade vor ihr streckte sich der primitive Webstuhl, eine lange Reihe von schief in die Erde gepflanzten Tigergrasstängeln, zwischen welchen die Kette des Gewebes sich ein- und ausschlängelte. Auf jeder Seite ging ein Hindu-Weib hin und zurück. Ihre Rockfalten flatterten seitwärts, ihre Schleier bauschten sich, während die schön geformten Arme, blank wie Bronze, die auf langen Stöcken befestigten Schifflein durch die Kette führten. Dazu sangen sie ein wildes, melancholisches Lied. Es war die Ballade von Joughurt, und in ihr Singen mischte sich bisweilen das gedämpfte Gebrüll einer der höckrigen Büffelkühe, die ringsum auf der mit Backsteinbröckeln bestreuten Erde ihr sparsames Futter suchten. Das war alles, wie sie es so oft gesehen. Nur pflegten die Frauen nicht bei ihrer Arbeit zu singen, sondern zu schwatzen. Eben wollte sie versuchen, ob sie hinlänglich Hindustani zusammenbringen könnte, um die Weberinnen zu fragen, ob Joughurt wohl noch immer ein Räuber sei, der Ratscha-Beute entführe. Da waren beide Weiber plötzlich verschwunden. Aber die Kette des Webstuhles spannte sich noch vorher aus. Zu beiden Seiten, oben und unten. Sie erfüllte den ganzen Raum und schien an den Sternen befestigt zu sein. Denn es war wieder Nacht, aber erleuchtet von den Farben des Musters in diesem unendlichen, lebendigen Gewebe. Und Amanda war selbst mittendrin, war einer von den unzähligen Einschlagspäden, die durch keine Hand geleitet und gezogen zu werden brauchten. Denn sie waren beweglich und beseelt wie Schlangen und wie von einem untrüglichen Instinkt geführt, suchte und fand jeder seinen Weg, um immer an der rechten Stelle im Muster zu sein. Aber Amanda steckte nicht nur als selbstwirkender Faden im Gewebe. Sie befand sich gleichzeitig außerhalb desselben, obwohl es überall war. Sie stand ihm gegenüber als schauendes Auge, überblickte das Muster und sah die nahen und fernen Bilder. Hier Amanda in der Sturzwelle auf dem Deck der Brigg vom Arm Edmunds umfasst, die Gesellschaft auf der Budgera vor Benares, Amanda und der Vater der Vorlesung Kalaramas lauschend. Amanda in der Kenana und die Singen der Rani. Dort die kleine Amara in den Armen des heimkehrenden Mahim Sasa. Amara als junges Mädchen vor einem herrlichen Kuppelbau von hohen Bäumen umgeben sitzend und noch andere gar seltsame Amara Bilder. Und in dieser Zwiespaltung ihres Wesens in ein wirkendes und ein schauendes Teil der Faden der sie selber war der durch die eine Bilderei sich ziehend emsig weiter am Muster wirkte zugleich weit hinten in jene andere Bilderei verflochten war. Auch erkannte sie die anderen Fäden die neben ihr her liefen und mit ihr zusammen wirkten den grauen Faden ihren Vater den roten Edmund den schwarzen Dirani den silbernen Kalarama den blauen Arthur Eben wollte sie den letzten fragen woher er denn eigentlich käme da in der anderen Bilderei doch kein blauer Faden verwoben sei als ihre Aufmerksamkeit von einem prächtigen goldenen Faden in Anspruch genommen wurde der ihren Weg kreuzte als ob er allen Fäden eine neue für das Muster entscheidende Richtung geben wollte Goldig glänzte es ja auch überall dort hinten in der anderen Bilderei und sie freute sich des reicheren Glanzes der sich jetzt im Gewebe verbreitete als dieser güldene Meisterfaden sich mit dem silbernen verschlang und ihr eigener Weißer den von ihnen vorgezeichneten dreisten Schwung mitmachen durfte je eifriger sie aber im Gewebe mitwirkte um das neue ungeahnte hervorzubringen umso mehr strengte sie sich an um als Schauende das Entstehende zu erblicken und sie sah wie in der Mitte des ungeheuren Teppichs durch Zusammenwirken aller Fäden ein Menschenantlitz entstand und immer deutlicher wurde es war es war ein männliches Gesicht aus dessen Zügen jene mit unaussprechlicher milde gepaarte erhabene Ruhe leuchtete die den besten Buddha Bildern allein eignet während der dunkle geklüftete Bart dem Bilde zugleich etwas vom Christus Typus verlieh als ob Osten und Westen sich vereinigt hätten um ein Idealbild heiliger Übermenschlichkeit zu schaffen die Augenlider waren gesenkt wie auf den Bildern des in innere Schauung versenkten Buddha allmählich aber lüfteten sie sich oder schienen vielmehr durchleuchtet zu werden von dem Blick dessen geheimnisvolle Macht Amanda so innerlich empfand dass nunmehr mit einem Male ihre traumhafte Zwiespaltung aufgehoben war als ob ihr Wesen sich gewaltsam einigen müsste um diese Einwirkung auszuhalten sie sah wieder den Fensterrahmen die Sträuche und Bäume des Gartens die Sterne über ihren Wipfeln aber das Gesicht war noch immer da Ende von Abschnitt 20 Abschnitt 21 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Weltwanderer von Karl Gellerup Zweites Buch Kapitel 4 Der Gruß des Meisters Kaum zehn Schritte vom Fenster entfernt, unter dem dunklen Laubdach eines niedrigen Baumes, stand ein Inder und betrachtete sie unverwandt. Als sie nun diesen Blick erwiderte, mußte sie an Kalarama denken. Sie wußte eigentlich nicht, warum. Denn wohl war die Größe der beiden Männer ziemlich dieselbe, aber die Gesichter ähnelten sich nicht gerade sehr. Am ehesten noch die Augen. Die des Fremden waren aber größer und leuchtender als die des Ministers und schienen sie mit ihrem Blick zu durchdringen. Wie lange hat er mich wohl so angesehen, dachte sie. Gewiß schon eine ganze Weile. Und die seltsame Idee bemächtigte sich ihrer, daß alle jene Karma-Gedanken, die ihre Fantasie soeben durchzogen hatten, nicht aus der Tiefe ihres eigenen Geistes aufgetaucht, sondern ihr zugeschickt waren, eingegeben von jenem Inder, der sie mit seinen funkelnden Augen durchleuchtete. Daher käme es gewiß auch, daß sie gar keine Angst empfand, als sie ihn so plötzlich dastehen sah. Sie sei schon von ihm durchdrungen und dadurch auf seine Erscheinung vorbereitet gewesen. Und wer war er denn? War er ein neuer Faktor, eine neue eingreifende Macht? Gewiß war er das, sie fühlte es. Und eine Gute, auch das fühlte sie. Aber was würde er wohl wirken? Hatte er vielleicht schon eingegriffen? Der Inder, der Edmund gerettet hatte, der Yogi, vor dem selbst die Mörder scheuten, war er es nicht? Sie möchte fragen, aber sie scheute sich. Doch schon war es ihr, als ob diese Frage bejaht zu ihr zurückkehrte. Wie gern hätte sie ihm gedankt, aber vielleicht hörte er auch diese Danksagung. Unbeweglich blieben das Mädchen und der Mann einander gegenüber. Blick in Blick, kein Wort flog hin und her. Wenn eine Unterhaltung stattfände, dann bewegte sie sich in einem Unterstrom, der zu tief ging, um die Oberfläche des Bewusstseins, worauf Gedanken und Worte schwimmen, in Bewegung zu setzen. Und sie müsse wohl stattfinden, diese Unterredung. Woher sonst die Ruhe, die fast freudige Zuversicht in ihrem Gemüt, wo es vor wenigen Minuten noch so unselig gestürmt hatte. Und doch empfand sie eine leise Enttäuschung, als er nun fortging, ohne ein Wort zu sagen, jedoch nicht, ohne durch eine Neigung des Kopfes und eine fast segnende Handbewegung sie zu grüßen. Eine leise Enttäuschung. Sie hatte erwartet, daß schon jetzt und hier etwas sich ereignen würde. und nun ging er. Jedoch nur ein paar Schritte. Als ob er sich plötzlich eines Besseren besenne, blieb er stehen und wandte sich an sie. Will die liebe Mem Sahib einen Gruß an den Minister Kararama überbringen? Amanda lächelte. Gern will ich einen Gruß überbringen, wenn der freundliche Fremde mir einen solchen anvertrauen will. Mem Sahib möge dem Minister sagen, der Guru grüßt seinen Cela. Fußnote Guru, geistiger Führer, Meister Cela, Lehrling Vor dem dritten Schakalschrei erwartet der Guru den Cela an dem Ort, wo sie einst ihre bitterste Stunde erlebten. Ich werde den Gruß Wort für Wort überbringen, Fremder. Ich danke Ihnen. Gute Nacht, Mem Sahib. Er grüßte mit derselben Bewegung von Kopf und Hand und verschwand im Laubschatten des Gartens. Amanda blickte ihm sinnend nach. Das war nun die zweite Botschaft, die sie an Kalarama zu bringen hatte. Sie wollte nicht länger zögern. Schon war sie aufgestanden, um sich hinüber in das Studierzimmer des Vaters zu begeben, als ein Laut aus der Dunkelheit draußen ihre Aufmerksamkeit gefangen nahm und ihren Fuß fesselte. Warum, wußte sie nicht, es war nur der Schrei eines Reihers unten am Seeufer. Sie wunderte sich, ob er sich wohl wiederholen würde. Er tat es und mit seltsamer Neugierde, die ihr Herz pochen ließ, lauschte sie. Ein dritter Reiharuf erfolgte. Amanda erblasste, zitterte am ganzen Körper und sank auf den Stuhl nieder. Sie hörte nicht mehr den Ruf »Edmund!« »Edmund!«, der bald danach fast unmittelbar unter ihrem Fenster ertönte. Noch weniger vernahm sie, als die Türe des Studierzimmers sich nun öffnete und die Stimmen des Vaters und Kalaramas laut im Korridor erschollen. Der Minister verabschiedete sich und bat Professor Eichstätt, seine liebe Tochter recht herzlich zu grüßen. Da bemerkten sie, daß Garuda, der mit ihnen die Studierstube verlassen hatte, durch die nur angelehnte Türe zu Amandas Zimmer hineinschlüpfte und sofort ein gar jämmerliches Wimmern anstimmte. Sie traten ein und fanden das Mädchen besinnungslos am Fenster. Der Vater erschrak tödlich. »Mein Gott! Exzellenz! Wie Sie sagten, hat meine Tochter doch bis jetzt das Klima sehr gut vertragen und nun finden wir sie ohnmächtig. Ist es möglich, daß das indische Klima dennoch...« Kalarama, der sofort den Wasserkrug ergriffen hatte und das Gesicht der Ohnmächtigen mit dessen allerdings etwas lauem Inhalt besprengte, tröstete den bestürzten Indologen, der schon die Wahrscheinlichkeit voraussah, seine Tochter nach Europa zurückschicken zu müssen. »Ich denke, verehrter Freund, daß dieser kleine Anfall nicht so sehr eine klimatische als vielmehr eine seelische Ursache haben dürfte, wie wir ja wohl jetzt gleich erfahren werden.« In der Tat schlug Amanda jetzt die Augen auf und sah sich verwundert um. Sie würde von der Ohnmacht nichts gewußt haben, wenn nicht die besorgten Fragen ihres Vaters gewesen wären, wie sie sich jetzt fühle, wie das wohl gekommen sei, ob sie unmittelbar vorher etwas verspürt habe oder durch irgendetwas erschüttert worden sei. Diese Fragen, die durch ein paar ruhige Bemerkungen des Ministers unterstützt wurden, brachten ihr bald alle kleinen Vorgänge in vollständiger Deutlichkeit zurück. Oh, es war ein plötzlicher Schrecken, oder wie ich es nennen soll, ganz unbegründet, ja töricht, wenn man will. Ich vernahm drei kurz nacheinander folgende Reiherrufe. Bei dem zweiten wurde mir ganz sonderbar zumute, und gar bei dem dritten, nun ja, ich habe ja, wie Sie sehen, das Bewusstsein verloren. Professor Eichstätt sah ratlos den Minister an. Dieser Vorgang schien nichts zu erklären. Es mußte wohl doch eine klimatisch bedingte Krankheit sein, die sich ankündigte. Sonderbar genug, sagte Kalarama. Nur Reiherrufe vom Seeufer? Ja, ich denke vom Seeufer. Doch zugleich so fern, unendlich fern, als halten sie durch Zeiten und Ewigkeiten wieder. Nein, ich kann nicht sagen, wie mir ward. Kalarama nickte nachdenklich. Wahrlich, ich würde denken, daß Sie weiter in der Sage vom Schlangenstein gelesen hätten, wenn ich nicht gesehen hätte, daß Ihr Vater das Manuskript in den Schrein einschloss, der noch immer auf dem Tische steht. Wenn ich Sie recht verstehe, Exzellenz, fragte der Professor, so kommen in jener Sage solche Reiherrufe vor. Gewiß, und zwar unter so unheimlichen Umständen, daß, wenn Ihre Tochter diesen Teil der Sage gekannt hätte, eine solche Wirkung auf ein so zartes und sensitives Wesen wie Amanda Mem Sahib bei aller natürlichen Gesundheit der Seele und Kraft des Geistes offenbar ist, durchaus nicht unerklärlich sein würde. Sie machen mich recht begierig, Exzellenz, diese Stelle zu lesen, sagte Amanda. Also auch dort drei Reiherrufe? Ja, aber keine wirklichen, von keinen Vögeln her stammend, sondern ein verabredetes Zeichen. Vielleicht war es auch hier ein solches Zeichen. Es kommt mir fast vor, als ob es das sein müsste. Aber das wäre doch wohl zu sonderbar, wenn so ein ganz zufälliger Zug an demselben Ort nach Jahrtausenden sich wiederholen sollte, sagte Amanda und starrte, das Kinn in die Hand gestützt, sinnend in die Dunkelheit hinaus. Wir sind ja im alten Indien, wo alles wiederkehrt, warf Professor Eichstädt fast scherzend hin, denn es gefiel ihm nicht, wenn seine Tochter in ihrem jetzigen Zustand sich in Grübeln verlöre und dadurch vielleicht ihre Gereiztheit erhöhen könnte. »Wir sind in der alten Welt, wo alles wiederkehrt«, sagte Kalarama mit ruhiger Überzeugung. »Wir kehren wieder«, »Und die Welt mit uns«. Alle drei schwiegen eine kleine Weile. Amanda strich sich mit der Hand über die Stirn und zum Minister aufblickend fing sie an. »Ach, daß ich das Jahr nicht vergesse, ich habe zwei Botschaften für Eure Exzellenz.« Der europäische Titel kam ihr jetzt nach den letzten Worten des Inders und im Zusammenhang mit dem Gruß des Guru recht sonderbar und unangemessen vor, aber die Etikette mußte wohl gewahrt werden. »Nun, Mem Sahib, da bin ich in der Tat begierig. Der erste Gruß ist von Sir Trevelyan. Er bat mich, ihnen zu sagen, daß er die Sache mit Afghanistan sich doch reiflich überlegen würde. Es ist mir lieb, das von ihm zu hören, und besonders lieb ist es mir, daß er es mir durch sie sagen läßt. Dies ist mir eine Bürgschaft dafür, daß seine Überlegung zum Besten ausfallen wird. Weder Vater noch Tochter begriffen, wie Kala Rama dies meinte, aber sie fühlten beide, daß er gar wohl den Sinn seiner Worte wußte. Die andere Botschaft ist von einem Fremden, von einem Inder, der plötzlich vor meinem Fenster draußen stand. Er bat mich, ihnen zu sagen, der Guru grüßt seinen Tschela. Vor dem dritten Schakalschrei erwartet der Guru den Tschela an dem Ort, wo sie einst ihre bitterste Stunde erlebten. Professor Eichstätt blickte bestürzt von seiner Tochter zum Minister. Daß ein Fremder diesen hochgestellten siebzigjährigen Greis seinen Jünger nannte und als Meister ihn zu sich rief, kam ihm bei aller indischen Sonderlichkeit doch etwas zu sonderbar vor. Er fürchtete also, daß Amanda auf einen schlechten Scherz hereingefallen sei, und er wäre in dieser Ansicht nicht wenig bestärkt worden, hätte er geahnt, daß dieser Fremde nach der Schätzung seiner Tochter ein etwa vierzigjähriger Mann war. So war er denn nicht wenig besorgt, ob nicht sein Gönner sich durch diese zweite Botschaft verletzt Aber im Gegenteil, Kalarama, der mit großem Ernste diesen Worten gelauscht hatte, neigte, als Amanda schwieg, seinen Kopf wie in demütiger Annahme eines höheren Befehls, und sein schönstes, wärmstes Lächeln umspielte seine Augen und Lippen, als er sprach, Sie sind in der Tat die Überbringerin einer guten Botschaft, Mem Sahib und zu ihrer großen Verwunderung ergriff der Greis ihre Hand und drückte einen Kuss darauf. Dann blieb er am Fenster stehen und blickte lange schweigend in die Nacht hinaus. Ein perlmutterartiger Glanz breitete sich über den Raja-Palast, dessen Türme und Kuppeln in immer deutlicheren Schattenrissen hervortraten. Der Tag war heiß, die Nacht wird kühl und köstlich werden, brach Kalarama endlich das Schweigen und wandte sich an die beiden. Der Mond ist im Aufgehen begriffen und es ist sogar, wie ich mich besinne, Vollmond. Wäre es nicht gut, diese Nacht zu einer Wasserfahrt zu benutzen? Vater und Tochter waren beide gleich freudig überrascht durch diesen unerwarteten Vorschlag. Gewiß könnte nichts einladender sein, sagte der Professor, besonders wenn Exzellenz, wie ich sie verstehe, auf dieser Fahrt uns begleiten oder wohl gar uns führen werden. Gerade das beabsichtige ich. Das heißt, wenn ihre Tochter sich hinlänglich erholt hat, um einen solchen Ausflug zu unternehmen. Oh, Amanda befand sich schon vollkommen wohl und schien bereit, bis an das Ende der Welt mit Kalarama zu gehen. Immer hatte sie sich ja gewünscht, eine indische Nacht draußen in der Natur so recht genießen zu können. Und ich vermute sogar, fügte sie hinzu, dass eure Exzellenz etwas ganz Bestimmtes haben, was sie uns zeigen wollen. Was sie doch für ein kluges Töchterlein haben, Professor Sahib, lächelte Kalarama. Ja, in der Tat habe ich so etwas vor. Drüben hinter den Palastfelsen geht eine Bucht ein, und wohin sie ein kleiner Fluß deltaartig ausmündet, stehen ein paar uralte Ruinen, die sie wahrscheinlich noch nicht besichtigt haben. Nein, wir waren nicht da, Exzellenz, ich besinne mich jetzt freilich, von Ihnen gehört zu haben, aber es gab bis jetzt so viel anderes, was dringenderes Interesse für mich hatte. Ganz recht. Ich glaube aber, dass diese Ruinen jetzt für ihre Tochter und für sie selbst ein nicht nur landschaftliches Interesse haben werden. Nun wohl, unten wartet meine Gondel, denn ich habe sie herbestellt, weil ich die Absicht hatte, in der Abendkühle auf dem Wasserwege zurückzukehren. Diese Botschaft aber, die ich jetzt empfing, ruft mich anderswohin, und zwar gerade nach jener Ruinenstätte. Bis zur letzten Nachtstunde ist noch weithin, und wir werden Zeit haben, alles in Ruhe zu besehen. Dann können sie mit der Gondel zurückkehren, denn ich werde sie nicht mehr gebrauchen. Der Professor bezeugte eine passende, wenn auch unnötige Besorgnis, daß seine Exzellenz sich ihretwegen irgendwelche Unbequemlichkeit auferlege, eine Besorgnis, die er sich bereitwillig genug ausreden ließ, während Amanda, ganz von dem bevorstehenden Ausflug erfüllt, sich schon über die Kommodenschublade beugte, um einen Schal hervorzusuchen und auch ein seidenes Tuch für den Kopf, falls es später in der Nacht etwas kühl werden sollte. So führt das eine Gute das andere mit sich, sagte Kalarama, und dieser mir so willkommene Gruß bringt auch Ihnen etwas Schönes. Ja, Sie könnten in der Tat diesen Tag, an dem ich Sie schon etwas in meine Familienchronik eingeweiht habe, nicht würdiger beschließen, als gerade durch einen Besuch dieser Ruinen. Denn die eine ist der Überrest des Palastes, den der Prinz Ajatasattu gerade an der Stelle errichten ließ, wo er zum ersten Mal Mahamaya begegnete. Die Bauwerke rühren von Baku her und wurden als seine hervorragendsten Schöpfungen geschätzt. Das ist ja aber ungeheuer interessant, rief Professor Eichstätt. Hörst du, Amanda, zwei Meisterwerke von jenem Baku, mit dem die Feder unseres hochverehrten Freundes uns schon vertraut gemacht hat. Denke dir nur, Amanda. Amanda dachte in der Tat. An jenem Ort, so dachte sie, haben unser Kalarama und jener ehrwürdige Fremde ihre bitterste Stunde erlebt. Wann war sie aber? Gehörte sie diesem ihrem Erdenleben an? Oder einem früheren? Haben sie diese Bitterkeit gekostet zwischen den Ruinen längst vergangener Herrlichkeiten? Oder damals, als jene Bauten so standen, wie Bakus' Meisterhand sie vollendet hatte? Werde ich das je erfahren? Werden mir vielleicht schon heute Nacht diese Steine reden? Abschnitt 22 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Weltwanderer von Karol Kjellerup Zweites Buch Kapitel 5 Mutter Kalis Haus und das Haus Kala Ramas Als Professor Eichstätt und Amanda mit Kala Rama in den Garten hinaustraten, empfing sie der unbeschreiblich wonnige Gruß einer indischen Nacht. Jeder Luftzug, der mit den hundertfachen Düften der Blumen und Sträucher balsamisch beladen ihnen entgegenfächelte, strich wie eine sammetweiche Libkosung über Stirn und Wange. Und wenn noch etwas Mattigkeit von dem Ohnmachtsanfall bei dem jungen Mädchen zurückgeblieben war, so mußte diese vollständig schwinden, als nun auch die vor ihnen sich ausbreitende große Seefläche ihre labende Kühle ihnen entgegenhauchte. In demselben kleinen Hafen, von dem aus Amanda ein paar Stunden vorher zum Palast hinaufgefahren war, lag die Gondel des Ministers, am Fuße eines kleinen schroffen Felshügels, der, in den See hinaustretend, diesen geschützten Landungsplatz gebildet hatte. Die Anhöhe war mit einer Gruppe von schönen, pappelähnlichen Pipalbäumen bestanden, deren Schattenschleier einen Kiosk umhüllte, der mit seiner von geschnitzten Holzpfeilern getragenen niedrigen Kuppel sich zierlich auf dem hellen Nachthimmel zeichnete, gleich einem jener kleinen Hindu-Tempel, die an so vielen Stellen in Rajputana sich vorfinden, offenbar von dem glücklichen Instinkt beseelt, sich gerade auf dem malerischsten Punkt der Landschaft aufzustellen. Dieser beherrschte zur einen Seite die große Fläche des Sees nach dem Gebirge zu, zur anderen die enge Bucht, an deren Ende die Hindu-Bucht amphitheatralisch gelagert war, während der schroffe, palastgekrönte Burgfelsen gegenüber diese Seitenbucht begrenzte und scharf wie ein Schiff Steven sich in den See hinausschob. Der Kiosk war denn auch Amandas Lieblingsplatz. Besonders verträumte sie gerne die Nachmittagsstunden dort, ein Buch in der Hand, aber den Blick öfters auf die Stadt gerichtet, die zur Hälfte vom violetten Schatten des Burgberges bedeckt war, während die andere Hälfte sich in abenteuerlichem Glanz breitete, übertünchter Lehm und schlechter Mörtel größtenteils in der Nähe gesehen, aus denen aber die magischen Goldstäbe der indischen Nachmittagssonne Haufen von Rosen und Perlen hervorzauberten. So lag sie drohend und verlockend da, diese seltsame Hindustadt, wimmelnd voll von dem fremdartigen Leben, in das ein Europäer nie hineindringt, ja, das er kaum ahnend streift. Zu dieser Tageszeit, der bewegtesten in einer indischen Stadt, drang die Stimme jenes bewegten Lebens bis zum Gartenkiosk des Bungalow, ein tausendfach zusammengesetztes Geräusch, woraus sich einzelne Laute hervorhoben, der lang gedehnte Ruf des Wasserträgers, der raue Kehlenschrei des Kameltreibers, gelle Gongschläge oder dumpfe Glockentöne aus einem Tempel, lauter exotische Klänge, die, auch wenn sie las, sie fortwährend daran gemahnten, unter welchem fremden Himmel sie weilte, und immer wieder ihren Blick von den Blättern weg nach jenem Stadtbild hinzogen. Die Häuser drängten sich bis an den See heran, warteten sogar auf starken Pfeilern hinaus, tauchten sich in das kühle Nass und brüteten darüber mit purpur-dunklen Torbogen, lugten mit viellöchrigen, taubenschlagartigen Erkern über das Wasser hinaus, guckten mit Terrassen, Kiosken, Türmchen und kleinen Maulwurfshaufen ähnlichen Kuppelchen einander über die Schultern, als ob ihre sonnenversenkten Höhen doch wenigstens das Wasser glitzernd sehen möchten. Hier und dort wurden ihre Mengen von den Garts auseinander geschoben, breitspurig stiegen ihre Freitreppen herunter, farbig belebt wie durch das Gewimmel wandelnder Krokusse, deren blaue, rote und gelbe Flämmchen auch unten am Wasser leuchteten, wo die Mäntel der Badenden ihre lebendigen Farben mit den wiedergespiegelten mischten. Links, wo die Leichenverbrennungsstätte war, glühten ein paar Scheiterhaufen unter dem Schatten und schickten ihre Rauchsäulen in das Sonnenlicht hinauf, wo sich ihre Blässe in rosige Wölkchen verwandelte, ganz so, wie sie es an jenem Abend in Benares gesehen hatte und so, wie die Scheiterhaufen in diesem uralten Lande schon jahrtausendelang Tag für Tag geraucht hatten, ein ewiges Opfer von der Erde an den Himmel, von dem Diesseits an das Jenseits gesandt. Aber auch andere Opfer wurden dem undurchdringlichen Jenseits gebracht. Auch Lebendiges opferte diese indische Erde und nicht nur dem Himmel. Rechts am südlichen Gart, auf einer in den See hervortretenden Bastei stehend, erhob ein kleiner, reichverzierter Tempel seine Dachgruppe von zusammengewachsenen, hochgestreckten Kuppeln, die blutrot gefärbt und von goldigen Sternen übersät waren. So hoch und spitz war dies Kuppeldach, so gering der Umfang des vieleckigen Gebäudes, dass das ganze Bauwerk wie eine prächtige Riesenlaterne aussah. Dies Heiligtum war der furchtbaren Göttin Kali geweiht. Oben in der Luft und unten im Wasser mit dem im Sonnengold gebadeten, glitzernden Steinschmuck seiner reich gegliederten Architektur und mit seiner hochragenden roten Tiara leuchtend und glühend beherrschte beherrschte dieser Tempel das ganze Stadt Bild, ein nicht zu umgehendes Symbol des aller fremdartigsten, des dämonisch furchtbarsten in diesem geheimnisvollen Indien, das sie so seltsam lockte und sie so seltsam abstieß. Amanda wußte gar wohl, was für Scheußlichkeiten dies eigenartige Bauwerk drüben unter seinem pittoresken, ja fast eleganten äußeren verbarg, hatte sie doch von der Vorhalle aus in die Zelle hineingeschaut, wo das abscheu und grauen erregende Bronzebild der Göttin aus der Dunkelheit unheimlich hervorschimmerte. Das Schädelhalsband baumelte ihr auf den blanken Bauch hinab, sie hatte den von Hauben blähenden Kobras gekrönten Kopf nach der Seite gedreht und blickte den Besucher mit einem seitwärts schießenden Blick aus dem gelben Steinauge an, während ein unsagbar grausames Lächeln ihre vollen, mit Blut frisch bestrichenen Lippen umspielte. Ein paar häßliche Priester erzählten ihr und ihrem Vater, die Göttin habe ursprünglich gerade ausgeblickt. Das war in den alten, frommen Zeiten gewesen, als täglich zu ihren Füßen einem Menschen der Kopf abgeschlagen wurde. Seitdem aber der Mensch durch ein elendes Zicklein ersetzt worden war, habe sie verächtlich den Kopf zur Seite gedreht, und obwohl ihr manchmal an ihrem Festtage hunderte von schwarzen Ziegen und viele Stiere geopfert worden seien, habe sie sich nicht mehr ganz versöhnen lassen. Erst wenn das alte, rechtliche Menschenopfer wieder eingeführt werden würde, dürfte man hoffen, dass Kali wieder den Kopf drehen und ihre Anbeter mit einem geraden, gnädigen Blick ansehen würde. Erst dann würde sich auch wieder Glück und Segen über das Land ergießen, und Amanda hatte sich beeilt, aus dem unheiligen Schatten der Tempelsäulen wieder hinaus unter den offenen Himmel zu kommen, so magnetisch lebendig schien ihr plötzlich, das Wesen dieses von tausenden inbrünstig angebeteten, tagtäglich mit Blut gespeisten Fantasie gebildes drinnen in seinem eigenen Bezirk zu walten. Nie konnte sie aber mehr aus der Ferne jene blutrote spitze Kuppelgruppe sehen, ohne an die Zicklein zu denken, die jeden Tag drinnen geopfert werden, vor jenem unglaublich lebendigen Götzenbild, das sie kaum eines Blickes würdigte, weil es von Alters her an kostbareres Blut für seine bronze Lippen gewöhnt war. Selber hatte sie einer solchen Opferung nicht beigewohnt, aber Arthur hatte ihr davon erzählt, wie hässliche schwarz gekleidete Priester ein schwarzes niedliches Zicklein vor das Bild hinziehen, wo es von einem Priester festgehalten wird, während ein anderer eine Schnur an seinen Hörnern befestigt, wie neben das Tierchen ein plumpes krummes Messer, alt und schartig von härteren Halswirbeln als den seinigen hingelegt wird, und wie die Klinge und der Kopf des Zickleins mit Reiskörnern bestreut und mit Gangeswasser besprengt werden, wie dabei das Zicklein ein ängstliches Meckern hören lässt, das in diesem gewölbten, von Säulen Korridors umgebenen, resonanzreichen Raum noch zehnfach erbärmlicher klingt und 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 noch spukhaft nachzittert, wenn ein Priester schon ein Schwert hoch erhebt, die krumme Klinge durch die Luft saust und das losgetrennte Köpfchen des Tieres, ohne den Boden berühren zu dürfen, an der Schnur hängend in ein Becken hineingeschwenkt wird, wie der Opferpriester seinen plumpen Fuß auf die heftig zuckenden Glieder setzt und wie das hervorquellende Blut in das Becken sprudelt und gurgelt und gluckst, wie das aufgeregte Ohr es überall gurgeln und glucksen hört, als ob der ganze Bau in allen Ecken und Winkeln das Blut dränke und wie die noch aufgeregtere Fantasie beschwören möchte, dass die teuflische Bronzegöttin ein boshaftes raues Lachen, ein Lachen, wie es der alten schwarzen Götterbronze wohl in der Kehle stecken mochte, verächtlich unterdrückt, als das blutgefüllte Becken mit dem Ziegenkopf zu ihr hingetragen und ein rotes Tuch vorgezogen wird, um die hochheilige sakramentale Handlung, das Beschmieren ihrer Lippen mit dem warmen Blut, dem profanen Blick zu entziehen, wie man dann hinausstürzt und wie einem den ganzen Tag übel ist, ja, wie einen noch lange ein abergläubischer Schrecken verfolgt, als ob man durch seine Anwesenheit beim Opferdienst sich der scheußlichen Dämonin verschrieben habe, die einem drinnen wirklicher denn die Wirklichkeit vorkam. Alles dies sah, hörte und fühlte Amanda, wenn sie das spitze rote Kuppeldach erblickte, und man konnte die Hindustadt nicht mit dem Auge, ja kaum mit der Erinnerung streifen, ohne dies hervortretende Wahrzeichen, dieses berete Symbol der Übermacht des schwarzen Blutes vor sich zu sehen. Umso lieber blickte sie hinüber nach dem Bau, der zur anderen Seite das Stadtbild beherrschte, die Stammburg Kalaramas. Es war ein gewaltiges Bauwerk, von monumentaler, einfachster Größe, ein einziger geschlossener Steinblock, höher als er breit war, nach unten ausgetreten, um stämmiger zu erscheinen, an den Vierecken sich mit viereckigen turmartigen Vorsprüngen verstärkend, von denen der Westliche seinen durchsichtig violetten Schlagschatten auf die orange leuchtende Frontmauer warf. Diese Ecktürme überragten nicht die Mauerlinie, nur ein paar nestartig oben angeklebte Erker erhoben ihre Kuppelköpfchen darüber. In der ganzen Fläche nur ein paar unregelmäßig sitzende Fensterschlitze, aber unten war die ganze Front zwischen den Ecktürmen eine offene Arkadenhalle, von welcher nur die Bogen und der obere Teil der Pfeiler die Mauern der Terrasse überragten, die dies trutzige Haus wie eine mächtige, durch einen runden Vorsprung wiederum verstärkte Bastei bis zum Abhang vorschob, dessen Seiten das Mauerwerk größtenteils glatt verkleidete, so dass der ganze Bau sich wie in zwei ungeheuren Stockwerken vom Talgrund erhob. Die Anhöhe worauf die Burg stand schien ebenso wohl dem Radjaberg wie dem Stadtgebiet zu gehören und in der Tat vereinigte sich die alte Stadtmauer am Rande der Schlucht mit der Terrasse, während die Befestigungsmauer, die an dieser Seite von den Zinnen gekrönten Höhen des Berges in Zickzacklinien die schroffen Leiten herunterstiegen, erst an der Rückseite der Burg aufhörten. Trutzig und wehrhaft vom Mauerkranz bis zum Sockel in jedem Stein das Heim eines Kriegergeschlechts. So stand die Stammburg des mächtigen Ministers mitten zwischen Palast und Stadt da. In seiner majestätischen Einsamkeit mit der vornehmen Ruhe seiner geraden Linien hatte das Gebäude ihr bis jetzt immer von seinem Besitzer dem edlen Kalarama dem Gönner ihres Vaters gesprochen. Von heute ab würde aber des großen Feldherrn Mahim saß, wie mit Trometenklang von allen Vierecktürmen zu ihr hinüberklingen, wenn sie nachmittags träumend dort oben im Gartenkiosk saß. Sie würde das liebliche Kind Amara dort wohnen lassen. In jener mächtigen Arkade hatte ihre vogelartige kleine Stimme den Widerhall geweckt und das Herz des großen Helden erheitert. Aus jenem hochschwebenden Schwalben Nest Erker hatte sie weit übers Land hinaus gespäht, ob nicht in der tiefen Einsattlung der ockerfarbigen Hügelkette das Banner ihres Ohm wehen und die Lanzenspitzen seiner Begleiter aufblitzen würden, bis sie es eines Tages wirklich taten und sie hinunter eilte, um Blumen zu pflücken und zusammenzubinden zu einem Kranz für sein geliebtes Haupt. Das fantasierst du dir alles recht hübsch aus, mein Kind, sagte Professor Eichstätt, aber eine solche Lokalisierung dürfte doch aus dem Grund nicht erlaubt sein, weil dieser Bau unmöglich ein so hohes Alter haben kann. Und warum denn nicht? Er ist doch so fest gebaut, dass er wohl Tausende von Jahren stehen kann. Sie blickte den Minister an, in der Hoffnung, Unterstützung bei ihm zu finden. Kala Rama aber schüttelte lächelnd den Kopf. Sie mögen darin Recht haben, Mem Amanda Sahib, das Gefüge scheint derzeit trotzen zu können, wie das der Pyramiden. Tatsächlich hat aber ihr Vater Recht, und ich kann ihm mein Zeugnis nicht versagen, dass dieses Haus aus der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts stammt. Es wurde von demselben Ahnherrn gebaut, der durch den Verrat des Großmoguls ums Leben kam, und zu dessen Andenken unsere Familie seitdem mit der linken Hand grüßt. Amanda mußte sich dieser Autorität beugen, aber sie meinte, jener Vorfahr Kala Ramas habe gewiß sein Haus an derselben Stelle errichtet, wo die Familie von jeher ansässig gewesen war, denn es stünde gerade am rechten Ort, zwischen Raja-Palast und Stadt, wie der Minister zwischen Fürst und Volk. Dort habe gewiß auch schon Mahim Sasas Haus gestanden, und könnte es nicht ebenso ausgesehen haben und durch Tradition nachgeahmt worden sein? Arkadenhallen und Erker habe man in Indien seit unvordenklichen Zeiten gehabt, und so müßte es ihr denn auch erlaubt sein, es sich so vorzustellen und in dieser neuen Burg nur eine Wiedergeburt der Ursprünglichen zu sehen. Dagegen wird gewiß niemand etwas einwenden können, sagte Karlarama, und mich dünkt Mem Sahib, sie haben dort einen sehr glücklichen Ausdruck gewählt, um ihre Befugnis zu erhärten, die Dinge der Vorzeit im richtigen Licht zu erträumen. Jetzt freilich haust oben in jenem Erker kein lieblicheres Wesen als Mem Sahibs aller untertänigster Diener, denn abends ist er mein liebster Aufenthalt. Ich kann da, wenn ich mich von meinen Büchern abwende, weit über die dunkle Welt hinaus blicken und zur anderen Seite direkt auf das flache Dach meines Hauses hinaustreten, wo diese Erdenwelt nicht zu existieren scheint und nichts als der sternenfunkelnde Himmelsraum um mich ist. Oh, wie beneidenswert! Ein erhabener Aufenthalt! murmelte der Professor. Dann ist es Ihre Lampe, Exzellenz, die mir von drüben so oft wie einen Stern zugewinkt hat? Von jetzt ab wird das Licht mir noch traulicher leuchten. Wie, Memsahib, auch nachts suchen Sie diesen entfernten Punkt auf, aber doch nicht allein. Nicht allein, Exzellenz, mit meinem Garuda, denn bevor mir Herr Stiel den guten Mungo schenkte, hätte ich für mein Leben mich nicht im Dunkel so weit gewagt, dazu hatte ich gar zu große Angst vor Kobras. Und sie erging sich im Lob des treuen und tapferen Tierchens, das auch jetzt von der einen Seite des Weges zur anderen und manchmal ein Stückchen ins Gras hinein vor ihnen hin und her schnuberte, in unermüdlichem Nachkommen seiner polizeilichen Pflicht. Amanda versäumte nicht, seine heutige Heldentat zu rühmen und erzählte auch von dem kleinen Schlangenstein, dieser unansehnlichen Alltagsausgabe des berühmten Edelsteins Kalaramas, den der Sieger aus der Totenkobra herausgeschüttelt hatte, wobei sie denn auch das nächtliche Abenteuer Arthurs nicht unerwähnt ließ. Kalarama nickte mit freundlichem Lächeln. Ja, Mem Amanda Sahib, auch ich habe ein paar Mal das beobachtet. Es sieht wirklich aus, als bete die Kobra den Stein an, und doch sucht das Vieh dabei nur sein Futter. Das Steinchen, es ist eine besondere Art Kiesel, phosphorisiert und verbreitet einen schwachen Schein, wie das weibliche Glühwürmchen, die Käfer werden dadurch angezogen, und die Kobra schnappt zu. Dachte ich's mir doch, rief der Professor vergnügt, dass eine befriedigende Erklärung dieses sonderbaren Phänomens schon bekannt sein müsse. So? Mich befriedigt sie gar nicht, schmolte Amanda. Es war so hübsch, sich zu denken, dass einige besonders hochentwickelte Kobras einen kleinen Fetisch mit sich herumführten und nachts ihre Andacht davor hielten. Meine übertriebene Angst vor diesen Tieren kommt mir etwas weniger ungereimt vor, wenn ich mir einreden darf, diese meine Erbfeinde seien geistig so hoch entwickelt, dass sie eine Art Religion haben. Betet so eine weise, böse Kobra die Mutter Kali an, auf das ihre Haube sich recht giftgeschwollen aufblähen möge, dann darf es mir schon eher erlaubt sein, mich ein wenig unsinnig zu fürchten. Nun, ich denke, es müsste dich schon getröstet haben zu hören, dass der vagehalsige Sir Trevelyan an derselben Angst leidet. Sir Trevelyan? fragte Kala Rama und blieb vor Überraschung stehen, seine beiden Begleiter mit großen Augen anblickend. Ja, denken Sie sich Exzellenz, antwortete Amanda, Mr. Steele erzählte uns heute, sein Vetter könne sich nicht dazu überwinden, die Künste eines Schlangenzähmers zu sehen. Trotz aller Aufbietung seiner Willenskraft musste er es aufgeben. Das ist stärker als ich, sagte er. Seltsam, höchst seltsam, murmelte Kala Rama. Nur zu gerne hätte Amanda gefragt, welche Gedanken sich der Greise Inder wohl über das scheinbar zufällige Zusammentreffen mache, das auch ihr Gemüt als ein bedeutungsvolles Rätsel tiefsinnigen Zusammenhanges beunruhigte. Aber sie wagte es nicht, das Schweigen zu stören, das Kala Rama im Weiterschreiden beobachtete. Sie wagte es nicht, obwohl gerade dies Schweigen sie in ihren Ahnungen bestärkte, dass an diesem unscheinbaren Punkt sich etwas für sie sehr Wichtiges verberge. Wenige Schritte brachten sie nun zum Ziel, dem Gartenhafen am Fuße des kleinen Kiosk tragenden Vorgebirges. Kala Rama blieb stehen, bevor sie noch die Landungsstufen erreicht hatten, und das vorherige freundliche Lächeln belebte wieder Augen und Lippen. Es tut mir sehr leid, meine liebe Mem Saib, Ihnen mit meiner nüchternen Erklärung eine Enttäuschung bereitet zu haben, aber wenn wir etwas tiefer blicken, wird der Unterschied vielleicht nicht so groß, wie es zuerst den Anschein haben mag. Denn was, meinen Sie, sucht der Mensch am meisten bei seinem Fetisch, seinem Götzen, seinem heiligen Bild, ja selbst bei seinem Herrgott im täglichen Gebet? Glauben Sie mir, weitaus die meisten suchen hauptsächlich, was die Kobras bei ihrem Stein suchen und finden, ihr Futter. Nur zu wahr, Exzellenz, rief der Professor, mit wie viel ängstlicherer Innigkeit wird von den meisten das Gebet, unser tägliches Brot gib uns heute, gebetet, denn das Erhabenere, so recht religiöse, geheiligt sei dein Name. Und fügen wir noch hinzu, hochverehrter Professor Sahib, das kann in diesem Leben, in dieser Welt auch nicht anders sein, so wollen wir denn auch nicht zu viel von den armen Menschen verlangen und von den armen Kobras auch nicht, Mem Sahib, zumal wir schließlich doch nicht wissen, ob sich bei ihnen angesichts des helfenden Lichtsteines nicht dunkle Gefühle rühren, die für sie ebenso viel bedeuten mögen, wie die Regung des Gemüts eines Wilden, der seinen Fetisch um Jagdglück bittet, und er trat an die Stufen hin und mit tiefer orientalischer Verbeugung auf die Anlegen der Barke zeigen, sprach er, Darf ich nun meine liebenswerten Gäste, die mir wie mein Vater und meine Mutter sind, ersuchen ihre unschätzbaren Persönlichkeiten, die Fackel der Wissenschaft und die Zierde des weiblichen Geschlechtes, diesem geringen, erbärmlichen Fahrzeug Dienste dienst diensteifrigen Sklaven anvertrauen zu wollen? Der Humor Kala Ramas, wenn er auf diese Weise, seinen europäischen Freunden gegenüber, den üblichen orientalischen Schwulz leise travestierte, hatte einen eigentümlichen, herzlichen Charakter. Er wußte es, sie durch Blicke und Stimmklang verstehen zu lassen, dass er sich gerne seines Vorrechtes als orientale bediene, um in scheinbar übertriebenen Formen gerade das Richtige zu sagen, hielt er doch in vollem Ernst das liebliche Mädchen für die Zierde ihres Geschlechtes und nicht weniger den Vater für eine Fackel der Wissenschaft und war er doch bereit, ihnen mit allen seinen Kräften, die nicht gering waren, zu dienen. Die Barke des Ministers konnte allerdings nur vom Standpunkt morgenländischer zeremonieller Selbsterniedrigung als ein erbärmliches Fahrzeug betrachtet werden. Eher nahm sie sich in europäischen Augen etwas schwerfällig aus und erinnerte Vater und Tochter an ihre Budgera auf dem Ganges. Sie streckte einen langen, spitz zulaufenden Vordersteven gleich dem Schnabel eines ungeheuren Wasservogels über die Wasserfläche hin, während der Achtersteven sich breit und kräftig in die Höhe erhob. Hier stand, regungslos wie eine Statue, die Stange des großen Steuerruders in den Händen, ein mittelgroßer, schöngebauter Inder, dessen nackte Glieder wie Bronze in den Mondstrahlen glänzten. Ein großer weißer Turban und ein gleichfarbiges Lendentuch bildeten auch für die sechs Ruderer die 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 Leiter denn den bloßen Kopf dem Mondlicht auszusetzen hielten sie für den unfehlbaren Weg zur Geisteskrankheit. Sie standen paarweise am vorderen Teil der Barke, jeder ein kurzes und breites schaufelförmiges Ruder in beiden Händen haltend zur Abfahrt bereit. Der mit gestickten Kissen und persischen Teppichen üppig ausgestattete Sitzplatz befand sich in der Mitte des Fahrzeuges, doch etwas zurück, ziemlich wie in einer venetianischen Gondel. Carla Rama nötigte seine beiden Gäste, sich auf den Ehrenplatz zu setzen, einen sofaartigen Sitz, der die Breite der Barke einnahm und den Rücken an den Hintersteven lehnte und von dem Mann aus des angenehmsten und freiesten Blickes während der Fahrt genoss. Selbst aber nahm er einen niederen Stuhl und setzte sich seitwärts nieder, wie Professor Eichstätt sich mit einer häufigen Wende der buddhistischen Sutras sagte, denn er war nicht unempfänglich dafür, von einem indischen Magnaten als ein Erhabener behandelt zu werden. Nicht ganz so leicht wie das Unterbringen der Passagiere war das der Pläts und Decken, die das fürsorgliche Dienstmädchen hinuntergetragen hatte, mit vollstem Beifall Kala Ramas, da man nie wisse, wie lange man wegbleiben würde, und gegen morgen sehr wohl eine ziemliche Kühle auf dem Wasser eintreten könne. Sie hatte die Arme voll, denn tapfer hatte Berbele sich gegen jeden Beistand der von ihr verachteten, wimmelnden indischen Dienerschaft gewährt. Sie war auch jetzt nicht gesonnen, die kostbaren, von ihr selbst eingekauften und aus Heidelberg bis hierher mitgebrachten Sachen, der Behandlung brauner, eingeborener Hände zu überlassen. Vergebens streckten sich diese ihr entgegen, vergebens ertönte ein sechsstimmiger Chorus »Gib her, Aja, gib her, Aja!« Nur um so fester schlossen sich die starken Arme der derben Schwäbin um die teure Last, nur um so energischer schüttelte sich ihr runder Kopf mit den harten blanken Apfelwangen. »Ja, eiert mich so viel ihr wollt, ihr nackten Heiden, euch die schönen Decken geben, damit ihr sie recht vollspritzt was, ihr braunen Affen, plätschern sie mit ihren Schaufeln im Wasser herum, schönes Rudern das. Bärbele war freilich eine waschechte Binnenländerin, aber sie hatte unterwegs sowohl Bremer Seeleute wie englische Orloksmatrosen Rudern sehen und bildete sich was darauf ein, dass man ihr in diesem Kapitel kein X für ein U machte. Schönes Rudern, wie die Jungen in einer Kufe auf dem Dorfteich herum schaukeln und die ehrliche aber dicke Haut gab sich nicht zufrieden, bevor sie nicht eigenhändig die Sachen in den Hintersteven außerhalb des Bereiches eines Wassertropfens weggestaut hatte, zum großen Ärger des Professors, der zu diesem Zweck aufstehen musste, wodurch der feierliche Moment seines erhabenen Thronens mit dem seitwärts sitzenden Minister zu seinen Füßen erheblichen Abbruch erlitt. Als nun das Fahrzeug von Dannenglitt hätte freilich Bärbele gerechterweise zugeben müssen, dass diese sechs nackten Heiden mit ihren Schaufeln die Barke recht wacker vorwärts zu bringen wussten, aber die getreue Magd hatte anderes und Wichtigeres im Kopf. Die Arme über den Busen gekreuzt, schaute sie missbilligend und besorgt ihrer abfahrenden Herrschaft nach. Dass ein junges unwissendes Blut wie Amanda, die von den garstigen Kobras abgesehen keine Furcht zu kennen schien, sich der Obhut lauter brauner Hindus anvertraute, war nicht zum Verwundern, aber so ein graues Haupt wie das des Herrn Professors hätte auch klüger sein können und wäre es auch gewesen, wenn es nicht ewig und immer über die alten Bücher gebückt wäre, sondern sich umsehe, was rings in der Welt vorginge. Dass der alte, anständig gekleidete indische Herr, den sie Minister nannten, so ziemlich wie ein Christenmensch aussehe, war nicht zu leugnen, aber Moor bleibt halt Moor und Indianer Indianer, denn so bezeichnete die Schwäbin ebenso hartnäckig wie sprachlich korrekt die eingeborenen Indiens, wiewohl es sie anfangs etwas irre gemacht hatte, dass die Indianer nach allem, was sie gehört und gelegentlich sogar gelesen hatte, rot heute waren, während diese Menschen zweifelsohne braun, ja oft fast schwarz waren. Sie zog aber aus diesem Konflikt zwischen erlerntem und geschautem lediglich den Schluss, dass man sich auf Historienbücher nicht verlassen könne und das halt probieren über studieren gehe. Als ob es Amanda ahnte, dass ihre gute Magd einer Aufmunterung sehr bedürftig war, winkte sie in diesem Augenblick mit ihrem Taschentuch. Bärbele war nicht saumselig, den Gruß zu erwidern, aber aufgemuntert sah sie dabei nicht aus. Vielmehr rannen dicke Tränen ihr die Wangen hinunter. Wer verbürgte ihr denn, dass sie ihr geliebtes Fräulein und ihren guten Herrn auf dieser Erde wiedersehen würde? Bärbele konnte keine englischen Zeitungen lesen, und sie dankte ihrem Gott, ihrem Heiland und allen Heiligen, dass sie diese fremdländische Sprache nicht kenne, aber die Luft selbst war in diesen Tagen in ganz Indien schwirrend voll von den furchtbaren Namen der Thugs. Überall in Britisch-Indien wurden die Leichen ihrer Opfer hekatombenweise aufgehängt. So war denn auch Hinlängliches in diesen schwäbischen Kopf eingedrungen, um seiner Besitzerin eine nicht ganz grundlose Abneigung gegen Mondscheinfahrten zu Land und zu Wasser in der Gesellschaft dieser Indianer einzugeben. Wie wäre ihr aber erst zumute gewesen, wenn sie geahnt hätte, dass ein echter Tag ihr selber, Barbara Schwitzgäbeler aus echter Dingen, noch gestern im Bazar die Musseline ausgemessen hatte, und dass ihr geliebtes Fräulein Amanda, noch bevor die Barke ihr aus dem Auge entschwand, mit demselben mörderischen Diener Kalis in Berührung kommen sollte. Ende von Abschnitt 22 Gelesen von Hokus Pokus Antipathien hinab, sollten wir aber dann etwas anderes in den unwiderstehlichen individuellen Trieben und Fähigkeiten vor allem in denen des Genies erblicken, aber ich möchte noch weitergehen. Amen. Vielen Dank.